Schönen guten Tag, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zu einer Fachkonferenz mit dem ziemlich dicken Thema Gaming und Außenpolitik. Mein Name ist Daniel Budiman, ich darf das Ganze heute hier moderieren. Ich freue mich, denn dieses Thema beziehungsweise diese Themen verfolgen mich nicht zuletzt seit ungefähr 20 Jahren. Was haben Games mit Politik zu tun? Eigentlich etwas wie bei den Ghostbusters, kreuzen niemals die Strahlen, denn man weiß nie genau, was da passiert, aber es passiert schon längst, scheinbar. Und das brauchen wir niemandem erzählen, die Erde dreht sich da draußen extremst schnell. Und das Ganze findet natürlich auch in Digitalwelten statt, also in Videospiel. Was können Videospiele, was müssen Videospiele vielleicht sogar tun? Was sollten sie vielleicht nicht tun? Das sind alles Kernfragen, die wir bei dem sogenannten Auswärtsspiel gemeinsam erörtern wollen. Und das Auswärtsspiel ist eine Aktion der Stiftung Digitale Spielkultur, die das Ganze hier auch organisiert hat. Ein Dreiteiler, wenn man so möchte. Und wir befinden uns gerade im zweiten Teil des Auswärtsspiels. Das ist eine Fachkonferenz, die ab jetzt bis 1830 durchläuft. Und wir haben extrem viele Expertinnen und Experten hier heute in Berlin vor Ort im Studio von Alex Berlin. Und wir freuen uns, dass wir heute in einen Dialog gehen, in einen Austausch gehen mit dem Schwerpunkt Gaming und Außenpolitik. Und hier werden Wörter stattfinden, die ich persönlich noch gar nicht richtig kenne. Gaming Public Diplomacy. Was ist das? Ich weiß es nicht. Und meine Kernfrage, die ich als Journalist hier mit reinbringen möchte, lautet wie folgt. Das ist eine Frage, die, glaube ich, nachvollziehbar ist. Vielleicht auch gerade von Personen, die eher aus der Games-Ecke kommen und eher Gaming als Kulturgut, als Kulturmedium und vielleicht auch primär aus der Unterhaltung kennen. Mal schauen. Also wir laden alle Personen herzlichst ein, Teil dieses Dialogs heute zu werden, Teil dieser Fachkonferenz zu werden. Und die Person, die das Ganze federführend ins Leben gerufen hat, steht rechts neben mir. Ihr Name ist Shidem Usunulu. Sie ist Geschäftsführerin von der Stiftung Digitale Spielkultur. Und ich übergebe das Wort an dich, Shidem. Moin. Schön, dass du da bist. Danke. Schön, dass du da bist. Lieber Herr Dr. Patasek, lieber Felix Falk, lieber Lars Jansen, liebe Speakerinnen und Speaker, liebe Zuschauer, liebe Gäste. Die außenpolitische Lage in Europa und global wird immer komplexer. Prozesse der Digitalisierung und Globalisierung verstärken diese Komplexität zunehmend. Allein schon durch die Masse an verfügbaren Informationen, Informationsmedien und digitalen Plattformen. Eine zunehmende globale Vernetzung sorgt einerseits für mehr Dialog und Austausch, kann aber andererseits auch zu Orientierungslosigkeit und Überforderung führen. Diese Wechselwirkungen betreffen auch unsere Außenpolitik. Sie ist geprägt von komplexen Zusammenhängen, zum Beispiel verursacht durch die Klimakrise, durch Kriege. Diese wiederum haben Flucht und Migration zufolge. Diese Themen haben wiederum natürlich Auswirkungen auf die Innenpolitik der Länder und der Bündnisse. Solche mehrschichtigen und komplexen Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen, besonders den Menschen, die im Alltag kaum Berührungspunkte mit den Themen der Außenpolitik haben, war für uns eine Herausforderung bzw. ist für uns eine Herausforderung als Gesellschaft. Um Orientierung zu schaffen, müssen wir deshalb alle digitalen Tools nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Hier kommen Games und die Stiftung Digitale Spiele Kultur ins Spiel. Digitale Spiele verbinden Menschen, schaffen Räume der Begegnung und sind das Herz einer pulsierenden Popkultur. Kurzum, Games verändern die Welt. Die Stiftung Digitale Spiele Kultur lädt in ihrer Arbeit Akteure aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft dazu ein, diese Veränderung mitzugestalten. Wir sind der Überzeugung, dass sich Games dazu einsetzen lassen, positive Impulse in unserer Gesellschaft freizusetzen. Einerseits, weil Games als populärkulturelles Phänomen eine riesige Reichweite haben. Über 60 Prozent allein in Deutschland spielen die Menschen. Andererseits, weil Games viele einzigartige Qualitäten mit sich bringen, wie zum Beispiel Interaktivität, Multimedialität und das Erfahren von Selbstwirksamkeit. Kann gerade dieses Leitmedium des 21. Jahrhunderts mit seinen regelsystematischen Welten und interaktiven Szenarien dazu beitragen, außenpolitische Handlungsweisen und Themen trotz ihrer Komplexität verständlich Menschen näher zu bringen? Wir sind der Meinung, ja, das ist möglich mit Games. Daher haben wir gefördert durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland das Pilotprojekt Auswärtsspiel ins Leben gerufen. Mit diesem Pilotprojekt untersuchen wir die Rolle digitale Spiele als Vermittlungsmedium für die deutsche Außenpolitik. Im Rahmen dieses Projekts haben wir im Frühjahr die ersten Leitfragen zum Einsatz von Games an der Schnittstelle zur Außenpolitik veröffentlicht. Diese Leitfragen dienen als Orientierung, digitale Spiele als außenpolitische Vermittlungsmedien zu untersuchen und zugleich für außenpolitische Narrative und Motive in Games zu sensibilisieren. Die Fragen wurden von einem interdisziplinären Expertenengremium entwickelt, bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter der Gamesbranche, der Wissenschaft, der Außenpolitik und der Zivilgesellschaft. Mit der heutigen Fachkonferenz Gaming und Außenpolitik wollen wir den Auswärtsspieldialog gemeinsam mit Ihnen vertiefen und freuen uns, dass wir dies jetzt öffentlich in die Wege leiten können. Dafür werfen wir unter anderem einen genaueren Blick auf ausgewählte Games im Rahmen von drei Spielungen. Spielungen angelehnt an das Format aus dem Literaturbetrieb der Lesung eignen sich hervorragend, um auch Menschen Einblicke in Games zu geben, die bisher noch nicht viele Berührungspunkte zu Games hatten. Anhand solcher Spielungen sowie eines Panels werden wir heute über Diplomatie und Multiperspektivität, feministische Außenpolitik und Diversität und Machtpolitik und Postkolonialismus sowie Klimaaußenpolitik diskutieren. Mein großer Dank gilt an diese Stelle unseren heutigen Speakerinnen und Speaker und den Mitgliedern unseres Expertengremiums, deren Arbeit eine wichtige Grundlage für die heutige Fachkonferenz darstellt. Sehr herzlich möchte ich mich auch beim Auswärtigen Amt bedanken, das mit der Förderung von Auswärtsspield den heutigen Dialog überhaupt erst ermöglicht. Der Dank gilt hier besonders an Mirko Krupper, Referatsleiter für Inlandskommunikation und Bürgerdialoge, der das Referat seit der Konzeptionsphase mit sehr viel Engagement begleitet und unterstützt hat. Mein besonderer Dank gilt auch der Projektleiterin von diesem Projekt Auswärtsspiel, Dr. Tabea Wittmann, die das Projekt und die heutige Konferenz verantwortet und mit sehr, sehr viel Engagement umsetzt. Natürlich möchte ich mich auch an diese Stelle an meinem Team bedanken, die heute den Tag mit unterstützen und mitgestalten. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnis- und abwechslungsreichen Konferenztag. Dankeschön. Dankeschön, Schiedem. Ich bin wirklich sehr gespannt und es ist super interessant, was ihr hier aufgebaut habt. Der zweite Teil, das ungefähr geplanten Dreiteil, das Auswärtsspiel, unter anderem gefördert vom Auswärtigen Amt. Und ich freue mich, Sie zu sehen. Herr Tassek, Sie sind Beauftragter für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt. Das klingt für mich erst mal, was ist das, strategische Kommunikation? Strategische Kommunikation ist ein bisschen, dass man sich vorher überlegt, was man sagt, würde ich sagen. Und dass man sich der Situation bewusst ist, in der wir heute als Außenpolitik, als Bundesregierung stehen. Das ist kein Selbstläufer mehr. Das ist vielleicht auch ein Auswärtsspiel in dem Sinne, dass wir in einer Welt sind, in der nicht alles, was passiert, für uns freundlich und positiv ist. Also man muss erklären, wofür man da ist, was der Hintergrund ist, worum es geht. Es geht irgendwo auch um die Wurst, möchte ich sagen. Und das macht strategische Kommunikation. Jetzt fragen mich viele, macht ihr denn hier mit den Games? Wollt ihr eure Außenpolitik in Games verkaufen? Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Es ist eine Berührung von zwei Welten, die bis jetzt vielleicht noch nicht genug miteinander zu tun hatten. Aber ich glaube, wir können im Auswärtigen Amt doch einiges lernen von diesen Games. Was haben die da? Da gibt es starke Bilder, da gibt es so einen immersiven Zugang. Vielleicht bräuchten wir mehr starke Bilder, vielleicht bräuchten wir mehr immersiven Zugang. Insofern wollen wir was lernen. Und vielleicht ist auch interessant für uns zu sehen, was für Welten, was für Rollenvorbilder kommen denn da so zum Ausdruck, ja? Was für Handlungsmuster werden belohnt? Ich weiß auch, so ein Spiel ist ein Spiel. Das ist ja nicht die Wirklichkeit. Man spielt ja Dinge wie in einem Labor, die man so im Alltag nicht tun kann. Vielleicht ist es auch mal interessant, außenpolitische Situationen durchzuspielen, in so einem Spiel zu sehen, wo führt uns das denn hin? Denn wir alle wissen heute nicht, wo führt uns das hin? Die Welt, in der wir sind, eine Konkurrenz von verschiedenen Lebensentwürfen, Demokratien und Nicht-Demokratien. Ich glaube, da ist dieses Projekt so eine Chance, sich mal über Dinge auszutauschen, die nicht jeden Tag beieinander stehen. Und deshalb danke an die Stiftung Digitale Spielekultur für dieses tolle Projekt. Danke an AlexTV für das Interesse an dem Thema. Und vor allem danke an die 25 Expertinnen, die die Antworten bringen müssen. Was haben die Dinge überhaupt miteinander zu tun? Das ist ein Prozess. Ein Prozess heißt, es muss auch Spaß machen, während es läuft. Und nicht nur das, was am Ende rauskommt. Das ist ein kleiner Teil, aber nicht die ganze Wahrheit. Insofern, danke an alle, die daran mitwirken. Ich bin selbst sehr gespannt, zu was uns das führt. Es ist wie ein Auslaufen aus dem Hafen auf das Meer. Mal sehen, wie die Stürme, Winde und wie die Sonne so steht. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Tassek. Eine Person, die ein ziemlich großes Boot gebaut hat in der deutschen Games-Branche, steht zwischen Herrn Tassek und zwischen Frau Usunulu. Und das ist Felix Falk. Er ist Geschäftsführer vom Game-Bundesverband. Felix, du bist seit einigen Jahren Geschäftsführer beim Game-Bundesverband. Wie groß ist denn das Schiff gerade? Und wie stark ist denn die See da draußen gerade für dich? Das Schiff wird immer größer. Das ist schön zu sehen, dass wir so einen richtigen Ruck haben, der durch die deutsche Games-Branche läuft. Wir sind weit über 400 Mitglieder. Das werden immer mehr. Und das sind also von den großen internationalen Firmen hin zu den deutschen Firmen, die hauptsächlich klein- und mittelständisch geprägt sind, hin zu Veranstalterinnen und Veranstaltern, Games-Unis, E-Sport. Also da ist wirklich das ganze Ökosystem Teil davon. Und ich genieße es total, weil dieser Ruck, den ich gerade beschreibe, ist was. Da passiert ganz viel, dass mehr Spiele entstehen, die Budgets größer werden, dass der Anspruch auch an die Spiele, die gemacht werden, größer wird. Und wir das klare Ziel, die klare gemeinsame Vision haben, dass man von Spielen aus Deutschland auf der Welt in den kommenden Jahren noch viel mehr hören wird. Und das ist, glaube ich, eine schöne Vision, weil die ermöglicht eben auch, unsere Geschichten zu erzählen, unsere Normen und Werte auszudrücken in dem, was wir tun. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo wir heute mit einem Blick in die Außenpolitik schauen. Denn ich habe mich besonders gefreut, heute hier zu sein, weil die Stiftung macht so viele tolle Themen die ganze Zeit zu Diversity, zu Barrierefreiheit, zu Demokratie, zu Bildung, Kultur. Aber heute, das ist wirklich so ein bisschen, ja, so eine neue Disziplin, weil da geht es wirklich um ganz neue Ideen, die ausgetauscht werden. Und das in der Zeit, wo Games das größte und relevanteste Kulturmedium unserer Zeit sind. Milliarden Menschen spielen weltweit, sechs von zehn Deutschen allein spielen, genauso Männer wie Frauen, genauso Alte wie Junge. Also ich glaube, als gesamtgesellschaftliches Phänomen eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit so wichtig und groß, dass natürlich sich die Frage stellt, welche Themen bearbeiten wir denn damit? Und was beeinflusst das denn automatisch? Und wo haben Spiele Einfluss, selbst wenn die Entwicklerinnen und Entwickler es gar nicht im Kopf hatten? Und genau da, glaube ich, ist das heute ein wichtiger Punkt, wo ich der Stiftung sehr dankbar bin, dass sie mal wieder bei so einem Thema ganz wichtige Brücken baut. Wir sind als Games-Branche, glaube ich, alle uns einig, schon intern, dass Spiele total riesige Potenzial haben, die weit über das Unterhaltungsmedium hinausreichen. Aber das Potenzial zu kennen allein reicht ja nicht. Man muss auch darüber reden, man muss die Brücken bauen zu denen, die es vielleicht noch nicht kennt. Und man muss in einen Dialog, in einen Austausch kommen, damit dann eben wirklich eine Diskussion und eine Auseinandersetzung erst möglich wird. Und genau das macht die Stiftung auch mit dem heutigen Tag. Wir müssen eben solche Themen kooperativ, interdisziplinär bearbeiten, damit die besten Ergebnisse entstehen. Und ich glaube, in einer Welt, gerade das Thema heute, in einer Welt, die so digital und vernetzt ist, bieten Spiele die einzigartige Plattform, um eben genau da auch globale Themen, auch außenpolitische Fragen auf interaktive und innovative Art und Weise zu vermitteln. Games können eben was ganz Besonderes, was andere Medienarten nicht können. Sie bieten immersive Umgebungen, sie ermöglichen es, ganz komplexe Zusammenhänge zu erleben und eben nicht nur passiv zu konsumieren, sondern selber Teil dessen zu sein. Sie haben Kraft, das Bewusstsein zu stärken, Empathie zu fördern und dann eben genau diesen Dialog über kulturelle, soziale, politische Grenzen hinweg zu erleichtern. Ich bin nicht immer so ein Fan von Zitaten in Reden, die klingen so verallgemeinernd, aber das Platon-Zitat, das habe ich schon lange im Kopf, das passt hier wie die Faust aufs Auge. Der hat gesagt, beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. Und das ist genau diese Dialogfähigkeit, die über Spiele ermöglicht wird und über die ich mich freue, nicht nur bei diesem Gesamtprojekt, sondern auch am heutigen Tag mit der Konferenz. Da freue ich mich auch und sage Dankeschön beim Auswärtigen Amt, bei diesem nicht ganz einfachen Thema sich reinzutrauen und auch Wege zu gehen, die noch keiner gegangen ist, zu sagen, wir nehmen das Thema jetzt an, weil ein Teil ist nicht nur die Erforschung des neuen Terrans, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen, auch mal konträr zu diskutieren. Und ich glaube, da in dieser Diskussion sind mit den Kriterien, die ich gesehen habe, wirklich schon tolle Ergebnisse rausgekommen. Und da freue ich mich auf weitere aus diesem heutigen Tag. Vielen Dank an alle Beteiligten, danke Cidem und das ganze Stiftungsteam. Und ich freue mich auf den Austausch und die Erkenntnisse. Danke. Dankeschön, Felix Haig. Mit Plattform kennen Sie sich, glaube ich, ganz gut aus, Herr Tassek, Philosophie studiert, da gehen wir später noch drauf ein. Wir werden eine große Panel-Diskussion darüber führen, was machen wir ja eigentlich? Gibt es so etwas wie Weltfrieden durch Videospiele? Klingt naiv, wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so naiv, denn was sind Videospiele denn anderes als Systeme mit Spielregeln, die wir irgendwie selbst erschaffen? Und da gehen wir heute sehr tief rein. Wir starten in den Tag. Vielen herzlichen Dank für die ersten Grußworte. Ich bin aufgeregt. Ich bin interessiert. Gaming habe ich mein Leben lang verteidigt. Aber Gaming, wie jedes Kulturmedium, hat Chancen und es hat Risiken, gerade heutzutage. Und diese Risiken, die werden wir auch heute besprechen. Das Spiel wird ein wenig ernster und ich finde, es wird Zeit, dass wir auch ernster werden. Eine Person, die sehr ernsthaft unter anderem einen Blick auf die Politik wirft, ist uns online zugeschaltet. Sein Name ist Dr. Hendrik Ohnesorge. Er ist Geschäftsführer für das Center for Global Studies. Entschuldigung, muss ich ablesen. Und er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für internationale Beziehungen. Er hat kürzlich ein Buch rausgebracht mit dem Titel Soft Power. Er kümmert sich um International Relations. Er ist uns zugeschaltet und er wird uns jetzt eine Keynote halten mit dem Thema Die Macht der Narrative, Public Diplomacy im 21. Jahrhundert. Moin, Herr Ohnesorge. Alles in Ordnung? Können Sie mich hören? Servus. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Bitte erklären Sie uns und mir vor allen Dingen, was Public Diplomacy ist. Sind Sie bereit? Versuche ich sehr gerne. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Dann gehört das Internet Ihnen, das Gesamte. Bitte schön. Wunderbar. Dann will ich auch passen, dass ich es nicht lösche, sondern hier in die richtige Ansicht gehe. Jetzt sehen Sie, glaube ich, noch alles. Aber jetzt dürften Sie, glaube ich, meine Präsentation sehen. Richtig? Ja. Zurückmeldung, ob Sie mich sehen. Wunderbar. Alles klar. Super. Danke Ihnen für die Einladung zunächst einmal. Und natürlich auch für die freundlichen Worte der Einleitung gerade. Ich habe schon mit großem Interesse das Programm studiert in den letzten Tagen, aber eben auch zugehört bei den einführenden Worten und ganz viele Anknüpfungspunkte gefunden, interessante Diskussionspunkte gefunden, die ich versuche herzustellen mit dem, was ich so mache. Sie haben es gerade schon gesagt. Ich bin an der Universität Bonn tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habilitere mich gerade zu einem vergleichbaren Thema, auch zu der Rolle von Soft Power. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich, vor allem in den transatlantischen Beziehungen. Und in meiner Forschung geht es sehr viel um das Phänomen von Macht, was eben in dem 21. Jahrhundert, in dem wir uns heute befinden und in der Weltpolitik, wie wir sie heute tagtäglich erleben, ganz unterschiedliche Gestalten annimmt. Und eine Gestalt davon wollen wir uns vielleicht heute mal genauer anschauen. Ich werde so 10 Minuten, 15 Minuten ungefähr ein bisschen was erzählen und freue mich dann aber auch auf den Austausch und auf Fragen. Mein Schwerpunkt, wie gesagt, ist die Soft Power, Anziehungskraft, Überzeugungskraft in den internationalen Beziehungen und welche Rolle da vielleicht solche Begriffe wie Public Diplomacy, Narrative und auch Games spielen können. Das möchte ich Ihnen kurz skizzieren und dann, wie gesagt, auch gerne mit Ihnen in den Austausch gehen. Ich starte mal mit so einem kleinen Bild, was ähnlich wie Zitate oder Metaphern immer ganz gut, glaube ich, geeignet ist, um sich so in die Materie hineinzuwerfen. Damit werde ich gleich beginnen, dann ein bisschen was erzählen, was die Narrative sind, was Public Diplomacy überhaupt meint in den internationalen Beziehungen. Und auch was es dann für Konsequenzen, vielleicht auch für Perspektiven, gerade aus Perspektive der Games eben auch gibt und welche Lehren wir ziehen können, aber auch welche Risiken. Da sprachen Sie gerade schon, wie ich finde, auch ganz zu Recht an. Kommen wir zu dem Einstieg. Internationale Politik ist natürlich etwas, was uns schon immer begleitet hat. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, ist internationale Politik ein Feld, ein Spielfeld, was ja häufig mit dem Schachbrett in Verbindung gesetzt wird. Wir sehen das in Bildern, hier schon aus dem 16. Jahrhundert. Wir finden das in Zitaten in der Literatur. Goethe, der seinen Willen von Oranien sagen lässt, ich halte keinen Zug des Gegners für unbedeutig. Ich stehe immer wie über einem Schachspiele, über den ganzen politischen Entwicklungen. Und ich glaube, dieses Bild des Schachbrettes, des Schachspiels ist ganz sinnvoll. Um sich mal vor Augen zu führen, wie internationale Politik in der heutigen internationalen oder Informationswelt sozusagen stattfindet. Ich glaube, wir können drei Ebenen heute unterscheiden der internationalen Politik. Es reicht heute nicht mehr aus, das Schachbrett sozusagen eindimensional zu sehen, acht mal acht Felder, sondern es ist vielleicht sinnvoller, da von drei Dimensionen zu sprechen. Und das ist hier das Schachbrett der internationalen Politik, das ich Ihnen mal kurz skizzieren möchte. Es gibt natürlich die militärische Dimension internationaler Politik. Muss ich nicht viel darüber reden. Wir sehen es vor der eigenen Haustür und wir sehen es weltweit. Das ist ein Phänomen, was es auch schon immer gab, sozusagen die Idee, Macht verstanden als militärische Macht. Die größte Armee ist sozusagen ausschlaggebend für denjenigen oder für diejenigen Akteure, die mächtig sind auf internationaler Bühne. Das spielt auch weiterhin, wie gesagt, eine große Rolle. Das ist eine Dimension internationaler Politik. Es gibt auch die wirtschaftliche Dimension, die miteinander in Verbindung steht. Das Bild ist hier nur unzureichend oder sehr, sehr schematisch. Es gibt natürlich Verbindungen zwischen den Ebenen. Die wirtschaftliche Dimension, auch das ist ganz selbstverständlich, glaube ich, internationale Warenströme, Handelsflüsse. Denken Sie nur an irgendwelche Halbleiterproduktionen, beispielsweise am anderen Ende der Welt, die unmittelbar aber auch Einflüsse auf uns haben. Das heißt, wir haben eine Vernetzung dieser Ebenen, sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikan. Die wirtschaftliche Dimension bleibt natürlich auch wichtig und spielt eine ganz große Rolle. Wirtschaftlich große, starke Staaten sind tendenziell mächtiger als kleine. Sehr vereinfacht, aber auch das ist eine Dimension, die wir weiter beachten müssen. Es gibt aber auch noch eine dritte Dimension und das ist die, ohne schon zu viel zu verraten, auf die wir natürlich heute vor allem auch schauen wollen. Das ist die gesellschaftliche Dimension. Und hier ist es, glaube ich, interessant zu sehen, dass es neben der wirtschaftlichen und dem militärischen Zwang auch gesellschaftlichen Austausch gibt. Die Austausche, die mittlerweile auch vermehrt im digitalen Raum stattfinden, wenn Sie sich das allein sozusagen an dem Upload von Bildern anschauen oder an den Kommentaren auf Twitter oder so. Also die schiere Masse an Austausch ist natürlich mittlerweile global an alle, die am Internet angeschlossen sind, zumindest problemlos und in Echtzeit möglich. Ich glaube, es gibt ungefähr 50 Milliarden Geräte, die ans Internet angeschlossen sind weltweit, nur so als Größenordnung. Und hier ist das eine Ebene, die sehr viel unübersichtlicher ist, aber die auch große Auswirkungen hat. Jenseits der Nationalstaaten werden irgendwelche Bewegungen oder Parteien oder Ideen sozusagen gehandelt, ausgetauscht, in Verbindung gesetzt, weiterentwickelt und beispielsweise auch Persönlichkeiten wie zum Beispiel Gritta Thunberg, die gerade gestern in Bonn war, kam sozusagen als Persönlichkeit, private Persönlichkeit zu einer weltweit agierenden Persönlichkeit werden. Und das ist, glaube ich, etwas, und die hat kein militärisches Amt oder politisches Amt und auch nicht die große Wirtschaftskraft sozusagen, sondern die agiert eben auf anderer Ebene. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns heute mal anschauen wollen. Es gibt Bewegungen innerhalb der verschiedenen Felder, aber es gibt vor allem auch, glaube ich, einen Bedeutungsgewinn von dem unteren Feld, auf das wir heute schauen wollen. Und das ist eins, wo insbesondere Softpower eine große Rolle spielt. Es geht eben nicht nur mehr um Zwang und wirtschafts- oder militärischen oder wirtschaftlichen Zwang oder Anreize, sondern es geht um Softpower. Und hier sind wir jetzt mitten bei den Narrativen. Was ist Softpower und wie hilft uns so etwas weiter? Was ist überhaupt Public Diplomacy? Wie gesagt, es sind zwei Arten von Macht, Tat und Softpower. Wir schauen heute mal vor allem darauf und eine wichtige Komponente darauf, wie man Softpower ausüben kann, die basiert auf Anziehungskraft und Überzeugungsarbeit ist durch das Erzählen von Geschichten, von Narrativen. Jemanden überzeugen, etwas zu tun, ist eine Möglichkeit, das Verhalten oder Handeln von jemandem zu verändern. Macht bedeutet im Kern als Oberbegriff die Möglichkeit, das Handeln eines anderen zu verändern, ihn dazu zu bringen, etwas zu tun, was er oder sie sonst nicht getan hätten. Und hier haben sie unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können ihn zwingen, körperlich oder militärisch, internationale Politik. Sie können ihn bezahlen, wirtschaftliche Macht. Aber sie können ihn auch versuchen zu überzeugen und sagen, sie erzählen eine interessante Geschichte und sagen, es ist doch viel interessanter, jetzt den Müll rauszubringen. Ich muss dich nicht dazu zwingen, den Müll rauszubringen. Ich muss dich auch nicht unbedingt dafür bezahlen. Ich muss dir nicht fünf Euro geben, sondern ich erzähle irgendeine Geschichte, dass das doch auch in deinem Interesse ist, dass du uns das alle weiterbringst, wenn du jetzt den Müll rausbringst. Und so verändert man das Verhalten sozusagen in einem ganz klassischen Beispiel auch mit Softpower. Public Diplomacy ist im internationalen politischen Geschäft eine Komponente oder ein Instrument von Softpower. Public Diplomacy ist nicht etwa ein Gegenstück unbedingt zu Secret oder so Diplomacy. Also es geht nicht darum, dass Diplomatie transparent oder öffentlich ist. Das ist eigentlich nicht die Idee, sondern es meint, dass man Publix, also Öffentlichkeiten oder Bevölkerungen anderer Nationen erreicht. Sei es Public Diplomacy meint im Kern, ausländische, also jeweils jenseits der Nationalstaaten oder der eigenen Grenzen liegende Öffentlichkeiten zu verstehen, durch Umfragen beispielsweise, zu informieren, durch irgendwelche Kampagnen, aber beispielsweise auch im eigenen Sinne, oder das ist natürlich der wirkliche Kern oder ein ganz wichtiger Punkt, im eigenen Sinne auch zu beeinflussen und im Idealfall ihr Handeln zu verändern. Da stehen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung. Diesen Begriff gibt es so seit den 60er Jahren. Und wir haben Austauschprogramme. Wir haben Kulturinstitute, wie das Goethe-Institut beispielsweise, was weltweit aktiv ist. Wir haben Austauschprogramme wie Fulbright oder so etwas. Wir haben auch Kampagnen sozusagen, die gezielt informieren über bestimmte Politiken. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Dimensionen, wie Public Diplomacy stattfinden kann. Und eine Komponente dabei ist auch das Erzählen von bestimmten Geschichten, von bestimmten Ideen oder die sozusagen die Welt erklären sollen. Und hier sind wir sehr schnell dabei, dass wir auch feststellen, es kann auch durchaus Konflikte dabei geben. Wie Sie die Welt sehen, kann ganz anders sein, als ihr Nachbarin die Welt sieht oder als das andere Land sozusagen am anderen Ende der Welt die ein und dieselbe Entwicklung sehr unterschiedlich wahrnimmt und sehr unterschiedliche Geschichten über etwas erzählt. Dazu können wir vielleicht auch gleich uns noch genauere Beispiele oder so anschauen. Aber kommen wir jetzt zu der Dimension auch von Games. Welche Rolle können Games hier spielen? Sie hatten es eben in der Öffnung schon angesprochen, diese Idee einer Spielung sozusagen, auch im Sinne einer Lesung. Geschichten können natürlich durch sehr viele Medien erzählt, werden und wurden das schon immer. Das fängt im Grunde an bei der Entwicklung von Sprache, also wirklich am Anbeginn der Menschheit oder ersten Zeichnungen, Höhlenzeichnungen oder so etwas in Lascaux, wenn Sie die Höhlenmalereien anschauen. Das ist im Grunde erzählte Geschichte. Da wird die Jagd auf Auerochsen oder so etwas dargestellt und eine Geschichte erzählt. Das geht dann weiter eben auch durch Literatur. Denken Sie an die Ursprünge der abendländischen Literatur in Homer beispielsweise. Das ist erzählte Geschichte, die großen, massiven Einfluss über Jahrhunderte, Jahrtausende bis heute eigentlich hatte und das Handeln von Eroberern über Jahrhunderte bestimmt hat. Eine Geschichte. Und die Geschichte war so anziehend, dass beispielsweise Alexander der Große, wir sprachen gerade schon von Platon, wir sind in einer ähnlichen Region, sozusagen auch in diesem Sinne diesen Taten nacheifern wollte und noch mal 300 Jahre später Cäsar dem nacheifern wollte. Und Napoleon hat das auch wieder das Gleiche getan, mit übrigens natürlich auch verheerenden Folgen. Da sind wir schon bei Risiken. Aber ich glaube, heutzutage ist es eben so, dass ein Medium, was da ganz eine große Rolle spielen kann beim Erzählen von Geschichten, Games, sind. Natürlich verlieren, glaube ich, nicht andere an Bedeutung, andere Bilder, Malereien oder Literatur oder so. Es tritt aber mit Games eine weitere Komponente hinzu, die eben auch sehr zugänglich ist und vor allem auch sehr stark auf Interaktion ausgelegt ist oder diese ermöglicht. Anders als beispielsweise ein Bild. Klar, das können Sie sich anschauen oder auch ein Film im Kino. Ein ganz anderes, klassisches Beispiel, was seit 100 Jahren ungefähr oder so eine große Rolle spielt. Aber da können Sie nicht in dem Sinne interagieren, mitwirken, mitspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Games können Sie das. Es gibt aber eine Reihe von Fragen, die sich da natürlich stellen, bei Public Diplomacy insgesamt. Und ich glaube auch bei Games im Speziellen. Erst mal eine Frage, an wen richte ich mich überhaupt mit meinem Game, mit meiner Kampagne sozusagen? Was stelle ich da? Wie stelle ich es da? Das sind alles Fragen, die diskutiert werden müssen. Und inwiefern lasse ich auch Interaktion zu, damit so etwas auch nicht zu einer einseitigen Indoktrinierung wird? Dann sind wir sehr schnell bei Propaganda. So, und mit Blick auf meine Uhrzeit. Ich glaube, ich habe noch so ein, zwei Minuten, muss ich auch langsam schon zum Ende kommen. Was ich verdeutlichen wollte sozusagen, ist, dass im Informationszeitalter tatsächlich oft davon gesprochen wird, es geht nicht mehr mehr nur darum, um eigene Interessen durchzusetzen oder weltpolitisch aktiv oder erfolgreich zu sein. Geht es nicht nur darum, wessen Armee oder wessen Wirtschaft gewinnt, könnte man vielleicht noch hier hinzufügen, sondern auch wessen Geschichte gewinnt. Und die Macht von solchen Geschichten und Narrativen sehen wir als Konstante durch die Weltgeschichte und sehen sie heute aktueller denn je. Auch übrigens in Konflikten wie dem Ukraine-Konflikt oder Krieg, der mit Hardpower ausgetragen wird, spielen solche Narrative eine ganz fundamentale Rolle. Also das ist, glaube ich, nicht stark genug zu betonen. Damit kommen wir zum Ende. Kurz zusammengefasst. Ich glaube, wir haben einen Bedeutungsgewinn von dieser Art von Softpower, von Überzeugungsarbeit und Anziehungskraft. Wir haben auch einen weltweiten Wettkampf darum. Es ist also nicht so, dass das ein fröhliches Miteinander ist oder automatisch etwas Gutes sein muss. Softpower kann genauso schlecht oder gut sein wie andere Arten von Macht. Und es gibt auch so etwas wie Contestation oder Wettkampf oder Herausforderungen unterschiedlicher Erzählungen, die auch gegeneinander stehen. Und die Staaten streiten heute genauso sehr in diesem Bereich von internationaler Politik, wie sie das in der Vergangenheit in anderen Bereichen getan haben oder noch immer tun, in Space Race oder in anderen Dingen oder in Wirtschaftsfragen oder Aufrüstung oder so etwas. Genau das gleiche Phänomen eines Wettrüstens sozusagen, der Narrative können wir heute auch beobachten. Und hier spielen Games oder können Games eine mächtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Komponente sein. Sie sollen aber auch, oder das sollten wir auch nicht vergessen, es kann auch Gefahren beinhalten, Fehlinformationen oder Macht oder andere Arten von Missbrauch sozusagen, dieser Macht, die damit einhergeht, verleiten zu Dingen, die nicht im Interesse vielleicht des Senders sind. Da gibt es viele offene Fragen und Gefahren. Ganz bedeutsam von Softpower insgesamt. Und ich glaube auch von Games, wenn sie erfolgreich sozusagen als außenpolitisches Tool auch eingesetzt werden sollen oder wollen, sind Glaubwürdigkeit und Authentizität vor allem auf lange Sicht. Und ich glaube, eine Lehre, was man so aus dem von mir vielleicht so bisher versucht zu sagen, sozusagen herauslesen kann, ist, dass Staaten und auch andere Akteure dieses Feld auf jeden Fall für sich zu nutzen suchen sollten. Gerade auch in dem Wettstreit von Systemen ist es wichtig, dass auch ein Land wie Deutschland da eine eigene Strategie entwickelt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, also auch zur Verteidigung der eigenen Interessen und Werte. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass so eine Veranstaltung wie die heutige stattfindet. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit nochmal für die Einladung und bin sehr gespannt auf die weitere Diskussion. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Ohnesorge. Meine Frage an Sie vielleicht, und ich möchte das Publikum hier vor Ort, denn wir haben auch Publikum hier vor Ort, auch nochmal fragen, ob vielleicht Ihrerseits Fragen an den Herrn Dr. Ohnesorge entstanden sind. Meine Frage an Sie, Herr Ohnesorge, ist, jetzt haben Sie Schach referiert. Im dritten Systemwettkampf, der ja derzeit herrscht, wird auch oftmals gesagt, dass Go eigentlich das bessere Schach ist, weil es schwieriger ist, weil es komplexer ist. Sehen Sie vielleicht auch die Notwendigkeit, ein ganz eigenes Spielsystem herauszubringen, was noch besser ist als Schach und Go? Ja, das ist eine interessante Analogie oder Idee, die Sie einbringen, die auch Kissinger intensiv diskutiert hat in seinem Buch on China, wo er eben eher sagt, europäische Weltpolitik funktioniert eher wie Schach, sehr konfrontativ, diese beiden sozusagen schwarz und weiß, auch im wahrsten Sinne des Wortes, die sich gegenüberstehen, wo Bauern geopfert werden. Also es ist ja auch eine Sprache, die häufig sehr häufig in die Politik oder auch in andere Bereiche sozusagen übertragen werden. Der König Schachmatt gesetzt wird und so etwas, also sehr konfrontativ, wo es darum geht, den anderen wirklich zu schlagen, wo entgegen Go eben einerseits sehr viel komplexer ist, aber andererseits vielleicht auch länger dauert, langfristiger. Es ist eher um Einkreisungen, kurze oder nicht so kurzfristige Erfolge, sondern eher langfristig. Und Kissinger stellt diese Analogie auf, dass westliches, amerikanisches, europäisches geprägtes Denken eher dem Schachspiel oder der Schachvorgehensweise entspräche, wohingegen Go eher ein asiatisch, vor allem chinesisches, sozusagen lange Linien, strategische Pläne über viele Seiten, wenig Konfrontation, sondern eher sozusagen Abwarten beinhaltet. Das ist eine interessante Analogie, aber ich weiß nicht, ob sie nicht auch ein bisschen vereinfacht ist. Also gerade wenn wir heutzutage von internationalem Austausch sprechen, dann ist es nicht mehr das eine oder das andere. Ich glaube, es braucht beide Ansichten oder beide sozusagen Grundüberzeugungen, um letztlich erfolgreich zu sein. Nicht zuletzt, also wenn man das noch so übertragen möchte, spricht man in der Außenpolitik als politisches Instrument ja auch häufig von Smart Power, das heißt der sinnvollen Kombination von Hard- und Soft-Power. Smart Power ist nichts Großes Neues, also keine neue Art von Macht oder so etwas, sondern sie meint einfach, ich kombiniere die Instrumente von Zwang und Anreizen, also Hard-Power mit den Instrumenten von Soft-Power. Und ich glaube, das ist ein sinnvolles, sozusagen neues Spiel, um zu diesem letzten Punkt von Ihnen auch noch zu kommen, was wir spielen sollten. Ich glaube nicht, dass Games oder Soft-Power alleine immer alles lösen kann. Man braucht auch diese andere Komponente. Aber wenn die Probleme so sind, dass Hard-Power nicht wirkt, dann können sie noch so mächtig sein, militärisch oder wirtschaftlich. Dann kommen sie einfach nicht weiter. Und gerade langfristig kann auch Soft-Power sehr mächtige oder sehr gute Ergebnisse sehr wirkungsvoll erzielen. Smart-Power wäre vielleicht ein gutes neues Game. Herr Ohnesorge, super Antwort. Vielleicht sollten Sie ein Buch rausschreiben mit dem Titel Smart-Power. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Eine Frage gibt es, ich müsste es allerdings einigermaßen abkürzen, damit wir im Zeitplan bei dem Felix. Ich überreiche dir das einfach mal. Ja, ich wurde eingeladen, eine Frage zu stellen. Deswegen ganz kurz. Welche Nationen sind denn mit am erfolgreichsten im Bereich Soft-Power, vielleicht sogar in Verbindung konkret zu Games? In Verbindung zu Games bin ich nicht hundertprozentig der richtige Ansprechpartner, glaube ich. Es ist natürlich so, dass die großen Games zum Großteil, glaube ich, auch immer noch oder auch vielleicht, wenn man es so in der ein bisschen game-historischen Perspektive sieht, vor allem, glaube ich, auch aus den USA kommen und kamen, wie natürlich auch viele Filme, also als sozusagen Pendant oder Fortsetzung mit anderen Mitteln. Staaten, die sehr erfolgreich Soft-Power einsetzen. Es gibt bei Soft-Power ein großes Problem, nämlich die Messung. Es gibt so Indizes, die das versuchen. Und hier sind Staaten immer sehr erfolgreich wie Frankreich, auch wie Großbritannien, wie Deutschland, auch wie die USA. Es gibt aber Schwankungen darin. Und gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass gerade die USA massiv an Soft-Power verloren haben. Was einerseits auch an bestimmten Persönlichkeiten liegt, die das Land geführt haben und wiederführen wollen. Was auch an anderen politischen Entscheidungen liegt. Da gibt es eine gewisse Schwankung. Aber traditionell sind es diese Länder, die das sehr gut können. Auch Italien, die bewusst auf eine ganz lange Kulturdiplomatie zurückblicken. Das sind die Länder, die da eigentlich sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, hier kann Deutschland wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Vollen schöpfen. Natürlich auch bedingt durch gute Infrastruktur und gute wirtschaftliche Bedingungen, sich so eine Soft-Power oder eine solche Kulturdiplomatie erst mal leisten zu können. Deutschland hat hier sicherlich eine sehr starke Position, die es auch weiter spielen sollte. Gerade vor dem Hintergrund, dass es eben aus autoritärer Sicht auch immer mehr Eigeninitiativen gibt. Also andere Staaten schlafen natürlich nicht. Die jetzt von mir genannten sind eher liberal-demokratische Staaten mit einer ganz langen Tradition in diesem Bereich. Aber andere Staaten holen massiv auf und investieren große Summen. Russland und China nur als die beiden ganz klaren sozusagen hier. Und deshalb sollte Deutschland sich nicht auf dieser sehr guten Position, die es hat, ausruhen, sondern weiter und zukunftsgerichtet investieren. Herr Doktor, ohne Sorge, wir bedanken uns. Wir senden ganz liebe Grüße aus Berlin. Herzlichen Dank für Ihre Keynote, für Ihre Einsichten. Wir wünschen Ihnen alles Gute und mal schauen, wo uns diese Reise mit Soft-Power noch hinführen wird. Schöne Grüße. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Viele Grüße aus der Alten in die neue Hauptstadt. Tschüss. Tschüss. Ja, Deutschland hat eine Verantwortung, würde ich sagen. Das habe ich ganz klar rausgehört. Das ist so das, was ich unterm Nenner habe stehen. Und unsere zweite Speakerin des heutigen Tages wird über Verantwortung reden. Und zwar über die Macht der Verantwortung. Computerspiele als transformative Medien. Ihr Name ist Lena Falkenhagen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn sie hat als Schriftstellerin, als Autorin eine Welt erschaffen, in der ich lange Zeit umher wankte und waltete. Sie ist Bundesvorsitzende des Verbands der deutschen Schriftstellerin und Schriftsteller. Sie war Professorin an der University of Applied Science in Hamburg. Und ich weiß gar nicht, was sie noch alles gemacht hat. Was sie jetzt gleich machen wird, das erleben wir alle gemeinsam. Lena Falkenhagen, bitte sehr. Danke schön. Was ich vor 20, 30 Jahren nicht wusste, ist, dass schwarze Augespieler irgendwann überall sein werden. Was ich auch nicht wusste, ist, dass ich Macht besitze, offensichtlich Soft Power. Nachdem mir die Games-Industrie sehr lange immer gesagt hat, ach na ja, Story, Narrative, das ist ja mehr so die Verpackung für das Gameplay und die Monetarisierungsmaschine dahinter, erfahre ich jetzt vielen Dank an Herrn Ohnesorge, dass ich Macht habe. Und ich werde Ihnen und euch gleich tatsächlich über Series Games, über die Verantwortungen im Spiel und am Spiel erzählen und eben auch aufgreifen, was eben schon gesagt worden ist, über Anziehungskraft und Überzeugungsarbeit die Games leisten können. Genau, denn mit großer Macht kommt große Verantwortung, den kann ich mir leider nicht ersparen. Vielen Dank. Spiele als kulturelles Medium. So, jetzt muss ich mal hier übergehen in meine Folie. In der Regel, beziehungsweise in der Vergangenheit, und das will ich nur streifen, weil das haben wir eigentlich schon hinter uns gelassen, befanden sich Computerspiele im öffentlichen Narrativ zwischen Kinderspiele und Killerspielen. Also irgendwie, was macht Spaß oder wir erschießen was tot. Ich bin sehr froh, dass wir unter anderem vielen Dank an die Stiftung Digitale Spielekultur und das Auswärtige Amt dieses Narrativ und diese Erzählung hinter uns lassen können. Denn auch die besitzt Macht. Spiele sind für den Transport von Inhalten und Fragestellungen so besonders geeignet. Und dafür möchte ich Ihnen kurz den ludisch-hermeneutischen Zirkel von Miguel Sicard vorstellen, der 2009 ein sehr interessantes Werk darüber geschrieben hat, warum sind Spiele als kulturelle Medien so geeignet. A player experiences a game in a ludic-hermeneutic circle, a process of procedural moral interpretation of the game experience. Also wir interpretieren die Spieleerfahrung prozedural, quasi selbst, auf eine moralische Art und Weise. This process is also a dialogue between the player as a moral being and the game. Genau das, was wir hier jetzt tun und was eben schon angesprochen wurde. In this dialogue the player has not only to interpret the game, but also to provide ethical behaviors of her own to the experience. An ethical game is that which acknowledges, respects and encourages the ethical being of computer games. Das heißt, ein ethisches Computerspiel ist eines, das eben den Spieler, die Spielerin als ethisches Wesen anerkennt, respektiert und sogar noch ermutigt. Das als Hintergrundfolie für das folgende Gespräch. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Also die ethische Reflexion der Spielwelt, die ethische Reflexion des Mediums, also auch der Community. Die ethische Reflexion in der Realität und das ist eben dieser ludisch-hermeneutische Kreis, in dem wir uns in unserem Gaming-Umfeld befinden. Ich habe Ihnen ein paar Spiele mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte, die, wie Cidem es vorhin schon angesprochen hat, natürlich unfassbare Wirkung auf Menschen haben, weil sie, also auf unfassbar viele Menschen, weil sie eben so oft verkauft werden. Und hier fehlt die Grafik. Na gut. The Last of Us 2 ist eigentlich auf der obersten Folie ein Spiel, in dem man Zombies umbringt. Es greift aber eben auch ernsthafte Themen auf, denn es spricht unter anderem darüber, was uns im Angesicht des Verfalls menschlich macht, was für Sozialstrukturen wir aufbauen, wie wir diese erhalten, was für Gegnerschaften, Feindschaften es gibt. Gerade The Last of Us 2, also der zweite Teil, spricht auch über die Unversöhnlichkeit von Rache, von selbstzerstörerischer Rache. Es bildet eine positive lesbische Beziehung ab, bindet also Diversität ein, ganz abgesehen von der starken Geschichte über die Identität von Transmenschen, die damals aufkamen. Das macht, all diese Themen macht dieses Spiel begreifbar und bespielbar. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Und das macht es, wie ich finde, auf eine Art und Weise, die eben spielerisch passiert. Ich glaube, eben im Gespräch war das diese Anziehungskraft und Überzeugungskraft, die ich mir notiert habe. Genau. The Last of Us 2. Ach, da kommt das Bild. Gut. Macht auch noch was anderes. Sie sehen dieses Bild leider fürchte ich nicht sehr gut. Aber es erinnert ein bisschen an den Kreuzhügel, den Kreuzberg, nicht den in Berlin. The Last of Us 2 bildet auch den Kreislauf der Gewalt in Videospielen ab, zwischen Einzelpersonen, zwischen Gruppierungen. Und erinnert damit an die palästinensisch-israelische Geschichte, die Neil Druckmann, der Lead Narrative Designer, eben ganz absichtlich aus seinem Hintergrund mit in dieses Spiel eingebaut hat. Und damit eine Repräsentation dieses außenpolitisch wichtigen Themas in dem Spiel, das eigentlich Unterhaltungskultur ist, eingebracht hat. Dafür hat er übrigens Morddrohungen erhalten übers Internet. Das war ein Shitstorm, der keine Grenzen kannte. The Witcher 3, auch ein massentaugliches Spiel, basierend auf einer Kurzgeschichten- bzw. Romanserie des polnischen Autors Andrzej Sapkowskys, meines Erachtens übrigens eines unterschätzten Kurzgeschichten-Autors, stellt in seinen Kurzgeschichten und Romanen auch damit in der Spieleserie die Frage, was macht uns eigentlich menschlich? Gibt es menschliche Monster? Gibt es monströse Menschen? Was unterscheidet uns voneinander? Macht uns unsere Geburt als das eine automatisch zu einem Monster oder nicht? Das heißt, hier werden die Werte von Menschen aufgearbeitet und auch das Thema Neutralität im Kriegsfall. Kann man neutral bleiben, kann man das nicht? Die Macht von Entscheidungen in solchen Situationen und das Leben mit Konsequenzen, was Spiele, wie ich finde, ganz explizit gut abbilden. The Witcher 3 beschäftigt sich auch mit dem Thema Familie. Was macht die Familie aus? Muss es eine Blutsfamilie sein? Reicht eine Wahlverwandtschaft? Der Wert der Freundschaft? Und es führt uns ganz spielerisch und zwar Millionen von Menschen in den slawischen Mythen- und Sagenkreis ein. Auch das ein Aushängeschild für Polen, das man mit der Romanserie zum Beispiel in dem Umfang nicht erreicht hätte. Wir gucken uns kurz die Verkaufszahlen von beidem an. The Last of Us und The Last of Us 2 haben zusammen mehr als 37 Millionen abgesetzte Einheiten verkauft. Im Frühling 2022 waren es bei The Last of Us 2 alleine über 10 Millionen Verkäufe. The Witcher hat neben 800 Preisauszeichnungen aus allen Bereichen auch noch 50 Millionen Verkäufe zu verzeichnen und ist damit eins der zehn meistverkauften Spiele weltweit. Spiele sind also an sich ein kulturelles Medium, das Themen aufbereitet und Menschen mit den Werken anderer Kulturen in Berührung bringt. Und damit haben sie meines Erachtens eben außenpolitische Relevanz. Ich führe kurz in das Spezialthema von Spielen ein, die das noch spezifischer machen, vielleicht auch besonders gut können, nämlich das Spezialthema Serious Games. Unter Serious Games fasst man in der Regel Lernspiele, Add Your Games, Gamification auch, also Schulnoten, wann immer ihre Tochter ihr Sohn Fleißsternchen ins Hausaufgabenbuch bekommen hat, ist das im Endeffekt eine Form der Gamifizierung oder der Lesepass. Sportziele mit meiner Sportuhr, auch das ist eine Gamification meiner Bewegung. Und eine dritte Kategorie sind oft, dass Serious Games oft an Wirkungsziele gebunden sind. Das heißt, wir sollen oder möchten etwas lernen, wir wollen etwas verstehen, wir möchten vielleicht einen Kompetenzerwerb vermitteln, Einstellungs- oder Verhaltensänderungen bewirken oder zumindest das Angebot machen, denn der erhobene Zeigefinger ist ja auch in den Medien prinzipiell eher nicht so effektiv, denke ich. Spielerisch ist das Stichwort. Deswegen spreche ich immer lieber gerne über Computerspiele mit ernsthaftem Unterton. Das heißt, die sind eher nicht an Wirkungsziele gebunden. Das Spiel funktioniert auch als Spiel, ohne dass es eben, keine Ahnung, ein Lernspiel ist. Die ernsthafte Thematik ist da, kann erschlossen werden, muss aber nicht. Das ist eine Einschätzung, die das Umweltbundesamt teilt, dass nämlich gerade das Potenzial von Serious Games als Instrument zur Beförderung von Nachhaltigkeit einen Text rausgebracht hat, den ich quasi gerade letzte Woche lesen durfte. Und das Umweltbundesamt macht eben diese Punkte klar, die besonders wichtig sind dafür, die Interaktivität, die Adaptivität und Immersion. Immersion ist ein Stichwort, das wird uns im Bereich Narrative viel begleiten. Das Erfahren von Selbstwirksamkeit war eben auch schon Thema. Das Probehandeln in einem Umfeld, in einem Schutzraum. Und dann das Feedbacksystem. Die soziale Dimension, die Spieler oft haben können. Man denkt ja immer nur an den Spieler, der hinter dem Rechner sitzt. Aber Spiele sind Multiplayer-Games teilweise. Man teilt sie, man spielt sie zusammen, man redet darüber. Und Simulation und Realismus, wir sagen, die Anknüpfung an die reale Welt und die Authentizität vielleicht sogar. Und dann als letzten Punkt die Thematik, beziehungsweise die Story. Das sind für mich nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Sind für Serious Games, besonders für Spiele mit eben ernsthafter Thematik, von besonderer Bedeutung. Deswegen gehe ich da nochmal ein bisschen drauf ein. Die Thematik an sich spielt für Serious Games natürlich eine große Rolle. Auch, dass das Narrativ, die Erzählung öfter stärker ist als das Gameplay, die Mechaniken. Das ist bei Unterhaltungsspielen in der Regel andersrum. Und trotzdem bietet das Spiel einen unterhaltsamen, beziehungsweise interessanten Mehrwert. Es lädt zur Selbstreflexion ein, statt zu belehren. Das heißt, wir befassen uns hier mit zeitpolitischen Themen, arbeiten vergangene zeitgeschichtliche Ereignisse auf oder regen einfach zum Nachdenken an. Und daher möchte ich Ihnen einige Beispiele nennen. This War of Mine, bekannt von 11-Bit Studios 2014, auch ein polnisches Studio, hat allerdings eher eine Thematik aus der Belagerung von Sarajevo im Bosnischen Krieg 92-96 aufgearbeitet, in dem Zivilisten versuchen, in einer belagerten Stadt den Krieg zu überleben. Mit all der Knappheit. Ein Survival-Spiel, das aber diese psychologische Belastung der Menschen nicht außer Acht lässt. Das heißt, das Theme oder die Thematik wäre, was macht Krieg mit Menschen? Wie verändert es uns? Wie zerstört er uns im Zweifel auch? Und ich glaube, daran wird auch klar, welche Bedeutsamkeit Serious Games oder eben Spiele mit ernsthaftem Unterton für die Außenpolitik haben. Serious Games aus Deutschland oder eben diese Frage, warum Games für die Außenpolitik spannend sind, erstmal international, der Begriff Serious Games existiert seit ungefähr 1972 und ich glaube, ich bin, da fehlt eine Folie, egal. Ja, der Begriff ist seit 2002 bekannter, ganz bekannt wird er, es wird immer als eines der ersten interessanteren zitiert, Papers, Please, von 2013, wo man ein Beamtenspiel der Leute über die Grenze lassen muss oder eben auch nicht und dazwischen eine Waage treffen muss, zwischen Geld verdienen und nett sein zu Menschen. This War of Mine haben wir eben schon gesehen. Orwell, stelle ich Ihnen gleich vor, Through the Darkest of Times auch ein bisschen. Und Ezra zum Beispiel, Games for Good, 2022, das beste Serious Game im Deutschen Computerspielepreis letztes Jahr, das eben politische Bildung und politische Partizipation spielerisch erfahrbar macht. Genau, Orwell macht mich zum Mitarbeiter im Überwachungsstaat, der Menschen überwachen muss. Das heißt von E-Mail-Kommunikation, von Telefonmitschnitten, von ich überwache den Typen im Forum und lese all seine Nachrichten. Und dann diskutiert Orwell, wie ich finde fantastisch, was das mit den überwachten Menschen macht und vielleicht erleben wir als Spielerin eben interaktiv, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich Menschen überwache. Orwell ist von Osmotic Studios aus 2016, sein Hamburger Studio. Sea of Solitude von You, My Games, 2019. Eine beeindruckende Diskussion an der Depressionserfahrung, die auch es tatsächlich, wie ich hinterher noch zeigen werde, in die New York Times geschafft hat damit. Und Menschen mit Depressionen zum Beispiel zeigen kann, wie man sich da verhält, wie man sich bearbeitet und dass man nicht alleine ist. Dann Paint Bucket Games 2020, Through the Darkest of Times. Die Aufarbeitung des Aufstiegs des NS-Regimes in Berlin zeigt auch Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft auf. Und wirkt damit über die Grenzen Deutschlands hinaus, weil das durchaus auch mit der Abbildung von Hakenkreuzen als eines der ersten deutschen Computerspiele eben außerhalb von Deutschlands wahrgenommen worden ist. Auch Paint Bucket Games. Fritz Bauer, Nothing belongs to the past, everything is still present and can become the future again. Wir spielen in einem Staatsanwaltsteam von Fritz Bauer, das Nazi-Verbrechen in der frühen Bundesrepublik aufarbeitet, um einen gerechten Staat herzustellen. Hier ist das Thema Staat und Verhältnis zu anderen Staaten ganz präsent. In Suzerain auch von Torpo Games, nicht wahr? Ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele. Die Unmöglichkeit des Gründens eines demokratischen Staates inmitten von Interessensgruppen und Verpflichtungen ganz greifbar gemacht. Und insofern hat es auch zu Recht den, ich glaube, letztes Jahr German Death Days Award gewonnen. Genau. Exemplarisch möchte ich verdeutlichen zum Thema die Macht der Verantwortung. Für Beholder 3 war mir persönlich das Thema, kann man in einem unmenschlichen System eigentlich menschlich bleiben, als Thema immer besonders wichtig. Und wie macht das Spiel das? Man spielt gegen, nicht nur im System, also im politischen System, sondern das politische System hat eine Repräsentation auf der systemischen Ebene, also der mechanischen Ebene des Computerspiels. Das heißt, wir spielen hier gegen das System. Das System treibt uns dazu, ein kleines Rädchen im Getriebe dieses Staates, dieses totalitären Staates zu sein, das eine satirisch überhöhte größte Union ist und ein bisschen die Situation in der DDR reflektiert. Teile unseres Teams stammen aus der ehemaligen DDR. Wir bespitzeln Leute, wir denunzieren sie, um im System zu überleben. Und das ist natürlich kein Trainingstool, mit dem wir Leute zu Spitzeln machen wollen oder zu Denunzianten, sondern uns kommt es bei dem Spiel natürlich auf die Reflexion an. Das macht es über Wahlmöglichkeiten. Im System herrscht eine Medikamentenknappheit. Das heißt, du kannst Medizin besorgen, du kannst sie an die Mutter des kranken Kindes verkaufen, du kannst es ihr schenken oder du kannst es auch lassen und kannst die gestohlene Medizin melden. All das sind moralische Entscheidungen, die du in diesem Spiel machen kannst. Oder non-konformes, also queeres Verhalten ist in dieser größten Union verboten. Heißt, als SpielerIn kannst du entscheiden, ob du die lesbische Eisläuferin verpfeifen willst an den Staat, damit sie verhaftet wird oder nicht. Der Postbote hat AIDS, eine Thematik, die wir unbedingt drin haben wollten in Beholder 3, weil es eben eine 80er Thematik ist, die sich nicht wegdenken lässt. Da so etwas in der größten Union nicht existiert, also wegdefiniert wird, gibt es auf dem Markt auch keine Medikamente dafür. Auf dem Schwarzmarkt sehr wohl. Und dann kannst du eben diesen Postboten auch beim Ministerium melden oder du verschaffst die Medikamente, damit er sich behandeln kann. Ganz wichtig für die reflektorische Ebene des Ganzen ist dann natürlich die Konsequenz daraus. Das heißt, der Spieler, die Spielerin muss eine absehbare Konsequenz aus dem eigenen Handeln spülen. Eine Wahlmöglichkeit ohne Konsequenzen ist nicht immer, aber oft ad absurdum geführt. Das heißt, der Sohn der Nachbarin, der keine Medikamente bekommt, der stirbt. Oder der eigene Sohn hat einen Unfall. Man muss Geld aufbringen, damit er die notwendige OP erhält. Dafür muss ich das System wieder benutzen. Oder natürlich ist auch deine eigene Tochter in diesem System lesbisch, damit non-konform und hat vielleicht Halt bei der Eiskunstläuferin gefunden, die du eben verpfiffen hast. Verdammt. Und so spüren wir eben an der eigenen Figur, am eigenen Prozess, an den eigenen Entscheidungen, was das System mir nahe bringen will, also das Gameplay. Und müssen eben mit der Schuld unserer Entscheidung leben. Schuld ist ein sehr machtvolles Instrument. Bezogen auf Cicard am Anfang, Spieler als Diskursmedien zwischen EntwicklerInnen und Spielenden und damit unterscheiden sich Spieler eigentlich nicht von anderen Medien, wenn wir es mal ganz ehrlich sagen. Aber sie eignen sich eben wegen dieser eben erwähnten Interaktivität und der Schuld besonders gut. Die Verantwortung am Spiel liegt natürlich bei den SpieleentwicklerInnen. Denn wir als SpieleentwicklerInnen, wir erschaffen diese Wahlmöglichkeiten, wir erschaffen die Konsequenzen, die daraus folgen. Wir erschaffen die fiktiven Mechaniken und Thematiken, die Situationen, die in einem Spiel erlebt werden. EntwicklerInnen zeigen damit auch Haltung, wie zum Beispiel in einem Spiel über Nazis oder über das Erschaffen einer Regierung und wie schwer das ist. Und nehmen Teil am gesellschaftlichen Diskurs und laden andere Menschen dazu ein, in diesen Diskurs einzutreten. Beziehungen zwischen Mechaniken und Thematiken sind in Series Games in der Regel von Bedeutung, nicht nur, aber auch. Denn Mechaniken können banal sein, wie zum Beispiel Zombies töten. Die Thematiken können aber trotzdem relevant sein, wie The Last of Us 2 eben zeigte. Und die Mechaniken können die Themenwahl des Spiels unterstützen oder kontrastrieren. Auch das habe ich hoffentlich eben schon gezeigt. Die Verantwortung am Spiel, jetzt die Verantwortung im Spiel. Denn wir übertragen Verantwortung an SpielerInnen als DesignerInnen, als EntwicklerInnen. Das heißt, SpielerInnen, die unsere Spiele spielen, schauen digital über den eigenen Tellerrand hinaus. Sie immersieren sich spielerisch in Problemsituationen, testen sich darin aus, erleben Konsequenzen für ihre Handlungsmöglichkeiten, für ihre Wahl am fiktiven Charakter und müssen damit leben. Im Zweifel können sie neu laden, aber nicht immer. Sie lernen auch dadurch Themen kennen, können sie reflektieren und prägen so auch die Kultur im Spiel mit. So, Games als Repräsentation, damit komme ich langsam zum Schluss. Die Interaktion mit fremden Ländern, Interessen und Menschen. Das Kennenlernen. Wir verhalten uns in einer fiktiven, inszenierten Spielwelt, die vielleicht sogar auf einer anderen echten Welt basiert. Die Konfrontation, eventuell mit fiktiven Figuren und ihren Interessen in dieser Spielewelt. Da kommen wir auch wieder zum Katalog der Stiftung Digitale Spielekultur, zum Thema Außenpolitik. Und der Interaktion, eventuell mit anderen SpielerInnen, vielleicht sogar eine weltweite Interaktion. Aber auch Games als präsentierendes Medium, wie wird Deutschland präsentiert und reflektiert. Ich habe hier einige Beispiele aus der Washington Post, das hier über This War of Mine mitgebracht, dann über die New York Times, The Sea of Solitude, also das Antidepressionsspiel, wenn man so will, und eben, dass tatsächlich Through the Darkest of Times das erste Mal Gehackenkreuze im Spiel benutzen durfte, nach der Änderung der Sozialadäquanzbestimmungen. Mein Fazit, nein, mein Fazit ist nicht da. Repräsentation der deutschen Games-Branche im Ausland und in der Außenpolitik durch Spiele und auch durch unsere Arbeitskultur übrigens, durch unsere eigene Community, ist fruchtbar. Die Repräsentation von Deutschland oder deutschen Themen in Spielen, auch im Ausland, ist auch ganz spielerisch durch unsere Brille im Machen von Spielen möglich. Spiele werden auch in Deutschland, sehr zum Leid übrigens deutscher Narrative DesignerInnen, oft direkt auf Englisch entwickelt. Das heißt, man überspringt die deutsche Textspur. Das bedeutet aber umgekehrt, dass es eine leichte Zugänglichkeit für internationales Publikum herstellt. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn, Lena. Das war ein Schweinsgalopp. War das? Ja. Ja? Also ich könnte es noch zwei Stunden weitermachen, aber wir haben so viel Programm, das ist eher das Problem. Vielen, vielen Dank für deine Insights, vielen Dank für die Auslegung. Die Macht der Verantwortung ist auf jeden Fall klar geworden, selbstverständlich. Gibt es denn ein Spiel, was in Aussicht ist, wo du sagen würdest, das könnte die Verantwortung auch wahrnehmen in Anbetracht aller Aspekte, die du gerade auch besprochen hast? Das jetzt noch kommt? Ja, oder worauf du dich freust vielleicht, wo du selber sagst, oh ja, da habe ich mal ein Auge drauf gesetzt. Gerade keins außer einem, an dem ich selber mitarbeite, nämlich The Darkest Files, eben über diese Fritz-Bauer-Thematik mit der Aufarbeitung der Nazi-Themen von Paint Bucket Games. Ich wollte aber noch auf die Frage vorhin, die Felix gestellt hat, antworten, die sich darum dreht, welche Staaten sind besonders gut darin, Games als außenpolitisch wirksames Medium, als Soft-Power zu benutzen? Polen. Polen, aber mehr so spielerisch und ganz liebevoll. Iran leider. Der Iran hat ein Spiel gebaut, dessen Inhalt mir leider nicht ganz vertraut ist. Ich glaube, es geht um Rekrutierung, um Verbreitung von Glauben und so weiter. Also das Regime im Iran hat sich damit hervorgetan und das ist natürlich etwas, was ganz gefährlich ist in diesem Bereich, Stichwort Verantwortung. Und es gibt, das darf man auch nicht verleugnen, explizite Nazi-Spiele, also Neonazi-Spiele, muss man sagen, also Rekrutierungsspiele von Rechtsradikalen, die dann in der Regel hoffentlich von Steam sehr schnell wieder runtergenommen werden. Genau. Es gibt Kontrollgremien, die greifen nicht immer und nicht überall. Aber umso mehr ist es wichtig, dass wir in diesen Diskurs gehen, umso wichtiger ist, dass wir verstehen, was da draußen eigentlich passiert, um bestenfalls irgendwie selber Rückschlüsse daraus ziehen zu können. Lena, du wirst später um 14.45 Uhr nochmal hier vorne stehen und auch nochmal Themenpunkte vertiefen können. Da freuen wir uns wirklich sehr. Ich frage nochmal einmal kurz hier in den Raum und auch gerne ins Internet. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt den Chat einfach benutzen. Da gucken wir immer wieder rein. Wenn ansonsten keine Fragen hier vor Ort mehr da werden, eine Hand geht hoch. Dann bräuchten wir da hinten einmal ein Mikrofon. Dankeschön. Hallo, ich bin Informatikerin. Ich habe bei der Spielaufzählung ein bisschen so die Spiele vermisst hinsichtlich dem Thema Außenpolitik und deren Komplexität, wo ich quasi Göttin bin und eine ganze Welt gestalte. Was passiert, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, den Wasserhahn aufdrehe oder zudrehe? Was verändert das in dieser Welt? Die erwähnten Spiele waren ja alles runterbrochen auf Ich bin ein kleines Rädchen im System und das Spiel, was so einen Überblick schafft, wenn ich Göttin bin, das habe ich ein bisschen vermisst. War das Absicht oder keine Ahnung? Ja, die sind schon eine Weile her teilweise. Vielleicht auch nicht mein Fokus und vielleicht auch nicht so serious, wie ich sie gerne gehabt hätte. Also ich erinnere mich an, oh Gott, wie hießen die damals? Black and White. Spawn. Ja, genau. Also so Spiele, die im God-Mode quasi uns Welten bauen lassen, gibt es natürlich, aber die sind schon auch wirklich alt. Und ich müsste sie mir nochmal vornehmen, um zu gucken, ob sie eben die reflektorische Ebene, die mir wichtig ist, tatsächlich besitzen. Und mir kam es so ein bisschen auch darauf an, womit kann Deutschland sich eigentlich im Ausland repräsentieren? Und ich glaube, das ist, wie bei, was ich meinen Studis auch immer gesagt habe, das ist unsere Brille, die wir aufhaben, unsere Perspektive auf die Gesellschaft, auch unsere Perspektive auf unsere Vergangenheit, unsere Erinnerungskultur, die gar nicht selbstverständlich ist. Ich sprach mit einer Live-Hollenspiel-Designerin zum Beispiel in Spanien, die immer nach Deutschland guckt, wenn sie darüber nachdenkt, wie kann man Erinnerungskultur machen? Denn in der Franco-Ära in Spanien gab es auch Konzentrationslager für queere Menschen. Das weiß aber keiner, weil es nicht aufgearbeitet worden ist. Und da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, dass wir, wir sind da nicht glorreich drin in dieser Erinnerungskultur und manchmal sind wir derer auch müde, ein war die jüngere Generation vielleicht. Aber wir sind doch, was das angeht, im internationalen Raum etwas, auf das man blickt. Und sowas finde ich spannend. Also natürlich gibt es auch Diplomatie in Civilization, würde ich jetzt aber nicht als verhaltensrevolutionierendes oder die Leute zur Reflexion anregendes Spiel einsortieren, ist vielleicht falsch. Also natürlich macht Civilization auch Prozesse klar, Institutionen klar. All das passiert da ja auch. Dankeschön für die Frage. Ich glaube, auch da könnte man vortrefflich sehr lange darüber diskutieren. Es gibt diverse Spiele, die diesen Ansatz verfolgen. Aber das müssten wir vielleicht auf die Pause verschieben, denn wir wollen weitermachen mit dem Programm. Lena, wir sehen dich gleich später mal wieder. 14.45 Uhr geht es weiter. Einen Applaus bitte für Frau Falkenhagen. Ich hoffe, es geht allen Persönlichkeiten hier gut bei Alex Berlin. Ich grüße noch mal das Internet. Moin, guten Tag. Wir gucken gleich, ich jetzt nicht, aber die nette Kollegin in den Chat hinein. Falls ihr Fragen zu Hause habt, haut die gerne raus. Nutzt gerne alle Plattformen, die es da draußen gibt. Denn naja, dafür ist diese Fachkonferenz da. Wir wollen irgendwie in den Dialog starten. In den Dialog starten wir jetzt aber hier vor Ort physisch angreifbar, wenn man so möchte. Und wir haben hier ein volles Panel und ich freue mich, die Persönlichkeiten auf die Bühne zu bitten. Und ich fange einfach mal an mit einer Person, die gerade schon angesprochen wurde von der lieben Lena. Und zwar ist das Atta Sergej Nowak. Er ist Co-Gründer und Geschäftsführer von Toppore Games, die Suzerain gebaut haben. Ein unglaubliches Spiel, wo man sehr viel lesen muss und was mir sehr viel Spaß macht. Atta, bitte einmal auf die Bühne kommen. Einen Applaus. Dazu lade ich ein, die liebe Schiedem, bitte auch noch mal bitte reinkommen. Geschäftsführerin Stiftung Digitale Spielekultur. Auch sie wird hier in einem großen Panel stattfinden. Dann Dr. Felix Zimmermann, bitte. Er ist Referent für Gameskultur, politische Bildung und Extremismus. Krasse Kombination. Da werden wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Einen Applaus bitte für Dr. Felix Zimmermann. Und ich bitte ebenfalls auf die Bühne Peter Tassek. Er ist nach wie vor Beauftragter für strategische Kommunikation. Es sei denn, wir haben richtig Mist gebaut in den letzten zwei Stunden. Herr Tassek, wie ist das? Ist alles in Ordnung? So schnell geht das nicht. So schnell geht das nicht. Aber in der Tat, man muss aufpassen. Dieses Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist hochvolatil. Ich glaube nicht, diese Veranstaltung, die ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist eine Riesenchance, glaube ich, um Dinge zu verstehen, die sich in der Gaming-Welt tun. Aber draußen in der Welt, da gibt es einen Konkurrenzkampf, eine Auseinandersetzung. Da ist alles dabei. Wir haben schon was gehört zu Softpower und militärischer und wirtschaftlicher Power. Man muss sagen, da sind ein paar Spieler am Ort in der Weltpolitik, die sind bei Softpower noch am unteren Ende. Aber wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir wissen, dass die drei Dinge vielleicht auch miteinander zu tun haben. Wer keine Wirtschaftsmacht mehr hat, der gilt auch wahrscheinlich nicht mehr als so erfolgreich und wird nicht mehr so angeguckt. Lange Zeit lief es ja wie von allein für die westliche Welt als Rollenvorbild. Und das ändert sich. Multipolare Welt. Insofern, man weiß nicht, wie es morgen aussieht. Insofern, noch fühle ich mich im sicheren Bereich. Aber aufpassen. Dann gucken wir doch mal, dass wir das Auswärtsspiel jetzt innerhalb der nächsten Stunde ungefähr zum Heimspiel machen. Und wir definieren gemeinsam Auswärtsspiel. Wir definieren gemeinsam Heimspiel für uns. Und diese Runde ist, finde ich, super interessant. Schön, dass ihr alle Zeit gefunden habt. Wir haben uns im Vorfeld ein wenig ausgetauscht. Und dieses Panel wurde betitelt Gaming for Public Diplomacy und World Peace. Großer Titel, Weltfrieden, wie geil wäre das eigentlich? Meine Güte, sehen wir uns alle danach. Aber selbst bei Weltfrieden gibt es unterschiedliche Definitionen. Wir haben gerade eben von dem Herrn Dr. Ohnesorge bereits auch mitbekommen, was Public Diplomacy, zumindest grob ist. Und die Kernfrage, die wir uns stellen, wie können Games denn eigentlich dort stattfinden? Sollten sie überhaupt dort stattfinden? Zwangsläufig tun sie es auch schon. Und was machen wir damit eigentlich? Ich spreche dich direkt an, Atta. Atta, du hast zu The Rain erfolgreich rausgebracht. Ihr habt eine Games-Schmiede aufgebaut, Topor Games, und ihr beschäftigt euch mit sehr ernsthaften Themen. Bevor du aber Topor Games aufgebaut hast, warst du viel unterwegs, hast viel gemoddet, hast unter anderem eine sehr erfolgreiche Battlefield 2-Mod rausgebracht mit dem Namen Project Reality, die vor einiger Zeit, schon ein bisschen älter her, wirklich ein extrem hohes Renommee hatte. Das Ziel war es, die Engine von Battlefield 2 zu nehmen und es einfach nochmal ein bisschen realistischer zu machen. Schön, dass du da bist, Atta. Was denkst du zu dieser Fachkonferenz tatsächlich gerade? Wie geht es dir gerade und wie gehst du mit diesen Themen gerade um? Vielen Dank für diesen Intro. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diesen Gespräch hier führen, weil wir glauben seit Jahren lang, dass Spiele einen richtig hohen Wert für diese Diskussion haben. Und deswegen haben wir auch Topor Games gegründet, weil wir dachten, es gibt so viele wichtige Fragen zu hinterstellen. Und Games ist ein Medium, dass wir das ganz, ganz safe und einfach an den Usern bringen können, an den Gamern und Gamerinnen. Also für uns ist es sehr wichtig, dass diese komplizierten Realitäten in unserer Welt, in unseren Spielen durch Fragen, moralischen und anderen Werten dargestellt werden. Dass wir den Interessenkonflikten zeigen und jeden fragen, was würdet ihr tun? Wir glauben, dass eine bessere Welt möglich ist, aber dass da viele, viele Schritte bis dahin wir gehen müssen. Und von der künstlichen Perspektive, dass wir sehr offen sind, diese Fragen hinterzustellen und dass wir Teile dieser Realität in unseren Spielen einbauen, um diese Fragen von der Meta-Perspektive zu besichtigen. Und ich war nur eine QA-Person an der Project Reality-Team. Aber ja, ich hatte viel Kontakt mit denen und ich hatte auch im Squad gearbeitet. Aber Modding ist auch sehr wichtig als Thema, würde ich ganz kurz auch dazu sagen. Modding erlaubt uns, viele Erfahrungen ganz einfach zu erschaffen, ohne zu viel Wissen zu haben oder haben zu müssen. Das war eines der Gründe. Ich habe zuerst eigentlich für Hearts of All gemoddet. Das ist ein Paradox-Spiel, das ist ein Strategiespiel. Paradox Interactive, genau. Ja, Paradox Interactive. Und diese Lehre und dieses Wissen um ein Strategiespiel über Politik und den Zweiten Weltkrieg hat sich auch eigentlich weiter aufgebaut. Ich würde gerne nochmal auch ins Publikum schauen, bevor wir gleich weiter ins Detail gehen. Wer von Ihnen hat denn, würde jetzt sagen, ich bin schon echt ein Hardcore-Zocker oder Zockerin. Ein paar Hände gehen so vorsichtig hoch. Denn nicht viele haben vielleicht den Kenntnisstand, vielleicht auch den Erfahrungsschatz, Atta, wie du ihn zum Beispiel hast. Bei dir scheint er schon etwas diffiziler, vor allem technischer zu sein. Du hast viele, viele Jahre in der Games-Branche mitentwickelt, mitgewirkt. Jemand, der von außen akademisch sehr tief reingeguckt hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du in Videospielen selber verbracht hast. Wahrscheinlich auch eine Menge, denn du hast unter anderem ein Buch rausgebracht, Felix. Und du berichtest unter anderem über die Atmosphären von Videospielen und digitalen Welten, Felix. Wie viel zockst du denn noch eigentlich? Ja, es ist tatsächlich so, dass für diese Dissertation, für diese Doktorarbeit habe ich sogar mal ausgerechnet, weil die Frage kam natürlich öfter, also wenn du dazu was schreibst, wie viel spielst du wirklich? Und das war wirklich dann im niedrigen, einstelligen Prozentbereich von der gesamten Arbeitszeit in so einer Arbeit. Also es ist einfach sehr viel Lesen, sehr viel Schreiben und so weiter. Also gespielt wird da auch, aber nicht so viel. Also ich bin halt von Haus aus eben Historiker und ich habe deswegen bestimmte Fragestellungen, also da ging es um Atmosphären, es ging aber sehr stark auch um Vergangenheitsdarstellungen in Games. Das ist so ein bisschen auch mein Kerngeschäft irgendwie und das gibt mir auch so ein bisschen die Überleitung tatsächlich zu diesem Auswärtsspielprojekt irgendwie, weil ich glaube auch viele dieser Narrative, die ja jetzt schon genannt wurden, also dieser Wettstreit-Narrative und so weiter, diese Themen kamen ja alle auf und ich glaube, es ist halt vielfach auch so, dass es historische Narrative sind, die relevant sind und dass zu einem gewissen Grad eben auch Geschichtspolitik betrieben wird, die auch international wirkmächtig ist und dass viele Nationen auch ihre eigene Geschichte verarbeiten und damit eben auch Softpower irgendwie ausüben können. Und deswegen glaube ich, dass diese historische Perspektive auch ganz entscheidend ist, irgendwie auch für dieses ganze Thema hier, für diese ganze Konferenz und ich meine, du hast ja eben auch schon Globalstrategiespiele genannt, die sind ja prädestiniert dafür, das sind historische Settings. Susanne hat ja eigentlich im Grunde auch ein historisches Setting, was fiktionalisiert ist, aber trotzdem historisch. Also ich glaube, diese Ebene ist auf jeden Fall wichtig auch, um so Außenpolitik wie in so einem Experimentierkasten eben nachspielen zu können mit Games irgendwie. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Perspektive, die ich einbringen kann. Ich möchte auf jeden Fall gerne gemeinsam zu fünft die Spielregeln auf jeden Fall für dieses Panel alleine schon nochmal besprechen. Also im Moment machen wir so ein bisschen Tetris. Ich stelle die Fragen und ihr sortiert sozusagen, je nachdem, wie angesprochen ist, die Steine, wie sie runterfallen. Es gibt verschiedene Genres in Videospielen. Wir können durcheinander reden, wir können eine Sandbox daraus machen, wir können Minecraft spielen und uns gegenseitig unsere Hütten kaputt machen oder neu aufbauen. Shidem, du bist die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur. Du hast das Auswärtsspiel mit deinem Team gemeinsam kreiert, gemeinsam auch mit Peter, mit Herrn Plaszek aufgebaut. Warum? Warum machen wir das hier? Ich glaube, dass die beiden Vorträge, nicht ich glaube, sondern die beiden Vorträge von Henrik ohne Sorge und von Lena Falkenhagen haben das Warum, finde ich, sehr, sehr schön deutlich dargestellt. Und wir als Stiftung der Games-Branche zeigen die Potenziale von Games, die Chancen, die Potenziale von Games jenseits vom Entertainment auf. Wir greifen uns Themen wie Erinnerungskultur, weil, so wie Felix das auch gesagt hat, viele Spiele spielen im historischen Setting, auch wenn sie fiktive Geschichten sind. Man kann halt mit Games sehr schön Geschichten erzählen. Und Henrik ohne Sorge hat ja gesagt, der Kampf der Narration, ein Wettkampf der Narration. Ich fand dieses Bild sehr, sehr schön. Herr Patasek hat... Das ist auch ein bisschen beunruhigend, ehrlich gesagt. Ich finde es gar nicht mal so beunruhigend. Und aus dem einfachen Grund nicht beunruhigend, weil die Narrationen, Geschichten werden schon immer erzählt. Das gehört zu uns Menschen. Weil in dem Augenblick, wo wir Spiele spielen, erzählen wir ja auch was. Wir vermitteln was. Und so ein Projekt wie Auswärtsspiel aufzugreifen und über diese Narrationen zu reden, zu sensibilisieren, aufzuzeigen, wo könnten halt... Wo muss man aufmerksam sein? Wo sind die Herausforderungen? Aber was sind die Chancen und Potenzialen? Ich finde aber, das ist meine persönliche Meinung, dass wir in Deutschland ein bisschen zu sehr, zu vorsichtig sind, wenn es um Narrationen geht, wenn es um das Thema Soft Power geht, weil... Aber nichts. Ja, okay. Weil in anderen Ländern, wir haben ja einige Beispiele schon bereits gehört, werden die Narrationen schon eingesetzt. Und ich finde, dass wir hier viel mutiger sein sollten, diese Narrationen ebenfalls mit aufzugreifen, Geschichten zu erzählen, weil wir haben ja auch bei dem Vortrag von Hendrik Ohne Sorge gesehen, was Public Diplomacy bedeutet und welche Machtschichten es gibt, militärisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Herr Patasek meinte, was ist mit der politischen Macht? Das wäre auch noch ein Thema, mit aufzugreifen. Aber das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, es passiert bereits. Und dieses Spielfeld, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mitzugestalten, mit Lösungen anzubieten, finde ich eine super Chance für uns, auch für die Games-Branche. Ja, ich beziehe mich nochmal auf das Uns. Also ich beziehe mich tatsächlich, wir sind ja hier beim Auswärtigen Amt, ist hier mit am Start, Herr Tasek, Heimspiel. Sie waren viel in der Welt unterwegs. Sie waren in Frankreich, Sie waren in Kambodscha unter anderem, Sie waren in Brüssel viel unterwegs. Sie haben 1993 Philosophie studiert. Was ist denn für Sie eigentlich dann ein Heimspiel? Ein Heimspiel ist die Philosophie eigentlich nicht. Davon habe ich mich ja bewusst und willentlich entfernt, weil mich die Wirklichkeit ein bisschen mehr interessiert hat. Aber warum mir jetzt der Nietzsche einfällt, weiß ich auch nicht. mit dem, es geht darum, sozusagen im Erwachsenwerden den Ernst der Kinderspiele wiederfinden. Also den Ernst im Spiel sehen, viel Serious Games. Wo ist da der Ernst drin? Der Ernst ist ja ganz offensichtlich, dass es hier geht um Entscheidungen. Entscheidungen haben einen Einfluss, können die Welt gestalten. Und da finde ich, fängt das Heimspiel an und da kann ich anknüpfen an, wir sind viel zu vorsichtig mit den Narrativen, mit dem Erzählen. Ich habe ein Seminar gemacht, oder eine Klausur heißt das bei uns, mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen und wir haben gesprochen, andere haben keine Bedenken, Lügen zu erzählen, Geschichten zu erzählen, die enorm wirkmächtig sind. Also ich denke jetzt an ein Phänomen, wie diese Wagner-Videos. Ich meine nicht den Richard Wagner, sondern die russischen Wagner-Videos. Es ist zwar kein Videospiel, aber hat enorme Bilder gemacht in Afrika, wo das funktioniert. Und wir tun uns da schwer, was gegen zu sagen, weil wir denken, das sagte ein Kollege, ja das ist aber zu emotional, da kann ich jetzt nicht mehr mitmachen. Das ist ja schon Manipulation. Also wenn unser Verben für wie wollen wir leben, denselben Charme aussprüht wie eins und eins ist zwei, ja dann viel Glück. Dann denke ich, dass wir da vorsichtig sind, bis wir nicht mehr da sind, weil diese Zurückhaltung ist glaube ich ein Irrtum. Damit tun wir uns keinen Gefallen. Man kann in den Spielen ja gucken, wo man will, historische Settings zum Beispiel. Das ist ja ein super Versteck für Zukunftsfragen. Es geht ja nicht um das historische Setting, sondern wozu führt das? Ich gucke mir das heute an, ich gehe diesen Weg lang, meine Entscheidungen bestimmen das. Ich bestimme die Regeln. Das ist das Heimspiel, in das wir kommen müssen. Wir müssen dieses Stadion bespielen und mit allem, was wir haben und nicht nur mit eins und eins ist zwei. Verstanden. Was haben wir denn, Felix? Was denkst du? Wenn du in der Position, in der du auch bist, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wo sind wir denn? Also dein Blick in die Vergangenheit ist geschärft. Wie sieht es jetzt aus und wo könnte es dann hingehen? Das ist ein bisschen die Frage. Also das steht jetzt ja so ein bisschen im Raum. Wir müssen im Grunde Games besser nutzen, müssen irgendwie Narrative entwickeln oder müssen im Grunde dort Narrative darin unterbringen? Jetzt konkret hier zu Fragen der Außenpolitik im Sinne von Public Diplomacy. Und dann ist eben die Frage, also was heißt wir, wer sind da im Grunde die AkteurInnen in diesen Kontexten? Wie stark nehmen wir da Anfluss? Also bei mir ist es ja schon so, dass es natürlich klar aus der Bundeszentrale für politische Bildung kommt, dass wir uns natürlich jetzt auch zunehmend überlegen, inwiefern wir Games wirklich konkret auch einsetzen können. Also was wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten machen, ist im Grunde politische Medienbildung über Games zu machen. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, können wir eben auch politische Medienbildung, auch eben zum Beispiel mit Fokus Außenpolitik, mit Hilfe von Games, also konkret irgendwie in Game-Entwicklung investieren oder Games entwickeln, irgendwie in diese Richtung zu arbeiten. Aber genau, da würde ich mich einfach fragen, also klar, wir sehen das ja, wir haben eine Art Serious-Game-Boom im Moment so. Das ist ja schon wahrnehmbar, dass eben auch zum Beispiel Behörden sagen, wir machen jetzt Serious-Games und so weiter. Das heißt, ich glaube, das merkt man schon deutlich, dass wir da einen Wandel haben. Trotzdem müssen wir uns, glaube ich, dann einfach die Frage stellen, also wie zum Beispiel dann wir als irgendwie staatliche AkteurInnen dann darauf einwirken sollen oder was unsere Rolle darin dann konkret wäre. Also es kam ja eben auch von dir, glaube ich, der Kommentar wichtig ist auch irgendwie, die künstlerische Perspektive muss auch drinbleiben und so weiter. Das heißt, ich würde dann auch immer gucken, wie können wir sozusagen in den Rahmen bilden, dass eben solche Narrative entstehen können, aber ohne dass wir sie sozusagen einfach als Deutschland vorgeben sozusagen. sagen, das ist unsere Art von irgendwie Diplomacy, Public Diplomacy oder unser Demokratieverständnis und das muss jetzt in die Welt getragen werden. Sondern genau, mein Impuls wäre dann zu sagen, wir schaffen irgendwie die Rahmenbedingungen und dann können trotzdem Developer eben ihre künstlerischen, kulturellen im Grunde Ideen da weiter ausleben in diesem Rahmen. Also ich finde, deswegen ist auch diese Konferenz sehr schön und auch der Fragenkatalog, der ist ja so ein bisschen auch als Idee, so einen Impuls zu geben. Es ist ja nicht, dass darin festlegt, das darfst du nicht machen oder so etwas, das steht ja ja auch so nicht drin explizit, sondern es sollen halt eben Anregungen geben. Ich glaube, in dieser Art zu denken, finde ich ganz interessant. Anregungen geben, diese Serious Game Boom Welle irgendwie jetzt auch nutzen und dann überlegen, wie können wir positive Rahmenbedingungen für Game Devs schaffen, dass sie sagen, ich möchte in diesem Bereich weiter Spiele entwickeln und kreative Ideen, an die wir dann zum Beispiel auch als Teil der Regierung nicht denken, die aber vielleicht super gut wären, eben in so einem Sinne von Public Diplomacy. Ja, vielleicht wäre zu anderen Zeiten wäre zum Beispiel ein Rennspiel ganz gut gewesen für Deutschland, wäre sinnvoll gewesen, Automobilindustrie haben wir auf jeden Fall hierzulande, deutlich. Ihr könnt gerne auch zwischenfragen. Ich will das auch noch mal klarstellen, lasst uns hier gerne in den offenen Dialog gehen, denn das ist das für mich. Also der Leitfragenkatalog, du hast ihn gerade noch mal angesprochen, Felix, war für mich eine neue Erfahrung. Überhaupt erst mal in ein Expertengremium eingeladen zu werden, aber da teilnehmen zu können mit der Aufgabe, überhaupt erst mal Fragen zu stellen. Kannte ich in dem Sinne nicht und hat auch erst mal ein bisschen länger gebraucht, bis ich dann auch damit wirken und mitarbeiten konnte. Fand ich super. Also das als Rückmeldung auch noch mal für die erste Session des Auswärtsspiels. Also das war auch wirklich, war das für euch schwierig, uns Expertinnen und Experten das zu erklären eigentlich? Weil wir haben schon ein paar oft nachgefragt. Ja, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, schwierig. Nö, nicht ganz. Vielleicht herausfordernd an der einen oder anderen Stelle. Tabea lacht. Zum Glück hatten wir mit diesem... Sie weint. Nein. Zum Glück hatten wir mit so einem Prozess bereits Erfahrungen gesammelt und auch Erfahrungen gehabt, weil das zeichnet ja auch unsere Arbeit als Stiftung aus, dass wir interdisziplinär an die Themen herangehen. Wir haben ja mit der Erinnerungskultur sind wir gestartet, da haben wir auch Leitfragen entwickelt, wie man zum Beispiel im Zeitalter, wo die letzten Zeitzeugen verschwinden, Erinnerungskultur digital lebendig halten kann. Und das war auch übrigens unser Anknüpfungspunkt, als das Auswärtige Amt auf uns zukam, wo wir uns dann überlegt haben, wie können wir das Thema, was wirklich extrem komplex ist, Herr Patasek hat ja diesen Begriff multipolare Welt genannt. Als ich groß geworden bin und ich bin ein Kind des Kalten Krieges in West-Berlin aufgewachsen, die Welt war so einfach. Es war einfach bipolar. Es gab den Osten, es gab den Westen, es gab für uns im West-Berlin waren die, die im Osten waren, die Bösen. Und wir hatten immer Angst gehabt, oh mein Gott, die Russen können nach West-Berlin kommen und dann haben die West-Berlin erobert. So einfach war meine Kindheitsnarration. Und jetzt in dieser komplexen Welt, in dieser vielschichtigen Welt und Games sind halt ein Medium, was, 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 ich wiederhole mich da, was Lena auch schon alles irgendwie die Eigenschaften von Games dargestellt hat, von immersiv, interaktiv, multiperspektivisch etc. Uns ging es in erster Linie darum, wenn zum Beispiel NGOs Games in ihre außenpolitischen Vermittlungsarbeit einsetzen wollen, wie können sie das machen? Nach welchen Kriterien wählen sie halt Games aus, die im außenpolitischen Kontext eingesetzt werden können? Weil wenn man nicht spielt, hat man diesen Überblick nicht und man weiß auch nicht, nach welchen Kriterien wähle ich solche Spiele aus, was ist wichtig? Wir reden hier die ganze Zeit über Narration, aber wichtig sind auch zum Beispiel Mechaniken, wichtig sind auch diese ganzen Spielregeln, die in Games, Game Design, danke. All diese Aspekte und anhand dessen mit diesen zehn Fragen Spieler auswählen zu können und in der Vermittlungsarbeit, in der, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung oder wie zum Beispiel das Goethe-Institut, dass sie dann Games wie eine Selbstverständlichkeit in ihrer Arbeit einsetzen können. Und der andere Aspekt war wirklich halt, wenn Serious Games im Kontext der Außenpolitik vermittelt werden, worauf sollten unbedingt Games-Entwicklerinnen und Entwickler achten? Auch wie so ein Orientierungsleitfaden gedacht. Das war so. Achtet ihr darauf bei euch in der Spieleentwicklung, Atta? Ja, also ohne dies würde das Serien gar nicht passieren, würde ich sagen. Es gab viele Diskussionen über verschiedene Werte und wir haben das auch spezifisch im Kalten Krieg gestaltet, in einem fiktiven Kalten Krieg, wo wir eigentlich ideologische Varianten und Varianten von Echtideologien hatten mit verschiedenen Elementen, wo wir auch kreativ einfach was einbauen wollten. Vielleicht erklären wir ganz kurz, es geht um das Sortland, man wird aus Versehen Präsident. Ja, man wird Präsident und regiert ein Entwicklungsland mit vielen wirtschaftlichen, sozioökonomischen Problemen und wir haben viele Interessengruppen, wir haben viele Fraktionen. Wir wollten die Welt so darstellen, weil es gibt einen Grund, warum wir nicht ein besseres Welt haben. Es gibt echt strukturelle Macht und sozioökonomische Elemente, die diesen Progress irgendwie stoppen. Und wir wollten einfach diese Realität durch ein Spiel zeigen und wie man Realpolitik durchführt oder wie man ideologisch sein muss, ab und zu. Kann auch in Rollenspielen mit verschiedenen Entscheidungen auch ganz anders sein. Das ist eine unserer Stärken. Wir sind keine lineare Experience. Das ist vielmehr so, man kann verschiedene politische Meinungen erleben und auch mit anderen darüber diskutieren innerhalb dieses Spiels, in einem Single-Player-Spiel. Und unsere Meinung war halt, das Menschliche einfach nach vorne zu schieben und über diese Erfahrung dann alles darzustellen. Also was würdet ihr in dieser Position tun? Und diese verschiedenen Systeme sind auch in unserem Universum im Wettbewerb und es gibt auch viele Akteure und andere. Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn diese Frage, also wegen Wettbewerb und anderer Systeme und das Wichtigste ist, wie können wir über das Menschliche sprechen? Das Einzige, das uns alle in dieser Welt verbindet. Und warum sind Menschen so, wie sie sind? Sind das nicht diese Umgebung, diese Beziehungen, diese Strukturen, die existieren? Und unsere Spiele, man schlüpft da in eine Position rein und man findet sich selbst in diesen Strukturen. Und ja, ich bin kein, ich denke, ich werde nie Präsident, aber ich kann darüber was schreiben und es kann so nah möglich sein, wie es sein kann, als kreative Arbeit. Aber vielleicht erfährt man durch diesen Experience irgendwas, das irgendwie auch echt ist. Und das sind so diese Fragen, wo wir auch jeden kritisieren. Also das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, Demokratie ist das Beste und so. Es gibt einen Grund, warum das ganze Welt keine Demokratie ist. Und das sind so diese großen Fragen. Und wenn wir an einem System glauben, wir müssen genau wissen, wie die anderen Systeme proaktiv dafür arbeiten und wir müssen auch diese so bekämpfen. Wenn man Glaube in einem System hat, dann muss man dafür auch dahinterstehen und das ist ein Kampf. Und wie führt man das durch Softpower oder Hardpower? Lieber Softpower von meiner Seite aus. Aber das sind so diese Fragen, die wir in Zusehen stellen. Und das simuliert diese Elemente. Also ich würde da gerne was fragen, weil mich freut das genauso, wie es mich irgendwo auch irritiert, weil man als jemand, der mit der Game-Welt eigentlich nicht so irrsinnig viel zu tun hat, ein sehr oberflächliches Verständnis hat. Und das ist eher so, ja, da gibt es einen harten Wettbewerb. Und diesem harten Wettbewerb, denke ich, gewinnt man mehr mit so harten Spielen. Also nach Hektoliter Blut, die vergossen werden, denkt man sich, da ist mehr Attraktion drin. Diese Geschichte klingt ja, als arbeiten wir hier irgendwie am selben Problem. Ganz anders. Und vielleicht ist das auch der Erfolg des Projekts, dass so was zum Vorschein kommt. Aber wie sieht man denn aus in dem Wettbewerb, der um den besten Effekt oder um die größte Attraktion geht? Und wie macht man da Punkte mit so ernsten Dingen? Das müssten wir nämlich auch lernen. Aufmerksamkeit, Reichweite in dem Sinne, wie viele Leute spielen das überhaupt? Also, Serain ist ziemlich erfolgreich, ne? Wir haben insgesamt 550.000 Spiele. Das ist gut. Wir sind ein kleines Indischspieler. Wir hatten auch nie solche Erwartungen. Wir haben nur 10.000 oder so erwartet. Aber das Wichtigste fand ich, dass verschiedene politische Meinungen einfach durch das Spiel zusammenkamen und diskutiert haben. Das bedeutet also Meinungen von verschiedenen politischen Spektren. Das fand ich sehr speziell, weil ich denke, diesen Diskurs auch innerhalb einer Gesellschaft zu haben, ist sehr wichtig. Es gibt Gründe, warum Leute einen Glauben für ein Thema oder das andere haben. Und wenn wir das zu Teile zerbrechen möchten und zu verstehen und zu analysieren und ein besseres System aufzubauen, müssen wir diese auch durch diese Meta-Perspektive analysieren. Und bei uns war das Wichtigste mit dem Systemswettbewerb, war das Pragmatische. Also die wirtschaftlich-sozialen Realitäten in anderen Ländern, wo so viele Probleme existieren und wo Oligarchen viel Macht und Kontrolle haben, die sind alle in Sousarin repräsentiert. Und da zeigen wir auch, wie, warum Leute auch so in diesen Positionen agieren, weil die können einfach viel voran und schneller vorankommen. Und das Richtige zu tun, ist manchmal viel schwerer. Und solche Sachen. Also wir gehen in das Geistliche ein bisschen mehr rein, um das mehr menschlich aufzubauen. Aber das Richtige wird offen gehalten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe Sousarin gespielt. Und übrigens, ihr Pendant hat mich dann beraten. Also tatsächlich, also strategische Kommunikation, das Auswärtige Amt. Man kriegt mal Nachrichten und Gespräche und muss dann wirklich wählen, ja, was will ich denn eigentlich machen? Und jede Entscheidung, und das wird einem sehr, sehr schnell klar, hat Konsequenzen. Deswegen bin ich noch nicht so weit gekommen, weil ich glaube, ich bin noch ganz am Anfang und hadere noch damit, was ist denn eigentlich für mich das Richtige? Das ist die Schwierigkeit, glaube ich, in der wir uns dann auch befinden. Womit, mit welcher Idee, mit welchem Spiel erreicht man vielleicht dann aber auch viele Personen? Und die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Tassek, ist ein Aufmerksamkeitsspiel. Also wenn wir heutzutage mit all den Kulturmedien, die da sind in der Industrie, wenn nur gesendet wird und nur geballert wird und das muss gar keine militärische Videospiele sein, sondern es kann einfach alles sein, es sind Tanzvideos etc. Wie viel Aufmerksamkeit gibt man denn dann noch einem Medium wie Suzerain oder einem Buch oder von mir aus, wo man einfach eine längere Aufmerksamkeitsspanne hat? Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, aber da sollten Videospiele vielleicht auch helfen, vielleicht unter anderem durch Atmosphäre, vielleicht unter anderem durch Narration. Und ich glaube, eine ganz große Frage ist und das hat Lena vorhin ja auch immer deutlich gemacht, The Witcher 3 als ein absolutes Phänomen war ganz schön teuer in der Herstellung. Sehr teuer. Ich weiß jetzt nicht, also wir müssen nicht offen reden, aber ich gehe jetzt davon aus, dass Suzerain in Entwicklung nicht so teuer war wie The Witcher 3 oder Witcher 1 und 2 auch noch so zu tun. Also vom Geistlichen würde ich da einfach das sagen. Also es hat vier, fünf Jahre lang gedauert. Unglaublich viel Recherche und so weiter. Aber ja, wir waren einfach natürlich, also ich kann es sagen, es ist ja lange her, es wurde mit 150.000 US-Dollar aufgebaut. Okay. Ja, Wahnsinn. Respekt. Respekt. Also ich glaube, da wäre, also nochmal die Frage, wo kippt man eigentlich rein? Wie ich das Auswärtsspiel empfinde, ist es der Start eines Dialoges und Sie haben es ganz offen gesagt und diese Reaktion haben unterschiedliche Persönlichkeiten, ich bin seit 20 Jahren Industrie, häufig gehört. Mit Gaming habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Vielleicht mit dem Kulturphänomen oder den Produkten, die da draußen sind. Aber im Kern sind es eigentlich auch die Spielregeln. Ja? Hau rein, immer reinreden. Ich wollte nur einhaken, weil du hattest das gerade gesagt, oder die Frage so ein bisschen eingeworfen, wo haut man da das Geld rein? Weil es ist ja auch eine interessante Frage, die wir uns dann ja auch stellen müssen. Also wir reden halt sehr klar jetzt hier über Games, die auch ein gewisses Vermittlungsziel verfolgen. Ich weiß gar nicht, inwiefern sozusagen ihr euch selbst den Begriff Serious Game gegeben habt oder der sozusagen von außen so ein bisschen kam. Aber das ist ja so ein bisschen das, was wir jetzt hier vielfach besprechen und auch sagen, da könnten wir irgendwie aktiv werden oder vielleicht auch solche Games entwickeln. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die Option, dass man deutlich mehr Geld in die Hand nimmt und zum Beispiel auch schon große oder bestehende Studios kauft und da dann einen gewissen Anfluss entwickelt. Vor allem, wenn man sich das ja international anguckt, passiert das ja auch schon. Es wurde eben schon angemerkt, irgendwie, als wir gespielt haben, natürlich vielfach sind so westlich-US-amerikanische Spiele, die ja sehr dominant waren und immer noch sind und da gab es ja auch schon sehr bewusste Bemühungen, so auch Shooter zu machen wie America's Army oder so, die auch hier gespielt wurden. Das ist ja dann ja auch schon etwas, was mit einer größeren Reichweite gemacht wurde, auch schon ausgewachsener Multiplayer-Shooter. Gleichzeitig sehen wir ja jetzt auch andere Nationen, die da stärker investieren auch und die einen anderen Weg wählen, als wir es zum Beispiel jetzt vorschlagen. Also so, wenn von China aus irgendwie Tencent oder so komplett Epic kauft oder so etwas, dann ist das eben noch was ganz anderes. Also dann ist das eine Art eben Softpower irgendwie auszuüben, die sich auf einer anderen Ebene abspielt. Dann geht es halt darum, irgendwie aus sich selbst im Gaming-Markt erstmal zu positionieren und da über Games das eigene Image zu stärken. Ohne, dass jetzt bewusst da schon irgendwie besondere Positionen in den Games untergebracht werden, geht es dann einfach darum, okay, wir sind jetzt auch Player in diesem großen Feld irgendwie. Oder es ja auch gibt irgendwie saudi-arabische Firmen, die die E-Sports League kaufen aus Köln und solche Sachen. Das passiert ja nicht zufällig so, sondern die agieren dann eben sozusagen anders, als wir jetzt, wenn wir über so eine Series-Gameschiene vielleicht gehen. Aber das ist glaube ich auch etwas, was wir im Blick behalten müssen. Also wie da auf so einer Ebene irgendwie Softpower dann auch perspektivisch ausgeübt wird und wie sich da eben dann auch ein Land wie Deutschland irgendwie zu positioniert oder verhält. Interessant, ja. Darüber kann ich kurz was sagen eigentlich. Das ist eine sehr gute Frage. Also Zugänglichkeit. Und wir haben unser Spiel als Entertainment entwickelt. Ein Drama. Also wir haben gesehen, dass Game of Thrones und andere Säen mit The Crown einfach so beliebt wurden. House of Cards. Und auch House of Cards, ja. Und warum dann nicht ein Spiel, das einfach zugänglich ist durch Text und durch Dialogen. Also es ist ja nicht so schwer zu spielen. Man muss nur einfach ein bisschen Dialogen klicken können. Und ja, es ist ein bisschen ernst als Thema. Deswegen wird es auch weniger eine Audience haben. Aber bedeutet auch nicht, dass wir das verschiedene, von verschiedenen Perspektiven eingehen sollten. Also das muss ja nicht nur ein oder das andere sein. Es kann eine Multiperspektive-Strategie sein. Und das andere, kurz über einen staatlichen Spielaufbau. Ich würde sagen, also Spiele sind sehr stark wegen diesem Narrativen- und Perspektivenwechsel. Und eines dieser Stärken würde ich so als Vorschlag nur sagen, dass wenn hier ein Auswärtsspiel, ein Außenpolitik-Spiel aus deutscher Perspektive aufgebaut würde, würde es einfach unglaublich, von der künstlerischen Perspektive auch, ich denke auch von der staatlichen, menschlichen Perspektive sehr gut sein, wie diese Außenpolitik andere beeinflusst in den lokalen Regionen. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo Spiele diese andere menschliche Perspektive und Empathie und Ethik so stark aufbauen können, weil ich treffe diese Entscheidung und jetzt kann ich den Konsequenzen von diesen Entscheidungen von einer ganz anderen Perspektive erleben. Und das ist so eine Stärke von diesem Medium, wo wir diesen Perspektivenwechsel durchführen können und wo wir Leute sensibilieren können, wo unsere Außenpolitik dies und das Einfluss von einer menschlichen Perspektive hat und haben kann. Und da werden die Menschen auch viel mehr vorsichtiger und auch politisch viel mehr aufmerksam kann man sein, weil das ist eine emotionale Erfahrung dann. Ich habe eine Frage. Dann würde ich gerne noch was. Eine Frage. Dazu gibt es eigentlich, dass wir selbst Spiele entwickeln werden, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber gibt es Spiele, bei denen Spieler aus verschiedenen Kulturen, Regionen teilnehmen können und deren verschiedene Perspektive dann wie für Gruppen mit einfließt. Also dass man sagen kann, das Gespräch, das jetzt ein bisschen schwierig ist, also Afrika und Europa, da tun wir uns trotz aller guten Absichten immer noch schwer, das wirklich als einen offenen Dialog auf derselben Ebene zu führen, sondern man neigt immer dazu, so Tipps zu geben oder zu sagen, ihr müsst euch eben entwickeln. Das ist ja doch hochgradig unzureichend, sagen wir mal so. Gibt es solche Plattformen, auf denen ein kulturelles Austragen von Differenzen stattfindet, wo man sagen kann, die sind zu einer Lösung gekommen, von der wir lernen könnten? Würde mich mal interessieren. Also nicht, dass ich kenne, aber das ist eines, das Thema ist sehr wichtig mit diesen fiktiven Spielen und ich denke, in fiktiven Spielen wir nehmen echte Werte von Kulturen und Perspektiven und Narrativen in diesen Welten rein, zum Beispiel in EVE Online. Es gibt ein Sandbox-Universum, wo man seine eigene Wirtschaft aufbauen kann, seine eigene Kolonienz und Sci-Fi Space Welt, das ist eine Simulation und da gab es viele Nationen und Werte und Ideologien, die einfach eine Reflexion von unserer Realität waren und die Diskurs und die Diskussion und die Kämpfe da waren fast ein Bild von uns, aber die waren nicht direkt von dieser Realität beeinflusst. Ich kenne mich nicht mit Spielen, die sowas haben, aber ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Das eine ist, die echten Werte werden zu stark zu Konflikten auch führen, weil unsere Welt hat Konflikte und deswegen wir als Designer auch, wir rennen in diesem fiktiven Universum hinein, um diese echten Werte auch ein bisschen zu der Hinterseite zu senden, um diese Diskussion ein bisschen mehr in einem safe Environment zu führen. Das ist eine Frage, wie nah zur Realität sollte man sein und wie komfortabel kann man dann diskutieren, wenn man emotional so in der Debatte ist. Und ich würde da gleich auch noch einen Punkt zu setzen, dann besteht man, du wolltest auch noch etwas fragen. Nicht direkt dazu, ich wollte ein paar andere Punkte noch aufgreifen. Die große Frage ist, wird man auch zum Spiel eingeladen? Das ist eine ganz große Frage. Ja, es gibt die Plattform, es gibt die großen Spiele, wo ganz viel Kultur, wo ganz viel Geschichte drin stattfindet. Oftmals ist sie oberflächlich, oftmals ist sie äußerlich und sei das irgendwie durch Attachments oder grafischer Natur. Es gibt gewisse, alleine World of Warcraft bildet relativ viele unterschiedliche Kulturen ab und World of Warcraft ist natürlich ein Phänomen. Es gibt auch modernere Spiele, modernere Multiplayer-Spiele, in denen man sich mannigfaltig sehr kreativ frei entfalten kann. Und dort gibt es dann Server und Spielwelten, die sind zum Teil rechtsextrem und sehr, sehr hart. Die sind zum Teil aber unglaublich bunt und divers und offen wie nichts anderes. Also man hat de facto alle Möglichkeiten. Die Frage ist, wer spielt, wer bestimmt die Regeln und wer lässt auch mitspielen. Und ich glaube, eine Dialogform herzustellen ist sehr, sehr schwierig. Die EU hat ein sehr großes Projekt, irgendwie Metaverse, gefördert. Da waren zur Eröffnung leider nur drei Personen dabei und eine Person war dafür tatsächlich auch ein Journalist. Das ist die Schwierigkeit, die man hat. Und sobald die offizielle Politik reinkommt, und ich merke es an mir selbst, ich bin sehr gerne hier, ich freue mich auf den Dialog, habe ich erst mal ein bisschen, ich bin bis vorsichtig. Und ich glaube, wenn man in Spielwelten reingeht und wenn wir jetzt mit Gamerinnen und Gamer da draußen reden, sind die erst mal ein bisschen vorsichtiger, weil die digitalen Räume, die sie vielleicht für sich erschlossen haben, die einen intimen Schutzraum bieten, wenn da von außen eventuell Interessenten kommen, egal, ob es intendiert ist oder nicht, bleibt man vorsichtig. Und genau das Gleiche, wir hatten es vorhin auch ökonomisch auch die Perspektive, wer kauft jetzt gerade welche Studio theoretisch auf, was bedeutet das wiederum? Also die Schwierigkeiten sind sehr, sehr groß. Und ich denke, die kulturvermittelnde Perspektive ist aktuell aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar das Einzige, was sinnvoll anpackbar ist, siehe jetzt. Der Game-Bundeswehr-Band hat nicht zuletzt durch die letzten Jahre mehr Fördermittel bekommen, da passiert auch wieder was. Das war lange Zeit eben nicht der Fall tatsächlich. Also da hat das Gros an Politik einfach das Medium nicht anerkannt, lange, lange Jahre. Und ich glaube, das fängt jetzt an, aber das muss tatsächlich auch erst mal bei den Entwicklerinnen und bei den Entwicklern ankommen. Und das fängt so langsam an, habe ich das Gefühl. Ich schiele jetzt wieder deine Richtung. Ich würde gerne mal noch einen Punkt aufgreifen wollen und zwar, als du meintest, sobald halt Politik sich mit einmischt oder die offizielle Stellen sich mit einmischen. Ich finde, eins sollten wir hier auch in dieser Runde nicht vergessen. Games werden in erster Linie entwickelt, damit sie gespielt werden, damit sie Spaß machen. Und da steckt eine Riesenindustrie dahinter. Da ist es ein riesen weltweit Wirtschaftszweig. Da können wir nicht, wir würden ja auch in der Filmindustrie oder bei Bücherverlagen etc. nicht sagen. Übrigens, ihr dürft diese Millionen Spiele entwickeln und ihr dürft Millionen erreichen, aber wir haben Vorgaben. Das wäre in zugespitzter Form eine Zensur gleich, aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz, Felix hat ja gerade die sogenannten Serious Games erwähnt. Die Serious Games sind in der Regel meistens Auftragsspiele, die in der Wissensvermittlung, in der Kompetenzstärkung etc. eingesetzt und entwickelt werden. Aber was man darüber hinaus machen kann, und das war ja auch unser Ansinn mit diesem Fragekatalog, dass man durchaus diese großen Triple-A-Spiele nehmen kann und sich dann halt wirklich gemeinsam anschauen kann, in einem Kontext das setzen kann, die Inhalte und in die Auseinandersetzung gehen kann. Weil wenn wir uns mit jungen Menschen, überhaupt mit Spielenden, mit Gamerinnen und Gamern auseinandersetzen wollen, zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Außenpolitik, wie zum Beispiel Kriege, wie zum Beispiel Flucht und Migration, das sind alles Themen, die wirklich in ganz tollen Spielen dargestellt werden. Wenn wir das machen wollen, dann nimmt bitte doch auch diese ganzen Entertainment- Spiele, weil an der Realität der Gamerinnen und Gamer, wir wollen doch diese Zielgruppe erreichen, deshalb reden wir auch hier über Games. Und wenn wir diese Zielgruppe erreichen wollen, dann mit der Realität an der Realität von der Games-Community, von den Gamerinnen, weil dann kann man hervorragend mit diesen Personen in einem Dialog treten und man kann halt diese Spiele nehmen, in einem Kontext oder in einem Inhalt setzen, so wie wir es zum Beispiel mit der Erinnerungskultur gemacht haben. Wir haben eine Riesendatenbank und das sind wirklich Spiele, wo die meisten nicht in erster Linie sagen würden, das ist jetzt für die Erinnerungskultur, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Und das ist die Lücke, was noch fehlt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international, bestehende Spiele einfach mal zu nehmen und die zu kontextualisieren und die für Wissensvermittlung zu instrumentalisieren. Da gibt es viel und es gibt auch immer mehr. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Uncensored Library ein Begriff ist. Kennt ihr das? Super, ist ein Minecraft-Projekt und dort sind tatsächlich einfach zensierte Schriften drin. Also man geht in Minecraft und dann kann man sich wirklich in eine echte, also in eine virtuelle Bibliothek befinden und das ist etwas Wichtiges. Also das ist etwas unglaublich Politisches. Die große Frage steht, die ich mir dann stelle, selbstverständlich, aber Roblox ist nicht frei von Fehlern. Roblox hat Kritik auch zum Beispiel verdient und Roblox ist aber auch etwas, was gerade in jüngeren Zielgruppen der heiße Scheiß ist. Und dann hat man andere Spiele, die wiederum vielleicht auch von, und da sind wir wieder in der schweren Politik, die ich, wo ich vorsichtig bin. Da bin ich derjenige, der sagt, ich gehe einen Schritt zurück. Da bin ich vielleicht sehr deutsch. Die sind dann zum Beispiel chinesischer Natur. Die sind aufgekauft worden. Da bin ich dann immer vorsichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass wir darüber reden können, dass alle alle verständigen, dass die Verständigung klar ist, dass wir wissen, was ist Discord? Also was sind vielleicht auch Plattformen, wo kommuniziert wird, die aus dem Gaming entstanden sind, wo sich die Games-Kultur halt auch trifft? Ich glaube, das sind dann auf jeden Fall die ersten Schritte, die da sein sollten, oder? Sensibilisieren. Dass wir wirklich sowohl junge Menschen als auch Erwachsene sensibilisieren. Wenn sie halt, das ist ja deren Entscheidung, welches Spiel sie spielen, aber dass sie dann auch dieses Spiel in der Lage sind, einzuordnen. Also zu verstehen, was in dem Spiel passiert. Es gab ein Spiel, was letztes Jahr in Polen entwickelt wurde und es ging um einen polnischen Kriegshelden, der irgendwie als Held dargestellt wurde und so weiter und so fort. Und was wir aber festgestellt haben, als wir uns das mit meinem Team hier Erinnerungskultur uns angeschaut haben, dass da ganz subtil auch das ganze Thema Holocaust, NS-Unrecht so verschwommen bis gar nicht dargestellt wurde. Und wenn man dieses Wissen nicht hat und dieses Spiel spielt, kann es gefährlich sein. Dann sind wir bei Risiken. Wenn man halt so sensibilisiert ist und sich mit Themen auseinandersetzen kann und weiß, was das halt, was Spiele mit einem machen können und welche Themen dort behandelt werden, das ist ja auch einer der Gründe, warum es uns als Stiftung Digitale Spielekultur geht. Wir wollen auf die Chancen und auf die Potenziale zeigen, aber wir wollen halt auch die Sensibilisierung in den Themen und auch dieses gesamte Werk aufmerksam machen. Deshalb haben wir ja auch in der Erinnerungskultur, in der Außenpolitik, was wir jetzt als nächstes machen, ist das Thema Wertebildung. Deshalb entwickeln wir mit Experten, also nicht nur Vertreterin der Games-Branche, sondern halt auch Felix Zimmermann ist ein Experte bei uns und ich sehe hier lauter viele andere Expertinnen, mit denen wir immer wieder sehr gerne zusammenarbeiten, um diese Sensibilisierung herzustellen, um Lehrkräfte, Lehrende auch dieser Sensibilisierung näher beizubringen, dass sie mit jungen Menschen, mit Schülern, mit Kindern halt auch in die Auseinandersetzung gehen, wenn sie diese Spiele spielen. Ich bin wieder bei dem Begriff Heimspiel. Ich frage mich die ganze Zeit, wir sind, wir haben, eigentlich findet die Sensibilisierung, so wie du es gesagt hast, ja schon statt, sonst wären wir heute nicht hier. So, und wenn wir jetzt das ganze Spiel theoretisierend ein bisschen nach vorne schieben und uns überlegen, okay, was wollen wir eigentlich machen? Ihr zum Beispiel baut in der Welt von Sordland das nächste Spiel, The Conformist, das wird eine sehr spannende Ergänzung werden, aber was kommt denn da noch? Was wäre denn jetzt sinnvoll? Vielleicht, wo man wirklich gemeinschaftlich sagen kann, unabhängig davon, ob die Persona, die man einlädt zu spielen, Ahnung von wie du spielen hast oder nicht, was wäre das denn? Wäre das eher ein Singleplayer-Spiel? Wäre das eher ein Multiplayer-Spiel? Lass uns über Genres reden, weil, und was ist tatsächlich deutsche Kultur? Wenn wir nach auswärts blicken, müssen wir natürlich auch nach innen gucken, was wollen wir denn vielleicht auch transportieren? Also für mich sehr plakativ, Fußball ist ziemlich deutsch. FIFA gibt es schon, Mist. Was können wir noch tun? Felix, ich gucke dich gerade so ein bisschen an. Also ich meine, man muss natürlich sich fragen, gibt es eben sowas wie spezifisch deutsche Spiele, die jetzt schon zu einem Kulturexport und dann eben auch im Sinne von einer Softpower irgendwie eine Relevanz haben. Und klar, ich meine, die Problematik, die wir natürlich so ein bisschen sehen, das ist aber eine Frage, mit der die ganze Games-Branche zu tun hat, ist ja, dass in Deutschland sehr viele Spiele gespielt werden und konsumiert werden. Aber was so im Grunde die Produktion angeht und die internationale Reichweite der Spiele, das ist ja eher begrenzt, so, wenn man das so, also direkt vor allem im Verhältnis fällt es halt sehr stark auf, also wie viel hier gespielt wird und wie wenig Reichweite häufig dann leider die Spiele haben, die hier produziert werden. Und dann klar, da muss man sich natürlich fragen, gibt es da Ausreißer und ist es dann irgendwie schon spezifisch deutsch? Und dann irgendwie drängt sich für mich sowas wie die Anno-Serie zum Beispiel auf, generell, was Deutschland ja so ein bisschen auch, glaube ich, auch für steht, sind so Wirtschaftsaufbau, Simulationen und Strategiespiele, gibt es auch eine lange historische Tradition, meistens auch mit historischen Settings und diese Spiele, glaube ich, schon, dass die eben zum gewissen Grad zeigen, so das sind typisch deutsche Spiele irgendwie. Simulation, Aufbau, Stichwort Wiederaufbau, tief verankert in der Geschichte dieses Landes, also, ne? Also, genau, ich hatte es ja im Anfang schon gesagt, ich glaube, das ist immer auch mit historischen Fragen verbunden, so, also wir müssen, ich glaube, dass auch generell ja auch so ein ganzes Thema wie auch Public Diplomacy und so weiter ja nicht ohne so eine historische Perspektive wirklich gut denkbar ist und da muss man natürlich auch genau diese Fragen stellen, also solche Genres sind ja aus bestimmten Gründen so relevant irgendwie für Deutschland und international werden die mit Deutschland assoziiert irgendwie, kann man darauf aufbauen oder kann man das auch kritisch reflektieren, kann man dazu dann auch irgendwie arbeiten, also weil ich, wir reden ja jetzt darüber, dass hier Sensibilisierung stattfindet, aber ich glaube, natürlich hier ist auch schon irgendwie so ein Kreis an Menschen auch versammelt oder die, die jetzt zuschauen, die haben schon so eine gewisse Grundsensibilisierung, ne? Also, das ist ja auch schon so und wenn wir halt jemanden wie Atta jetzt hier haben, der ja schon auch mit seinen Spielen ja auch schon eine Grundsensibilisierung mitbringt, so, ne? Ich glaube, die große Herausforderung ist dann, das eben in so eine breitere Gaming-Öffentlichkeit zu tragen, so, ne? Also, weil da haben wir ja immer noch diese Diskursprobleme, die tauchen immer wieder auf und das hört ja auch nicht auf bei neuen Games, die rauskommen, wo dann wieder auch grundsätzlich hier Fragen gestellt werden, inwiefern irgendetwas politisiert werden darf oder ist das schon politisch, wo Games natürlich immer politisch sind irgendwie, ne? Aber diese Diskussion haben wir ja immer noch und das heißt, dieses grundlegende Problem, da kommen wir auch hier mit diesem Thema nicht drum rum. Also, weil ich zum Beispiel aus einem Forschungskontext komme und zu halt solchen Games wie Civilization ganz oft schon gearbeitet, für mich ist das total naheliegend, dass da eben so ein bestimmtes Bild, Expansionismus, Imperialismus, Kolonialismus, dass das einfach Kern dieser Spiele ist, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, oder was die meisten auch hören wollen, also wenn sie diese Spiele spielen. Ich glaube, das ist immer noch so eine Hürde, die wir glaube ich auch haben, auch wenn wir uns mit den Games, die alle existieren und die Relevanz hierfür haben, wenn wir uns mit denen auseinandersetzen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass es da auch wieder eben diese grundlegende Diskursproblematik gibt, die wir in der Gameskultur halt immer noch sehr stark haben. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, wenn wir Sensibilisierung sagen oder auch Medienkompetenzvermittlung und so weiter, ist die größte Herausforderung, das eben nicht nur in einen illustren Kreis von sowieso schon Eingeweihten in dem Sinne reinzubringen, sondern die zu kriegen, die sich sonst halt wirklich überhaupt nicht mit solchen Themen auseinandersetzen und auf dieser Ebene ihre Spiele gar nicht reflektieren bisher. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also ich sehe das auch aus der Perspektive der Bundeszentrale. Es ist herausfordernd, also diese Zielgruppe spezifisch zu erreichen. Was ich ganz interessant finde, wenn das Auswärtige Amt und die Bundeszentrale für politische Bildung jeweils ein E-Sport-Team ins Leben ruft und dann mal gucken, wer besser ist. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, oder? Ne? Ich finde das interessant, weil Wettkampf gehört auch mit dazu. Es gibt die Möglichkeiten, das zu tun, ist die Frage, ob man Spielerinnen und Spieler findet. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, der losgelöst von dem Games-Entwicklungs-Standpunkt vielleicht einfach kulturell nochmal mit reinbringt. Ich weiß nicht, gab es bei Ihnen schon mal in der strategischen Kommunikation die Idee, ein E-Sport-Team aufzubauen, Herr Tassek? Also was immer das genau sein mag, aber wir haben... Mann! Also wir haben als Haus, ich bin schon länger dabei, so einen gemischten Rekord, wenn wir versuchen, kreativ zu werden. Und ich erinnere mich an ein unsägliches Europaspiel, das ist auch ein Weilchen her schon. Da konnte man, so wie beim Mensch ärger dich nicht, so ein paar Stationen abwürfeln und musste dort Fragen beantworten. Also ich denke, da sind andere besser als wir. Ich glaube aber, dass man von diesem Spielsbild was lernen müsste, bevor man anfangen kann, selbst in kreative Formate zu informieren, das zu investieren. Da sind wir nicht. Die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die sind eher so, was ist das für ein Quatsch? Also hast du keine Arbeit oder schon das Thema Kommunikation ist kein Selbstläufer im Auswärtigen Amt. Ich habe zu viel zu tun, ich kann mich darum nicht kümmern, wie ich davon erzählen will. Wobei das das Entscheidende ist, wie ich davon erzähle, weil sonst folgt mir keiner. Also das ist wie ein Spiel, das keiner mitspielt. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Also ich glaube, mir tut das zum Beispiel sehr gut, einfach direkt zu sagen, das ist noch so. Das ist noch so. Ja, dann machen wir das anders jetzt. Ja, sehr gut. Ja, Ihr Kollege, der Herr Krupper, den wir auch später noch irgendwie sehen, der hat auf jeden Fall auch schon einige Aktionen gebracht. Also ich glaube, es gibt die Personen intern auch, oder? In den Teams. Wahrscheinlich auch in der Bundeszentrale. Ich meine, du bist seit einem Jahr genau dafür zuständig, oder? Ja, ich bin im Grunde ja genau dafür zuständig und klar, wir machen das ja, also die Bundeszentrale macht das ja schon seit den 80ern eigentlich. Das wissen, glaube ich, die meisten auch nicht. Aber also das ist schon, aber halt klar, so Medienpädagogik war da immer der Fokus. Die Debatten, die man so kennt, so Killerspiele, Suchtproblematik, Monetarisierung, all solche Dinge. Klar, aber das ist jetzt nochmal eine Erweiterung und ein bisschen stärkere Ausrichtung auch auf Game Developer. Also ich weiß nicht, ob wir ein E-Sports-Team kaufen würden oder aufbauen würden oder so. Aufbauen hat die schönere Geschichte. Da sind wir wieder bei der Narration. Also man muss schon auch. Ich glaube da, ich denke, man würde mit E-Sports-Team sicherlich zusammenarbeiten können, weil für die politische Bildung sind E-Sports-Teams, TrainerInnen, die Communities sind eine interessante Zielgruppe. Also ich glaube, das gibt es schon. Also da kann ich auch sagen, dass wir das schon überlegen, ohne was Konkretes jetzt geplant zu haben. Aber ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mit den Game-Developern nochmal stärker in den Austausch zu kommen. Nicht nur mit denen halt, die sowieso schon irgendwie sensibilisiert sind, sondern gucken, wie können wir das auch ein bisschen noch in die Breite bringen. Die erreichen ja dann eben auch in der Hoffnung dann auch viel mehr Menschen über ihre Spiele irgendwie. Also es ist so die prototypischen MultiplikatorInnen, die dann die Game-Developer sind. Und so politische Bildungsangebote genauso auf Game-Devs ausgerichtet, ist etwas, was jetzt so meines Wissens nach noch nicht wirklich intensiv passiert. Ich glaube aber, dass da noch viel Potenzial wäre. Warte? Kurz ein Kommentar dazu, was wir anders als Deutschland machen können. Einfach mehr in politische und zum Nachdenken anregende Spiele investieren. Also das ist so ein Thema. Das merke ich auch jetzt in lokaler Ebene, dass einfach die Investitionen da viel weniger sind und politische, historische, kulturelle Spiele nicht die Ressourcen haben, um international wettbewerbsfähig zu sein. Das ist ein wichtiges Thema. Ich denke, da müssen wir ein bisschen weiter denken und auch Strategien aufbauen. Weil es gibt einen Grund, warum Spiele wie Disco Elysium einfach international so stark und populär wurden. Die hatten die Investitionen und die hatten die künstlerische Fähigkeit. Und in Deutschland, warum nicht? Das ist eine Strategie und auch Investment-Szene Problem, würde ich sagen. Einfach mehr darüber denken und auf Nische aufbauen. Herr Schiedem, kannst du da was machen? Ich überlege die ganze Zeit, wie man diesen Transfer hinbekommt. Auf der einen Seite Games als so ein Erfolgsmedium und wo halt Millionen, Milliarden Menschen weltweit spielen. Und auf der anderen Seite stehen wir hier, reden darüber, wie man bestimmte Informationen transferiert und reden aber über dieses Medium. Aber trotzdem funktioniert es im Endeffekt, diese Botschaften oder diese Geschichten, die wir erzählen wollen, über dieses Medium transferieren zu können. Und meine Frage stellt sich eher, woran scheitern wir? Scheitern wir daran oder scheitern ist vielleicht das falsche Wort, aber wieso können wir das nicht so in die... Wieso können wir es so in die Breite nicht tragen? Diese Frage stelle ich mir. Und ich weiß nicht, ob ein E-Sports-Team beim Auswärtigen Amt oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung oder beim Goethe-Institut, was auch spannend wäre, das international aufzuziehen, die Lösung wäre. Die Lösung ist vielleicht, viel stärker in den Dialog zu gehen und zu schauen, was macht das eine so erfolgreich? Und da zu gucken, was können wir davon dann transferieren? Ich habe auch keine Idee, was das ist. Aber das fände ich spannend, in so einem Dialog reinzugehen. Die Frage wäre natürlich, wie offen sind dann die Politikerinnen und Politiker, die Verwaltung? Das gilt es, glaube ich, zu führen. Und da vielleicht auch die Personen, die dann auch wichtig für den weiteren Diskurs sind, an die Hand zu nehmen. Ich schlage ganz konkret vor, eine Tour zu machen. Also kein Witz, eine Fachkonferenz in Valheim, in Red Dead Redemption. Und dann reden wir aber in den Welten. Und dann gehen wir Hirsche jagen. Und dann bauen wir uns ein Haus. Das Auswärtige Amt baut ein eigenes Haus und die Bundeszentrale baut ein eigenes Haus. Und dann kommen Gamer und versuchen, das Holz zu klauen. Das fände ich zum Beispiel einen sehr guten Ansatz. Und das kann jeder von zu Hause machen. Man braucht nur einen guten Computer. Das ist das Problem daran. Vielleicht finden wir Ansätze. Und das ist das Ansinnen, glaube ich, aller Personen, die heute hier sind. Und wir öffnen jetzt auf jeden Fall auch die Fragen fürs Publikum. Vielleicht habt ihr ja richtig gute Ideen. Ihr merkt, also Geld sitzt gerade richtig locker. Haut raus. Und da gehen die Hände noch hoch. Alles klar. Genau. Jessi, eine Frage aus dem Netz vielleicht. Erst mal. Ich habe eine Frage aus dem Remote-Publikum. Und zwar an Herrn Prasek. Wie stellt sich das Auswärtige Amt einen mutigeren, in Anführungszeichen, Einsatz von Narrativen in deutschen Videospielen vor, im Kontext aktueller Krisen? Also die Antwort ist so ein bisschen enttäuschend. Das möchte ich schon mal vorweg schicken. Wir stellen uns bis jetzt gar nicht vor, dass wir etwas sagen, was dann in Videospielen landet. Das ist eine Welt, die hat große Stärken, von denen man was lernen kann. Es ist ein interessanter Dialogpartner. Aber es ist jetzt kein Instrument der deutschen Außenpolitik, das wir nutzen wollen und sagen, du musst jetzt mir folgenden Inhalten mal bringen. Das geht nicht gut. Das ist meine tiefe Überzeugung. Insofern stellen wir uns das gar nicht vor. Wir stellen uns eher vor, dass wir selbst viel stärker in Narrativen denken. Dass wir sagen, das tun wir, um Folgendes zu machen, zu erreichen und nicht immer in so einer Subjekt- und Objektfreien Sprache Sachverhalte beschreiben. Das haben wir immer gesagt. Wir beschreiben immer Sachverhalte. Aber was wollt ihr, wo wollt ihr hin? Ich muss da hin, weil da ist jemand in Not, dem muss ich helfen, sonst passiert dem Folgendes. Das sind Geschichten, die es gibt, die wir sehen, aber die wir uns nicht trauen zu erzählen, weil wir es auch nicht gelernt haben. Und insofern, was wir von Spielen auch wollen, ist mal gucken und mal lernen und sich das mal auf sich wirken lassen und auch mal zuhören und sehen, das geht auch ganz anders. Ich finde diese Punkte, die da aufkommen, wie wir leben, welche Gesellschaft die Beste ist. Das ist eine offene Frage letztlich. Wir können nicht so tun, als sei die Frage immer schon beantwortet. Das ist eben die Demokratie und fertig. Natürlich möchte ich die Demokratie verteidigen, dass hier keiner sagt, der hat gesagt, das ist so blöd. Aber das versteht sich ja nicht von allein, sondern muss vorgelebt werden, muss attraktiv sein. Und attraktiv ist eben nicht Mathematik, sondern das ist Leben, Emotion, das ist Begeisterung, das ist Mitmachen, ist ein gemeinsames Ziel. Und was das ist, müssen wir sehen. Ja. Mathe kann auch attraktiv sein. Kann auch attraktiv sein. Für Mathematiker häufig. Und für Videospielentwickler übrigens. Da gab es noch weitere Fragen. Dankeschön, Herr Tassek. Genau. Mein Name ist Stefanie Kastner. Ich leite den Bereich Bibliotheken des Goethe-Instituts. Und nachdem das eSports-Team oder ein eSports-Team des Goethe- Instituts gerade angesprochen wurde, wir haben mehrere. Wir hatten vor mehreren Jahren ein FIFA-Turnier über mehrere Kontinente hinweg. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und von unserer Seite jederzeit Bereitschaft mit der Bundeszentrale und dem Auswärtigen Amt sich zu messen. Alles klar. Genau. Herzliche Einladung, mit uns zu spielen. Ich würde gerne zusätzlich noch einen weiteren Aspekt in die Diskussion bringen. Herr Tassek hatte vorher die Frage aufgeworfen, wie ein Dialog über Games und mit Games mit dem afrikanischen Kontinent gelingen könnte. Ich glaube, was wichtig ist, ist nicht nur unsere Geschichte zu erzählen, aber auch die Geschichten der anderen zu hören. Und darüber in den Dialog zu gehen, das versuchen wir und tun wir in verschiedenen Projekten. Ein großes Gaming-Projekt heißt Center Africa, in dem wir über zwei Jahre hinweg in 15 afrikanischen Ländern Location-Based Games und ein afrikanisches Megagame entwickelt haben und dann bei der Gamescom und bei Amaze entsprechend für das Auswärts- und Heimspiel gesorgt haben, weil das auch mehrere Male zur Sprache kam. Das ist mir nochmal wichtig, der Diskussion zu ergänzen. Vielen Dank. Dankeschön. Also da passiert etwas. Das Amaze-Festival wurde gerade angesprochen. Ein wahnsinnig tolles Festival hier in Berlin. Unglaublich divers und bunt. Und innovativ. Innovativ ebenso, genau. Also es gibt die Formate, es gibt die Kulturen. Vielleicht finden die einfach noch nicht so in der Öffentlichkeit statt, wie sie es vielleicht verdient hätten und wie es vielleicht auch wichtig wäre. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum, eventuell auch aus dem Internet, wenn da noch jemand was fragen möchte? Ja, scheinbar. Okay. Hallo, Internet. Genau. Wir haben noch eine Frage von Remote. Und zwar gibt es denn verhaltenswissenschaftliche Belege dafür, dass der Einsatz von Games in der strategischen Kommunikation wirksamer ist als andere Medien? Ich kenne einige wissenschaftliche Studien, aber da geht es meistens, die ich zumindest kenne, was das Spielen mit uns Menschen macht. Welche Kompetenzen, welche Stärken, welches Wissen und so weiter. Aber eine wahnsinnig interessante Frage. Ich kenne keine Studie. Ich weiß nicht, ob ihr kennt. Ich würde dazu nur sagen, also genau, es gibt diese Studien halt zu solchen Kompetenzerwerb und solche Sachen. Das ist dann halt, also es wird zum Beispiel irgendwie an der Kölner Sporthochschule und so was. Es gibt da zu viel, da gibt es auch solche Projekte. Taginstitut. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall ist es so, dass, wenn wir uns dann die Frage angucken, wie sieht das aus mit so einer Vermittlung von Narrativen und so weiter, dann haben wir generell das Problem, glaube ich, für alle Populärkultur, dass das sehr komplexe Phänomene sind. Und vor allem, wenn es dann darum geht, irgendwie kausale Verbindungslinien nachzuweisen, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da, ich meine, das Problem haben wir eben da nicht nur in Bezug auf Games, sondern generell bei der Populärkultur. Es ist da, glaube ich, schwierig, diese Zusammenhänge klar darzustellen und dass wir deswegen uns trotzdem irgendwie auf diesem, ja, vielleicht empirisch nicht ausreichend belegten, aber trotzdem anekdotisch hervorliegenden Wissen auch zu Populärkultur, anderen Formaten, Filmen und so weiter, im Grunde darauf aufbauen müssen und zu sagen, so, hier können wir auch mit Games arbeiten in diese Richtung. Also, ich weiß von irgendwie einer Series-Game-Studie, da wurde halt wirklich aber auch nur mit kleiner teilnehmenden Zahl irgendwie abgefragt, ob irgendwie ein Spiel die Haltung zu irgendeinem Sachverhalt irgendwie für einen Zeitraum X danach geändert hat oder so etwas. Und da war die Tendenz eher ja irgendwie. Aber klar, ich glaube, es ist auch da wieder sozialwissenschaftlich, muss man sich die Methode angucken. Kann man das überhaupt anständig nachweisen, sauber diese solche Experimente machen? Und dann die Frage, ist das wirklich notwendig? Brauchen wir das, um diese Arbeit machen zu können? Weil wir uns ja auch einfach fragen müssen, generell auch, ich kenne das aus der Bundeszentrale, die Frage der politischen Bildung. Das ist immer schwierig zu sagen, so, was war jetzt wirklich der genaue Effekt eine Aktivität, die wir gemacht haben. Und ich glaube, da muss man halt einfach dann trotzdem versuchen, in Evaluation auch mit den Leuten, die dabei waren, das Bestmögliche oder die Weiterentwicklung dieses Formats zu machen und dahingehend weiterzuarbeiten, weil ich glaube, einfache Antworten zu bekommen wird wahrscheinlich schwierig werden. Ich meine, man kann sich natürlich fragen, wie oft hat jetzt Frank Sinatra singen müssen I did it my way, bevor der neuzeitliche Individualismus wirklich jeden ergriffen hat. Ich finde die Frage interessant, aber interessant ist vielleicht auch, warum werden diese Inhalte in Spielen vorgestellt? Warum sind sie populär? Also sie sind ja nicht nur ein Instrument, das eine Wirkung erzielt, sondern sie sind auch ein Spiegel. Dass bestimmte Fragen in Spielen auftauchen, ist eine Botschaft, die man verstehen muss. Warum ist das so? Warum gewinnt diese Position solch eine Prominenz? Warum ist diese Figur jetzt auf einmal populär? Warum gibt es auf einmal Serious Games, die eine gewisse Komplexität mitbringen? Was steckt dahinter? Was sagt mir das? Das finde ich interessant und dafür brauche ich keine Studie zu lesen, um zu sagen, wenn das 500.000 Mal gespielt wird, ist die Welt um 0,2 Promille besser oder so. Wir haben hier einen Bereich, der doch etwas aufnimmt, was ringsherum in der Welt passiert. Und der Erfolg des einen oder des anderen Spiels muss ja irgendwas damit zu tun haben, was für eine Konjunktur wir gerade haben. Ich glaube, die große Frage ist, wie indiziert man das? Also welche Indikatoren nimmt man in diese Rechnung rein? Und ich glaube, eine Antwort auf die Frage könnte sein, dass man das Thema Games Weg nimmt, aber sich aktuelle Social Media Plattformen anguckt. Also dort gibt es extremst viele Datensätze, die bereits ausgewertet wurden, die auch akademisch zum Glück weiterhin auch ausgewertet werden. Denn dort ist die Meinungsgestaltung, um es jetzt mal komplett neutral zu halten, nicht zuletzt durch Cambridge Analytica. Das war der erste große öffentliche Skandal, der dabei rausgekommen ist, und zwar bei allen großen Social Media Plattformen. Da werden Mechanismen genutzt, die bei dem Videospiel auch dabei ist. Ich drücke etwas, etwas kommt zurück. Ich gehe auf eine Plattform in eine Welt hinein und kann dort interagieren und irgendwas kommt zurück. Das ist nicht spezifisch Gaming, aber es ist spezifisch digitale Plattform. Und ich denke, dort gibt es sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten zum Glück, die das Ganze weiterhin erforschen. Rata, du wolltest uns? Ganz kurz ein Wort. Ja, die Frage zu stellen, warum ist es in jedem zweiten Actionspiel, dass ein USA ein Land angreift und verschiedene Kulturen sich jeden vierten, fünften Jahr wechseln? Einfach warum? Also die richtigen Fragen zu stellen, um ein Medium zu analysieren, sind sehr, sehr wichtig. Ja, ein kurzer Punkt. Eine weitere Frage. Frau Palkenhagen. Ja, mehr ein Kommentar. Ich finde den Impuls, den Sie haben, Herr Ptasek, sehr, sehr, sehr sinnvoll, dass Sie sagen, Sie wollen ja den Spielen gar nicht sagen, was Sie und wie Sie erzählen müssen. Games sind Kunst und Kultur. Die Kunst ist frei. Sie muss frei sein. Also Games müssen frei sein, zu tun und zu lassen, was Sie wollen. Wir können das dann analysieren und bewerten. Und ich warne so ein bisschen davor, dass ich weiß, niemand meint das. Es klang aber zwischendurch so zwischen, was für Spiele müssen wir machen, um die Welt zu einem besseren Ort zu erziehen. Und das halte ich für eine gefährliche Tendenz, die man nicht beschreiten darf oder einen gefährlichen Weg. Denn umgekehrt ist es aber so, der Iran oder also Call of Duty wird ja manchmal auch so ein bisschen verschrien als Werbevideo für das amerikanische Militär zum Beispiel. Im Iran gibt es Computerspiele, die das Regime im Endeffekt genauso feiern, wie wir vielleicht die Demokratie in unseren Spielen feiern. Das heißt, was wir uns bewusst werden müssen, ist, da verschiebt sich ein Dialog massiv in die Welt der Games. Und wir müssen, und das tun wir hiermit, und deswegen freue ich mich so, diesen Diskurs mitführen. Und zwar massiv. Dankeschön. Da geht eine weitere Hand hoch. Vielleicht können wir hinten weitergehen. Vielen Dank. Es freut mich übrigens sehr über die Kommentare. Dankeschön. Deswegen sind wir hier. Ja, hallo. Mein Name ist Julius Haackspiel. Ich arbeite als Kurator und Producer für so eine Schnittstelle zwischen Filmen und Games. Ich habe eine wirtschaftliche Frage. Wir hatten ja vorhin, gab es ja einige Beispiele an Serious Games aus Deutschland. Ich dachte da eigentlich auch direkt an Spec Ops The Line. Das gab es ja vor zehn Jahren, kommt aus Kreuzberg, glaube ich sogar, von Jager Entertainment. Und ich würde sagen, das Spiel würde so diesen Leitkatalog relativ gut. Also da kann man sehr gut sicherlich mit abgleichen. Das Studio ist jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr von Tencent gekauft worden. Also da gibt es eine Firma, die vor zehn Jahren schon bewiesen hat, solche Spiele produzieren zu können. Die ist jetzt von einem chinesischen Investor übernommen worden. Also das ist jetzt kein Hamburger Hafenterminal, die Firma so, aber gibt es da vielleicht Versäumnisse? Also Versäumnisse würde, worauf bezieht sich das genau? Versäumnisse, so Firmen sozusagen zu halten oder zu fördern und diese Firmen nicht dazu zu bringen, das Geld dann sozusagen im Ausland zu suchen oder von Ländern, die sozusagen andere Soft Power Ziele haben, als jetzt sozusagen hier formuliert worden sind? Also ich glaube, das hängt sehr stark natürlich auch von der jeweiligen Wirtschaftsstrategie eines Landes ab, wo ich mich jetzt nicht irgendwie final zu äußern könnte oder so etwas. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen nicht dann die Aufgabe des Staates sein kann, so etwas aktiv zu verhindern und solche Firmen proaktiv aufzukaufen, damit das nicht passiert. Gleichzeitig muss man ja auch sehen, dass ja viele der Leute von Yaga, die glaube ich auch zum erheblichen Teil daran mitgearbeitet haben, dass Backup so ein Spiel geworden ist, ja nicht mehr da arbeiten, sondern zum Beispiel dann jetzt Paint Bucket Games gegründet haben und da dann eben True Darkest of Times gemacht haben. Das heißt also, ich glaube, wenn es jetzt darum geht, irgendwie die Sorge, die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben so ein Spiel gemacht, die könnten jetzt irgendwie dann negativ beeinflusst werden und würden dann chinesische Propaganda oder sowas machen. Ich glaube, also mein Eindruck bisher auch von Yaga und von den Leuten, die halt von da kommen, war halt, dass sie, glaube ich, in diesem Sinne sehr integer sind und klare, auch pro-demokratische Haltung haben und so weiter. Und dass Indian Spielen ja jetzt auch immer noch zeigen. Also ich glaube, es ist einfach schwer zu sagen jetzt, also wie auch Tencent auch arbeitet. Ich glaube, da kann man, also weil bisher ist es ja so, dass sie halt sehr viele Firmen kaufen, das merkt man ja auch, aber dass sie jetzt schon aktiv sagen würden, wir entwickeln Spiele, die jetzt irgendwie dieses und jene Thema behandeln müssen oder so etwas. In diesem Maß ist das irgendwie noch nicht passiert. Also es kann ja auch erstmal sein, sich aus so einer Soft-Power-Perspektive zu positionieren und zu sagen, wir sind auch im Gaming drin, wir sind bei den relevanten Namen dabei. Wenn ihr Epic lest, lest ihr auch Tencent und so. Das alleine hat ja schon einen positiven Einfluss auf das Image eines Landes zum Beispiel. Und ich glaube, das ist schon ein großer Faktor und muss dann nicht direkt in die Entwicklung von sozusagen Propagandaspielen übergehen. Kann aber sein, dass wir da in Zukunft öfter mit sozusagen zu kämpfen haben oder das dann auch wieder so kritisch, wie wir es hier tun, analysieren müssten. Und an der Schnittstelle übrigens von wegen Film und Games, Epic mit der Unreal Engine, die Filmindustrie macht den großen Switch ebenfalls jetzt gerade. Und dort werden halt auch technologisch Sachen ermöglicht, die andererseits von anderen Firmenkonstrukten eher noch restriktiv und festgehalten werden. Da sind wir dann schon wieder bei einem anderen Thema, Patentrecht. Ich würde sagen, das machen wir bei der nächsten Fachkonferenz, oder? Wenn jetzt hier im Publikum keine weiteren Fragen mehr sind, ins Internet gucken wir heute, vielleicht später nochmal. Wir machen erstmal eine kurze, kleine Pause. Ich bedanke mich für ein sehr langes Gespräch. Herr Peter Plasek, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Ehrlichkeit. Und bestenfalls sehen wir Sie wieder online in Red Dead Redemption 2 am Lagerfeuer. Und dann reden wir nochmal darüber und dann reiten wir um die Wette. Das ist etwas, da muss man kein Verständnis haben. Es macht sehr viel Spaß. Dr. Felix Zimmermann, vielen, vielen herzlichen Dank für all die Einsichten. Auch da, wir werden immer weitere Gespräche führen, denn dieses Thema wird nicht vorbei sein. Atta, Sergej Nowak, vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von deiner Videospielschmiede. Wir sind sehr gespannt auf The Conformist. Dauert noch ein bisschen, bis das irgendwann kommt. Ja, danke. Ja, und Schiedem, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Fachkonferenz weitermachen. Wir müssen auf alle Fälle weitermachen. Alles klar. Wir machen gleich weiter. Es gibt eine kurze, halbstündige Pause für euch zu Hause und natürlich auch fürs Publikum. Hier folgt jetzt ein Gespräch mit einer Person, die super interessant ist und die ehrlich gesagt auch ganz persönlich der Grund ist, warum ich heute hier bin. Denn er hatte mir irgendwann damals von dem Auswärtigen Amt erzählt. Manoshe Shamsrizi ist sein Name. Ich habe mich letzte Woche noch mit ihm in Hamburg treffen können. Wir haben eine halbe Stunde geschnackt und eigentlich habe ich dort etwas Ähnliches gemacht. Ich habe ihn einfach nur gefragt, hä, guckt euch das gerne an. Danach geht es weiter mit dem Programm und wir haben die Spielungen mit ganz vielen, vielen tollen weiteren Experten. Bis gleich. Dankeschön. Danke dir, Atta. Dank. Manoshe Shamsrizi. Geil, dass du da bist. Moin Buddi. Dankeschön. Mega geil. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses nette kleine Gespräch hier zu führen. Danke, dass du rausgekommen bist nach Hamburg-Wellingsbüttel. Das ist ziemlich schön hier, Alter. Wo sind wir hier gerade? Wir sind gerade im historischen Kern von Wellingsbüttel. Das ist eine alte Siedlung aus dem 13. Jahrhundert, die dann irgendwann eingemeindet wurde zu Hamburg. Und das hier ist das Torhaus, das Symbol von Wellingsbüttel. Man sieht uns jetzt gerade im Kontext, im Rahmen einer Fachkonferenz mit der Überschrift Gaming und Außenpolitik. Und über dieses Thema mehr oder weniger und Metal und was sonst noch da ist, haben wir uns auch kennengelernt. Magst du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen? Will ich gerne machen. Manu und wohnhaft in Hamburg-Wellingsbüttel und dem einen oder anderen eventuell bekannt aus meiner medialen Peak-Performance im Rocket Beans Was Sozial-Podcast, auf den ich an dieser Stelle äußerst werblich verweisen möchte. Gemeinsam mit der Fernsehlauterie. War eine schöne Sache damals. Da haben wir uns kennengelernt. Genau, kennen und schätzen. Und das ist auch schon Jahre her. 18 war das, glaube ich. Wahnsinn. Fünf Jahre. Genau, halbes Jahrzehnt. Und eigentlich, um mich auch noch ernsthaft vorzustellen, ich gehöre eigentlich zur Gründungstrio vom Game Lab, einer Forschungsgruppe am Exzellenzcluster der Humboldt-Universität. Die haben wir 2013 gegründet, also nochmal fünf Jahre. Jetzt ein Jahrzehnt Game Lab. Das ist eine Forschungsgruppe, die sich in diesem Jahrzehnt beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt mit den Fragen, wie sich Gaming auf die Gesellschaft auswirkt. Und zwar sowohl Gaming als Sammlung von Kulturtechniken als auch Gaming-Technologien. Also Technologien, die im Gaming entstanden sind oder im Gaming weiterentwickelt wurden. Und immer mit der Grundthese verbunden, dass Gaming und das Beobachten von Gaming eigentlich gelebte Zukunftsforschung ist. Das weißt du besser als ich, aber quasi. Bin mir nicht sicher. Also die Annahme war und ist unverändert im Gaming, erlebst du die Technologien, die in der Zukunft die Gesamtgesellschaft beeinflussen werden. Aber du erlebst eben auch den kritischen Umgang damit, weil die Gaming-Community ja, siehe Veröffentlichung von Apples neuer Augmented Reality-Brille. Vision Pro. Vision Pro, wie da die Reaktionen aus der Gaming-Community waren. Die waren ja wesentlich informierter als andere Teile. Aber genau, das bin ich. Ich komme eigentlich aus der politischen Philosophie internationaler Beziehungen. Also das ist dieses sehr, sehr nischige Feld. Wie sollten internationale Beziehungen eigentlich nach moralphilosophischen Erwägungen aufgebaut werden? Nennt sich Global Justice im englischsprachigen Raum. Und genau, habe so ein paar andere Sachen gemacht, links und rechts, immer mit Gaming als Kern. Und nicht zuletzt hast du auch viele Erfahrungen gesammelt mit dem Auswärtigen Amt, mit diversen Stiftungen, mit diversen Organisationen weltweit, immer mit diesem Kernthema Gaming als Oberbegriff, neue Technologien. Was bedeutet das soziokulturell? Was bedeutet das auch tatsächlich politisch, schrägstrich machtpolitisch? Und wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer das jetzt gerade sehen, gucken sie entweder am 13. Juni auf Alex Berlin oder im Stream die Fachkonferenz, die jetzt gerade stattfindet. Unbedingt, ja. Gegebenenfalls guckt ihr euch das aber auch im Nachgang an. Aber das Thema bleibt das Gleiche. Gaming und Außenpolitik. Digi, ich habe richtig Angst. Angst vor einem politischen Spiel, was ich überhaupt nicht greifen kann, weil es sehr groß geworden ist. Also es gibt sehr viele Informationen. Man weiß nie so richtig irgendwie, aus welcher Ecke kommen Informationen. Wie organisiert sich eigentlich die Gesellschaft? Was machen Ämter? Was macht das Auswärtige Amt? Was machen Stiftungen? Und ich habe einfach, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich wollte gerade sagen, bestimmt sogar. Ist es falsch, das Wort? Ich glaube schon, ja. Es gibt ja in der Psychologie gibt es ja seit langem den konzeptionellen Vorschlag zwischen Furcht und Angst zu unterscheiden. Das eine ist etwas, was unbegründet und abstrakt ist. Das andere ist, wenn du befürchtest, dass du einen Autounfall hast, dann ist das ja nicht irrational, weil du quasi mit Wahrscheinlichkeit unterlegen kannst, es gibt ein Restrisiko. Hast du Psychologie auch studiert? Nee, aber quasi ein bisschen. Doch, tatsächlich hatte ich das als Nebenfach, aber lange her. Ach du, ich glaube, Furcht, Angst, ich habe auf jeden Fall Respekt und aber auch gleichzeitig will ich ja auch Fragen stellen. Ich habe ganz viele Fragen. Was bedeutet diese Fachkonferenz Gaming und Außenpolitik? Und es gibt ja Themenbereiche, die werden auf der Fachkonferenz auch weiter besprochen. Nicht zuletzt hast du in Zusammenarbeit mit der IFA eine relativ frische, aktuelle Studie auch rausgehauen. Magst du darüber zählen? Weil das ist eigentlich das gleiche Thema, ne? Ja genau, also deshalb kommt die ja auch zum jetzigen Zeitpunkt. Warum lohnt es sich auch für die Außen- und Sicherheitspolitik, sich mit Gaming zu beschäftigen? Und warum macht so eine Konferenz, wie sie das Auswärtsspielprojekt heute veranstaltet, in meinen Augen so viel Sinn? Das sind, wenn du es ganz grob klastern willst, zwei Gruppen an Gründen. Die eine Gruppe ist, es gibt große Chancen für die Ziele unserer Außenpolitik, die ja nochmal umfassender gedacht werden im Augenblick, als sie das lange Zeit vielleicht gedacht worden sind. Stichworte wertegebundene Außenpolitik, Stichworte Strategie für eine feministische Außenpolitik. Und auf der anderen Seite gibt es diese zweite Gruppe an Gründen, bei der ich das Gefühl habe, oft missverstanden zu werden, gerade in der Gaming-Community. Aber diese zweite Gruppe an Gründen verschwindet nicht dadurch, wenn man sich darum nicht kümmert. Und das sind die Risiken. Das heißt, entweder beschäftige ich mich mit Gaming, wenn ich Teil der außenpolitischen Community bin, weil ich die Chancen nutzen möchte oder weil ich mir der Risiken bewusst werden möchte, um ihnen begegnen zu können. Dazu gilt es dann zur Kenntnis zu nehmen, dass wir uns ja in einer Hashtag-Zeitenwende befinden. Das ist ja so der Begriff, der ein bisschen politisch geprägt und auch sehr häufig genutzt wurde oder auch wahrscheinlich wirklich eine Definition ist, die auch dann zeitgemäß ist. Leider. Wir hatten vor ein paar Wochen eine tolle Veranstaltung, da durfte ich das Gaming-Panel moderieren. Das war ein Zusammenkommen verschiedener Bundesministerien in Berlin zu der Frage, wie findet organisationales Lernen und wie findet Lernen und Weiterbildung in der Zukunft statt, in der Bundesverwaltung. Und bei mir auf dem Panel saß Thorsten Kordalle, der gehört zur Führungsakademie der Bundeswehr, leitet da das Innovation Lab und macht ganz, ganz viel Wargaming, was ja nochmal ein Thema für sich ist. Und der hatte eine schöne Formulierung dabei, fand ich, als er sagte, wir wachen halt nach 30 Jahren, Zitat, 30 Jahren strategischem Schlaf gerade auf und beschäftigen uns erstmals in der Gesamtgesellschaft seit langer Zeit mit der Frage, was wollen wir denn eigentlich außenpolitisch erreichen? Was sind denn eigentlich die Ziele der Bundesrepublik, die ja am Ende nur unsere Interessen als Gesellschaft in einer Demokratie und Außenpolitik überführt? Und wenn ich mir anschaue, dass in diesem Systemwettbewerb, der Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat das als die Herausforderung für das 21. Jahrhundert beschrieben vor einigen Monaten, der Konflikt zwischen Demokratie und Autokratie. Wenn ich mir anschaue, welche Rolle Gaming da spielt, wie die Volksrepublik China, die kein, die nicht auf unserer Seite ist im Systemwettbewerb. Und die ein eigenes System haben, die konkurrieren und wo man eigentlich jetzt als Überbegriff da den dritten Systemwettbewerb auch festgesetzt hat. Genau. Das ist so ein bisschen ein Begriff, der dann wiederum natürlich diffizil in verschiedensten Clustern bewertet wird, nach Chancen, aber eben auch nach Risiken. Ja, und ich finde das eigentlich einen schönen Begriff, mit dem man produktiv arbeiten kann, weil niemand Ernstzunehmendes vertritt, glaube ich, die Position, dass Wettbewerb etwas per se Nachteiliges ist. Im Gegenteil, in einem Wettbewerb geht es darum, nach fairen Regeln zu streiten, darum, wer bestimmte Themen am besten löst. Aber dafür muss ich eben, um den Wettbewerb zu gewinnen, überall da präsent sein, wo er stattfindet. Und er findet eben auch im Gaming statt. Warum macht die IFA eine Studie dazu? Das sind letztendlich, wie gesagt, diese beiden ursprünglichen Beweggründe, warum man sich mit Gaming beschäftigen möchte, Chancen nutzen, Risiken minimieren. Das gilt für die gesamte Bandbreite der Außenpolitik. Da gibt es ja die klassische Diplomatie, da gibt es die Sicherheitspolitik und die Außenwirtschaft. Und es gibt eben das, was man seit langer Zeit, Willy Brandt hat das eingeführt, als die dritte Säule der Außenpolitik bezeichnet, nämlich die sogenannte Kulturdiplomatie. Also das, was Goethe-Institute machen, das, was Auswärtige, das, was die deutschen Schulen im Ausland machen und eben als ganz, ganz große Mittlerorganisation das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen. Und in der Studie, die das IFA bei uns in Auftrag gegeben hat, beschäftigen wir uns eben mit, ja, im Prinzip genau dem Thema, um das es heute auch geht, bei Auswärtsspielen, also der Frage, was sind die Chancen von Gaming und Gaming-basierten Proto-Metaverses, also Roblox, Minecraft, Fortnite, jetzt nicht im Primär die Central Land, Sandbox, also nicht die Blockchain-basierten, libertären Modelle, sondern tatsächlich die, die aus dem Gaming eher kommen. Was sind die Chancen für diese dritte Säule, also für Kulturdiplomatie? Man nennt es auch AKBP, Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Und was sind die Risiken? Mit einem Schwerpunkt allerdings auf Chancen in dem Fall. Und das haben wir anhand von zehn Beispielen über ein Jahr versucht zu identifizieren, auszuarbeiten, Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Die Handlungsempfehlungen sind auch deckungsgleich mit dem, was wir in unserer Studie fürs Auswärtige Amt 2018 damals festgestellt haben. Beispielsweise sind wir unverändert davon überzeugt, dass ein kluger allererster Schritt, egal für welche Organisation, die sich mit Gaming beschäftigen möchte, die Introspektive ist. Also der Blick nach innen, jetzt nicht psychologisch, spirituell, sondern als Organisation gedacht. Also zu schauen, wer bei mir in der Organisation ist Gamerin, ist Gamer. Kennt sich aus, hat kulturell Erfahrungspunkte. Ganz genau. Versteht das Ziel der Organisation, versteht die Arbeitsweise, die Organisationskultur, aber ist halt auch ganz tief drin im Thema, was heißt Gaming, wie funktioniert Gaming. Und ich glaube, dass, wenn das Schritt eins ist, dann folgen einfach bessere Resultate. Besser als manches Serious Game, das in Auftrag gegeben wurde. Besser als manches, also was heißt besser? Besser jetzt im Sinne von wirksam im Systemwettbewerb. Nicht in der Qualität der Games. Darum geht es mir nicht. Auch tatsächlich überhaupt erst mal aufbauen. Und du hast es gerade eben auch nochmal gesagt, 2018 gab es schon diverse Empfehlungen. Es gab auch davor immer wieder Empfehlungen. Das Thema Gaming kommt erst jetzt und immer weiter in Gesprächsrunden, vielleicht auch in Gesellschaftsformen, vielleicht auch einfach bei Ämtern an. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch zum Beispiel als eine der Konsequenzen einen Leitfragenkatalog im Zuge des Auswärtsspiels sozusagen kreiert haben in einem Expertengremium. Ich weiß gar nicht, Budi, ob es jetzt erst ankommt. Ich würde eher sagen, es wird jetzt erst verstetigt. Also faszinierenderweise und manchmal frustrierenderweise. Also ist es noch gar nicht ankommt, meinst du? Nee, ja. Aber dabei hätten wir schon lange die Chance gehabt. Also es gibt, das Auswärtige Amt hat schon, ich glaube 2008, was zu Gaming gemacht mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier damals. Das State Department in den USA hat schon 2012 ein erstes Game veröffentlicht. Aber man hat es nicht strategisch betrieben. Und der Leitfragenkatalog, unsere E-Verhandlungsempfehlung, also das sind alles Bausteine dafür, würde ich sagen, um wegzukommen von so einmaligen Berührungspunkten, hinzukommen zu einem systemischen, strategischen Aufbau von Fähigkeiten in Ämtern, wie du sagst, oder halt auch bei anderen Playern der Außenpolitik im Hinblick auf Gaming. Die größte Schwierigkeit ist es, wie schafft man es diese Komplexität an Themen aus dem Gaming und dem gesamten Bereich der Außenpolitik mit all diesen mannigfaltigen, kleineren, sehr schwerwiegenden, oftmals sehr schwerwiegenden Themen, wie schafft man das eigentlich schnell zu erklären? Und dafür braucht es gegebenenfalls Regeln, Spielregeln vielleicht. Modernisierte Spielregeln, gebaut und erschaffen und auch modifiziert und immer wieder neu angepasst von Persönlichkeiten, die sich mit unterschiedlichen Erfahrungspunkten austauschen können. Das ist für mich der Grund, bei dieser Fachkonferenz mitzumachen. Ich würde noch eine Fußnote wagen und sagen, es braucht quasi sogar im ersten Schritt Spielregeln, wie wir zu diesen Spielregeln kommen. Und das ist für mich die Fachkonferenz und das Auswärtsspielprojekt insgesamt und der ganze Diskurs, der jetzt stattfindet. Weil du musst ja erstmal in die Lage, alle Stakeholder in die Lage versetzen, sich zu verstehen. Also wenn... Wer spielt überhaupt mit? Wer spielt überhaupt mit, genau. Bei welchem Spiel überhaupt? Bei welchem Spiel spielen wir in Mannschaften, quasi ist es ein kooperatives Spiel. Ich bleibe mal im Bild. Und was heißen bestimmte Begriffe, die im Spiel auftauchen? Wir sagen, der Gaming-Begriff als solcher, auch wenn wir den alle immer regelmäßig verwenden, ist ja, um Max Weber zu bemühen, wahnsinnig amorph. Wir kennen alle die Statista-Zahlen, irgendwie drei Milliarden Menschen weltweit, Game. Klar, wenn ich von Candy Crush bis Cyberpunk alles mitnehme, dann komme ich auf drei Milliarden Menschen. Insofern ist die Zahl total toll, um jedem zu verdeutlichen, dass man sich mit dem Phänomen Gaming beschäftigen muss. Aber es ist halt ähnlich nützlich wie digital. Wenn digital von Krankenhausinformationssystem bis irgendwie Quantenkommunikation per Satelliten alles bedeutet, dann nützt der Begriff am Ende nichts. Also ich glaube, was der Leitfragenkatalog erlaubt ist, idealerweise, und da müssen wir schauen, wie er in der Praxis aufgenommen wird, jenseits quasi unserer kleinen Community, die sich ja tagtäglich damit beschäftigt, sich überhaupt erst mal zu verstehen. Also was heißt es, wenn ich bestimmte Begriffe nutze? Nimm mal ein relativ aktuelles Beispiel an außen- und sicherheitspolitischer Wirksamkeit von Gaming. Die Pentagon-Files, die auf Discord veröffentlicht wurden, wo es Wochen... Das war ein bisschen ähnlich wie, ist das War Thunder, wo ständig Leute irgendwelche Geheimbaupläne hochladen? Oh je, das weiß ich auch nicht mehr. Also es gibt einen Teil der Community, die quasi in Debatten auf irgendwelchen Online-Foren ihren Punkt machen möchte, dass sie den Luftkampf gewonnen hätten in-game, wenn die Maschinen realistischer gebaut worden wären in-game. Und dafür laden sie dann quasi irgendwelches geheimes Material hoch, was halt ein absolutes Sicherheitsrisiko ist. Und bei den Pentagon-Papern, das kann ja jeder nachschauen, wenn er will, Das war bloß, worauf ich hinaus will, ist, das sind als geheim klassifizierte Materialien verschiedener US-Nachrichtendienste gewesen, die auf Discord veröffentlicht wurden. Und die Frage, wo ich Hoffnung habe, dass so ein Leitfragenkatalog und der Diskurs, der damit einhergeht, für mehr Wirksamkeit sorgt, ist, in dem Moment, in dem sowas passiert, und es wird häufig passieren und wird wiederholt passieren, darf es nicht sein, dass weite Teile der außen- und sicherheitspolitischen Community sich erst mal erklären lassen müssen, was Discord ist, was diese Games sind. Punkt. Also miteinander sprechen können. Und dann gibt es eine zweite große Fußnote an der Stelle, Buddi. Und das ist, ich glaube, was da jetzt stattfindet bei Auswärtsspiel und anderswo, und was wir in unserer IFA-Studie ganz, ganz in den Mittelpunkt gestellt haben, ist, ich muss auch schauen, wo ich mich in außenpolitisch relevanten Kontexten bewege, ohne es bewusst als Gaming-Akteur, als Publisher, als Game-Gestalterin oder sonst wie, gewollt zu haben. Also wir hatten 2018 in unserer Studie für das Auswärtige Amt schon Skyrim als Beispiel. Skyrim behandelt, und das ist ja eines der meistgespielten Games, die noch immer irgendwie gemoddet und gespielt werden. Ich liebe es ja auch. In Skyrim triffst du irgendwann die Entscheidung, ob du ein großes protofaschistisches Reich dabei unterstützt, in eine kleine Grenzregion einzumarschieren, die eigentlich unabhängig ist. Und es gibt Narrative dafür, Narrative sind ja auch ein Thema, und der Wettbewerb der Narrative auf der Konferenz. Es gibt Narrative, die sagen, das muss passieren, das kleine Reich, da gibt es Hungersnöte und so weiter. Es gibt andere, die sagen, das darf nicht passieren, weil Skyrim belongs to the North, also quasi muss unabhängig sein. Es geht um die Frage von Verantwortung zur Vermeidung von Genoziden. Das ist genuine Außenpolitik. Responsibility to protect, also die Pflicht von Ländern über die Souveränität von Nationalstaaten hinaus zu intervenieren, um Genozide zu vermeiden, ist eine festgeschriebene Vereinbarung im internationalen Recht. Und Skyrim thematisiert das, ohne es bewusst zu thematisieren und ohne dass wir wissen, ob das Team hinter Skyrim jemals hergegangen ist und gesagt hat, ich rede jetzt mal mit Spezialisten für internationale Beziehungen, lass mir das erklären. Müssen sie auch nicht. Das Game ist auch ohne Phantasmus, aber du brauchst den Reflexionsrahmen, den müssen wir jetzt zunehmend bauen, finde ich, in der Gaming-Community, um solche Diskussionen zu führen und zu sagen, hey, liebe Skyrim-Community, wie habt ihr euch denn damals entschieden? Und könnt ihr Parallelen ziehen zu Ruanda? Könnt ihr parallel ziehen zu jetzt? Zu jetzt. Zu jetzt, ganz genau. Tatsächlich zu jetzt. Also, ja, ein Wahnsinn. Das gesamte Thema Gaming- und Außenpolitik ist so groß, hat so viele Chancen, hat so viele Risiken. Es gibt aktuell, ich vertrete das auch eigentlich nichts Apolitisches. Irgendwie ist alles, was besprochen wird, immer politisch, weil die Welt sich sehr schnell dreht. Gaming Public Diplomacy ist ein Begriff, den kannte ich vorher nicht. Ich kannte auch Public Diplomacy als Begriff noch gar nicht. Das liegt daran, dass ich mich politisch, zwar, ich interessiere mich unglaublich für Gesellschaft, für politische Ideen, Systeme, aber habe nie den Anspruch gehabt, dort jetzt irgendwie so, so ist es und jetzt agiere ich danach. Gaming Public Diplomacy, kannst du das irgendwie erklären? Was bedeutet das eigentlich für dich? Für mich? Also, dekonstruieren wir. Public Diplomacy bezeichnet ja eine bestimmte Vorstellung, ein bestimmtes Vorgehen, bei dem ich nicht mehr nur Staat zu Staat Diplomatie betreibe, sondern bei dem ich berücksichtige, dass gerade unter Demokratien ja quasi der Souverän, der auch die außenpolitische Linie festlegt, die Wählerin der Wähler ist, mit Ausnahmen, die man nach wie vor als Staatsräson bezeichnet. Bei der Gaming Public Diplomacy, das würde ich lesen als die Anerkennung davon, dass Public Diplomacy auch im Gaming im weitesten Sinne stattfindet. Das bedeutet, dass wenn eine Wirtschaftssimulation auf den Markt kommt als Game, dass da bestimmte Annahmen getroffen werden zu bestimmten politischen Systemen und dass wenn Spielerinnen und Spieler damit konfrontiert werden, dass sie inmitten einer Public Diplomacy-Kampagne sind, die vielleicht nie intendiert so stattgefunden hat. Das unterscheidet Gaming erstmal nicht von allen anderen Kulturmedien. Wenn du einen Roman liest, der in Russland heutzutage spielt, dann werden auch bestimmte Wertevorstellungen transportiert und Narrative transportiert. Die sich von den Konsumenten oder Leserinnen und Lesern aber auch perspektivisch verändern können, je nachdem, was in der Welt passiert ist. Natürlich, absolut. Und auch von den Produzenten. Das gilt für jedes Album, das gilt für jede... Für jeden Kulturertrag. Genau, für jede Netflix. Bloß wenn, was mir so ein Bedürfnis ist in der ganzen Debatte ist, ich glaube, wir sind im Gaming noch nicht gut darin oder ausreichend gut darin, um den Anforderungen der Zeitenwende gerecht zu werden. Darüber zu reflektieren, wenn andere Akteure Gaming Public Diplomacy nutzen. Wenn eine Netflix-Serie in China produziert wurde und bestimmte Vorstellungen vermittelt, dann ist das ein Thema, was im Feuilleton aufgegriffen wird. Wozu es Diskussionen gibt. Jetzt kann man darüber streiten, was der richtige Umgang damit ist. Die ersten US-Bundesstaaten haben jetzt TikTok verboten, weil sie sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko der Datenabfluss und ähnliches. Da kann man hervorragend überstreiten, ob das eine legitime und überhaupt wirksame Reaktion ist. Aber es sind Reaktionen, über die man streiten kann. Wir bekommen oft das, was im Gaming stattfindet, zu spät mit, um darauf angemessen zu reagieren. Deshalb die Hoffnung, wenn man Akteure der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik empowert, durch die IFA-Studie, die wir gerade veröffentlicht haben, oder wenn man allgemein die außenpolitische Community befähigt durch diesen Leitfragenkatalog, dann hast du einfach mehr Stimmen in der Debatte, weil mehr Akteure mitbekommen, Augenblick, dieses Game, was gerade veröffentlicht wurde oder dieses E-Sport-Turnier oder dieser Vorfall auf Twitch, auf Discord, den habe ich mitbekommen. Und ich habe eine Mechanik an der Hand, nach der ich beurteilen kann, ob das etwas ist, womit ich mich beschäftigen muss. Ich glaube, das ist auch schlussendlich genau das Wichtige, dass wenn sich jetzt Personen angesprochen fühlen, boah, gruseliges Thema, aber ich will da irgendwie mal reingucken, dass es tatsächlich auch sichtbar wird, dass sich darüber Gedanken gemacht wird. Absolut. Das ist ja die Öffentlichkeit. Das ist nie passiert. Also in den fünf Jahren, die wir uns jetzt intensiv damit beschäftigen, habe ich nie die Reaktion erlebt, das ist gruselig. Was man erlebt, sind zum Teil auch nachvollziehbare, interessensgeleitete Reaktionen, die sagen, alles, was den freien Handel quasi verhindert, ist ein Problem. Aber das ist keine gaming-spezifische Geschichte. Quasi letztes Jahr auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der NATO-Generalsekretär für die NATO als Wertebündnis, bei der wir Mitglied sind, festgestellt. Der Stand heute ist, dass, was war die Formulierung, Freiheit ist wichtiger als Freihandel, Werte sind wichtiger als Profit. Also quasi das ist eine Diskussion, die führen wir ja insgesamt in der Gesellschaft. Jetzt, wo wir aus dem strategischen Urlaub aufgewacht sind, aber wir müssen sie eben auch im Gaming führen. Und ich habe es aber auf der Gamescom, egal wohin du gehst, egal wo Panel oder Ähnliches stattfinden, Ich habe nicht erlebt, dass Leute darauf keine Lust haben. Ihr im Gegenteil. Ich bin bei dir. Ich würde jetzt diese Fachkonferenz nicht mitmachen, wenn ich nicht selber ganz viele Fragen hätte. Wenn ich nicht selber auch aus mir selbst heraus, das ist der innere Blick sozusagen, ein großes Interesse daran habe, wie kann ich denn mein Thema, was mich immer schon begleitet hat, auch aus anderen Perspektiven sehen. Und wo müsste ich auch vielleicht auch einfach... Das ist der Punkt, wo müsste ich... Und das gilt insbesondere auch für Akteure der Kulturpolitik und der Kultur. Also wenn man sich anschaut, was Gaming dieser Community geben kann, dann ist es ein Verständnis davon, wie digital funktioniert und viel, viel mehr. In unserer IFA-Studie haben wir als Beispiel, dass in Fallout Shakespeare-Gruppen entstanden sind, die in-game Theateraufführungen machen. Wenn ich als Theater, das sie mit Shakespeare beschäftigt, daran nicht interessiert bin, verstehe ich nicht, warum. Verkopfte Frage. Ja. Aber es geht jetzt um Weltfrieden. Frieden wäre richtig geil. Auf jeden Fall. Frieden wäre... Alter, stell dir mal Frieden vor. Das ist das Spiel. Wie geil wäre das? Und soziale Gleichheit und all das. Welches Genre hätte Zeitraum X am ehesten die Chance für Weltfriedenssorgen? Ist es Singleplayer? Ist es Multiplayer? Nee. Also, ja, pass auf, also alles, ja. Also, man würde ja tendenziell erst mal sagen, Multiplayer und sowas wie Civilization oder, ne? Also, so. Ich persönlich glaube, educated guess, mehr nicht. Und da ist natürlich mein riesiger persönlicher Bias als Gamer drin. Ich glaube, Singleplayer, story-driven RPGs. Warum? Weil da hast du das, was wir quasi ja seit vielen Jahrhunderten als Katharsis bezeichnen. Also, wenn ich in Witcher 3 erlebe, dass ich eigentlich die Auswirkungen von Krieg nur minimieren kann, aber quasi ganzen Landstrichen, in dem, was ich bei Witcher 3 erlebe, geht es dreckig. Und wenn ich irgendwie in der DLC zurückkomme, stelle ich fest, dass eine Region, die ich vorher befriedet habe, wieder schlecht dasteht, wieder Hunger, wieder keine Nahrungsmittelsicherheit und so weiter, dann macht es was mit mir. In der Sozialpsychologie gibt es diese Formulierung von Gaming als Empathy-Maschine, also im Unterschied zu anderen Kulturmedien als Empathie-Maschine, weil ich eben Einfluss auf die Welt habe. Das reagiert auf mich. Ich habe dutzende, hunderte Spielstunden und der Protagonist und meine Perspektive gehen ineinander über. Das ist riskant, wenn in Division 2 quasi der US-Kongress gestürmt wird, weil eine US-Regierung eine Pandemie missbraucht, um Bürgerrechte einzuschränken. Dann ist das ein Narrativ, was hochriskant und demokratiezersetzend und desinformativ ist. Aber es hat eben auch dieses Potenzial, dass ich aus Witcher 3 rauskomme und Dinge erlebt habe, die quasi in sechs, sieben, acht Runden Civilization, wo ich versuche irgendwie mit Mahatma Gandhi mittels Atommacht zu gewinnen, weil es einfach quasi die größte Herausforderung ist. Und weil es geht, da habe ich diese Empathy-Maschine vielleicht nicht in gleichem Maße und diese Katharsis nicht in gleichem Maße empfunden. Manu, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Wie immer, es ist absolut erleuchtend, mit dir zu reden. Das überlasse ich an, mir hat es zumindest Spaß gemacht. Reicht mir. Mir auch. Gleich geht es weiter mit der Fachkonferenz im Stream auf AlexTV. Und wir treffen uns irgendwann nochmal und dann reden wir Tage. Ich freue mich drauf. Viel Spaß und Grüße nach Berlin. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Fachkonferenz Games und Außenpolitik. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Teil, nämlich eine Spielung. Das heißt, wir spielen jetzt mal in ein Spiel rein, schauen uns an, welche Leitfragen gibt es denn? Denn wir haben einen ganz tollen Katalog mit zehn Leitfragen und den wollen wir natürlich angewendet sehen. Und ich habe dafür zwei ganz tolle Personen da. Lena Falkenhagen, die durften wir bereits kennenlernen und einen ganz tollen Talk von dir hören. Und Mirko Krupper vom Auswärtigen Amt. Also zwei perfekte Expertinnen und Experten. Ganz kurz, um welches Spiel wird es gleich gehen? Was schauen wir uns da an? Wir schauen uns gleich Greedfall an. Greedfall ist ein Rollenspiel. Und wir spielen die Diplomatin oder den Diplomaten Dessardé oder Dessart. Den dürfen wir uns vorher auch selber in einem Editor erstellen. Der sieht also aus, wie wir es möchten. Und wir betreten eine Insel, die gerade im Begriff ist, neu besiedelt zu werden. Das heißt, auf dieser Insel, es gibt quasi die alte Welt und die neue Welt auf dieser Insel. Und auf dieser Insel gibt es sechs Interessensparteien, zwischen denen wir versuchen zu vermitteln. Gleichzeitig herrscht auf dem alten Kontinent das Problem, dass dort eine schwere Seuche, Krankheit wütet. Und wir versuchen, auf dieser Insel nach Heilmitteln zu finden, um auch Einfluss auf diese alte Welt zu nehmen. Genau. Ja, und wer könnte da ein besserer Partner sein für so eine Spielung als jemand aus dem Diplomatiebereich und die Autorin Lena. Wir haben uns vorab übrigens abgesprochen, wir duzen uns heute. So ist das hier. Lena und Mirko, herzlich willkommen. Einmal an Lena. In deiner Kino-Taste ja bereits gesagt, was für eine kulturelle Kraft Videospiele eben haben. Machen Fantasy-Games da einen besonderen Reiz für dich aus? Naja, Fantastik ist in der Regel, also es wirkt so, wir haben uns da irgendwas ausgedacht, damit wir uns nicht in unserer eigenen Welt bewegen müssen. Tatsächlich macht Fantasy und Science Fiction aber auch noch etwas ganz anderes. Es rückt die Thematiken nämlich ein bisschen von uns weg. Das heißt, wenn ich mich in einem fantastischen Kontext, in einer fremden Welt, die aber vielleicht meiner eigenen Welt ähnelt, dann kann ich viel leichter mir den Spiegel vorhalten lassen auch. Was läuft eigentlich in meiner eigenen Welt falsch, wenn der Designer oder die Designerin des Spiels das genau machen möchte? Also wir lassen leichter los, glaube ich, und lassen uns auf neue Impulse ein. Wir können quasi von einer Perspektive herab vielleicht auf eine Situation schauen, die wir in der realen, also in realen Kontexten einfach nicht zulassen würden, meinst du? Ich denke, dass, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, keine Ahnung, deine Brille sieht aber doof aus, ja, dann wärst du traurig und ich hätte dich persönlich angegriffen. Wenn du aber in einem Spiel irgendwie den Kontext mit der Brille siehst, dann denkst du, hm, bei der Figur, die sieht genauso aus wie ich, die sieht vielleicht gar nicht so hübsch aus mit dieser Brille und deine Brille ist übrigens wunderbar, ne, so. Aber du weißt, was ich meine. Wir lassen eher los und wir können sozusagen das Problem aus uns rauslösen und in einem anderen Kontext leichter aufnehmen. Hervorragend, das machen wir dann auch gleich. Und Mirko, an dich, du arbeitest ja für das Auswärtige Amt, das heißt, der diplomatische Alltag ist und ist schon sehr lange Teil deines Lebens. Magst du uns kurz den Kern von diplomatischer Arbeit erzählen? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag in der Diplomatie aus? Ja, erschreckend langweilig wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, sonst fragt man mich das immer als Autorin, aber ich finde das genauso spannend bei dir. Also man sitzt viel im Büro, man schreibt viel Papiere, sitzt in Konferenzen, hört stundenlang irgendwelchen Reden zu. Das ist tatsächlich erst mal an der Oberfläche Diplomatie und Außenpolitik, so wie es funktioniert. Aber das tatsächlich, worum es geht, knüpft genau an das, was Lena gerade gesagt hat. Tatsächlich sind Interessen, sind große Entwicklungen, gesellschaftliche Wandlungen stehen im Raum, Interessenlagen, die sich auch durchaus systemisch unterscheiden, in ihren politischen, kulturellen, historischen Kontexten auch widersprechen oder auch offene Wunden im Raum sind oder sowas. Und man versucht im Prinzip in der Diplomatie das alles irgendwie zu strukturieren, zu bürokratisieren, muss man eigentlich sagen. Und das ist erst mal das primäre Erleben. Aber wenn man dann eben das Privileg hat, als Diplomat dann mal im Ausland zu sein, gerade in Ländern, die man nicht gut kennt oder die halt einen ganz anderen sprachlich-kulturellen, einen historischen Hintergrund haben, dann das gegenzuhalten, was man so zum Beispiel in Berlin in der Behörde dann wirklich lebt im Auswärtigen Amt und das dann spiegelt mit dem, was das tatsächlich bedeutet vor Ort, dann wird Außenpolitik richtig spannend. Und das ist aber auch der schwierige Teil, dann zu vermitteln und zu erklären, was machen wir da eigentlich und wo ist der Unterschied, den wir machen. Absolut. Und ich glaube, dass wir durch das Spiel heute vielleicht auch mehr über deinen Beruf, über deinen Beruf natürlich erfahren werden. Wie läuft das Ganze ab? Wir werden jetzt 30 Minuten diese Spielung machen und anschließend 15 Minuten, wo wir weiterspielen, aber wo wir natürlich auch offen sind für Fragen, für eure Fragen, die ihr natürlich einschicken könnt, aber natürlich auch sehr, sehr gerne für Fragen hier direkt aus dem Publikum. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und damit wir nicht so doll selber multitasken müssen, haben wir hier eine wundervolle Kollegin, die für uns das Spiel gleich macht. Dankeschön. Genau. Naja, wir landen jetzt ja mitten in einer Welt, deswegen Lena, an dich als Weltenerschafferin im Grunde, ja, als Autorin auch. Erstmal die Frage, gibt das ein bestimmtes Set an Elementen, um eine Kultur, ein Wertesystem glaubwürdig darzustellen? Ja, na klar, also das beginnt bei der Architektur, die ja auch tatsächlich Weltenbau im eigensten Sinne ist. Die ganzen Säulen, die wir hier haben, der Gang, den wir da haben, all diese Themen sind natürlich aus einer bestimmten Phase. Das heißt, die Marmorfassade oder die Marmorsäule hätten wir zum Beispiel im Mittelalter nicht gefunden. Das ist halt ein barockes Setting eher, erinnert sehr an unsere Jetzt-Zeit. Ich mache das als Narrative-Designer immer so, dass ich tatsächlich bestimmte Pflöcke einschlage, so nenne ich das irgendwie. Das ist ein bisschen zu erklären wie Tourismus. Also wenn ich ein Computerspiel oder einen Roman in Lübeck spielen lasse, dann möchte ich natürlich, dass das Holstentor drin vorkommt. Und wenn ich das aber vor 1345 mache, dann war da nur ein Bauloch und noch kein Holstentor. Aber das muss erwähnt werden, damit die Leute wissen, ah, guck mal, hier bin ich verortet. Das heißt, all diese Dinge dienen, die Architektur, die schönen Kandelaber, die Kleidung ganz, ganz viel, die Hüte und die Kleidung, die verorten uns natürlich in einer bestimmten Phase, die, auch die Symbolik hier, das Sonnensymbol zum Beispiel, spricht eine eigene Sprache, dann der Name der Hauptfigur de Sardé, erinnert mich an de Sardé, ehrlich gesagt, oder? So, also eine sehr aktive Tatrolle oder TäterInnenrolle. Und das ist natürlich alles so ein bisschen, erinnert es mich an die Musketiere, an den Kardinalen, also wir bewegen uns sofort in einem literarischen Kontext oder in einem kulturellen Kontext, den ganz, ganz viele literarische Klischees schon bedient haben. Wenn wir den Raum verlassen, sehen wir auch gleich noch mal viel mehr von dieser barocken Welt und ihren Bewohnenden. Jetzt gerade sind wir mitten im Dialog gelandet, wo uns der Kardinal, also ganz eindeutig gekennzeichnet durch den roten Mantel, bittet, also unauffällig uns um angebliche Ketzer zu kümmern, die eine Gefahr für die Stadt sind. Bisher erfahren wir quasi nur das, dass er die für eine Gefahr hält. Mirko, was für ein Wertesystem können wir denn, wenn wir das, was wir da sehen, was für ein Wertesystem erwartest du? Das ist erstmal natürlich ein hierarchisches Wertesystem oder ein hierarchisches System. Der Dessart kommt da rein und trifft seinen Boss jetzt erstmal. Und das ist etwas, das erlebt man in der Bürokratie natürlich genauso, wie dann eben auch in verschiedenen Ländern oder Kontexten. auch manchmal dann nicht. Manchmal sind solche Kontexte völlig veraltet und man hat eine sehr flache Hierarchie, ein sehr, wie das heute heißt, Start-up-Setting, in dem man sich bewegt. Aber das ist erstmal so der Ansatz. Und es gibt offenbar jetzt so in der ersten Situation keine demokratietechnischen, institutionellen Rahmenbedingungen. Also der Dessart hat garantiert keinen Personalrat, an den er sich wenden kann, wenn er mit irgendwas unzufrieden ist. Es gibt aber auch keine Institutionen oder irgendwelche Strukturen, die das Handeln von Dessart jetzt in irgendeinen Kontext setzen oder eben vielleicht auch, weil es Regeln gibt oder gewisse Gesetzmäßigkeiten, die schon völkerrechtlich vereinbart sind, schon irgendwie den Spielrahmen einschränken. Also das sind so erste Merkmale, die man in der Spielsituation so mitnimmt. Ja, und mit dem Thema Barock kommt für mich auch sofort Absolutismus, starke Hierarchien, starke Adelsrollen, die von Top-Down nach unten regieren, wo man gehorchen muss. All das schwingt, finde ich, in dem Setting auch gleich mit. Wobei wir uns ja auch so ein bisschen in einem Seefahrer wachsend in so einem Piraten-Ding befinden. Und Piraten sind ja so der Gegenentwurf, der Freiheitsentwurf, der romantisierte Freiheitsentwurf, muss man sagen. Ja, absolut. Wenn wir uns diese ganzen Interessensgruppen und das Setting, das wir jetzt erleben, anschauen, Mirko, was für außenpolitische Strukturen fehlen da, beziehungsweise welche könnte man dort vielleicht einfügen? Na, wir sind ja in einem Setting sozusagen, das sehr stark an die Entdeckung der neuen Welt erinnert. Kolumbus 1492, im Prinzip der Beginn der Neuzeit. Und wenn hier jetzt diese Krankheit thematisiert wird, die irgendwie mit dieser neuen Welt in Bezug steht, so kann ich das auch umdrehen und über die Kartoffel sprechen, über den Mais, die Ernährungssituationen weltweit völlig verändert haben, und die im Prinzip in vielen Weltregionen Hungersnöte unwahrscheinlich zumindest gemacht haben. Also da kann ich Kontextualisierung bilden. Gleichzeitig habe ich eben diese Konflikte, da gibt es Indigene, die da wohnen, die offenbar keine Schutzrechte haben. Gleichzeitig gibt es verschiedene Interessensfraktionen und es gibt auch Wertemachtkonflikte in dem ganzen System. Also es gibt ja sozusagen eine klerikale Gruppe, es gibt forschende, kapitalistisch ausgerichtete Strukturen. Das ist sowohl meine eigene Spielfigur, die sozusagen auch einen gewissen kapitalistischen Hintergrund hat, aber es sind auch andere dort drin. Und es fehlt eben Vereinte Nationen zum Beispiel, es fehlt ein internationaler Gerichtshof, es fehlen WTO-Regeln, es fehlen technische Standards oder arbeitsschutzrechtliche Regeln. Bei Piraten arbeitsschutzrechtliche Regeln würde ich wirklich gerne sehen. Wobei auch die immer ihre Regeln hatten, man darf das nicht unterschätzen. Gewerkschaften, wir brauchen Gewerkschaften. Piratengewerkschaften, nein. Das heißt im Prinzip, was man hier etablieren könnte, rein fiktiv werden, multilaterale Institutionen quasi. Ich springe kurz direkt weiter, weil wir haben hier jetzt einen Dialog mit einem der Captains, ich glaube, er ist selber auch Pirat. Und jetzt können wir uns entscheiden. Haben wir uns schon entschieden? Durften wir schon entscheiden, was wir antworten? Ich habe gerade kurz... Ah, super! Gleich entscheiden wir uns, was wir antworten. Das heißt, wir können in diesem Spiel, anders als an der Stelle mit dem Kardinal, gleich selbst... Geben wir Informationen preis, die wir vom Kardinal bekommen haben, an die Person, von der wir Informationen wollen, oder behalten wir die für uns? Und deswegen eine Frage an Lena einmal. Was für eine Rolle spielt es, einer spielenden Person Entscheidungen, also Dialogentscheidungen zu geben? Spielen die immer eine Rolle? Und was mich auch interessieren würde, ist es wichtig, dass sie immer zu einer Konsequenz führen, oder ist es für das Welterleben manchmal wichtig, einfach Auswahloptionen zu haben? Wie möchte ich mein Anliegen formuliert haben? Schwingen ja verschiedene Ebenen mit. Also die bittere, banale Wahrheit ist, ob Auswahlmöglichkeiten immer eine Konsequenz mit sich ziehen, ist relativ egal, solange der Spieler glaubt, dass sie es tun. Also solange eine gewisse Interaktivität simuliert wird. Also ich erinnere an die Telltale-Games, die sehr erfolgreich waren, in denen man zum Beispiel Game of Thrones oder The Wolf Among Us oder auch diese Zombie-Apokalypse-Serie, deren Namen ich immer vergesse. Walking Dead. Walking Dead, genau, ist auch verarbeitet worden. Und da wurde dann immer so eingeblendet, die Person merkt sich deine Entscheidung, oder die Person merkt sich deine Antwort. Und man hatte sofort so ein Gefühl, oh mein Gott, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Gleichzeitig möchte ich da eine kleine Anekdote erzählen. Also man spielt in der ersten Episode von Game of Thrones so einen jungen, ich glaube Grafen oder sowas. Und man soll dann auswählen, kriegerischer Berater oder weiser, belesener, bibliothekarischer Berater. Und hinterher ist der junge Graf tot. Aus Gründen, die, glaube ich, gescriptet sind. Das ist, glaube ich, eine lineare Story. Aber man fühlt sich so schuldig an dem, weil man selber diese Entscheidung herbeigeführt hat. Ich glaube aber, es ist eine Nullentscheidung. Ich glaube, dass meine Entscheidung an der Stelle gar keinen Einfluss hat. Das hätte immer geendet, dass der junge Graf tot ist. Aber ich habe ihn gespielt und dann endete er tot eben da. Das heißt, wenn ich glaube, meine Entscheidung hat einen Einfluss, dann reicht es schon, Konsequenzen zu sehen, dieser Entscheidung. Schöner ist es natürlich, wenn man tatsächlich auch Auswahlmomente hat, wo man merkt, okay, hätte ich mich hier, und das haben wir ja in Great Fall, hätte ich mich hier anders entschieden. Dann ist das Schicksal einer Figur oder einer Figurengruppe wäre ganz anders abgelaufen. Und dann gibt es noch Dialogentscheidungen, die wirklich für die Ausgestaltung des eigenen Charakters dienen. Also bei Witcher ist das zum Beispiel ganz oft, also erstens, man möchte die Leute ein bisschen beschäftigen, damit sie nicht nur lesen müssen. Das heißt, manchmal auch klicken. Und zweitens eben, bin ich jetzt der harte, gefühllose Witcher oder bin ich da eher so ein bisschen nette Witcher? Und das kann man dann, das ist dann so ein Gestaltungsmerkmal, das man in die Hand der Spielerin oder des Spielers auch gibt. Mirko, du hast auch das mit dem Mikrofon gegriffen. Ich habe das jetzt so gegriffen. Hast du einfach so gegriffen? Das ist in Ordnung. Wir haben uns denn gerade eben entschieden, haben wir uns entschieden, preiszugeben, was wir wissen. Wir haben uns also entschieden, unserem Verhaltungspartner preiszugeben, was der Kardinal uns gesagt hat, um an mehr Infos zu kommen. Und es wurde im Grunde belohnt. Also wir haben dadurch mehr Informationen erhalten, nämlich wo sich potenziell die sogenannten Ketzer aufhalten können, sodass wir jetzt direkt auch dahin laufen werden. An Herrn Krupper, wir erleben hier ja ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten. Wie du schon gesagt hast, bei Greedfall führt das wirklich zu einem anderen Spieloutcome. Inwiefern würde man sich das in der Diplomatie manchmal so wünschen, mal zurückzuspulen und zu sagen, da hätte ich doch mal gern gewusst, wie das anders hätte ausgehen können. Oder umgekehrt, ist Diplomatie immer schon so ein relativ vorgefertigter Weg, dass man da gar nicht so viel Spielraum hat? Ja, es ist tatsächlich eine Gretchenfrage. Und in der Diplomatie kann es so sein, dass es manchmal an einem Wort hängt. Also es gibt diese im Bereich im palästinensisch-israelischen Konflikt, französische Dokumente, im französischen eben offen lassen, ob es um einige oder um die konkreten Gebiete geht. Je nachdem, wie man das dann in eine andere Sprache übersetzt, hat es gleich ganz andere Auswirkungen auf die politischen Folgewirkungen. Das kann so banal sein, aber es gibt eben auch die großen Entscheidungen, die großen Kompromisse, wo man zum Beispiel jetzt, ich habe auch im Ukraine-Konflikt gearbeitet, damals 2014, 2015, an der Frage Normandie-Verhandlungen, Minsker Vereinbarungen. Und man fragt sich jetzt in der Rückbetrachtung, was haben wir da eigentlich verhandelt? Und hätten wir da mehr rausholen können? Was war das in der Situation? Also das im Großen wie im Kleinen, man stellt sich diese Selbstwirkungsfrage immer, auch in der Diplomatie, also ist insofern sehr realistisch mit Vergleich auch der Frage, ob das in Games so der Fall ist oder nicht. Hat man dort die Fragen meistens vorab oder muss man relativ spontan auf Situationen reagieren, die sich in so einer Verhandlung, wie du sie gerade erwähnt hast, ergeben? Also sowas kann sich durchaus spontan ergeben, aber die Erfahrung zeigt, dass es letztlich Dollpunkte gibt oder eben so oder Tipping-Punkte, Punkte würde man es auch nennen, oder so, wo sich einfach Fragestellen kumulieren und alles aufeinander zugeht und man sagt so, okay, das sind jetzt die Eckpfeiler, an denen müssen wir uns irgendwie sortieren oder da müssen wir jetzt irgendwie zwischendrin die Kompromisse finden. Oder sich alle geeinigt haben, mit dem ganzen Text und alle, und einige kloppen sich jetzt noch um ein ganz konkretes Wort an einer Stelle oder eine konkrete Zahl. Also gerade in Verhandlungsdokumenten sieht man häufig diese Klammern, wo man sagt, da konnten wir uns jetzt nicht einigen, das müssen dann die Staatschefs noch machen und das sind nicht selten dann die Zahlen. Und also das läuft meistens zu. Kennt man ja aus unterschiedlichen Kontexten. Ich kenne das persönlich oft aus dem Klimakonferenzen-Kontext, wo dann irgendwie so eine riesige Klammer ist und deswegen nochmal ein Verhandlungstag oder zwei oder drei hinterhergehängt werden. Ich habe dich gerade eben nochmal angehalten, weil ich mir dachte, es ist doch wichtig für uns, alle zusammen reinzuhören. Wer sind denn diese Ketzer? Also falls du noch nicht bei denen bist, du kannst jetzt gern zu den Ketzern rübergehen und den Dialog aktivieren. Und wir entscheiden uns, hintenrum den Weg zu nehmen und nicht den Konflikt vorne mit den Marines da zu suchen. Ja. Ah ne, Moment, wir sind auch nicht bei den Ketzern, wir sind kurz beim Schmuggler jetzt erstmal, der uns sagt, wo die sind. Der Schleuser. Können wir aber auch gerne reinhören. If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes. I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Norths get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors, you're going to open them, right? Jetzt können wir uns entscheiden, lassen wir den Schmuggler frei? Halten wir uns an unserer Abmachung oder nicht? Ich habe aber gesehen, du hast zum Mikrofon gegriffen, gleich am Anfang der Szene. Ja, weil ich darauf hinweisen wollte, wie subtil und elegant hier Charakterbau betrieben wird. Und einfach nur über die Wahl der Voice-Over-SprecherInnen. Der Schmuggler, der offensichtlich aus einer eher niedrigeren Schicht kommt, spricht mit einem ziemlich harten, was ich sagen würde, ein Cockney-Akzent ist. Also eher so ein Straßen-städtischer Akzent. Und unsere Heldin de Sade, die spricht halt wirklich mit einem Queens-Englisch, sehr gut verständlich, sehr noblesse, sehr von oben herab. Das heißt, durch die Wahl der VO-SprecherInnen haben wir da an der Stelle dann auch schon ein Stück weit Standes-, so ein Machtgefälle charakterisiert. Spannend. Und ich wollte Mirko fragen, Mirko, wie hättest du in der Situation, wir haben uns ja jetzt entschieden, wir haben ihn freigelassen, ne? Wir hatten nicht den Schlüssel, wir haben gelogen. Wir haben gelogen. Aber angenommen, man kann an der Stelle tatsächlich auch den Schlüssel haben. Und wie hättest du dich entschieden? Rein fiktiv im Spiel natürlich. Ja, rein fiktiv im Spiel. Ich glaube, die Frage ist natürlich, man kennt die Spülmethanik nicht, wenn man sie kennen würde und wie das belohnt würde, würde einen wahrscheinlich erst mal primär dann auch entscheiden lassen, wie man sich verhält. Aber das ist ja absolut reales Leben auch, dass ich in so einer Situation bin, womöglich, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Außenpolitik, aber jede Gefahrenlage, wo eine Information entscheidend ist. Und ich muss womöglich eine Regelübertretung machen oder eben einen schweren Kompromiss eingehen. Das sind diese ethischen Konfliktlagen oder eben dann auch systemische Konfliktlagen, weil ich damit Präzedenzen schaffe, die ich nicht mehr aus der Welt bekomme oder so. Das sind klassische Situationen, die sich gerade auch in der Außenpolitik, wenn man sich nicht im gleichen Systemraum bewegt, sehr schnell begegnet. Also innerhalb der Europäischen Union oder so, diskutieren wir anders, als wenn wir jetzt mit autoritären Staaten oder womöglich sogar Erpressersystemen, organisierte Kriminalität oder so zu tun haben. Und insofern ist die Fragestellung die spannende. Und ich hätte wahrscheinlich nach Zwischenwegen gesucht, was ich den Schlüssel da irgendwie hingelegt und gesagt habe, wieder rauskommst du selber oder sowas. Dass sozusagen da noch so ein bisschen sowas an Ambivalenz noch bleibt und mir auch mein Boss, damit er ja nicht zu viele Vorwürfe machen kann. Ja, diplomatisch auf jeden Fall ein korrekter Ansatz. Schön neutral geblieben quasi in dem Moment. Wir wissen ja an diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht, gerne warten, genau. Wir wissen an diesem Zeitpunkt ja auch nicht, wird das später Folgen haben, weil er eine Meute hat, die uns danach verfolgen wird oder hat es gar keine Konsequenzen und alle finden es gut, dass ich ihn nicht freilasse. Aber es hat einen emotionalen Aspekt, weil man sich als Spieler oder Spielerin halt fragt, wird es Konsequenzen haben? Exakt. Und diese Nichtvorhersehbarkeit, die ist natürlich manchmal auch ein bisschen ein Problem. Und hat bei mir zum Beispiel bei The Witcher mal dazu geführt, dass ich wirklich Ewigkeiten für eine Entscheidung gebraucht habe, weil eben nicht absehbar war, ganz blöd gesprochen, welches ist die richtige Entscheidung? Und tatsächlich waren sie beide gleich falsch und gleich gut. Gut, das sind ja, das macht ja auch gute Entscheidungen aus, dass man feststellt, hier muss man jetzt tatsächlich abwägen und Kompromisse machen. Das sind die Entscheidungen. Alle anderen, wenn ich merke, irgendwie ja, das ist gut, das ist böse, das sind langweilige Entscheidungen. Als Spiele-DesignerInnen wollen wir dahin gehen, wo es wehtut tatsächlich. Und genau da, wo die harten Entscheidungen wohnen. Und das ist gerade auch in der polnischen Gaming-Industrie oder jetzt beim Witcher ja auch so interessant. Da ist ja eine historische Erfahrung, auch aus Polen dahinter. Also September 1939. Erst wird von Deutschland aus angegriffen und zwei Wochen später von der Sowjetunion aus. Diese Ausweglosigkeit, die kommt ja viel, sozusagen die Ideen des Witchers kommen da auch viel her, viele dieser Situationen. Und wir sind dann auch, wenn ich auf den Fragenkatalog nochmal gucke, auch direkt schon bei den Fragen der Narrative, der Darstellung, der Frage, bin ich kollaborativ oder konfrontativ, habe ich Regelsysteme, die dann direkt, also vorhersagbar dann auch eine Konsequenz haben? Oder bin ich in einem Machtvakuum oder bin ich in einer Machtsituation, die erst mal, wenn es nicht entdeckt wird, völlig folgenlos sind? Das sind ja auch Fragestellungen, die sich in der Politik stellen, bis hin zum Angriff auf die Ukraine. Also das sind Dinge, die eben in dem Spiel dann indirekt auch so mit reflektiert werden. Wolltest du noch was sagen, Lena? Ich musste in Bezug auf Witcher tatsächlich auch an deinen Vortrag denken, wo du meintest, dass man sich dort immer in der Spannung befindet mit welcher Mensch ist vielleicht ein Monster und welches Monster hat vielleicht was Menschliches, was vielleicht ja auch eben damit zu tun hat, dass du von beiden Seiten gerade eine Situation erlebst, die einfach nicht zusammenpasst und menschlich einfach schwer wahrnehmbar ist. Genau. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir tatsächlich erfahren, wer sind diese Ketzer? Was machen die? Warum sind die gefährlich für den Kardinal und für die Welt, in der wir scheinbar sind? Oh, der Traitor! Hast du dann gekommen, um uns zu der Inquisition zu verbringen? Bitte, bitte, hab'n Pity an unseren Seelen. Wir haben keine Probleme gemacht. Wir sind nicht heretischen. Wir sind nichts mehr als Historien. In diesem Fall, warum ist der Ambassador von Tileme so concerned mit deinen Sprachen? Warum ist die Inquisition looking für dich, und warum bist du hiding? Unsere Fehler war, was es zu machen, zu publischen unseren Werk. Es ist wahr. Wir haben unsere Forschung, aber es hat nicht den Sensor geholfen. Und hier hast du das Ergebnis. Wir haben alle die Richtung zu Serene, denken wir würden sicher sein, aber die Inquisition will, wir uns so badly schlagen, dass sie uns hier folgen. Jetzt fragen wir nach. Ja, zuerst. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it will provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of St. Matthäus. The one who returned to Tileme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of St. Matthäus. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our St. Matthäus and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthäus to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius' own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon. Genau. Ich glaube, im Grunde haben wir an diesem Punkt die wichtigste Info erhalten, nämlich, dass die Ketzer uns ihre Sicht der Dinge erzählen, dass sie Historiker sind und sagen, sie haben einen Text gefunden, der eine Dissonanz mit dem hat, was der Kardinal sagt. Was verrät uns diese Szene wiederum über das Wertesystem? Also wie ändert sich vielleicht unsere Wahrnehmung an diesem Punkt? Also gerne an euch beide die Frage auch. Naja, es verändert die Motivation des Bischofs von Righteousness, also der religiösen Gerechtigkeit, die sein Amt so mit sich bringt, von dem edlen Mann, der versuchen will, Ketzer quasi gefangen zu setzen und außer Gefecht zu setzen und plötzlich stehen wir vor Menschen, die seine Machtbasis untergraben. Das heißt, er hat ein persönliches Interesse, er hat sicherlich auch ein kirchliches, institutionelles Interesse, aber es wird deutlich mehr, es wird kleinlicher und es wird angreifbarer und plötzlich kommt die ganze Diskussion auf eine Ebene, auf der wir dann auch tatsächlich mitwirken und entscheiden können und sagen können, entweder ganz opportunistisch, ich möchte diesen machtvollen Mann im Handeln unterstützen, dass er macht, da sind wir auf der politischen Ebene oder ich glaube diesen Menschen, glauben kann ich ihn sowieso, aber und lasse sie frei, das untergräbt die Machtbasis des Bischofs oder des Kardinals und wird dann eben dazu führen, dass diese Leute ihren eigenen Glauben verfolgen und vielleicht sogar nochmal jetzt narrativ gedachten, interessanten Handlungsstrang aufmachen, den man dann später bespielen kann, denn den Leuten begegnet man ja sicher wieder später. Und vor allen Dingen, ich glaube, was wichtig ist, was ja auch in der Diplomatie immer ein Kernpunkt ist, gerade in der Konfliktlösung, ist, dass man ein Gegenüber nicht als irgendwie ein Objekt wahrnimmt oder eben nur als eine Sache, wie ein Ketzer oder irgendwas, sondern plötzlich werden diese Ketzer menschliche Personen, ich kann plötzlich Empathie entwickeln und es findet einen Perspektivwechsel und eine Erweiterung nicht nur der Information, sondern auch der Notwendigkeit des Neuevaluierens der Gesamtsituation statt. Und das ist natürlich etwas, was gerade auch in der Entscheidungsfrage, wo der jetzt steht, der deshalb, die ist in dem Spiel sogar so ein bisschen sehr einfach gemacht, die ist eigentlich, die ist ja existenziell für ihn letztlich, in seinem eigenen Hierarchiesystem, mit Blick auf seinen Auftrag, mit Blick wahrscheinlich auf seinen Glaubenshintergrund und dass womöglich jetzt nicht nur der Glaubenswelt des Bischofs erschüttert wurde, sondern auch seine eigene. Also das kann ja auch Auswirkungen haben. Und dann eben die rein menschliche Ebene, sind die ihm sympathisch oder nicht und welche moralischen Grundsätze bringt womöglich auch wieder sein Glauben mit sich. Also es ist eine wahnsinnig komplexe Situation, die da abgebildet wird. Genau, eine ehemals moralische oder ethische Situation, der Bischof möchte, dass die Ketzer gefangen genommen werden, wird plötzlich unmoralisch. Und wir befinden uns hier übrigens von wegen Leitfragenkatalog satt in Punkt 4 unter Narrative und Darstellung. Erlaubt das Spiel den Wechsel von Perspektiven und Handlungspositionen. Da befinden wir uns quasi auf unserer Matrix. Perfekt. Apropos Fragen und Leitfragenkatalog. Falls ihr Fragen habt, möchten wir die natürlich jetzt auch gerne einbeziehen und uns anhören. Gibt es Fragen aus dem Publikum oder von online? Ansonsten können wir auch mit der Entscheidung schon mal fortfahren. Wir entscheiden uns in dem Fall, ihnen zur Flucht zu verhelfen, was natürlich Konsequenzen auch für unser weiteres Handeln hat. Denn wir müssen ja jetzt noch mal zum Kardinal und ihm erklären, was denn da jetzt eigentlich passiert. Und man sollte auch hinzusagen, wenn man sich jetzt entscheiden würde, sie nicht freizulassen, dann kommt es ja dann in dem Spiel zum Kampf und man bringt die beiden um. Also das, glaube ich, ist auch sinnvoll zu erwähnen, dass das Spiel dann auch eine sehr radikale Entscheidung dann verlangt. Humanität oder eben Gehorsam. Und in jedem Falle ist es eine schöne Entscheidung, wie ich finde, also von narrativer Perspektive, von SpielerInnen-Perspektive ist hier natürlich, wie gesagt, grausam, weil man muss immer etwas opfern. Entweder man opfert sein eigenes Wertesystem und sagt, ach, diese Leute, die lasse ich nicht frei, die eigentlich nichts getan haben. Oder ich opfere mein gutes Verhältnis zu meinem Arbeitgeber, zu dem Bischof-Kardinal, was auch immer das ist. Das heißt, an der Stelle ist die Entscheidung auf jeden Fall, erstens, sie hat Konsequenzen, zweitens, sie erfordert, dass ich etwas opfere und es ist keine Entscheidung, bei der ich gewinnen kann eigentlich, weil ich verliere immer etwas. Ich verliere es auf jeden Fall etwas und spannend ist ja dann auch wieder die Stelle, wie wird das Spiel das werten? Also wird das Spiel meine Entscheidung, die ich für moralisch richtig halte, in irgendeiner Form belohnen oder eben umgekehrt? Genau, das sehen wir ja gleich. Ich glaube, wir gehen dann gleich auch weiter zu dem Kardinal. Partei zu ergreifen, Solidarität zu zeigen, ist ja auch ein essentieller Bestandteil von Diplomatie. Wie frei ist man da in seinen Verhandlungen? Gibt es da auch wiederum so größere Überraschungsmomente, dass man mehr ist als Botin oder Bote? Ich meine, hier ist natürlich ein Extremfall, dass wir entscheiden dürfen, ist diese Gruppe von Menschen schuldig oder unschuldig? So ein Extremfall wird es wahrscheinlich eher seltener geben. Aber genau. Naja, was macht jemand, der Visa-Entscheidungen trifft oder so? Gerade wenn es einen politischen Hintergrund gibt für das Visumsgesuch. Wir haben über Papers, Please ja schon gesprochen, wo das eben extrem simuliert wird. Aber das ist etwas, was in unseren über 230 Auslandsvertretungen weltweit tägliche Praxis ist. Das meiste regelbasiert unproblematisch. Man prüft den Rückkehrwillen und die Finanzierbarkeit der Reise und dann fertig ist das Visum. Aber wir sehen gerade jetzt zum Beispiel im Kontext mit Russland, mit Kriegsdienstverweigerern oder Männern, die noch im Alter eben der Kriegsdienst sind, die bekommen kein Visum rauszubekommen, aber irgendwie ihre Asylerscheidung bleibt auch schwierig. Das sind Konfliktfälle, die wir in der Diplomatie, in der Außenpolitik sehr gut kennen und wo es in dem Sinne dann auch selten richtig und falsch gibt. Wir aber als brave Beamte am Ende zumindest immer sagen können, da gibt es klare Gesetze, an die haben wir uns gehalten. Manchmal gibt es Ermessensspielräume, die gibt es natürlich auch in Gesetzen. Die werden dann unterschiedlich manchmal auch ausgelegt. Da wird es dann wieder schwierig. Und der letzte Ausweg, den man manchmal noch hat, ist, sagt, also die Regeln sagen einfach, das geht nicht. Aber wenn du das unterscheibst, zu meinem Chef, Vorgesetzter, dann machen wir das halt trotzdem. Also diese Wege gibt es dann aus einer Bürokratensicht jetzt doch und aus dem Alltag bei uns. Schafft man es dann als Diplomatin, Diplomat, so wie wir es jetzt hier gesehen haben, oft auch wirklich dann mit so einer Minderheit oder mit einer Geflüchtetengruppe, je nachdem, um wen es gerade in der Verhandlung geht, schafft man es dann oft auch wirklich in diesen Dialog zu kommen? Oder hat man öfter quasi diese Sicht von oben herab, sage ich jetzt mal, aus dem Büro eher auf die Situation und hat da einen Informationszubringerkanal von was anderem als die Leute persönlich? Also es kommt auf den Kontext an, wenn ich mit der Person direkt im Dialog bin, sozusagen über ihr Weiterkommen spreche und das muss nicht im Visumsfall sein. Das kann auch sein, dass jemand einfach politische Schwierigkeiten hat und um Unterstützung bittet. Da ist das was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Geißelverhandlungssituation bin oder so, wo die Person, um die es geht, ja schon zum Erbebt gemacht wurde und es nur noch um pure Interessenpolitik geht und die Frage, was kann man da rausholen, verhandlungstechnisch? Dann geht man voll in die, sozusagen die Verhandlungspsychologie, nenne ich es mal. Da entfernt man sich von jeglichen Regeln und da können dann auch kleinste Nuancen eine Rolle spielen. Oder auch Hierarchien, die direkt im Gespräch gesetzt werden. Also Beispiel ist eine Delegation mit einer Delegationsleiterin und die Gegenseite hat es wirklich so passiert, gesagt, na, Sie seien sehr enttäuscht, dass so eine hässliche Delegationsleiterin geschickt worden sei. Das ist natürlich erst mal krass, aber für die Verhandlungssituation war das für die andere Partei perfekt, weil die Frau ist nie mehr aus dieser Rolle rausgekommen. Sie hat halt nicht genauso barsch reagiert, sondern hat das weggelächelt. Und dann wurde immer wieder gefeixt, diese Männergruppe da, und da hat dann die Diskussion immer wieder dominiert. Und manchmal sind das solche Punkte, die dann über den Ausgang von Verhandlungen in solchen schwierigen Situationen auch entscheiden können. Ich mag jetzt gar nicht das Thema wechseln, weil mich das so schockiert. Aber was die Situation, glaube ich, auch verbindet, ist das Thema Empathie, Empathie aufbauen. Das ist für uns Narrative DesignerInnen und ich habe ja vorhin gelernt von Herrn Ohnesorge, dass wir Macht haben, diese Soft Power eben, ist das natürlich ganz wichtig, weil wenn ich mit meiner Figur Empathie aufbauen kann oder mit anderen Figuren im Spiel, meine Figur ist ja nur eine Art Mittlerinnenfigur, so eine Art Avatar, der zwischen mir und der erspielten Welt steht. Und kann ich zum Beispiel für das Problem mit diesen beiden KetzerInnen, kann ich da Empathie aufbauen? Und das ist dann schlussendlich auch etwas, was ja im außenpolitischen Kontext, wie du sagtest, Papers, please, erteile ich den Leuten Visas oder nicht, ist das natürlich auch etwas, was man im Erzählen der Geschichte nutzen würde, um eben eine Thematik an jemanden, und da sind wir hier ein bisschen wieder beim Leitfragenkatalog, dient das zur Vermittlung von außenpolitischen Thematiken, um eben zu vermitteln, wie hart das Leben da draußen manchmal ist. oder die Thematik, die man eben im Spiel gerade bearbeitet, wirklich an die Spielerin und nicht nur an die Figur zu bringen. Und das Erzählen, Emotionen zu erzeugen in der Spielerin, in der Spielerin, dann haben wir ein gutes Spiel gemacht. Und vielleicht noch da eine kurze Ergänzung, die Ketzer werden ja jetzt dann sehr menschlich und sehr nahbar und empathisch dargestellt. Ein Visa-Entscheider oder Entscheiderin bei uns in der Auslandsvertretung hat halt dann an einigen Dienstorten primär mit Leuten zu tun, die versuchen, falsche Papiere rüberzuschieben, die dann irgendeine Story erzählen, wo dann aus der Erfahrung heraus die Leute dann schon nach einer Weile sozusagen da zwei, drei Fragen stellen und dann fällt das Lügengebäude in sich zusammen oder so und dann ein ganz anderes Bild entsteht von einer gewissen Klientel, mit der man eben arbeitet und für die man aber trotzdem auch qua Auftrag ist, Empathie zu empfinden. Da sind wir nochmal in einer verkehrten Situation als jetzt de Sade. Und ich glaube, diese In-Games sowas noch rauszuholen, vielleicht auch dann die Ketzer unsympathisch, aber trotzdem mit ihrem Anliegen genuin darzustellen, das wäre nochmal eine Steigerung. Also du meinst quasi, dass an sich das Anliegen, in dem Fall nicht getötet zu werden oder generell irgendwo einzureisen, Asyl zu bekommen, dass das die Motivation nachvollziehbar ist, aber dass die Personen dann potenziell nicht immer so sympathisch und nachvollziehbar rüberkommen, vielleicht aus einem Wertesystem, wo man einfach nicht direkt mitschalten kann. Oder aus einem kulturellen Kontext einfach gewohnt ist, dass man Behörden lieber belügt. Also das kann unterschiedlichste Gründe haben. Ja, ist tatsächlich ja manchmal so. Dann gehen wir in den finalen Dialog mit dem Kardinal. Lady de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Kirsten? How could that possibly have happened? After I heard the case they made for themselves, I decided to let them escape. What are you saying? They convinced me that your accusations have nothing to do with heresy and that their only crime was discovering historical truths denied by Tuleme. And you gave credence to the lies preferred by these blasphemers. Their historical truths are nothing but nonsense fabricated to undermine the foundations of Tuleme. The simple act to have proffered such horrors proves the fact that they are heretics. I fear that your youth and kind heart has blinded you, de Sade. That is a shame. I was expecting more from a young legate who seemed sensitive to our magic. Now we have Ruf verloren. Minus 1. So fast can it happen. Kurze Frage to Lena. You mentioned before the ludic-hemeneutic circle. There was I asked right to ask you, it is a very eindeutical assessment of our decision-making and how is the ethical order for this 10 of your view? The simple question had you not. Yeah, it is hard. First I think it is great that you can feel the consequences . It is something that must come. It is egal, what you have in the game and you want not to the player or the player to think about game that this Ruf or this that I think it is very good. But we come in a Bereich where man sagen muss und da surfen manche Spiele wirklich ganz vorsichtig dran lang ist jetzt nicht mein Spezialgebiet aber manche Spiele liefern eben auch Moralsysteme wenn man mal an Dishonored denkt zum Beispiel wo man eben je mehr Leute auf der Straße man also je mehr man sich durch Wachen durch kämpft oder gegen Leute tatsächlich mit der Waffe vorgeht anstatt sie zu bereden oder hinter ihnen wegzuschleichen desto gewaltsamer wird die Welt um mich herum weil alle Leute der Meinung sind der Typ der ist total gewalttätig also es ist eine direkte Reaktion und das ist das gute daran aber schlussendlich der ludisch-hermeneutische Zirkel ist ja quasi so ein bisschen eine Interaktion zwischen mir der Welt und dem Spiel meinem Erfahrungshorizont und natürlich er spiegelt das meinen Erfahrungshorizont wieder dass wenn ich irgendwie etwas als wenn ich mit meinem Vater rede wenn ich etwas nicht tue was er mir gesagt hat zu tun dann erfolgt halt eben Enttäuschung und damit eben auch dieser Rufverlust insofern glaube ich dass das auch eine empathisch total korrekte Reaktion da ist die uns lehrt oder wiederum die Konsequenzen unseres Handelns aufzeigt das ist spannend dass das voll die konsequente Reaktion ist aber gleichzeitig natürlich für unser eigenes Moralverständnis vielleicht nicht die richtige und Mirko an dich die finale Frage weil wir glaube ich auch schon bald abgeben müssen an den nächsten Programmpunkt ist außenpolitisches Handeln hat ja fast immer innenpolitische Motive auch inwiefern war das so ein Beispiel dafür also würdest du sagen das was wir gerade eben erlebt haben passt gut da rein na also erstmal natürlich in der in dem Setting in dem sich das Staf darstellt die Geschichte an sich da ist ja ziemlich gut noch bei weggekommen mit ein paar Punkten Rufverlust also ich glaube in der sonstigen Situation mit der starken Hierarchie und wo es wirklich um Kernmachtinteressen geht wäre der also mindestens sein Auftrag losgeworden wenn ich direkt in den Knast gewandert oder gefeuert oder in den Knast oder sonst irgendwas oder gleich erschossen oder so also das Spiel wäre erstmal nicht mehr weitergegangen wahrscheinlich und Außenpolitik ist immer eine Funktion der Innenpolitik das ich glaube das ist so eine Grundregel die man wenn ich verstehen will was jemand außenpolitisch macht sollte ich immer erst mal gucken was da eigentlich innenpolitisch passiert und jetzt die Vermutung liegt nahe dass jetzt in dem Fall eben Religionskonflikte zu Hause toben die womöglich infiltriert aus dieser Auslandssituation aus der Kontrolle drohen zu geraten und in dem Kontext dann sich nochmal die Frage zu stellen was ist da jetzt eigentlich mit Konsequenzen gelaufen oder so da wird es dann spannend aber da kommt ein Spiel natürlich das noch weitererzählen will und natürlich nicht sozusagen in so eine Sackgasse da kommen möchte wahrscheinlich dann auch an Grenzen also inwiefern das einfach die Narrative von der Institution die da vorhanden ist einfach verletzt Narrative kommen ja häufig aus Zwängen heraus oder zumindest aus dem Rechtfertigungszwang was auch immer und in der Situation ist eben den Heretiker zu bekämpfen und damit die innere Einheit zu halten unter den Gläubigen ist ein ganz zentrales Motiv des Machterhalts aber auch des Ordnungs- und Stabilitätserhalts also wie organisiere ich Ordnung wie organisiere ich Stabilität ist die Kernfrage politischer Systeme und wie sie das dann in der Außenpolitik machen da entstehen die Konflikte und das das ist im Prinzip auch angeschnitten in dem Ganzen es wird nicht wirklich thematisiert und in der Narration kommt noch die Ebene dazu dass diese Welt ja auch glaubwürdig wirken soll zum Beispiel damit wir eben in ihr interagieren und auch gerne in ihr interagieren und dass man plötzlich merkt das ist nicht ein kleiner Auftrag den ich hier erfüllt habe sondern wir folgen hier knallharten Machtinteressen und wenn wir denen nicht folgen dann gibt es Konsequenzen also natürlich hätte der Bischof auch antworten können ja ach ich hab dich so gern irgendwie ist zwar doof aber ja na gut so machen wir halt weiter wie immer aber erstens wie langweilig wäre das wenn wir an der Stelle so eine Antwort bekommen hätten das wäre keine konsequente Zeichnung seiner Figur nicht der Welt und schlussendlich verwässert ist das Thema das dieses Spiel ja aufsetzt nämlich eben das etwas kolonialistische Thema dieses Machtvertretungsthema das Thema das der Absolutismus der an Frankreich angelehnt ist und solche Dinge also nee also alles andere wäre langweilig gewesen finde ich auch also von solchen Spannungen innerhalb der Welt lebt so ein Spiel und macht es dir dann ja auch irgendwie emotional also ruft einfach Emotionen bei uns als Spielerinnen und Spieler ab und das ist doch total schön so so viele Punkte ich könnte ewig mit euch weiterreden und ich hätte auch an vielen Stellen habe ich euch so angeguckt und dachte so ich würde so gerne noch tiefer rein fragen aber uns war es glaube ich wichtig abzubilden wie viele verschiedene Aspekte man in so einem Spiel finden kann deswegen fühlt euch da inspiriert von uns euch diesen Leitfragenkatalog anzuschauen und unabhängig davon ob ihr Lehrpersonen seid Eltern seid auch mal zu schauen so hey lass uns doch mal gucken was spielst du da und wie kann ich das einordnen hat das vielleicht einen größeren Kontext so und wir danke euch an euch nochmal ihr wart wundervolle Experten es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht und wir gehen weiter zur Panel-Diskussion Nummer zwei Diversität in Games und feministische Außenpolitik gespielte neue Horizonte dafür bitte ich dann wahrscheinlich die Teilnehmenden auf die Bühne kommst Herzlichen Dank Sophia Danke dir soll ich gehen? Ja Diversität in Games feministische Außenpolitik gespielte neue Horizonte ich möchte gerne die drei Schlagwörter die Mirko eben Mirko Gruppe eben gerade genannt hat Machterhalt Ordnung Stabilität Begriffe die seit Jahrzehnten in der Außenpolitik in der Innenpolitik sehr sehr stark von Männern dominiert werden wurden und auch sehr stark geprägt wurden nicht nur in der Außen- und Innenpolitik sondern auch in der Wirtschaft deshalb freue ich mich auf ein ganz spannendes Thema gemeinsam mit meinen Mitdiskutanten ich bitte auf die Bühne Miriam Mona Mukalasi Miriam ist Doktoranden feministische Sicherheitspolitik und lehrt an der an der Universität zu Köln sie ist Stipendiaten der Deutschlandstiftung Miriam komm doch bitte während ich dich ankündige auf die Bühne und du hast auch davor bei UN Women gearbeitet und zu diesem Thema geforscht bei der Weltbank ich glaube die Liste ist unendlich lang und ich freue mich sehr dass du mit dabei bist dann bitte Lars Jansen bitte auf die Bühne Lars ist Vice President Worldwide und Studios und Talents bei PlayOn sowie Vorstandsvorsitzender des Gameverbandes und seit Jahren in der Gamesbranche tätig und einer der Mitstreiter Mitunterstützer des Themas Diversität in der Gamesbranche herzlich willkommen und ich bitte die dritte Mitdiskutanten Franziska Zainer mit auf die Bühne Franziska ist Mitbegründerin Mitgründerin und CEO von Fine Games und sie hat unter anderem ihr Master in Game Design an der Universität oder an der New York University gemacht und sie hat ich glaube du hast einer der ersten oder wenn nicht sogar die erste Entwicklerstudio im Kontext feministische Spiele gegründet ja glaube ich kann man so sagen oder weißt du ob das sogar weltweit der Fall ist das weiß ich nicht vielleicht waren wir eines der ersten Studios das das so betitelt hat wir haben wurden letztes Jahr auf die Gamescom eingeladen wussten es ein sehr politisches Publikum und haben in Anspielung auf die feministische Außenpolitik von einer feministischen Geschäftsführung geredet das inzwischen würde ich auch so sagen trifft auch zu es war nicht nur ein Begriff aber ja es kann gut sein dass wir die ersten waren die das so verwendet haben ich freue mich sehr dass du dabei bist Miriam meine erste Frage an dich vor einiger Zeit ich glaube das war im März hat das Auswärtige Amt die die Leitlinien der feministischen Außenpolitik veröffentlicht diese berühmten drei R's kannst du uns kurz erläutern was dahinter steht und warum du in einem Interview gesagt hast dass es noch eine Utopie ist das kann ich sehr sehr gern machen wichtig hierbei ist auch zu nennen dass nicht nur das AA on board ist dabei sondern auch das BMZ als Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit die drei R's wurden übernommen von anderen Staaten die auch eine feministische Außenpolitik haben beziehungsweise hatten und da geht es um Rechte Ressourcen und Repräsentation genau und das erste ist wenn wir über Rechte sprechen ist ganz wichtig bei feministischer Außenpolitik geht es nicht nur um die Rechte von Frauen sondern feministische Außenpolitik schaut sich die Rechte aller Menschen an das bedeutet auch andere Minderheiten andere magisierte Gruppen beispielsweise wenn wir uns im deutschen Kontext anschauen wie wird die Sicherheit von Personen mit Migrationsgeschichte gewährleistet im Vergleich zu Personen ohne Migrationsgeschichte ein anderer Punkt sind die Ressourcen da schauen wir bei einem feministischen Ansatz ganz stark darauf wo werden Gelder reingesteckt in welche Lösungen im Bereich von Sicherheit und Außenpolitik und da sehen wir auch aktuell eine Diskussion darum ob stärker Finanzen investiert werden sollen in militarisierte Lösungen oder eher Lösungen der sogenannten Soft Security also beispielsweise dazu gehört auch Diplomatie aber beispielsweise auch in die Gesundheitsinfrastruktur in Bildung etc. und das Letzte genau da geht es darum wer nimmt eigentlich an den ganzen politischen Prozessen teil und da ist ein gutes Beispiel was ich nennen möchte ist die Initiative im AA Diplomats of Color das wurde gegründet von einer Freundin von mir Tiagi Zio da hat man schön gesehen dass auch innerhalb von Ministerien sich marginalisierte Gruppen zusammentun und tatsächlich auch am Wandel beitragen wollen und warum ich gesagt habe es ist eine Utopie das natürlich habe ich die Frage die am spannendsten ist ist dass wir einfach sehen es wurde jetzt auch im Panel davor genannt dass Außenpolitik und Innenpolitik sehr stark zusammenhängt und das ist auch ein wichtiger Punkt bei feministischer Außenpolitik eine feministische Außenpolitik kann nur so feminist sein wie es innerhalb eines Landes ist und wir haben jetzt gerade gesehen dass bei der neuen Richtung der EU Migrations und Asyl Politik es auf gar keinen Fall dass man davon sprechen kann dass es feministische Ansätze sind Lösungen sind und da haben wir beispielsweise gesehen dass die InnenministerInnen eine Entscheidung getroffen haben die sehr starke Auswirkung hat auf die Außenpolitik und diese Entscheidung überhaupt nicht mangelierte Gruppen mit einbezieht genau das ich könnte noch weitere Fragen stellen wir kommen aber noch mal darauf zurück Lars wenn man sich das so anhört hatten wir ja in der Vergangenheit also wir als Games Branche auch immer wieder zu hören bekommen Diversität Games Branche Toxic Frauenfeindlich etc. und da hat sich ja zum Glück in den letzten Jahren einiges getan wenn wir über heute im hier und jetzt über Diversität in der Games Branche sprechen was meinst du wo wir stehen und wo steht Deutschland im internationalen Vergleich viele Fragen auf einmal ich glaube tatsächlich wir sind in so einem balancierten Moment gerade also wir haben einiges getan tatsächlich in den letzten Jahren aber wir haben schon noch einiges vor uns ich glaube wir sind teilweise zurecht teilweise auch ein bisschen zu Unrecht als Industrie herausgehoben worden die irgendwie besonders diskutiert worden ist das Thema Diversität und wie wir dastehen ich glaube aber dass wir das nur gemeinsam hinbekommen können ich meine wir haben schon schon wir haben über das Thema auch schon öfter mal geredet dass ich finde es muss eine gemeinsame Anstrengung sein auch von Leuten wie mir die so in dieser Industrie schon lange dabei sind und möglicherweise vielleicht auch Plätze einnehmen die wenn es um das Stichwort Repräsentanz geht also irgendwie ein ausgerechnetes Bild verschiedene Kulturen verschiedene Geschlechter zu haben die dann auch vielleicht mal den Platz räumen müssen oder sich zumindest mal auf die Seite stellen und sagen wir gehen das gemeinsam mit und ich glaube da haben wir als Branche in Summe noch ein bisschen was zu tun spreche ich jetzt mal allgemein so ein bisschen mit dem Verbandshut auf wenn ich jetzt über meine Firma rede wir versuchen da natürlich uns zu bewegen viel zu machen und ich glaube es ist generell das ist bei uns bei Playon so das ist bei anderen Firmen so da geht es ein bisschen gerade bei größeren Unternehmen auch so traditionelle Strukturen etwas aufzubrechen es ist halt teilweise einfach mehr Aufwand und den sollte man in Kauf nehmen ganz bewusst weil ich fest davon überzeugt bin und nicht nur ich dass es einfach bessere Spiele am Ende bringt dass wir mit Teams die unterschiedliche Hintergründe berücksichtigen einen ganz anderen Wert schaffen und das ist was das sollte es glaube ich jedem auch bedeutsam genug sein sich in der Hinsicht zu bewegen wenn du fragst wo stehen wir in Deutschland da jetzt aktuell ich würde sagen es ist ein ist ein sehr gemischtes Bild wir haben natürlich jetzt Studios hier eine Vertreterin die wirklich da ganz aktiv ist und Studios die wirklich auch dafür stehen zu sagen wir setzen uns ein und wir senden auch ein Signal und da gibt es erfreulicherweise viele gerade auch im Indie-Bereich in Deutschland die sich da wirklich reinhängen und sagen wir wollen auch eine andere Welt auch im Games-Bereich haben und auch dieses Signal nach draußen senden wir haben glaube ich noch nicht so viel Awareness wie in einigen anderen Ländern wenn ich jetzt ein bisschen an die USA denke vor einigen Jahren da gab es ja die Walkouts sind viele da sind ja auch eine der Skandale so ein bisschen entstanden oder man hat sie mehr wahrgenommen manchmal würde ich mir wünschen ohne die Skandale hinten dran dass wir auch dieses Level von Bewusstsein in Deutschland etwas mehr noch haben dafür aber ich glaube in Summe tun wir eine ganze Menge also wir sind verbandseitig da ziemlich aktiv als Firma wünsche ich mir jeden Tag mehr ich versuche mich einzusetzen dass auch das bei uns viel passiert es ist manchmal nicht leicht sich da zu bewegen und alles zu erreichen aber Stück für Stück müssen wir da weitergehen und ich glaube das können wir nochmal nur gemeinsam schaffen auch mit anderen zusammen in der Diskussion übrigens auch mit der Politik also das ist eine ganz ganz wichtige Grundlage glaube ich auch dafür danke ich komme nochmal auf deinen Punkt Kulturen aufbrechen gerne Franziska wir haben ja kurz eben darüber gesprochen Fine Games als erste feministisches Entwicklerstudio was kann ich mir darunter vorstellen was macht ihr als feministische Entwicklerstudio sehr gute Frage mit der wir uns natürlich den ganzen Tag beschäftigen und ich glaube also zum Teil wurde uns das eben auch zugesprochen zum Teil wollen wir einfach Dinge anders machen Lars du beschriebst gerade es verändert sich schon etwas in der Branche und ich glaube der Grund warum ich zusammen mit meiner Mitgründerin Lea ein Studio gegründet haben war dass es mir viel zu langsam geht ich habe keine Lust mehr auf diese ewigen Diskussionen und ich glaube der einfachste Weg ist ja die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und wirklich zu hinterfragen und ja neu zu gestalten und ich glaube ein Thema auf Firmen eben mit dem wir uns sehr viel beschäftigen ist wie kann so eine Gehaltsstruktur aussehen die wirklich fair ist wir haben es beide erlebt uns wurden Beförderungen untersagt unsere Gehälter waren schlechter als die unserer männlichen Kollegen und das ist der Standard leider und was können wir da für Prozesse in Gang setzen oder für Strukturen schaffen dass uns das nicht passiert ich glaube da haben wir das kleine Studio eben die Chance viel radikaler zu handeln weil wir haben keine Shareholder denen wir irgendwas schuldig sind wir sind nur unschuldig und unserem Gewissen und ich glaube das ist was wir auf Studioebene eben tun witzigerweise gerade Shareholder sagst du mich kurz mal einhacken das ist was was immer mehr in den Köpfen auch drin ist tatsächlich von Shareholdern weil man redet da immer so über Shareholder das sind ja Menschen das sind Menschen wie wir die auch ein Interesse haben und auch die entwickeln sich letztendlich mit ich habe das Gefühl also teilweise muss man natürlich gucken aber ich habe schon den Eindruck dass das mittlerweile eine deutlich größere Rolle spielt also auch die Signale die ihr sendet wenn ihr sagt ihr macht feministische Spiele das kommt durchaus an also ich spüre das auch ich kriege immer mehr und mehr Fragen dazu irgendwie was macht ihr denn für Diversität wie sieht denn das aus und nicht nur über Quoten sondern was ist wirklich aktiv dort drin also ich merke da schon auch einen Prozess der dank euch und anderen sich da in Bewegung setzt aber kann man das damit beschreiben um deine Worte aufzugreifen Lars Kulturen aufbrechen Miriam ich würde gerne diese Frage auch im Kontext der Außenpolitik an dich in erster Linie richten wollen weil Kulturen aufbrechen was bedeutet das also wie kann ein auswärtiges Amt bestimmte Kulturen aufbrechen im internationalen Kontext da 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 klaschen ja gerade die Kulturen aufeinander wie kann ich mir da feministische Außenpolitik oder diverse Außenpolitik vorstellen weil genau diese Prozesse kann man ja auch in Unternehmen zwar anders nuanciert aber auch beobachten ja super Frage und passt auch perfekt zu dem was ihr beide gesagt habt Kulturen aufbrechen da denken oft Leute erstmal so an andere Kulturen ich würde gerne den Fokus darauf legen auf die Kultur im Auswärtigen Amt aber dann auch ein bisschen größer aufgedröse dann zu sagen okay die Kultur allgemein wie Außenpolitik gestaltet wird und im Bereich Außenpolitik und auch vor allem in der Sicherheitspolitik ist es nicht nur eine Männerdominierte Politik sondern auch ganz stark eine sehr elitäre Politik also wenn wir von der Sprache sprechen wenn wir die Frage stellen wessen Sicherheit steht eigentlich im Vordergrund sehen wir auch da wieder meistens werden die Interessen von den bereits sehr privilegierten vertreten und Menschen die weniger privilegiert sind haben überhaupt nicht den Zugang zu der Institution und deshalb können sie auch ihre Interessen sehr sehr schwer vertreten also gerade diese Kultur aufbrechen von wir stellen aktuell ist es noch so dass die Interessen gesagt von den sehr sehr machtvollen Personen im Vordergrund stehen und feministische Außenpolitik bricht es auf und sagt so okay wie wäre es wenn wir eine andere Kultur des Miteinanders der Kooperation einführen wo wir die Interessen der Leute in den Mittelpunkt stellen die am meisten marginalisiert sind wie würden wir dann auf die Welt gucken wie würden wir dann auf Konflikte schauen was würde uns das dann bringen das ist das Kulturaufbrechen und das sehen wir auch in Unternehmen beispielsweise und das sehen wir dann auch in der Gaming-Branche wenn man einfach mal ein bisschen andere Fragen stellt und die Sichtweise ändert was das alles schon tun kann und das ist zwar ein langer Prozess Schritt für Schritt aber man sieht dann doch dass man am Ende eigentlich mit einer einfachen simplen Frage relativ schon viel verändern kann das greife ich sehr gerne auf und schau Lars an Unternehmen international agierendes Medienkonzern ihr macht ja nicht nur Games sondern auch Filme Kulturaufbrechen auf dem Weg seid ihr mit Sicherheit aber welche Programme bietet ihr an in welchem Kontext was passiert bei euch im Unternehmen um diese Kultur aufzubrechen von sogenannten weißen Cis-Männern die an der Machtposition sitzen jetzt fragst du natürlich genau einen weißen Cis-Mann der an der Machtposition ganz bewusst ganz bewusst deswegen mag ich aber auch diese Diskussion weil ich glaube es braucht dann Leute die auch mal sagen so nee wir wollen das auch anders habe ich ja vorher schon gesagt also konkret zu der Frage was machen wir bei uns im Unternehmen das sind verschiedene Initiativen es gibt nicht das eine große Programm mit dem wir jetzt irgendwie die Welt von heute auf morgen verändern ich glaube es fängt an mit was was gar nicht so richtig ein Programm ist sondern mehr so ein Mindset Thema also mir persönlich ist es sehr wichtig und das versuche ich auch vielen bei uns im Unternehmen mitzugeben dass sich bewusst diese Zeit zu nehmen und sich auch bewusst zu machen was will ich eigentlich erreichen welche Art von Kultur will ich haben mir ist immer so dieses Thema der emotionalen Sicherheit im Unternehmen wichtig so einen Raum zu schaffen wo jeder die Person sein kann die sie die sie sein möchte was dazu beiträgt und das muss man schaffen das entsteht nicht von heute auf morgen ich glaube da braucht es halt eben eine ganze Menge Anstrengung und sich manchmal auch in einer Situation wo man sagt naja da habe ich jetzt vielleicht zwei drei Bewerber die da irgendwie passen würden mal zu überlegen will ich das denn jetzt oder will ich nicht vielleicht irgendwie mal ergänzen möchte ich vielleicht Thema People of Color will ich jemanden aus einem Hintergrund haben die mir eine Person die mir vielleicht bei diesem speziellen Spiel auch nochmal ein extra Background geben kann weil einfach eine andere vielleicht auch ein bisschen andere Wertekontext da ist und so und das ist extrem wichtig das ist das eine also das ganze Thema Hiring da muss man wirklich gucken wie geht man damit um dann haben wir ganz konkret bei uns jetzt so Communities geschaffen letztendlich also wir schauen tatsächlich was haben wir im Unternehmen für Interessensgruppen wie zum Beispiel LGBTQIA plus haben wir eine Community gegründet wo eben auch Menschen zusammenkommen die sich überlegen was wollen wir eigentlich in unseren eigenen Spielen sehen und da sage ich durchaus auch selbstkritisch da sind wir vielleicht noch nicht wo wir sein wollen sondern wir wollen schauen bei den neuen Titeln die wir machen bei Spielen an denen wir arbeiten wie kriegen wir eigentlich dort auch teilweise unterrepräsentierte Gruppen so vertreten dass die sagen ja das ist auch ein Spiel für mich und ich muss nicht irgendwie einen Charakter auswählen auf den ich irgendwie keine Lust habe und das sind das sind so Dinge die passieren dann ist uns sehr wichtig auch frühzeitig ranzugehen wenn es um Nachwuchs in der Branche geht zu schauen wie kriegen wir das hin gibt jetzt da rede ich jetzt mal für die für die deutsche Branche kennt ja vielleicht als Initiative gibt es den Girls Day wo sehr junge Mädels Frauen angesprochen werden irgendwie wie sieht es denn aus mit der Games Branche für euch ist also um da auch ein bisschen Awareness zu schaffen dass das tatsächlich ein sehr sehr interessantes Umfeld sein kann das sind so Initiativen jetzt mal beispielhaft irgendwie die die glaube ich an der Stelle helfen im Endeffekt geht es aber nur wenn wirklich wir auch sagen wir wollen das und da bringe ich einen Punkt der vielleicht so ein bisschen provokant ist manchmal geht es nur darum dass dass man auch Menschen die vielleicht so ein bisschen zögerlich sind dabei irgendwie immer noch nicht verstanden haben warum das wichtig ist dass man denen noch sagt am Ende lohnt sich es auch wirtschaftlich also das ist so der Punkt der man der das ist mir zwar immer ein bisschen unangenehm zu sagen den muss man rausholen aber ich glaube wenn man manche gar nicht überzeugt bekommt warum das alles sinnvoll ist die sich dann bei so einem Panel wie hier fragen Mensch worüber reden die eigentlich dann ist es oftmals so dass man sagt ja es ist auch wirtschaftlich total sinnvoll für euch da mitzugehen weil im Endeffekt eine viel breitere Zielgruppe angesprochen wird weil es die gesellschaft repräsentiert in der wir uns befinden und der wir sein wollen und ich glaube das ist so ein so ein punkt den kann man nicht genug betonen und das versuche ich auch in allen was wir bei uns in der firma oder auch im verband tun immer wieder reinzubringen dann kommen wir mal zu den spielen die ihr habt ja vor kurzem finding hannah entwickelt und und in einem vogue interview hast du erzählt dass du eigentlich game designerin geworden bist weil du die welt mit games ein stück weit diverser gestalten möchtest aber auch verbessern willst wahnsinnig horrendes ziel mein respekt aber wo liegt hier für dich das größte potenzial von games wirklich ich habe in diesem interview mit der vogue habe ich über das buch reality is broken gesprochen von jane mcgonigal kam 2011 raus und in diesem buch beschreibt die autorin wie spiele dafür verwendet werden können um gesellschaftliche probleme zu lösen weil spielen ist nur instinkt wie können wir diese mechanismen verwenden um uns selbst und anderen zu helfen und ich dachte lustigerweise zu diesem zeitpunkt dass ich eigentlich mal beim auswärtigen amt oder bei der gez landen würde ich hatte überhaupt nichts zu spielen am hut es war für mich eine ganz andere welt ich hatte politik studiert und dieses buch hat für mich so eine ganz neue welt aufgemacht dieses mit spielen die welt verbessern das ich glaube man denkt oft an serious games haben wir auch heute viel darüber gesprochen aber ich glaube selbst kommerzielle spiele können und sollen eine haltung haben eine politische haltung werte mitgeben und ich glaube für mich liegt das größte potenzial der einfach in der schieren massen menschen die spiele spielen ich im internet gelesen spielen aktuell circa 3,2 milliarden menschen spiele das sind 40 prozent der weltbevölkerung und trotzdem ist das so absolut es wird trotzdem nicht ernst genommen ich fand es auch ganz interessant der nette herr vom auswärtigen amtmann der vorhin so dass er das eigentlich so gar nicht versteht und also wir haben uns für die ehrlichkeit bedankt und ich glaube er steht auch für sehr viele andere menschen seiner riege und ich finde das also ich finde das ich verstehe das aber ist auch irgendwie so ein bisschen tragisch weil wir als gesellschaft müssen spiele ernst nehmen wir müssen uns damit wirklich befassen und genau wie wir in der schule irgendwie lernen gedicht zu analysieren müssen wir doch uns mit spielen auseinandersetzen und ich weiß nicht also meine eltern gehen acht stunden lang und schauen sich faust im theater an aber 30 minuten let's play von irgendeinem spiel würden sie sich nie anschauen weil nee das ist nichts für sie und ich glaube wir als gesellschaft uns fehlt so ein absolutes allgemeinwissen über spiele dass wir die anschauen können verstehen können was ja auch dieser leitfragen katalog ist ja auch ein thema davon wie können wir spiele anschauen und sie wirklich ja verstehen es wird auch oft vom dialog geredet wir sollen in dialog treten aber ich glaube wir brauchen dafür eine basis an wissen die wir gemeinsam haben genau ist jetzt vielleicht ein großer kreis gewesen wieso ich mit der mit spielen die welt verbessern wollte ich glaube es einfach ja es ist diese macht und nicht unbedingt im negativen aber man hat so viel im pack kann so viele leute erreichen mit spielen und das ist es was mich so daran begeistert okay war spiele die begeistern und wir haben ja heute den ganzen tag darüber gesprochen was für potenziale games haben wie sie sind wie sie auf uns wirken wenn wir spielen was für chancen sie bieten im kontext der außenpolitik und bei unserem vorgespräch war ich total erstaunt darüber oder angenehm erfreut darüber als du meintest dass games ganz viele potenziale auch für die außenpolitik bieten und dass wir beziehungsweise dass die die außenpolitik machen jetzt mal ganz reduziert gesagt viel von games lernen können bitte erläuter uns das und was was können wir alles transferieren das passt wieder super super zu bei der vorrednerin als erst mal vielen dank auch für die schöne überleitung weil ich denke dass in einen größeren kontext zu setzen ist dass allgemein menschen die politik machen auf einer sehr formalen ebene ganz 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 viel allgemein auch vom von der pop kultur lernen können weil wir oft sehen ich habe das oft mit meinen studis beim seminar dass sie sagen also wir lesen hier diese texte diese offiziellen texte vergleichen die mit den kultur gütern die wir kommen konsumieren und da sehen wir einfach das insbesondere in der pop kultur einfach der diskurs schon viel viel weiter ist also nicht nur so ein bisschen sondern viel viel weiter und das fand ich deshalb auch so spannend als du am anfang gesagt hast du einerseits in der branche werden bestimmte themen angesprochen man hat so auch das gefühl das hast du ja auch gesagt dass sich ein bisschen was bewegt aber nicht schnell genug und dieses ist es nicht schnell genug das klafft noch viel viel stärker auseinander wenn wir dann wirklich sagen die politik vergleichen die aktuell stattfindet und die politik vergleichen die in games thematisiert wird die in rap songs thematisiert wird die in comics thematisiert wird da sehen wir beispielsweise das oft dann gar nicht mehr so stark irgendwie der fokus auf okay wir müssen hier eine diverse gruppe abbilden sondern es geht schon viel stärker in dieses transformations potenzial dass es nicht darum geht nur diversität ab abzudecken sondern wirklich auch komplett andere perspektiven denkweisen aufzugreifen und deshalb finde ich ja es wäre super glaube ich wenn mehr politiker innen und personen die in den institutionen arbeiten mehr pop kultur konsumieren und weniger auch kritisch und weniger mit diesem mit dieser sehr elitären perspektive ach ja das sind ja nur spiele oder das ist nur das ist nur hip hop so davon kann ich nichts lernen sondern ich glaube wirklich dass diese kultur güter viel viel stärker das abbilden was tatsächlich in unserer gesellschaft eigentlich schon ab geht was meinst woran das scheitert tun wir uns als deutsche in dir in dieser gesellschaft sehr schwer uns diesen kulturen zu öffnen also sind wir immer noch heute mittag wurde goethe platon et cetera zitiert wirklich so tun wir uns wirklich so schwer die goethes und die platons beiseite zu lassen und zu sagen hey pop kultur super games graphic novel rap hip hop kann ich mir gar nicht vorstellen ich weiß jetzt nicht ob mirko gruppa sich vorstellen kann eine rap session im auswärtigen amt abzuhalten und darüber die außenpolitik was meinst woran scheitern wir in unserer gesellschaft also ich denke das ist nicht nur spezifisch für deutschland sondern es ist in vielen gesellschaften vor allem in sehr vielen westlichen gesellschaften so dass eine bestimmte art von elitärer gruppe politik macht auch eine bestimmte sprache verwendet und beispielsweise sage ich jetzt mal in ländern des globalen südens wo es natürlich auch eine elitäre gruppe gibt die dann die 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 macht hat und entscheidungen trifft aber da sehen wir beispielsweise dass sowas wie musik doch irgendwie stärker mit einfließen kann und ich glaube im deutschen kontext ist es einfach so dass wir auch da wieder sehen wer kultur macht oder wer in der kultur als wichtig angesehen wird sind jetzt nicht personen mit migrationserfahrung beispielsweise sondern es ist eine bestimmte gruppe und ich glaube in deutschland oder deutschland und die deutsche gesellschaft vor allem die weiße deutsche gesellschaft tut sich sehr schwer das einfach anzuerkennen dass wir nun mal ein ein wanderungs land sind also es ist nun mal einfach realität und da klappt dann auch wieder das auseinander wie sieht es in der politik aus welche themen werden in der politik auch besprochen und welche themen werden beispielsweise in games aufgegriffen oder in rap songs und ich hoffe dass wir da auch da wieder ein kulturwandel sehen ich würde sagen mit annalena baerbock haben wir schon auch gesehen dass bestimmte dialoge stärker auch mit vor allem auch im kontext mit iran mit dem iran dass wir schon auch gesehen haben dass personen aus dem popkulturellen kontext damit eingebunden worden sind in veranstaltungen in isamani beispielsweise aber damit eine ebo die kurdische abstammung ist vielleicht mal im auswärtigen amt auftritt ich glaube da brauchen wir noch ein bisschen aber man weiß nie bisschen muss ich eine lanze brechen für politiker innen bei uns ich habe da in den letzten jahren schon einiges an wandel gesehen also ich meine bin ja auf relativ vielen veranstaltungen wo auch politik zugegen ist und so und so da gibt es natürlich auch das eine oder andere highlight wo ich mal sage ja da tut sich was da sitzt irgendwie dann vielleicht ein las klingbeil neben mir mal bei eine bei einem award und also ja mensch habe ich auch gespielt das ist total super und das sind dinge die werden vielleicht vor zehn 15 jahren noch schwierig vorstellbar gewesen und ich glaube wir haben da noch eine menge zu tun zu dem was du jetzt eben gesagt hast das ist noch ein ist noch ein weg aber ich bin ganz positiv gestimmt wie viel sich in letzter zeit dort auch bewegt einfach so ein bisschen verbannshut jetzt auch natürlich aus der aus der sicht wir was für ein interesse wir mittlerweile bekommen aus der politik das ist was das ist tatsächlich einfach so nicht vorstellbar gewesen vorher und ich glaube da tut sich was ist es wahrscheinlich ein bisschen auch bedingt schlichtweg durchs alter das kann man nicht anders sagen also etwas sind mittlerweile viel viel mehr entscheider auch und entscheidende im bundestag oder an möglichen anderen gremien die einfach ähnlich kulturalisiert worden sind wie wir die die ähnliche dinge kennen und das macht einen unterschied muss man ganz klar sagen da sind einfach games deutlich näher dran und weil du gerade noch das thema iran als stichwort genommen hast da fiel mir die ganze zeit was dazu ein was ich noch loswerden wollte ist ja zum beispiel eine ganz ganz junge bevölkerung dort und wenn es darum geht welche möglichkeiten hat man eigentlich richtung außenpolitik und games mit games kommen wir total gut dort an ich weiß aus eigener erfahrung wie viel lust dort in der bevölkerung da ist spiele zu spielen auch die hier in europa überall auf der welt gemacht werden und der zugang ist dort längst angekommen ich würde mir nur wünschen dass teilweise dann dort die machthabenden in diesen ländern das irgendwie wahrnehmen das ist natürlich noch ein langer prozess aber die diejenigen die man langfristig erreichen wollen die erreichen wir schon an ganz vielen stellen und genau mit spielen weil wir auf einem anderen weg da gar nicht rankommen würden da sehe ich ein unfassbares potenzial von games das ist gerade in diesem bereich wenn man mit anderen ländern auch interagiert ja auf der republika war ein interessanter talk von zwei iranischen aktivistinnen die erzählt haben dass die kommunikation weil in diesem totalitären staat alles kontrolliert alle kommunikationswege kontrolliert werden und dass sie über in game chats miteinander kommunizieren also kann ich aus eigener erfahrung sagen hatten wir in meiner früheren firma durchaus in mehreren ländern wo unsere spiele verwendet wurden auch teilweise von aktivistinnen um sich zu koordinieren und das ist was was wir gemerkt haben was wir wussten was wir bewusst nicht abgeschaltet beendet oder sonst irgendwas haben sondern tatsächlich auch wohlwollend wahrgenommen haben dass das passiert Franziska wenn du das alles so hörst was miriam ausgeführt hat was las ausgeführt hat über die chancen potenziale von games gibt es aus deiner sicht auch grenzen also oder sind games wirklich als für die die jetzt irgendwie die welt mit games verbessern möchte sind games wirklich ein allheilmittel oder haben games auch in der vermittlung in der kommunikation auch grenzen was solche themen angeht ich finde das eine wirklich schwere frage also keine allheilmittel ne überhaupt nicht ich glaube games was games sehr gut können ist komplexe sachverhalte komplexe regeln vielleicht auch regeln der außenpolitik auf eine sehr einfache art und weise darzustellen ich glaube also da sehe ich auf jeden fall potenzial wie spiele verwendet werden können aber sich ich sehe auch dass es nicht nur serious games geben soll das sehe ich auf jeden fall als potenzial ich glaube also ein punkt zu dem ich tatsächlich keine expertin bin ist also natürlich chats können für in game chats werden für gute sachen verwendet aber eben auch zu negativen was für mods gibt es sind das mods die irgendwelche verfassungsfeindlichen situationen nachbilden oder nicht was also es gibt positives und negatives ich habe manchmal das gefühl dass wir bei games ganz genau hinschauen und bei jedem anderen medium ist es total okay dass es trash tv gibt dass es irgendwelche 99 cent romantik novellen gibt total okay aber bei spielen da schauen wir dann ganz genau hin ob das richtig gemacht wird und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen frei von sprechen dass es okay gibt ist dass dass auch schlechte spiele gefördert werden voll okay das muss es auch geben ja ich würde dir nicht mehr zustimmen an der stelle das ist ja eine sache die mir immer dabei stört ist serious games wir reden immer über nur über ausschließlich über serious games aber der wert den spielen generell liegt auch in spielen die unterhalten der ist tatsächlich unfassbar hoch und ich glaube ergänzend zu dem was du gerade sagtest von franziska ist dass spiele halt auch stark emotionalisieren das heißt sie können content rüberbringen sie können eine botschaft rüberbringen die möglicherweise ansonsten nur sehr schwer ankommt eben durch die tatsache dass man selbst diese situationen erlebt wenn ich an through the darkness of kindness denke dass so ein muster beispiel für mich da ist in dem moment wo ich entscheidungen treffe die die sehr stark konsequenzen haben dann ist das was was mich bewegt als spielerinnen oder spieler und das ist halt was was ich finde was wo spiele fast grenzenlos sind also viel mit bewegen ich würde gerne ich komme gleich ran ich würde nur das publikum falls ihr fragen habt bitte meldet euch oder aus dem chat jessica nein jessica schüttelt den kopf es sind keine fragen aus dem chat bitte aus dem publikum miriam wollte noch was sagen und dann gerne du miriam bitte dankeschön ja ich wollte sagen vielleicht auch wenn wir darüber sprechen wo sind denn wo sind das limit sozusagen auch und du hast ja auch gesagt so games sind kein aller heilmittel und es ist ja heute auch schon aufgefallen okay wie stark oder welche rolle spielt auch irgendwie der staat dann bestimmte inhalte zu pushen aber auch nicht zu sehr zu regulieren und ich denke da vor allem auch im deutschen kontext sehen wir auch dann und dann oft wenn wir die frage stellen okay wann wird denn bei wem reguliert oder wenn wir ein bisschen dann das aufbrechen wenn wir uns zum beispiel an anschauen cyber security oder auch den schutz von 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 digitalen daten schauen wir uns dann wieder an okay wo greift denn der staat ein und wo drückt der staat ihren auge zu thema nsu komplex beispielsweise und ich glaube da wenn wir uns auch da eine ehrliche debatte und eine transparente debatte auch in der in der gaming industrie mit staatlichen akteur innen erlauben kommen wir da schon ein bisschen besser voran weil wenn dann gesagt wird dass er gesagt okay bei der gaming industrie wird sehr speziell geguckt welche inhalte werden da eigentlich produziert und ich bin mir 100 prozent sicher dass es auch dann innerhalb der gaming industrie auch dann wieder bestimmte spiele gibt wo beispielsweise sexismus einfach toleriert wird und gesagt wird ja das gehört halt dazu dann gibt es bestimmt spiele die das kombinieren rassismus und sexismus und da wird es dann vielleicht stärker outgecallt also wirklich gucken wann gibt es auf persönlicher ebene vielleicht die irritationen auch warum diese frage immer stellen warum und auch was fordern wir auch als bürger innen von unserem staat wo der staat eingreifen sollte oder auch nicht glaube das ist wirklich so eine ein spannungsfeld und auch wo man sieht da gibt es ein limit ja das ist ein themenfeld das dafür brauchen extra panel was sehr spannend ist aber ich würde jetzt erst mal die wortmeldung von atta rannehmen bitte atta ja vielen dank für die infos und ich finde das recht begeisternd die frage über feminist muss auch im online fällen und sozialen medien ich sehe dass es gibt unglaublich viel diskurs durch diesen kultur krieg in den sozialen medien es gibt viel push back sogar gute werte und diese menschliche werte werden so negativ dargestellt durch diesen fast so von hass gefüllten diskurs wie kann man durch diesen diskurs online durch kämpfen wie kann man diese werte gut verteidigen und das ist so eine frage weil das ist das kommt auch von persönlicher erfahrung wenn ich durch den sozialen medien durchschaue dann sehe ich wie viel streit da ist und wie kann man leute dazu sensiblieren und besser erklären dass die werte wie feminist muss einfach gut sind und dass sie so schöne elemente haben so viele menschliche werte haben weil es online umfeld einfach so so stark voneinander nichts nicht so gut verbunden ist und sich nicht so gut versteht so aggressiv ist ab und zu zu machen und dann auch die frage eingehen schwierige ich kann man einen kommentar vielleicht dazu also ich glaube tatsächlich an der stelle da bin ich ein bisschen old school am persönlichen diskurs und es ist tatsächlich online extrem schwierig meiner erfahrung nach intensiv solche themen zu besprechen und das was eben gesagt da gibt es teilweise natürlich ein toxisches umfeld ich glaube jetzt sprechen wir für die spielbranche wir schauen natürlich dass wir das wo wir können regulieren dass wir dass wir da dort auch da sind dass wir das unterbinden wenn dinge passieren die wirklich von hass getrieben sind und einen rahmen schaffen ich habe mal vorhin von emotionaler sicherheit gesprochen im arbeitsumfeld das glaube ich muss uns auch gelingen und da kann ich für die für die spielbranche sprechen da versuchen wir dass das das umfeld geschaffen ist ich kann jetzt natürlich nicht für social media generell sprechen und wie dort der austausch stattfindet ich glaube an vielen stellen muss man manchmal fragen macht es jetzt sinn an dieser stelle die diskussion so zu führen oder sollte ich mir nicht lieber ein anderes anderes medium suchen das ist jetzt aber meine persönliche meinung dazu auch vielleicht bedingt aus der erfahrung dass ich selbst bei der ein oder anderen diskussion in den letzten jahren irgendwann gesagt habe okay an der stelle macht es glaube ich nicht viel sinn weiter zu gehen weil auch ein direkter austausch nicht nicht gut möglich ist miriam ja vielen dank auch für deine frage ich finde es ein ganz ganz wichtiges thema und ich glaube so langsam hört man so langsam auch meine politische einstellung raus ich würde sagen auch da müssen wir den staatstärker in die verantwortung ziehen vor allem dann auch was politische bildung angeht wirklich in den schulen auch schon zu sensibilisieren und auch beispielsweise auch in den unternehmen zu sensibilisieren was bedeutet es eigentlich auch ein respektvoller umgang online was was bedeutet ein respektvoller eine respektvolle diskussion die online stattfindet und gleichzeitig auch dann dass einen die staatlichen institutionen so gestärkt werden auch gesetzlich zu sagen okay wenn es hier wirklich menschenverachtende der äußerungen gibt dass sie genauso viel zählen wie in der offline welt und wir sehen dass dann ab und zu schon gesetze verabschiedet werden aber die werden dann nicht die treten dann richtig in kraft oder werden nicht richtig umgesetzt und ich denke vor allem auch da wieder meine bitte stärker jüngeren generation zuzuhören weil auch da sieht man einfach dadurch dass es würde ich jetzt behaupten in einen größeren raum einnimmt in deren lebensrealitäten wie beispielsweise bei mir haben die schon so tipps und tricks wie die damit umgehen oder die wissen vielleicht irgendwie die kennen dann drei nummern an also oder drei websites an die sich wenden können um hass kriminalität zu melden und ich kenne halt nur eine weil das nicht so stark bei mir stattfindet also ich darf das gekoppelt mit einmal noch stärker stärkere staatliche verantwortung und gleichzeitig auch von der jüngeren generation lernen was es dann für tipps und tricks da gibt ja danke franziska es ist noch unentschlossen ja ich bin so ein bisschen unentschlossen weil einerseits also ja es ist wichtig dass wir alle menschen mitnehmen den diskurs vielleicht in deren tempo führen aber wir bekommen sehr viel hass auch ab als als weibliche spieleentwicklerinnen als gründerin von einem feministischen studio und das ist wieder so diese ambivalenz ich ich habe keine lust mehr zu warten ich möchte eigentlich weitermachen wenn die das noch nicht verstanden haben sorry es ist nicht mein problem und zum thema jüngere generation ich finde das total spannend weil dann wir es ja wieder wie erreichen wir die mitspielen und gleichzeitig ich habe auch eine große hoffnung in diese jüngere generation aber dann diese studie die vor zwei tagen rauskam dass die jüngere generation anscheinend denkt dass gewalt gegen frauen total okay ist also es ist anscheinend sind sie also ist da trotzdem noch so viel handlungsbedarf ich meinte mit jungen so unter 18 also wirklich jungen also nicht nur wie die teenager die jugendlichen diese studie kenne ich nicht das musste mir mal sagen wo ich das lesen kann ist ja schockierend weitere fragen aus dem publikum sonst komme ich gerne zu den abschluss fragen wir haben jetzt einiges darüber gehört und ich glaube dieses gespräch können wir noch stundenlang fortsetzen weil ich finde dass das einer der wichtigsten gespräche in unserer gesellschaft sein sollte diversität und weil das ganz viel mit einer gesellschaft macht wie geht man mit minderheiten und wie geht man mit marginalisierten gruppen um und wie geht man ich glaube wir frauen sind keine minderheit mehr ich sind wir nicht bei einem 50 prozent also mit der mehrheitsgesellschaft sind wir dann in dem augenblick um deshalb stellt sich für mich die frage wie könnte ein game aussehen wie könnte ein spiel aussehen zum thema ich habe jetzt hier feministische außenpolitik geschrieben aber zum thema grundsätzlich grundsätzlich diversität wie könnte man diesen kultur änderungen diesen kultur aufbruch darstellen ohne dass deshalb zu sehr serious 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 games draufsteht franziska ja ich habe mich angesprochen gefühlt danke ich sehe zwei optionen mikro und makro mikro wir haben ganz viel über papers please heute schon gehört ein spiel in dem man grenzbeamten spielt ich glaube eine art so eine art spiel erlaubt es uns einzelne schicksale kennenzulernen und das auf einer emotionalen ebene zu erleben eine andere idee die ich heute früh am küchentisch mit meiner mitgründerin hatte ist ein ist ein strategiespiel sehr beliebt bei den deutschen ich meinte eben schon spiele können sehr komplexe systeme auf eine einfache art und weise runterbrechen ich würde gerne ein strategiespiel entwickeln dessen balancing auf den leitlinien der feministischen außenpolitik sich daran orientieren darauf basieren um einfach zu verstehen was was von impact hat mein handeln was von impact haben gewisse policies vielleicht auch weil naja wir reden oft über strukturelle strukturelle benachteiligung das ist so schwer sichtbar zu machen und ich erhoffe mir dass mit so einem strategiespiel das sichtbar und erlebbar gemacht wird so ein spiel würde ich entwickeln vielleicht noch die multiperspektive mit reinnehmen miriam was würdest du da denn gerne ergänzen wollen als diejenige die so lange zu diesem thema forscht obwohl du so jung bist aber du bist ja schon so tief in diesem thema als experten national und international dabei was wären die aspekte die du noch ergänzen würdest ich würde gern auch zwei aspekte nennen und ein aufgreif von der vorherigen diskussion wir haben gesehen da ging es auch viel um die voice layovers also wie wie welche stimmen werden verwendet und welche akzente werden verwendet und ich glaube in einem feministischen spiel würden wir beispielsweise auch sehen dass personen die in der gesellschaft in dem spiel stattfinden die in der gesellschaft vielleicht ein bisschen weiter unten stehen nicht immer einen akzent haben den man zuordnen würde okay diese personen kommen aus einer bestimmten schicht oder diese personen haben diesen akzent und deshalb werden sie als nicht so klug identifiziert oder aus auch deren rolle also auch da wieder mit einfachen mitteln kann man schon auch hier viel tun und das zweite ist und auch da wieder einfach mal durch in perspektiv wechsel darüber nachdenken warum ist es in der reale realität denn so ein feministisches spiel könnte ich mir sehr gut vorstellen dass wir die situation haben dass die afrikanische union länder der mitgliedsstaaten der afrikanischen union zusammensitzen und sich überlegen müssen politische entscheidung treffen müssen wie sie ihre migrationen asylpolitik dann gestalten ob sie personen aus von dem europäischen kontinent ob der zustrom dieser person stärker reguliert werden soll oder welche art von prüfung auch stattfinden soll und das in dem zuge von diesem spiel dann auch hervortritt dass dann die afrikanische union entscheidet okay sagen wir mal die migrantinnen die für unseren kontinent in einem wirtschaftlichen system einen großen benefit darstellen die möchten wir beispielsweise reinlassen und die personen die wir nicht so gerne haben würden wir beispielsweise in europäische schwächere staaten abschieben das war doch mal ein interessantes spiel was wie siehst du das dann würdest du so ein spiel publishen weiß ich nicht um ganz ehrlich zu sein dass ich würde deiner frage auch so ein klein bisschen ausweichen sage ich ganz offen in der hinsicht ich bin kein game designer und das lasse ich denen die das tatsächlich besser können als ich das kann ich habe mehr so zum thema was franziska sagte makro ebene ich habe da mehr so diesen wunsch in den nächsten jahren dass es deutlich normaler wird für uns das in spielen einfach gewisse grund voraussetzungen gegeben sind ich möchte nicht mehr darüber diskutieren dass wenn wir neue spiele machen dass es halt eben nur männliche und weibliche charaktere gibt oder vielleicht sogar nur männlichen charakter sondern die ich möchte dass diese flexibilität überall da ist dass man die dass man sich dort wiederfindet egal ob es um hautfarbe geschlecht kulturelle hintergründe geht das da müssen wir insgesamt als branche noch besser werden und das ist mein wunsch den ich tatsächlich habe und dann geht es noch ein thema wird dieses neues feld aufmachen aber thema inklusion wie kriegen wir den zugang hin da gibt es einige firmen die mit sehr sehr gutem beispiel vorangehen das sehr sehr leicht machen für menschen mit einschränkungen doch auch in so ein spiel rein zu kommen und andere machen das noch nicht so sehr das ist das wo man wo mein mein haupt an die eigentlich ist da kann ich nur an jedem appellieren sich darüber gedanken zu machen wie bekomme ich das hin und da vielleicht noch mal zu einem zu einem punkt den ich am eingang zum eingang gemacht habe das schaffen wir umso besser je diverser unsere teams aufgebaut sind wir wir hatten es gerade vorhin für wie viele frauen weltweit zum beispiel spielen um das beispiel rausnehmen in deutschland oder wie viele menschen generell weltweit spielen in deutschland sind wir bei glaube ich über 50 weit über 50 prozent die spielen manche nehmen es gar nicht so war dass irgendwie so ein casual game zu spielen auch spielen ist und da würde ich mir wünschen dass das wir dort überlegen wen können wir da auch in unsere branche ranholen wir haben leider noch nicht dieses gleiche maß wir sind nicht bei 50 50 bei uns wir sind vielleicht so den meisten bei 25 26 prozent frauen anteil das ist nicht das einzige thema was wir angehen müssen aber es ist ein wichtiges und ich glaube wenn wir das schaffen dann gelingt es uns auch das mehr und mehr in spiele reinzubringen und dann schaffen wir es vielleicht noch mehr coole ideen zu kriegen wie von miriam eben gerade was wir machen können im spielebereich wie gesagt da halte ich mich lieber raus herzlichen dank lieber las liebe miriam liebe franziska na guten tag herzlich willkommen wir übernehmen das programm und wir stehen hier zu dritt ich fange jetzt einfach schon direkt an zu lassen mirko schön dass du da bist tabea die projektleiterin der heutigen fachkonferenz und na schönen guten tag herzlich willkommen daniel budimann ist mein name mirko kropa tabea wittmann na projektleiterin vom auswärtsspiel wie geht es dir gut geht es mir geht es ja ja läuft läuft alles ganz gut oder das auswärtige amt findet das okay was wir machen was denkst du mir gerade so einen strahlenden nebeneinander machen geht gut oder ja geht gut macht spaß heute mirko schön dass du immer noch da bist wir haben die verschiedenen spielungen ja auch noch verfolgt und wir kennen uns wiederum zwar auch nur von außen du warst bei rocket beans schon mal zu gast und hast diplomatie erklärt anhand von siv das war schon richtig gut das hat sehr viel spaß gemacht wir werden jetzt die nächste halbe stunde etwas tun was hier eigentlich noch viel mehr getan werden sollte wenn es nach mir persönlich geht nämlich alle leute ran an die pads ran an maust das hast du und erstmal zocken das machen wir und ich möchte euch insbesondere eine disziplin beibringen die auch wirklich was mit dem heutigen thema zu tun hat bei aller ernsthaftigkeit games und außenpolitik ist ein tolles spannendes thema toll im sinne von notwendig auch ne das haben wir sehr breit besprochen was wichtig ist ist glaube ich diese transformative funktion von games wie schaffen wir das gleich ein ernsthaftes gespräch zu machen während wir parallel hievo spielen los geht's ab ins spiel habt ihr beide dieses spiel schon mal gespielt nein wie du das pad gerade angeguckt hast halte ich das richtig warte mal wir tauschen mal ganz kurz das schaffen wir das schaffen wir ich verrate euch ich verrate euch so viel wir können schon mal ins spiel springen und wenn ihr dann zu hause immer noch zuschaut schön dass ihr noch dabei seid ja ja such dir mal ein schönes kostüm aus wirken du bist links oben genau und pass auf wir machen es härter wir machen den assistance mode aus wenn die welt da draußen nicht so schwierig wäre dann könnten wir assistance mode an machen den assistant mode gehen wir hoch bitte einmal nach oben und nach rechts genau dann siehst du nicht wo deine linke und rechte hand ist genau was ist wenn ich jetzt als einzige mein assistant mode anlasse ne das geht nicht nein wir sind das machen wir nicht so genau ich bin fertig das machen wir jetzt nicht davon nach welchen regeln muss man spielen genau sucht euch ein kleines kostüm aus so viel kann ich schon mal sagen wir müssen zusammen agieren und für die nächste halbe stunde wollen wir einfach mal gemeinsam gucken wie viele level wir denn eigentlich schaffen denn leave no one behind wir müssen alle ins ziel kommen runde für runde das ist spiel ziel einmal mit a bestätigen wir können auch eine halbe stunde einfach nur ein kostüm aussuchen und ich finde das ist vollkommen legitim das ist ein anderes spiel aber das spiel im spiel mit dem haar verschwindet mein kostüm wieder ja genau das ist das ist ja blöde oh das war gerade impressive ich bin ja so ein china nerd insofern ich glaube ich das war interessant ja ok und a bitte bestätigen der grüne knopf genau alles klar jetzt geht's los also spielt sie hey du hast den assistant modes an ist egal was pass auf hier ist die erklärung hier ist in ordnung der linke stick damit bewegt ihr eure arme seht ihr das ja genau sehr gut die linke trigger damit haltet die linke hand fest ihr müsst gedrückt halten um euch festzuhalten genau macht mit dem recht linken stick mal nach oben mirko genau dann und dann drück mal links dann hältst du dich mit der linken hand fest siehst du das ja und rechts genauso okay wir müssen uns oben festhalten dann geht das spiel los beide hände oben dran ah ok das heißt ich kann mit links ich muss beide arme mit dem gleichen bewegen aber festhalten und wir müssen uns gegenseitig festhalten ich finde es ist eine fantastische analogie für die fachkonferenz gaming und außenpolitik also ich bin dieser orange typ und ich habe dich jetzt gerade mal festgehalten du hältst jetzt unten die 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 den den zielort fest bleibt mal bleibt mal halte ich fest ich lass los ich lass los so und wir müssen uns da in diese ding reinschwingen schwingen uns da mal rein top ich bin schon raus so und jetzt musst du und einfach nur links loslassen genau du bist drin easy ganz intuitiv ich bin da so smooth rangecrawled das ist alles kann man es haben ein neuer rekord ja das ist ja schnell wir starten das spiel ganz frei so und jetzt kommen wir zu den harten fragen und wie gesagt wir versuchen parallel so schnell wie möglich durchzukommen ja das ist in ordnung ich mache das jetzt mal so weil die games kultur also wir haben jetzt hier wir viele politik wissenschaftler in viele viele ich lasse euch vollkommen hinten ihr müsst das jetzt alleine schaffen ich bin durch und ich stelle euch harte fragen weltpolitik das geht an den herzen meiner lieben und nein ich habe uns zum absturz gebracht du warst das okay ich weiß überhaupt nicht wie komme ich denn darauf ihr könnt euch wirklich das ist das ist intuitiv ihr kommt gleich kommt ihr dran ihr müsst ein bisschen ausprobieren und für mich ist das wirklich eine tolle analogie ihr müsst gucken wie kriegt ihr die steuerung gebacken nur mit dem linken stick ja und dann immer rechts oder links festhalten genau beides gleichzeitig macht keinen sinn genau und so könnt ihr euch das ist das ist das ist das ist ja auch schön das ist das ist das ist das ich halte mich jetzt einfach an euch fest ihr müsst mich jetzt durch die welt man kann auch swing damit genau man kann swing und wenn du wenn du zum richtigen zeitpunkt loslässt schwingen wir uns rüber und da war ich schuld ich warte immer noch auf die harten fragen ja ich bin selber abgelenkt das spielen spielen und es ist auch schrafen kann ich jetzt okay jetzt das ist so ich lass jetzt mal hier los also ich mach mal einen schwung moment so genau du machst einen schwung moment ich schwinge uns einfach mal ja und mirko du musst zum richtigen zeitpunkt lass mal bitte stopp mirko lass mal genau kannst du deine linke hand bei mir festhalten so habe ich und lass mal rechts los bei dir ja okay alles klar jetzt haben wir eine kette so und wir schwingen uns jetzt nach links und dann am höchsten punkt lässt du los und mirko du musst dann im richtigen zeitpunkt rechts festhalten los aber wir merken es geht wir können so auch versuchen erstmal einzeln ins ziel zu kommen das wäre eher so der aristokratische weg der demokratische weg wäre es gemeinsam irgendwie zu schaffen soll ich dich rein werfen oder ja du musst nur loslassen irgendwer hält sich fest ich glaube ich halte mich fest ich habe ein großes sicherheitsbedürfnis ja und du kannst dich jetzt oben festhalten gleich wenn du da rankommst genau du musst selber mit dem linken stick so ein bisschen nachhelfen ja ich versuch das nicht ja und festhalten sehr gut ich lass jetzt los okay okay da oben kannst du dich wieder mit der linken hand festhalten mirko jetzt jawohl so jetzt nicht ja wohl okay jetzt halten wir beide fest mirko muss loslassen top ich glaube du musst auch loslassen ich habe das bessere schwingen moment und jetzt habe ich euch losgelassen wir sind drin schaffst du es ja ne ich weiß warte ja ich finde es sehr interessant wir haben heute aber ich möchte wir haben wieder den neuen rekord entschuldige du wolltest anfangen ernsthafte fragen zu stellen tatsächlich ja tatsächlich ja wir haben heute im laufe des tages immer wieder aber eigentlich nur theoretisch über videospiele geredet es gab die verschiedenen spielungen dies ist ein anderes spiel und es ist eigentlich nur auf reine unterhaltung gesetzt aber vom spielprinzip ist es schon so man kann das hier gegeneinander spielen man kann es aber auch kooperativ spielen das macht zusammen am meisten spaß was macht ihr dahin wir kuscheln das ist der oberste lebende von kooperativ spielen ganz genau wir halten ein retreat ich bin schon durch wichtig ist welche spiele zeigt man eigentlich welchen person das ist so die kernfrage die ich eigentlich habe weil nicht jede person selbstverständlich deswegen ist es so toll dass wir individuen sind kann etwas mit dem spiel anfangen greenfall zum beispiel würde ich nie weiterspielen weil mir da die entscheidungsmöglichkeiten viel zu limitiert sind mir viel zu grad liegen dann nimmt mir das total den spiel spaß weg und ich bin als spieler typ eher jemand ihr müsst weiterspielen mirko hat mich im schwitzkasten ich glaube ich kann überhaupt nicht du setzt wieder frei ja ich zum beispiel bin vom spieler typ halt schon eher jemand ich mag es unglaublich mit anderen spielen zu spielen also singleplayer spiele spiele die ich ganz alleine spiele können super viel spaß machen aber wenn ich die wahl habe spiele ich immer kooperative spiele ich habe das gefühl ihr hört mir gar nicht richtig zu ich höre dir schon zu das soll ja eigentlich ein kooperatives spiel sein aber wenn ich nicht mal weiß wie ich da kugeln soll du steuerst wirklich nur mit dem linken stick damit bewegst du beide hände so ne genau damit bewegst du beide hände genau ihr könnt jetzt mal versuchen einfach auch alleine zu agieren damit die steuerung darauf zu kriegen wenn jetzt die linke hand loslässt mirko genau dann kannst du mit links nach oben gehen mit der linken hand genau sauber sehr gut sehr gut habe ihr hat es habe ich die genau und jetzt links rechts loslassen genau rechts loslassen genau ich glaube ich finde es sehr metaphorisch gerade es soll kooperativ sein aber wir sind noch so am joystick habe ich zumindest ja aber vielleicht ist genau das ja so der witz dass man erstmal wege finden muss wie kann man überhaupt auch produktiv zusammen abweichen man muss sich da an jedes system denken so ist das du hängst an meinem drachenkopf so ist das und später im laufe des spiels wird es natürlich härter da können wir auch wirklich nur bestehen wenn wir zusammen arbeiten naja wir spielen das jetzt schon durch also wenn das jetzt länger als eine halbe stunde dauert dann sagen wir den rest ab aber es ist natürlich hier noch mal eine stufe vom vom lernenden zum kooperativen zu kommen das ist nicht einfach genau richtig so jetzt knäuel genau ich lasse jetzt auch ja halte ich fest nein wenn du los lässt dann kannst du gleich unten wieder links festhalten top ich lass los sehr gut so jetzt kannst du loslassen links genau rechts darfst du nicht loslassen jetzt kannst du dich da ich lass los top und du kannst loslassen wir können uns beide reinschwingen du musst selber mit links nach sozusagen die bewegung mitmachen top alles klar also langsam kris genau ich bin motorisch eh schwach das weiß ich gar nicht insofern dieses kooperative spielen dann in szenarien techniken oder oder wo eben die geschicklichkeit nicht so eine rolle spielt ich glaube das ist eher dann mein game meinst du klar ja ich fürchte ich fürchte ich fürchte für mich das für mich ist das sehr interessant ich glaube du bist doch safe dahinten ja jetzt��고 adolescents anweisungen das ist wirklich links rechts links nach links mich jeder wenn ich denn er oben bin dann bist du wieder zu viel Und dann lasse ich los. I believe I can fly. Mirko, ich mit dem Assassin Mode. Ursprünglich war die Idee, ein Spiel mit euch beiden zu spielen. Das hieß Keep Talking and Nobody Explodes. Was tatsächlich für deine Rolle auch im Auswärtigen Amt sehr interessant wäre. Hast du von dem Spiel schon mal gehört? Nee, aber ich habe nur eine Ahnung, worum es gehen könnte. Eine Person sitzt an dem Rechner. Sie sieht eine Bombe, die zu entschärfen gilt. Alle anderen MitspielerInnen sehen das aber gar nicht, sondern man muss kommunizieren. Man hat Zeitdruck und man muss gemeinsam kommunizieren, welches Rätsel gerade zu lösen ist. Und die anderen Personen haben tatsächlich einfach so einen Stapel Papier. Und da müssen sie wirklich durchgucken. Wunderbares Spiel, super Idee. Warum ist das so toll? Weil die Kommunikation gestärkt wird. Wie schaffen wir das gemeinschaftlich so schnell wie möglich die richtige Kommunikation aufzubauen, um dann sozusagen im spielerischen Kontext weiterzukommen. Und ich kenne verschiedene Persönlichkeiten, auch aus der Filmindustrie, die es tatsächlich durch dieses Spiel geschafft haben, wesentlich schneller und effizienter miteinander zum Beispiel am stressigen Filmstatt zu reden, wenn man 60 Leute um sich herum hat. Ja, aber das bildet ja eine Realität häufig ab. Sei es jetzt außenpolitisch oder sonst wo. Es ist irgendwo ein mega irgendwas im Raum, was man bearbeiten muss. Und alle machen irgendwas. Es gibt dieses schöne Bild von der Baustelle, wo irgendwie Leute da rumstehen und nur einer schiebt da mit der Schippe. Und da steht dann der Key-Account und der, der die Schippe macht, ist Horst. Der Horst. Der Horst. Und so ist es ja im wahren Leben ja auch. Super. Das ist ein bisschen die Frage, ob das im wahren Leben ist es so, aber es gibt eben auch die anderen Perspektiven, wo man nur gemeinschaftlich was erreichen kann. Die Bombe ist ja letztlich nur eine Urgency. Genau, richtig. Wo dann auch ein Handlungsdruck da ist und schief geht dann, ist alles kaputt. Die meisten Dinge, die wir machen, wenn die nicht gleich funktionieren, ist erst mal egal. Dann haben wir zwar erst in 15 Jahren keine gute Infrastruktur oder schlechte Digitalverbindungen oder so. Aber das Problem bleibt das gleiche, auch wenn es keine Bombe ist. Und eben so die Kommunikationsskills zu machen, das ist letztlich der zentrale Punkt. Und wenn durch ein Game das simuliert wird. Tatsächlich auch zwischenmenschlich gefördert wird. Also ich kenne auch Geschichten. Es gibt auch Spiele, Overcooked als ein Beispiel, wo man gemeinschaftlich kochen muss, auch zusammen. Das hat auch schon Beziehungen beendet tatsächlich. Also im theoretischen Spiel erkennt man dann halt auch eventuell etwas an dem Menschen. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie das bei dir zum Beispiel auch in deiner Ausbildung war. Vielleicht sogar schon zu Schulzeiten. Es gab immer die Planspiele, die UN zum Beispiel nachgespielt wurde. Habt ihr da schon mal daran teilgenommen an sowas? Zu solchen nachahmenden Formate. Ja, fast ja nicht die Fische. Ich bleib mal hier unten. Ich fange dich hier auf. Ich versuche von ja in der Schule dann solche... Smooth. Da hast du drin, ne? Oh, wow. Los Mirko, versuch's. Ich fange dich auf hier. Jetzt kannst du mir schlaue Fragen stellen. Du kannst uns auch schlaue Fragen stellen. Erzähl mal, nee, also diese Planspiele, die fand ich damals sehr interessant, weil sie natürlich theoretisch, das ist nichts anderes als Mimikrie, ne? Also du simulierst im Prinzip zum Beispiel, ah, zum Beispiel die UN. Ja. Dadurch lernst du das System kennen und dann nimmst du eine Rolle dafür ein und dann gibt es natürlich auch andere Spiele, die wir auch zu Schulzeiten vielleicht gespielt haben, Werwolf oder so, wo man halt gewisse Funktionen übernimmt innerhalb eines Spielsystems. Also das heißt, wenn wir über Games reden, ist es mir immer ganz wichtig, nicht immer nur die digitalen Endprodukte zu nehmen, sondern viel eher auf die Spielregeln zu gucken. Die Spielregeln hier zeigt Mirko richtig gut gerade. Schwing dich mal von da rüber, ich fange dich auf. Ich finde es total schön, wie die Gelb gespritzt wurde. Dankeschön. Genau, rechts festhalten bestenfalls. Oder jetzt kannst du links auch dich einfach durch... Jetzt kannst du genau, kannst dich durchhangeln. Das habe ich schon mal hingekriegt, ne? Ja, müsste es eigentlich... Also in der Tat... Ich glaube, bei Politik ist gerade... Jawohl. So. Hatte ich jetzt eigentlich... Wenn du dich rechts unten nochmal festhält, Entschuldige bitte. Alles fein. Ich merke. Genau. Schwingen und... Du kannst jetzt einfach mit dem Stick nach oben so... Ja, genau. So und jetzt schwing dich rüber und ich fange dich auf. Genau, das heißt rechts loslassen. Er fängt dich auf. Ja. Die Tension war ja da. Was wolltest du sagen, Tabea? Ich wollte irgendwas ganz kluges Kulturwissenschaftliches sagen, wie Spielsysteme und Kultursysteme sowieso ja immer in so einem Verhältnis zueinander stehen. Und ich glaube, solche Planspiele führen es halt ganz explizit auf. Man versucht einfach Rollen darzustellen und einfach die auf einer abstrakten Ebene vielleicht zu vermitteln. So was bedeutet einfach nur diese Rolle einzunehmen. Und darüber, glaube ich, relativ niederschwellig zu versuchen, irgendwie Möglichkeitenraum zu schaffen. Genau. Und ich glaube aber, der Reiz ist halt irgendwie zu sagen, ich kann mal ausprobieren, wie ich durch die Gegend laufe und mit einem Cape... Wow. Das war ganz gut, ne? Mit einem Cape die Welt rette. Halleluja. Ding, ding, ding. Ding, ding. Und um wesentlich schneller. Nee, genau, aber ich glaube, so der Reiz zu sagen, die Welt zu retten, kann ich vielleicht tatsächlich über ein Gespräch, aber ich kann die Welt auch retten, indem ich die Welt rette mit Cape und Säbel und ich weiß nicht was. Das hat natürlich einen ganz anderen Reiz. Und ich glaube, ja, dieses reizvolle Bringen möglicherweise so Planspiele einfach an der Stelle nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, die wären an der Uni oder so einem späteren Zeitpunkt möglicherweise einfacher, aber in der Schule. Ich glaube, was sie auch manchmal nicht simulieren, diese Simulation ist tatsächlich Purpose. Also das ist ja häufig auch so, zu erkennen, dass da eine Bombe ist und sich dann als gemeinsamen Purpose darauf festzulegen, dass man die jetzt irgendwie entschärfen muss oder so. Das fehlt ja manchmal auch, gerade weil Dinge sehr abstrakt sind oder man sich auch ein abstraktes Ziel irgendwann mal verständigen muss. Das fehlt manchmal auch. Und die Simulationen, die bringen einen, ich glaube, manchmal eher in eine Situation, dass sie irgendwie was lösen wollen, aber man weiß nicht zwingend warum. Ich glaube, da bist du aber wieder bei dem Bereich der Narration, also wirklich die Narration, die dahinter liegt, die dir den Sachverhalt, die Welt besser erklärt und daraus entsteht dann ein Purpose. Und ein Purpose ist ja in dem Sinne auch schwer, du kannst es glaube ich auslegen, aber Purpose zu haben oder einen Sinn hinter etwas zu verstehen, wird schlussendlich immer etwas Individuelles, etwas Subjektives sein. Das weiß ich nicht, weil der Purpose am, oh jetzt habe ich mich selber umgebracht, ne ja, der Purpose ist am Ende ja, also wenn ich jetzt aus dem Projektmanagement komme oder so, dann ist der Purpose das, was das Team zusammenhält am Ende. Und da ist der Purpose jetzt vielleicht zwingend gleich ein Narrativ, weil das Narrativ ist vielleicht eher die, dann wirklich die Vision, die Wertegemeinschaft, sowas in der Art. Und beim Purpose sind wir so auf einer Zwischenebene, dass ich sozusagen weiß, wohin ich steuern will. Also ich bin auf dem Meer und da ist die Insel X, aber ich bin auf dem Polarstern, um da hinzukommen. Orientierung. Der Purpose ist dann Insel X allein erreichen, aber die Orientierung, die muss irgendwie auch klar sein. Ja. Sonst haben wir da, irgendwie kommen wir nicht zusammen oder erreichen das nicht so, wie wir wollen. Da finde ich das Projektmanagement aus seinen Überlegungen heraus eine sehr hilfreiche Sache, um sich das klar zu machen. Ja. Also unseren Purpose habe ich, glaube ich, hier noch nicht gefunden in diesem Level gerade. Ich bin auch gerade... Ich verstehe. Was soll denn dieses Lama? Pass auf, pass auf. Ich glaube, das hat Purpose. Ich glaube... Das ist nur ein Bonus. Das Lama hat gerade gepupst. Aber pass auf, wir machen mal folgendes, wir machen mal folgendes. Du schwingst dich jetzt an meine rechte Hand, bitte, Tabea. Oder du kannst auch da hingehen, das ist in Ordnung, dass wir eine lange Kette bilden. Hänge ich an deiner... Nee, doch. Ich hänge an deiner rechten Hand. Du hängst in der Mitte, genau. Wer ist denn hier? Ja, ich bin rechts dieser Puke, genau. Alles klar, Moment. Ich versuche... Hänge dich sozusagen mal an meine Hand, bitte. An meine rechte Hand. Ich habe meine Hände gerade verworren. Ist der Sandsturm da? Oder was ist das? Das ist ein Pups tatsächlich. Ich glaube, es ist Lama-Pups. Lama-Pups. Okay. Meine Hand wird nicht losgelassen. Ich glaube, Mirko hält mich fest. Okay. Und festhalten. So, Mirko. Okay. Wir sagen einen bestimmten... Warte mal. Nee, stopp. Ich hänge mich mal hier an die Kante richtig ran. So. Und jetzt lässt du deine rechte Hand los. Alle halten fest, bitte. Genau. Sehr gut. Und Mirko, wir schwingen uns gleich rüber in der gleichen Bewegung. Immer im Halbkreis nach rechts, wieder nach links, wie beim Schaukeln, damit wir ein bisschen Momentum kriegen. Und dann lasse ich gleich los. Und du hältst mit deiner rechten Hand jetzt fest. Ah! Okay, passt. Okay. Ich glaube, es hat schon mal jetzt von der Gruppenkoordinierung geklappt. Genau. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Aber ich fand, ich hatte vorhin den Gedanken, braucht es manchmal nicht auch einfach das Narrativ, um den Purpose überhaupt greifbar zu machen? Weil du meinst, vielleicht ist manchmal der Purpose oder das Narrativ der Purpose. Aber vielleicht muss man das doch erst mal basteln. Also es gibt in den Niederlanden so einen Pflegedienst, der hat 80 Prozent Marktanteil. Die heißen Burtsorg. Und die haben sich aus dem Nichts gegründet. Und deren Haupt-Purpose ist, die Menschen möglichst lange in der Selbstständigkeit, aus dem selbstständigen Leben und selbstständigem Entwickeln ihres Lebensalltags zu halten. Und die organisieren sich in dezentralen Teams. Zwölfer Teams. Und da ist der Purpose eben klar definiert, mit Blick auf die zu Pflegenden. Und darum herum ist alles gebaut. Und die kommen mit völlig dezentralen Strukturen aus. Die haben ein Headquarter mit 35 Leuten, die ein bisschen Steuererklärung und zentrales Marketing machen. Und der Rest läuft völlig dezentral. In Niederlanden ist das. In Niederlanden ist das. Und da siehst du eben, was so eine Purpose-Debatte tatsächlich bewirken kann. Alle wissen, worum es geht. Und man kann sich selber organisieren und ist nicht von irgendwelchen Hierarchien abhängig oder sowas. Und Ameisen funktioniert genauso. Die Frage, die wir uns ja stellen als Gesellschaft. Also das klingt auf jeden Fall für einen Purpose, der sollte allgemein gültig sein, finde ich. Wir müssen die Frage, wie kriegen wir das hin? Und welche Purpose gibt es denn eigentlich noch? Und ich meine ein Demokratieverständnis, so bin ich auch hier aufgewachsen. Den Purpose demokratisch, selbstbestimmt auch zu bleiben. Auch eben in der Welt. Auch wenn die Welt so aussieht, wie sie gerade aussieht. Ich finde, das ist schon ein Purpose. Allerdings ist das natürlich, das ist vielleicht eher die Vision. Weil der Purpose ja doch irgendwas sein muss, wo ich auch gestaltend hinkommen möchte. Es ist schon eine Zielüberlegung. Ja, verstanden. Ich möchte da hinkommen. Ich möchte sozusagen aus dieser Schaukelwelt hier raus. Wir sind gleich aus der Schaukelwelt raus. Natürlich, trotz allem. Halt. Ich glaube. Wir müssen alle gleichzeitig schwingen, wie auf der Schaukel. Mirko kann, glaube ich, auch loslassen, weil ich habe Mirko. Das war knapp. Und Daniel hat uns einfach alle gehofft. Ich habe euch alle in den Abgrund gerissen. So ist das ja. Also ich glaube, bei mir hadelt es noch so ein bisschen in der Unterscheidung zwischen Vision, wo wollen wir hingehen. Und da jetzt auch tatsächlich eine ernste Frage wieder zurück zur Fachkonferenz zu stellen. Natürlich auch an dich, Mirko, was das Auswärtigen Amt gibt. Gibt es eine Vision? Also gibt es im Auswärtigen Amt eine Vision, die man offen ansprechen kann, die klar ist, die auch vielleicht dann für die Gesamtbevölkerung hierzulande auch verständlich ist? Ich fürchte nein. Wir haben, ich glaube, wir sind eben als in einer demokratischen Gesellschaft lebend. Wir sind eher in einem statischen Raum, wo gerade die Politik sich auch raushalten soll mit ihren Visionen. Das verstehe ich. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich der Meinung, dass das nicht reicht. Wir sollten schon formulieren zum Beispiel, wie wir uns eine stabile Weltordnung, wie wir uns eine Friedensordnung vorstellen. Wie wir glauben, dass auch im sich veränderten globalen Kontext Zusammenarbeit aussehen soll oder so. Ich finde schon, dass wir da in der Verantwortung sind, was zu definieren und uns nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben. Vielleicht beschreibt es so ein bisschen besser, der größte Feind von Fortschritt ist Erfolg. Wir waren jetzt über 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges sehr erfolgreich und uns ist tatsächlich so ein bisschen die Story verloren gegangen, warum das eigentlich so erfolgreich war. Genau, ja. Und jetzt sind Narrative im Raum, die gerade jetzt aus Russland oder China sehr restaurativ eben auch unterwegs sind. Und diese Restaurativ-Narrative, die sind ja zur Zeit die, die verfangen und auch in Antikolonialismus-Debatten oder dann auch in anti-westlichen Debatten einfach sich rein spiegeln lassen, ohne dass da wirklich reflektiert wird, dass wir eigentlich da, wo wir sind, aufgrund von der Ordnung gekommen sind, die jetzt seit 80 Jahren existieren. Sorry. Aber ist das nicht auch einfach, weil Kontra-Narrative einfacher funktionieren als zu sagen, wohin wollen wir, eine Vision zu entwickeln, da eine gewisse Kohärenz zu haben? Ich hatte vorhin noch den Gedanken, weil wir hier so wunderbar scheitern. Und du meintest, na Erfolg ist eigentlich so ein Erfolgsmoment, da hat man dann das Gefühl, ah, jetzt haben wir es erreicht, jetzt ist es vorbei. Das ist vielleicht auch einfach dieser Moment des kreativen Scheiterns, was Politik-Games, vielleicht auch gerade Außenpolitik bewegt, worüber wir heute auch noch nicht so viel gesprochen haben, aber was mich immer wieder umtreibt. Es gibt doch dieses famose Spiel, ah, wie heißt denn das, wo man versucht mit diesem Mann in der Tonne den Berg rauf. Getting over it. Habe ich tatsächlich überlegt, das mit euch zu spielen heute. Getting over it, ja. Halt dich fest! Nein! Nein! Wir haben uns festgehalten. Ihr habt euch festgehalten, ja. Aneinander. Ich frage mich gerade, also die Welt scheint wirklich so, also Zeitenwende als Begriff aus der Politik, der auch häufig genutzt wurde und auch immer wichtiger und deutlicher wird. Nicht zuletzt, weil die Mächte sich verschieben und weil es auch geopolitisch ganz, ganz deutlich riesengroße Neuverhandlungen eigentlich gibt. Also eine Neuverteilung findet ja gerade statt. Der Kampf um eine Neuverteilung, das ist ja ganz grausam eigentlich. Und nach Friedenszeiten sehnt man sich natürlich nach einem Status Quo zurück irgendwie, der aber schon passé erscheint aktuell. Das ist, ich glaube, scheinbar ist es so, dass wir gesellschaftlich global gesehen auf jeden Fall gerade in dieser großen Diskussion eines Systemwettbewerbs stehen. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist das sich bewusst machen. Wir haben mit Gesellschaften zu tun, die in den letzten 30 Jahren sich sehr stark verändert haben, große Mittelschichten entstanden sind und sehr große Verlustängste. Gleichzeitig haben eben so, haben eben Nationalnarrative und solche Dinge, gerade Konjunktur, was auch aus den Ängsten herauskommt. Es ist so ein Zeitgeist ja auch, sich überall zurückzuziehen in Echokammern. Ja, ein bisschen digitaler Wiedermeier. Das ist irgendwie... Er hat uns die geschenkt. Tatsächlich passt das ganz gut. Das Spiel hat erkannt, dass wir scheitern und es hat uns eine Hilfestellung angeboten. Vielleicht ist das etwas, was, wenn viel Angst ist, wenn vielleicht viel Ablenkung auch im Alltag entsteht. Und ich kann das, ich empfehle, jeder, glaube ich, kennt das, nicht zuletzt durch die letzten Jahre, durch die Pandemie, durch den Verlust von empathischem Alltag vielleicht auch, durch viele krasse Veränderungen im Alltag generell. Genau. Ein bisschen Hilfe wäre, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen Hilfestellung wäre ganz gut, um dann doch wieder vielleicht auch von diesen Ängsten zurückzukommen, um sich vielleicht auch aus den eigenen Echokammern mal wieder rauszubewegen. Das wäre fantastisch, wenn das irgendwie klappen könnte. Und wenn du das jetzt noch schaffst... Ja! Wir können die Pads weglegen. Voll geschwischt. Ja, ich auch, ich drauf. Ihr Lieben, am Ende ist es dann doch nochmal ein bisschen ernster geworden, obwohl wir so ein buntes Spiel gespielt haben, Heathrow. Ich bedanke mich für die Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben und auch für die Gespräche, die wir parallel versucht haben zu führen. Und das als Analogie, deswegen wollte ich das gerne mit euch spielen. Es ist schwer, parallel ganz viele Sachen gleichzeitig bearbeiten zu müssen. Es ist total schwer, einen Sinn hinter einem Spiel zu kriegen, wenn man da so reingeworfen wird. Umso wichtiger ist es, dass man vielleicht Systeme beobachtet, ausprobiert und ab und zu auch ein bisschen Hilfestellung kriegt, um dann vielleicht doch nochmal ins Ziel zu kommen. Für mich ist die Fachkonferenz auf jeden Fall eine Hilfestellung, weil mir nimmt es auch die Angst, zum Beispiel, klingt ganz drastisch, oder die Sorge oder den Respekt vor zum Beispiel einem Auswärtigen Amt. Das muss ich ganz klar sagen, finde ich super. Das ist auch etwas, was wir bei der Nachwuchswerbung oder so sehen, wenn da irgendwo Auswärtiges Amt draufsteht. Die Leute sind irgendwie teilweise eingefroren und können sich nichts vorstellen oder so. Dass wir auch nur normale Menschen sind und so, das geht dann auch nicht. Naja, ihr zockt, glaube ich, ihr solltet schon ein bisschen mehr zocken. Also ganz ehrlich, die neue Normalität ist wirklich mehr zocken. Ich sage es immer wieder. Ich staune tatsächlich, wie viele Kolleginnen und Kollegen dann doch zocken, wenn wir dann mal fragen. Gaming-Event oder so. Wir haben ja jetzt schon ein paar gemacht. Da haben wir doch immer wieder jemanden gefunden. Also es gibt doch auch bei uns einen Generationenwechsel, was vorhin anklang mit Altersfrage. Das ist bei uns genauso. Und wir sind vielleicht dann doch auch ein bisschen repräsentativer manchmal, als man vielleicht so in den Stereotypen denkt. Aber dazu sollte man halt auch selber aus der Zivilgesellschaft auch offen sein, um zuzuhören. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mit das Allerwichtigste in eigentlich allen Belangen. Und es ist eigentlich egal, ob das Games sind oder Gesundheit oder, oder, oder. Naja, bevor wir hier weiter schwadronieren, ich würde das sehr gerne weitermachen. Aber es gibt noch andere Expertinnen und Experten hier draußen sozusagen im Hauptstudio. Und die warten eigentlich nur auf ihren Einsatz. Und es geht auch direkt weiter mit der zweiten Spielung mit dem Titel Interessenskonflikte und Konfrontation. Machtpolitik und Postkolonialismus in Games. Wichtiges Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, ist im Laufe des Tages immer wieder auch sozusagen schattiert worden. So nenne ich es einfach mal. Nicht zuletzt auch, was feministische Außenpolitik angeht. Da gibt es eine sehr, sehr stänge, inhaltliche Deckung. Das geht jetzt auf jeden Fall weiter. Und ich gebe ab an die liebe Kollegin Sophia Katz, die schon bereitsteht. Ja, ja, genau. Ich gebe einfach ab. Die machen das schon. Danke. Ja, ihr habt es schon gehört. Hallo und letztlich willkommen zurück im Hauptstudio mit einem ganz unkomplizierten Thema. Machtpolitik und Kolonialismus. So ein richtiges Gute-Laune-Thema. Und dazu machen wir jetzt eine Spielung. Und ich freue mich sehr darauf, denn ich habe ganz tolle Expertinnen an meiner Seite. Zum einen Dr. Maria Ketzmerik. Ich stelle euch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher vor. Und Riyad Jemili. Und wir haben noch eine vierte kleine Person hier an Bord. Also falls ihr zwischendurch kleine Quietschgeräusche hört, ausnahmsweise quietsche nicht ich rum, weil ich was Süßes gesehen habe, sondern wir haben hier noch ein kleines Baby auf der Bühne. Genau. Also danke für euer Verständnis. In diesem Sinne legen wir los. Wir schauen uns jetzt also das nächste Spiel an. Es geht um Curious Expedition 2. Das spielt im 19. Jahrhundert und es geht ums Erkunden für Europa unbekannter Gebiete. Natürlich sind diese bereits aber von einer indigenen Bevölkerung besiedelt, auf die wir dann unter anderem treffen. Das Spiel ist ein Roguelike. Das bedeutet, die Inhalte werden prozedural generiert. Und im Klartext heißt das, wir wissen nie, welche Herausforderungen oder welche Insel, welche Art von Insel, also welche auch geologischen Gegebenheiten uns da vor Ort erwarten werden. Unsere Handlungen, wie wir den Bevölkerungen dort begegnen und Gespräche führen, entscheiden auch das weitere Voranschreiten des Spiels. Wenn wir so richtig verkacken, dann können wir auch unsere gesamte Crew verlieren. Richtig? Ja, das stimmt. Im schlimmsten Fall. Also gar kein Druck hier auf uns. Und am Ende, wenn wir also eine Insel erkundet haben, haben wir die Gelegenheit, nach Paris zurückzukehren und auch dort gewisse Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel wohin die nächste Reise geht oder auch was wir mit Gegenständen machen, die wir vor Ort gefunden haben. So viel erstmal nur in zwei kleinen Worten und jetzt zu euch. Meine Gäste sind Maria Ketzmerik, Akademische Rätin am Lehrstuhl Soziologie Afrikas, Uni Bayreuth. Herzlich willkommen erst mal. Und Ria Gimili, direkt von Maschinenmensch, Mitbegründer und CEO von Codex.io. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ria, zuerst an dich die Frage. Wir spielen ja den zweiten Teil von Curious Expedition. Das heißt, ein Nachfolgerspiel. Was war denn der Idee in Ursprung, wenn es sowas gab? Was hat euch bewegt, erstmal generell ein Spiel zu entwickeln und vielleicht zu dem Thema? Ja, mein Zahnarzt. Kein Gag? Kein Gag. Ich war im Wartezimmer bei meinem Zahnarzt und da lag eine National Geographic über Expeditionen. Und weil ich schon immer sehr geschichtsfasziniert war, habe ich die dann gelesen und habe dann gedacht, das wäre eigentlich ein gutes Setting für ein Spiel, weil sie waren sehr aufregend, sehr abwechslungsreich, sehr schwierig. Und daraus haben wir dann ein Spiel gestrickt, ich mit meinem Mitgründer Johannes Christmann. Voll gut. Also Leute, geht zur Zahnprophylaxe, das kann inspiring sein. Dann Maria, wir haben uns wieder alle auf ein Du geeinigt. Maria, deine Forschung ist ja in der Schnittstelle von Außenpolitik, postkolonialistischer Forschung. Warum ist es für heutige Außenpolitik wichtig, auch die Vergangenheit immer im Hinterkopf zu behalten? Ich sollte vielleicht vorweg schicken, dass ich absolut keine Spielerfahrung habe, aber es unglaublich spannend finde, auch die akademischen Inhalte, wissenschaftlichen Inhalte sozusagen auf neue Art und Weise zu entdecken quasi und zu sehen, was wir da jetzt gerade in dem Spiel erfahren. Zu deiner Frage, warum es wichtig ist, sich mit postkolonialer Vergangenheit zu beschäftigen, da würde ich sagen, man könnte argumentieren, dass die Kolonialzeit ist vorbei. Es war in den 60er Jahren, sind die meisten Staaten unabhängig geworden. 75, wenn man sich das portugiesische Empire anschaut, dennoch gibt es auch viele nachfolgende Kontinuitäten derzeit im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, aber auch historisch. Wir haben auch schon auf den Panels hier über Aufarbeitung gesprochen, die einfach zeigen, dass es koloniale Kontinuitäten gibt, die auch die moderne Welt bestimmen. Also quasi Kolonialismus, die die Kolonisierung hat stattgefunden, als gerade die UN gegründet wurde, als die Menschenrechte verkündet wurden und sind damit im Anbegriff sozusagen von Globalisierungsgeschehen, die da eine neue Dynamik erfahren hat. Und deswegen würde ich immer argumentieren, es ist auch wichtig, sich mit postkolonial Außenpolitik zu beschäftigen, um eben auch diese Ursprünge zu entdecken, zu wissen, wo Konflikte entstanden sind, was sie heute ausmachen, weil vieles auch darauf zurückgeht, was damals an Strukturen geografischer, wirtschaftlicher, politischer Hinsicht geschaffen wurde. Auch grenzenpolitischer Hinsicht vielleicht. Und bevor wir ins Spiel starten, vielleicht nochmal eine konkrete Frage auf Deutschland bezogen. Gibt es da einen Unterschied von der deutschen Verantwortung im Rahmen des Postkolonialismus gegenüber anderen europäischen Ländern? Also haben wir dann irgendeine... Man könnte sagen, dass es eine besondere Rolle hat, weil die deutsche Kolonialperiode relativ kurz war, Deutschland auch relativ spät ins Game sozusagen eingestiegen ist und auch schnell wieder rausgegangen ist, also gezwungenermaßen im Ersten Weltkrieg in den Versailles Vertrag. Und da sich auch unterschiedliche Aufarbeitungsszenarien anknüpfen. Also das französische, französische Aufarbeitung war weitaus anders als die deutsche Aufarbeitung, könnte man sagen. Da ist, also Zugehörigkeit, wer zum Französischen oder zum Französischen dazugehört, spielt heute eine andere Rolle, als es vielleicht jetzt erst im Deutschen anfängt, mit dem mit postmigrantischer Gesellschaft zum Beispiel. Also dass es erst heute sozusagen eine Anerkennung und Aufarbeitung stattfindet. Und dann könnte man auch noch sagen, dass es Deutschland ja immer als Aufarbeitungsmeister, das kam schon bei einem Panel, wurde es auch schon mal angesprochen, dass die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ja auch mal ein großes Thema in Deutschland ist. Und beide sozusagen Gewaltgeschichten ja aber auch miteinander verknüpft sein könnten. Also Kolonialismus und auch das Dritte Reich, die NS-Zeit. Spannend. Was schon Hannah Arendt und Franz Farnon sozusagen Verbindungslinien hergestellt haben. Und die beiden Aspekte, da finde ich, könnte Deutschland auch nochmal eine größere Rolle einnehmen, um diese Aufarbeitung in dem Sinne voranzuschreiten. Hammer. Ich freue mich sehr darauf, von euch beiden gleich noch viel, viel mehr zu lernen. Mithilfe von Nils. Nils macht für uns die Spielung, der macht quasi die technische Steuerung vom Spiel, damit wir nicht super krass multitasken müssen. Also wenn wir alle in diese Richtung gucken, gucken wir uns Nils an. Nein, Quatsch, wir gucken uns das Spiel natürlich, was neben Nils ist, nochmal an. Genau, kannst starten. Wir sind jetzt gerade einfach zur Einordnung für euch. Wir sind jetzt in Paris, richtig? Sind wir gerade in Paris? Ja, ne? Wir sind in Paris, genau. Wir sind in Paris, genau. Das heißt, in Paris haben wir welche Möglichkeiten? Also erstmal, ja, wir sind in Paris und zwar zur Pariser Weltausstellung 1890. Und man hat da gesehen, dass man da noch nichts gesehen hat. Also man hat noch keinen Eifelturm gesehen, aber der wird dann im Spielverlauf immer weiter konstruiert. Und gegen Ende des Spiels ist man dann auch Direktor oder Direktorin der Weltausstellung und kann die Pyramide dann auch, die Pyramide sag ich schon, den Eifelturm im Hintergrund sehen. Ja, und am Anfang, das ist jetzt erstmal der Spielstart. Im Spiel geht es um mysteriöse Inseln, die aufgetreten sind, so ein bisschen Bermuda-Dreieck mäßig. Und die wollen jetzt natürlich erforscht werden. Hervorragend. Und ich finde es super schön, dass dieser Part existiert, wo wir in Paris sind, weil diese Expeditionen in einer ziemlich romantisierten Form dargeboten werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass in Schulzeiten irgendwie es immer hieß, so, ja, dann sind die entdecken gegangen. Aber ihr musstet euch bestimmt ja in das Thema auch einarbeiten und einrecherchieren. Wie ging das denn vonstatten? Man hat sich ja nicht einfach ins Schiff genommen und ist mal losgesegelt. Und das sehen wir hier ja auch. Ja, wir haben natürlich schon viele Abkürzungen genommen in der Narration. Und das Spiel ist nicht, es ist in einem parallelen Universum, also im Spielverlauf trifft man dann auch mal auf Dinosaurier oder andere Fantasievölker. Insofern haben wir uns schon viele Freiheiten genommen. Aber für uns war eher wichtig, diese Fantasie und das Gefühl des Entdeckens einzufangen. Was ihr aber auch ganz toll macht, ist, dass ihr zeigt, so eine Expedition hatte durchaus Interessensvertreter, also dass man für bestimmte Leute auf so eine Expedition gegangen ist. Was hat denn so eine, vielleicht an euch beide die Frage, was hat solche Expeditionen beeinflusst? Was waren das wirtschaftliche, politische Interessen? Was waren da für Verflechtungen, die man, die ihr ja auch widerspiegelt und die man beleuchten könnte? Verflechtung ist schon ein ganz gutes Stichwort, weil das finde ich auch ganz spannend, weil es häufig ja immer nur die Kolonien gesagt wird. Also so, das ist das drüben, das Exotische, was nicht zu uns gehört. Aber dadurch wird es nochmal die Verflechtung auch sichtbar. Also die Ereignisse in den Kolonien als auch in der Metropole, das ist immer der Gegensatz, der aufgemacht wird, bedingt sich gegenseitig. Also Veränderungen auf der einen Seite haben auch einen Einfluss auf die andere Seite. Was mir noch eingefallen ist zum Thema Entdecken, da ist es ein bisschen so diese klassische Kolumbus-Frage, hat jetzt Kolumbus Amerika entdeckt oder nicht? Oder wie kann man das in dem Sinne postkolonial auflösen? Und da finde ich, greife ich immer auf Enric Düsselt zurück, das ist ein Befreiungstheologe und der meint, also ein bisschen jetzt sehr vereinfacht gesagt, dass es immer die Frage ist, was beim Entdecken verdeckt wird. Also die Frage, was vorher da war, was man vielleicht nicht weiß, was man nicht gesehen hat. Und wer dadurch verdeckt wird, durch die Entdeckung. Und ich finde, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten, um herauszufinden, jetzt vielleicht bei den Inseln, sind sie die ersten, sind sie Expeditionsteilnehmerinnen, sind es die ersten auf der Insel? Gibt es da vielleicht noch andere Bewohnerinnen, die verdeckt werden durch die Entdeckung? Und gibt es Dinge und Themengebiete, Religionsbestände, was weiß ich, die dadurch verdeckt werden durch die Spielung? Würde ich jetzt so in den Raum geben. Ach spannend. Ich sehe gerade übrigens, dass wir scheinbar ein Camp von jemand anderem entdeckt haben. Genau, normalerweise ist man nicht die erste Person. Also die Insel hat Bewohner natürlich, aber auch von den westlichen Mächten oder Entdeckern sind schon Leute oft da gewesen und man findet dann oft die Reste vor vorhergehender Expeditionen oder teilweise auch schon Kirchen, Missionen, die dort gebaut wurden. Finde ich voll gut, weil das dann nicht mehr diesen super romantisierten klassischen Charakter von Ja, wir sind die Ersten und alles gehört uns hat. Auch interessant ist ja bei so einem Spiel, wen wir steuern, wer darf handeln, wer handelt, vielleicht ohne, dass er darf. Und gleichzeitig ist das auch in so einem postkolonialen Kontext, glaube ich, sehr interessant. Deswegen wieder an euch beide die Frage, an dich quasi, wer darf im Spiel handeln, wer nicht und wer vielleicht bewusst auch nicht. Und an dich danach die Frage genau, was der postkoloniale Aspekt davon ist. Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt einen Leiter der Expedition oder eine Leiterin und der folgen dann drei, vier Personen. Das ist natürlich unrealistisch. Echte Expeditionen hatten natürlich teilweise Dutzende von Mitgliedern. Da haben wir uns darauf konzentriert, ganz wenige Personen darzustellen, weil wir uns auf die Konflikte und quasi das Innenleben dieser wenigen Personen konzentrieren wollen und das nicht auf so eine rein ökonomische Betrachtungsweise und so ein Ressourcen verschieben wollten. Und diese Leiterin gibt eine unverlässige Erzählung nieder. Also man erlebt viel von der Narration innerhalb von Tagebüchern und dort ist auch unklar, was daran stimmt und was nicht. Ah, spannend. Viele Sachen sind dann manchmal so... Ein bisschen Seemannsgarn. Ja, es gibt ja auch, also oben rechts sieht man so quasi das Wahnsinnsmeter. Das ist, wie sehr die Strapazen der Reise den Personen zugesetzt hat. Und je mehr sich das dann dem Ende neigt, desto wahnsinniger werden auch die Einsichten. Das ist so ein bisschen Heart of Darkness, also eine äußere Reise und eine innere Reise, die die Protagonisten hier vollziehen. Genau, also einfach kurz für euch auch nochmal zur Erklärung. Jeder Schritt, wir sehen ja diese... Sind das Hexagone oder Hexagone, ne? Wir gehen ja so nach Hexagon voran und jede Bewegung kostet uns Sanity, hieß das auf Englisch, also Verstand quasi, kostet ein bisschen unseren Verstand. Und dann ändert sich das Tagebuch auch, je weniger Verstand wir zu dem Zeitpunkt haben, oder wie? Genau, ja. Also dann, wenn man ganz wenig Verstand hat, dann fangen auch die Tiere an zu sprechen oder einem Rat zu geben und so. Und ja, generell, also die Protagonisten, das war uns wichtig so, das Spiel ist eher als so eine Satire angelegt. Das heißt, die Protagonisten kommen da nicht als die allwissenden Experten an, sondern sind eher überfordert von der Situation und auch sehr naiv, was die Wirkung dessen angeht, was sie dort tun. Ihre Anwesenheit auf dieser Insel, genau. Maria, genau, an dich jetzt nochmal, bevor ich die nächste Frage stelle, Thema Handeln. Genau, das fand ich nämlich auch ganz spannend am Spiel, dass auch insbesondere Anthropologinnen dabei sind oder auch eine Figur dabei war. Und ich finde manchmal diese ganzen Missionen, manchmal wird es auch nicht ganz deutlich, wer eigentlich alles dabei war. Also es ging natürlich in erster Linie um wirtschaftliche Expeditionen, aber es waren zum Beispiel auch Maler dabei. Also ich wusste auch recht lange nicht, dass Max Pechstein zum Beispiel auch auf so einer Expedition dabei war oder die Brückemaler sozusagen, dass die auch sozusagen das Empire malen sollten, um in Deutschland zu zeigen, wie exotisch das andere ist. Aber zurück zu deiner Frage, wer handelt eigentlich in dem Spiel? Und da gibt es aus postkolonialer Perspektive relativ viel zu Agency, also Handlungsmacht. Wer hat die Macht, das hatten wir schon bei dem ersten, bei der Keynote, die Macht sozusagen, das andere zu verändern. Und da wird das von postkolonialen Theoretikerinnen unterschiedlich aufgelöst. Also viel über Widerstand, aber auch über psychoanalytische Momente quasi. Und dieses Auflösen von dieser kolonialen Situation wird ganz häufig auch mit Gewalt in Verbindung gebracht, weil nur dann ist sozusagen möglich, sich aus dieser Konfrontationssituation zu befreien. Und in dem Sinne, ich weiß nicht genau, das Spiel habe ich jetzt nur so grob eingetaucht, aber die Frage von Gewalt, soweit ich das im Überblick habe, taucht gar nicht so zentral auf, oder? Ja, genau. Wir wollten, also es gibt Gewalt im Spiel, die stattfindet, aber es steht nicht im Mittelpunkt. Oder es ist quasi, wir wollten kein Kriegsspiel machen oder ein Spiel, wo Gewalt der primäre Lösungsweg ist, wie in vielen Computerspielen, sondern wir wollten was machen, wo Diplomatie und das Erforschen eher im Mittelpunkt steht. Da anknüpfend, welche Konflikte, also wir können bestimmt ja Konflikte erzeugen, zumindest auf der Insel, die ich gesehen habe, konnte man einen erzeugen. Welche Konflikte, vielleicht auch außenpolitischer Art, also von der Interaktion der Erkundenden und der indigenen Bevölkerung, können wir da so erleben? Genau, es gibt eine Anzeige, die anzeigt, wie quasi die Völker dort übereindenken, die abhängig davon ist, von den Aktionen, die ich dort mache. Und je mehr ich quasi in diesen Raum eindringe und Sachen zerstöre, also zum Beispiel Kulturschätze raube oder andere Sakrilegen begehe, desto unbeliebter werde ich bis zu dem Punkt, wo die Völker dann versuchen, mich von der Insel zu jagen und mich dann angreifen. Und dann kommt es auch zum Kampf dann. Das ist aber spannend, weil das ja genau dieses Anerkennen des Anderen, also weil in der postkolonialen Theorie betäubt sich davon ausgegangen, dass es diese Konstruktion des Anderen braucht, um der unzivilisiert ist, der wild ist, der irgendwie nicht den gleichen Entwicklungsstand hat, wie der die Europäerin. Und das würde ja dafür sprechen, dass das Andere sozusagen mit den eigenen Wahrnehmungen im Spiel ja durchaus eine Rolle spielt und auch das Spielgeschehen verändern kann. Ja, und es war uns auch wichtig, also als wir das Spiel entworfen haben und auch basierend auf diesem National Geographic Magazin und so, das war sehr, ja, so eine ökonomische Betrachtungsweise mit, die hatten zehn WissenschaftlerInnen, 50 Träger und dann hinterher sind 30 Träger gestorben und das war so sehr ein Zahlenspiel. Und davon wollten wir weg und haben es reduziert auf wenige Personen und haben Stellen, die Völker, denen man dort begegnet, die können sich einem, also man kann da auch einen Späher engagieren oder einen Jäger, der einen dann begleitet. Und das sind vollwertige Bestandteile der Gruppe, die sind nicht benachteiligt von irgendwelchen Spielattributen oder so, die können mich dann auch zum Beispiel, ich kann mit denen auch die Insel verlassen und dann zurück nach Paris gehen und dann wird diese Geschichte auch weitererzählt. Das war uns quasi wichtig, rein von den Spielmechaniken, die Spielfiguren gleichwertig anzulegen. Wie war das in, ich sag mal, in Wirklichkeit oder schwer zu sagen, weil sich Expedition von Expedition natürlich sehr unterschieden hat, aber wurde da rekrutiert und ist das auf freiwilliger Basis? Also ich glaube, bei euch ist es ja auf freiwilliger Basis. Wir sind ja nie so eine innovative Person, die dann einfach Leute mitnimmt und versklavt zum Beispiel oder so, ne? Nee, die Mitglieder... Und hier im Rahmen von moralischen Entscheidungen auch sein können, dass wir, wie vorhin in Greedfall, irgendeine böse Entscheidung treffen können und sagen, unsere Crew sind 30 Personen gestorben, nehmen wir jetzt 30 neue mit. Also man kann schon böse Aktionen machen, man kann schon Grenzen übertreten und so natürlich ausbeuterisch handeln, aber natürlich haben wir auch Grenzen und bei den Mitgliedern des Tracks ist es so, dass alle, die sind sehr heterogen und haben alle ein eigenes Loyalitätsverhältnis zu dir. Und es kann auch sein, dass, also unabhängig, ob das jetzt Leute von der Insel sind oder aus dem Westen, die ich mitgebracht habe, die können sich auch zerstreiten untereinander, da muss ich Konflikte schlichten. Die können sich auch mit mir als Anführer zerstreiten oder sogar dann abstimmen, ob sie mich absetzen wollen und so. Also ich bin eigentlich, also man ist sehr stark dann beschäftigt, den eigenen Track zu organisieren und dass die eigenen Leute eigentlich umbringen am Ende. Was aber ja auch voll spannend ist, weil es ja um diese Werte innerhalb der Crew geht, die teilweise vielleicht dissonant sind, weil einfach unterschiedliche Wertesysteme den Leuten oder den AkteurInnen meiner Crew zugrunde liegen und ich dann vermitteln muss wahrscheinlich, oder? Ja genau, also kann es zum Beispiel sein, dass dann jemand, also gierig ist sozusagen oder ich finde jetzt einen Schatz und dann sagt jemand, zum Beispiel der von der Insel ist, das dürfen wir jetzt nicht nehmen, das ist ein Heiligtum für uns. Eine andere Person sagt das, na, deswegen sind wir doch gekommen, lass uns das jetzt schnappen und dann muss ich natürlich diese Konflikte bewältigen und ja, das kann ja auch so weit gehen, dass dann Figuren den Track verlassen und sagen, ich bin nicht einverstanden, wie du uns hier führst. Ja, das ist ziemlich spannend, auch dieses Legitimation und Repräsentation, also sozusagen, dass bestimmte Praktiken, also durchaus in so einem Wertekodex, auch als nicht hinnehmbar gelten und da gab es auch zu Kolonialzeiten schon, also auch im Deutschen Kolonialreich, den Gouverneur Puttkammer, der war schon zu dieser hochimperialen Zeit so gewalttätig, also hat auch mehrere Aufstände in die geschlagen und alles Mögliche, dass er selbst da vom Reichstag abgesetzt werden musste, weil er zu gewaltvoll war und das würde ja so ein bisschen analog dazu passen, dass es auch trotzdem koloniale Gewalt gerechtfertigt ist und über diskursive Momente auch durchaus legitimiert wurde, aber dennoch gibt es auch eine Grenze davon, also was dann als zu doll gesehen wurde und das finde ich ganz spannend, dass es in so ein Spiel auftaucht. Ja, es ist echt gut, dass die Gruppe das nochmal ein bisschen regulieren kann, wenn man da nicht auf alle aufpasst. Kurz an dich nochmal eine Frage, also Riat hat ja gerade eben gesagt, wir haben so ein Tagebuch, wo wir die Erlebnisse der entdeckenden Personen nachvollziehen können. Wie ist das denn mit Erinnerungen der Menschen aus ehemaligen Kolonien oder besetzten Ländern? Also welche Erinnerungsüberlieferungen haben wir da und gibt es die und vielleicht anschließend, wie ist da so die Wahrnehmung von Deutschland vielleicht im Konkreten, wenn du da jetzt dazu Info hast? Also ich habe hauptsächlich in Kamerun geforscht und da gibt es das besondere Phänomen, dass zuerst eben Deutschland Kolonialherr war und danach Frankreich und Großbritannien sich das Gebiet aufgeteilt haben, aber unter einem UN-Mandat. In der kamerunischen Bevölkerung ist es aber eher so, dass einem als deutsche Person grundsätzlich sehr, sehr positiv entgegengeblickt wird. Du bist viel besser oder bessere Kolonialist als der Franzose sozusagen. Was, echt? Genau, also das begegnet einem oft. Je tiefer man dann eintaucht und je mehr kamerunische Kontakte und Freundinnen man hat, desto klarer wird es, dass es auch Brüche damit gibt. Also dass es auch sozusagen Erinnerungen an die Gewalthaftigkeit der deutschen Kolonialzeit gibt. Also es erinnert auch unheimlich vielen Kamerunen, gerade insbesondere Richtung Buja, dem klimatisch ein bisschen besser erlebbaren Gebiete, dass da viele Brücken noch sind aus Deutschland. Es gibt auch einen Bismarckbrunnen, der gepflegt wird. Also sozusagen, es gibt viele Relikte aus der deutschen Kolonialzeit. Und nur diese Erinnerung, die ist so ein bisschen ambivalent. Also einerseits eben im Vergleich zu dem Französischen, als in dem Sinne positive, weil sie weiter zurückliegt. Und gleichzeitig gibt es aber trotzdem diese Gewalterinnerung quasi. Ach, spannend. Nächstes zeigt ja die Debatte um die Rückgabe und die Human Remains, die jetzt auch die großen, was eigentlich passiert mit den Rückgabestücken, zeigt ja eigentlich auch, wie, also dass es in jedem Fall noch da ist und einer Regelung bedarf. Ja, weil diese Dinge, die man, also Relikte oder was auch immer man damals mitgenommen hat, wurde ja häufig auch genutzt, um das andere zu konstruieren und zu zeigen, guckt mal, wie exotisch, wie anders das ist. Und oft aber auch in einem negativen Kontext, dass man gesagt hat, dass es quasi geringer entwickelt. Und dazu hätte ich eine Frage vielleicht auch an dich. Und zwar muss jetzt aber gar nicht direkt auf Curious Expedition bezogen sein, sondern inwiefern ist es beim Entwickeln eines Spiels wichtig, etwas zu konstruieren, was so das andere ist. Und braucht es dafür, also kulturell und wertesystematisch was anderes? Oder gibt es, welche Optionen gibt es da zum Beispiel noch? Kannst du nochmal, du meinst, dass andere quasi ein Antagonisten im Spiel? Ja, genau. Genau, also um einen Konflikt vielleicht, um Spannung zu erzeugen und zu involvieren. Braucht es das? Und wenn ja, genau, welche Methodiken gibt es da vielleicht? Ja, das ist eine komplexe Frage. Also für uns, wir haben Antagonisten im Spiel. Es gibt zum Beispiel eine Hauptfigur, die Direktorin Marlin, der man am Anfang untergeordnet ist, die man dann auf Reisen begleitet, die dann so ein bisschen zum Antagonisten wird im Spielverlauf oder halt auch moralisch fragwürdig ist. Quasi mit guten Absichten oder sich selber als Heldin sehend, aber dann über Grenzen geht. Das ist so ein bisschen mehr unser Ansatz. Also wir haben jetzt nicht so den Gut gegen Böse, sondern für uns war es wichtig, also wir haben uns quasi am Anfang erstmal dem Spiel genähert, so natürlich als mit Kindheitserfahrung auch so aus Indiana Jones und so. Und hey, das ist einfach ein cooles Setting. Und da kann man schön Entdecker-Sachen machen und so. Und dann während der Arbeit an dem Spiel, also recht bald, haben wir natürlich gemerkt, wir wollen schon real historische Begebenheiten reflektieren und diese sozialkritischen Aspekte nicht ausklammern. Was eine Option ist, die viele andere Spiele machen und dann quasi sich so, naja, so eine Disneyland-Version davon nehmen und andere Aspekte ausklammern. Und das haben wir versucht zu vermeiden. Aber wir haben dann auch versucht, jetzt das Spiel immer noch in so einem kommerziellen Rahmen unterzubringen. Das heißt, es ist kein Serious Game oder es ist jetzt nicht ein Educational Game, sondern es ist schon was, was quasi auf kommerzieller Ebene schon mal funktionieren soll. Und dort haben wir dann diese subversiven Elemente oder diese sozialkritischen Aspekte, die uns dann wichtig waren, nicht auszuklammern, dann untergebracht. Und ja, unter anderem benutzen wir natürlich dafür dann auch Antagonisten, allein schon aus Game-Design-Sicht. Aus Game-Design-Sicht ist es immer wichtig, in Roguelike nennt man das eine Hunger-Clock, also eine Uhr, dass man in Roguelikes oft verhungert, um die Spiele dann unter Druck zu setzen zeitlich. Und das ist die Sanity quasi? Das ist bei uns die Sanity oder auch die Reputation, die man zum Beispiel dort hat. Da gibt es verschiedene Aspekte. Und es gibt auch so einen mysteriösen Nebel, der irgendwann auftaucht. Oh ja, stimmt. Den habe ich auch immer gesehen beim Vorspielen. Und du hast ja gerade die Reputation angesprochen. Und zwar erzähle ich dir jetzt, weil du weißt es ja natürlich, wenn man in dem Dorf übernachtet, verliert man Ruf, glaube ich. Warum verliert man Ruf, wenn man im Dorf übernachtet? Auf der einen Ebene einfach Spielmechanik, passt das besser, wenn man quasi einen gegenläufigen Ressourcenverbrauch hat. Und narrativ ist das so ein bisschen begründet, man don't overstate your welcome. Wenn ein Freund bei mir zu Besuch kommt für eine Woche, dann freue ich mich, wenn der jetzt ein Jahr bleibt, dann wird es irgendwann nervig. Und man bleibt ja dort über Monate teilweise dann in diesen Dörfern. Und dann sagen die natürlich irgendwann, jetzt reicht es auch mal, jetzt könnt ihr auch wieder gehen. Ja, stimmt. Ist auch wichtig, glaube ich, immer zu schauen, während wir gehen. Jetzt gerade sind wir, glaube ich, wieder in Paris. Aber wenn wir gleich wieder die Karte sehen, seht ihr auch, dass es tagelang dauert, bis wir an einen Ort oder wochenlang dauert, bis wir an einen Ort kommen. Und dann overstayen wir unseren Welcome auch noch wochenlang. Muss man nicht machen. Deswegen die Frage an Maria, wie kann ich dein Wertesystem respektvoll begegnen, auch im postkolonialen Aspekt? Boah, ja, das ist eine große Frage. Weil sie genau den... Ganz einfache. Ich habe nur einfache Fragen für euch. Ganz einfache Fragen, wie man so hochkomplexe, historische, politische, rechtliche Fragen in einer sozialen Situation löst. Genau, also ich würde sagen, dass es eine Anerkennung von Geschichte, Bewusstsein für koloniale Vermächtnisse, koloniale Kontinuitäten, wie man damit umgehen kann, ist natürlich, muss man individuell auslösen, auch mit der Anerkennung der eigenen Privilegien. Das ist jetzt auch wahrscheinlich ein Klassiker, sich zu überlegen, wo stehe ich eigentlich gesellschaftlich, was habe ich für Zugänge, was habe ich für Macht? Macht wieder als Stichwort. Und wie kann ich der Person mir gegenüber begegnen, ohne sozusagen zu überstayen? Also mich hier so zuzumuten, dass es eine Zumutung ist, sondern einfach auch respektvoll miteinander bleiben. In meiner Arbeit habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie ich mit meiner Forschung damit respektvoll umgehen kann. Und da habe ich das das postkoloniale Dilemma genannt, weil es eben schwierig ist, einerseits koloniale Quellen zu nutzen. Also das heißt, die ganzen Überlieferungen, die wir haben, sind ja alle kolonial geprägt, aber gleichzeitig will ich ja was anderes schreiben. Und so ein bisschen die Übersetzung in Spielekultur ist mir jetzt noch nicht ganz gelungen, aber ich bin ganz gespannt. Also ich sehe schon Ansätze, wie das übersetzbar wäre quasi. Also dass man nicht sozusagen die koloniale Erzählung weiterschreibt. Aber ich habe auf jeden Fall einen Absatz aus deiner Arbeit gelesen und könnte da so eine Brücke schlagen vielleicht von, also auch diese Privilegien, die man hat, wenn man da vor Ort ist. Du hast ja zum Beispiel darüber geschrieben, dass du einfach technisch andere Möglichkeiten hast, um in Kamerun, richtig, um da zum Beispiel Dokumente fotografisch festzuhalten, um zu bezahlen dafür, dass du Fotografien machen kannst. Und das sind Zugänge, die umgekehrt Menschen von dort bei uns vielleicht nicht hätten. Also allein schon zu uns zu kommen, dann das Equipment zu haben und dafür zahlen zu können, fast ein bisschen utopisch. Und vielleicht kann man zu, und du brennst mich, wenn die Brücke zu weit geschlagen ist, aber vielleicht kann man eine Brücke rüberschlagen, zu sagen, ja, die kommen ja mit ihrem Schiff an und haben auch ganz andere Möglichkeiten, als die indigenen Völker vor Ort, mal nach Paris zur Expo zu fahren und zu gucken, wie weit ist denn der Eiffelturm gerade im Bau. Ja klar, also ein starkes Machtgefälle quasi, was dort ausgeübt wird. Aber ja, uns war immer wichtig dann, zumindest aus der erzählerischen Sicht, nicht die EntdeckerInnen quasi als diese Überfiguren. Also es ist so ein bisschen invertiert. Also die EntdeckerInnen, die kennen sich natürlich super aus in Paris und sind da zu Hause, die können alles einkaufen. Wenn sie dann aber in diese Gebiete vordringen, sind sie dort quasi komplett überfordert und ohnmächtig, während die Leute, die dort sind, natürlich total dieses Gebiet beherrschen. Die wissen, wo sie jagen müssen, wo sie die Ressourcen finden. Und das ist so ein bisschen quasi die Umkehr. Und die Satire tritt dann auf, wenn die EntdeckerInnen das gar nicht merken oder quasi das gar nicht einschätzen und irgendwie in eine Wüste gehen und ohne Wasser und denken, na, wird schon irgendwo ein Brunnen sein oder so. Wird man dann gewarnt? Also es gibt ja zum Beispiel auch Sümpfe im Spiel und so. Wenn ich indigene Bevölkerung mit in mein Team integriert habe, warnen die mich dann so, bevor du dahin gehst, solltest du Gegenstand XY mitnehmen? Die lassen dann vielleicht mal so einen Kommentar ab, aber die hindern einen nicht daran, dann trotzdem Fehler zu bewegen. Aber Notfall bei drastischen Fällen, dann verlassen sie auch aus Protest die Gruppe und können dann zufällig in anderen Situationen wieder auftreten und dann die Rache nehmen. I love it. Ich muss das mal zu Ende spielen. Das klingt gut. Weil es auch sehr emotional ist. Also es sind relativ viele Themen, die Moral, die da verauftrauchen. Das ist echt super. Aber ich glaube, solche Situationen waren bestimmt auch früher voll emotional aufgeladen. Also auch die Überforderung, die Menschen vielleicht verspürt haben, wenn man nach Wochen oder Jahren auf der See dann auf einmal Land hat und dann diese Begegnungen, alles ist anders und man war immer in dieser Kapsel nur unter sich auf diesem Schiff und auf einmal kommen da ganz andere Eindrücke rein. So, falls ihr übrigens Fragen habt an Maria oder an Ria, dann reicht die uns gerne rein. Hättet ihr Fragen aus dem Publikum? Oh, da ist eine Frage. Felix, glaube ich, gell? Ja, ich hatte eine Frage an Ria. Und zwar, du hast gerade das gesagt mit dem Serious Game oder dass es kein Serious Game ist und du hast es dann subversive Elemente genannt, die aber trotzdem irgendwie in dem Spiel drinstecken. Und mich würde einfach interessieren, so aus eurer Erfahrung dann, wie kam denn das dann so an? Also, kommen wir jetzt halt einmal, habt ihr da Feedback bekommen, dass Leute sich nicht ganz sicher waren, was das für ein Spiel ist oder ob ihr auch in Kontakt mit Publishern irgendwie dann das vielleicht auch das Problem habt, dass sie sagen, so ja, aber diese subversive Elemente, das geht uns ein bisschen zu verschen in so eine Serious Game Richtung und so. Also, das würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so ausbalanciert habt. Das ist ja ganz spannend eigentlich. Das ist auch ein Spiel, was ich aus so einer Forschungskontext kenne, was oft genannt wird, wo sonst viele Serious Games genannt werden, aber ihr sagt, es ist halt keins, aber das schafft irgendwie die Balance. Und ich frage mich einfach, also auch, wie das dann bei euch in euren Gesprächen auch mit Geldgebern und so weiter thematisiert wurde. Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist so subversiv, dass wir das quasi gar nicht denen sagen, den Publishern oder den Spielenden, sondern, ja, also wir vermarkten das nach außen einfach als normales Unterhaltungsgut quasi mit Referenzen zu Indiana Jones und so und dann eher, wenn wir die Leute haben, dann können wir so ein bisschen zusätzliche Message beipacken. Ja, es hat kommerziell gut funktioniert. Es hat auf der kritischen Rezeption auch, glaube ich, gut funktioniert. Es ist natürlich immer, bei diesem Ansatz ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wie sehr man sich, wie deutlich man sich selber positioniert. Also, wir könnten so eine Textbox machen, jetzt bist du böse gerade oder das ist nicht okay oder so. Darauf haben wir verzichtet und eher versucht, in allen Ebenen, also sowohl in der Narration als auch in den Spielmechaniken, Elemente einzufügen, wo die Leute das, was ich am faszinierendsten finde, am Game Design persönlich Scham empfinden im Endeffekt. Ich glaube, Computerspiele sind sehr einzigartig dahingehend. Wenn ich einen Film gucke und ein böser Protagonist ist da, dann kann ich, da habe ich immer noch eine Distanz zu den Protagonisten, weil ich dann sagen kann, ja, ich hätte das nicht gemacht. Wenn ich aber in einem Computerspiel selber dieser Protagonist bin und dann, es gibt auch Computerspiele, die haben dann so ein ganz klares, gut, böse Schema so, aber ich finde es bei uns, hoffe ich, dass wir es besser gemacht haben, dass da viele Graustufen sind und manchmal weiß ich einfach nicht, was das Richtige ist oder ich weiß nicht, was jetzt angemessen ist oder ich habe Angst zu sterben, aber eigentlich weiß ich auch, das ist jetzt falsch, irgendwie jemand anders zu bestehen und ich muss mich dann entscheiden und das war dann eher unser Ansatz und der geht, der wird nicht von allen Leuten registriert, immer so. Also manchmal ist es dann auch so subtil, dass Leute das gar nicht realisieren und einfach sagen, ja, macht Spaß und das ist dann im Zweifelsfall auch okay, aber ich freue mich auch, wenn Leute dann die zweite Ebene ja, entweder direkt verstehen, dass wir es vorhatten oder vielleicht gar nicht oder vielleicht von sich aus, also ich hatte auch Feedback von Leuten, die gesagt haben, ah, ich spiele euer Spiel voll gerne, aber ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das spiele, so weil ich raubschatze da und ich muss das ja machen, ich will ja berühmt werden, aber ich fühle mich nicht gut dabei und das ist die Absicht so, also man soll, im Idealfall soll man sich so fühlen quasi, wenn man das spielt und irgendwie eine emotionale Reaktion darauf haben. Ja, und wenn ihr weiter über solche Spiele reflektieren könnt, dann fühlt euch, wie gesagt, immer eingeladen, euch den Leitfragenkatalog nochmal ins Gedächtnis zu rufen und bei solchen Spielen mal reinzuluschern, ah, was könnten da für Aspekte sein, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte? Felix, beantwortet das denn deine Frage ganz gut? Okay, cool. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Oh ja. Hallo, Stefanie Kastner, Goethe-Institut. Ich hätte eine Frage, Maria hat gerade das postkoloniale Dilemma angesprochen und es gibt ja auch die Redewendung, dass die Geschichte so lange aus der Perspektive des Jägers erzählt wird, bis der Löwe sie selber erzählt, sozusagen. Ich hätte eine Frage an dich, Riyad, ob ihr andere Perspektiven auch mit einbezogen habt. Wie war die Recherche zum Spiel? Habt ihr mit Menschen gesprochen, die in ehemals kolonisierten Ländern leben? Wie habt ihr recherchiert? Ja, also die Recherche ist für so ein kleines Team wie unseres natürlich schwer. Also ich waren, glaube ich, sieben Personen bei dem Spiel und wir haben recherchiert, ja, also wir haben mit Leuten geredet, wir hatten auch Berater für unterschiedliche Kulturräume, wir hatten einen Berater für den afrikanischen Raum und einen für den asiatischen Raum, also es gibt auch viele chinesische Elemente oder so ein Entdecker-Club, der in dem Spiel auftaucht, da haben wir uns auch beraten lassen. Ich glaube, das hat uns, wir haben auch so Sensitivity Reading gemacht und so und das auch nochmal dadurch davon spiegeln lassen, welche Redewendung oder welche Bezeichnung und so sind vielleicht auch nicht angemessen. Zum Beispiel haben wir in der englischen Version haben wir die Völker, die dort wohnen, Natives genannt und da hat uns jemand gesagt, dass es diskutabel ist, zumindest kritisch gesehen wird in der Diskussion, und deswegen haben wir das dann geändert. Dahingehend haben wir uns Feedback eingeholt, aber ich denke, es bleibt immer das Gefühl zurück, dass man nicht genug gemacht hat, weil die ganze Komplexität und die Tragweite von dem Ganzen können wir natürlich gar nicht ermessen und auch gar nicht reflektieren in so einem Computerspiel. Deswegen, wir haben quasi unseren Beitrag geleistet und haben dann gesagt, wir machen das trotz unserer begrenzten Mitte trotzdem, weil wir nicht halt, also sehr viele Computerspiele weichen aus auf Fantasiewelten und Science Fiction und so, was ich auch verstehen kann, weil es ist ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt, realweltliche Bezüge zu machen und dann Angst zu haben, dass man was falsch macht und wir haben uns, ja, so gut es geht, dann trotzdem für diesen Weg entschieden. Vielen Dank. Ja, und es trennt die Zeit ein bisschen. Wolltest du was sagen, Maria, du guckst gerade. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, also ob man, also wenn man die Perspektiven umdreht, also was aus dem Zuschauerraum schon kam, die Frage, weil ich hatte dann noch im Kopf die, weiß nicht, Black Panther, Wakanja, diese Superheldenerzählung, das ist ein ganz anderes Thema, aber trotzdem, ob das vielleicht nicht, also eine Utopie auch nochmal was wäre für ein Spiel, also sozusagen das umzudrehen, dass es eben nicht die indigene Bevölkerung ist, die dann, also so dargestellt wird und die Expedition relativ originalgetreu, wie man sie sich vorstellt heute noch, aber ob das nicht auch spannend wäre, mal einfach so so eine Utopie zu entwickeln, okay, und jetzt ist meine Zeit abgelaufen, aber, aber also, genau, nur vielleicht als. Ja, also ein klein, oder ein bisschen, wo wir es zum Beispiel versucht haben, dann die Perspektive auch immer mal wieder umzudrehen, ist, dass auf diesen Inseln gibt es dann auch so keltische Völker und so, die eher von der irischen Kultur oder so an, oder germanischen Kultur an inspiriert sind und wo wir das quasi umkehren, so ein bisschen, wo man als Entdecker dann eher in so ein europäisches Inselreich nochmal entdeckt. Tatsächlich hast du mir eine Frage jetzt vorweggenommen, meine Frage wäre nämlich gewesen, wie stellst du dir, also welche andere Perspektiven kannst du dir für ein Spiel vorstellen, aber hast du noch eine Idee? Genau, das wäre so, weil es gibt nämlich einen Film, der so ein bisschen die Anthropologie oder Ethnologie aufs Korn nimmt, das Fest des Huhns und da kommt eben ein... Das Hut? Das Huhns, genau, das gibt es bei YouTube einfach, also das ist schon ganz spannend, da kommt eben eine afrikanische Gruppe nach Österreich und guckt sich an, was so für indigene Bräuche in Österreich zu finden sind und das machen sie ganz witzig, weil sie dann eben durch alle Bereiche des Lebens gehen, halt so richtig die anthropologische Perspektive deutlich machen, wie absurd das eigentlich immer ist und eigentlich nur das Exotische reinkommt, wenn es eben um die eine Erzählung geht quasi und da bin ich darauf gekommen, dass ich mich das auch gefragt habe, wie wäre das denn eigentlich, wenn wir Computerspiele oder wenn wir solche Spielungen nutzen, um eben das umzudringen quasi, um die Utopie zu entwickeln, was wäre denn, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre quasi und das als... Da könnte ich das auch für meine pädagogische Arbeit an der Uni nutzen, aber genau, also so eben auch, also da könnte man das thematisieren, aber das wäre so eine Alternative, die ich hatte oder eben diese ganzen Superheldengeschichten, die jetzt Ariel, die schwarze Millenniumfrau, also wie man eben das versucht, gerade aufzubrechen, die Geschichten und auf eine andere Art zu erzählen quasi. Das ist ja der Hammer. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine Kollaboration, eine Mod zu Curious Expedition, aber erzählt in Österreich mit dem Festus Fuhns. Was hältst du da von, Ria? Ja, hört sich gut an. Da müssen wir mal drüber reden, wie wir die Anträge verteilen. Nachher im Anschluss an die Veranstaltung. Genau, ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Perspektiven, für das mitgebrachte Spiel und für das Wissen, ja, was ihr mit uns geteilt habt. Und hier geht es tatsächlich auch direkt weiter mit einer weiteren Spielung und zwar Wicked Problems und Kollaborationen, dystopische Spielwelten und Klima, Außenpolitik. Und dafür begrüße ich Christian Hubert als, ja, den Moderator. Ich darf. Der wird noch verkabelt. Der wird noch verkabelt kurz, aber ich kann auch sonst noch ein paar Fragen stellen. Ich habe nämlich tatsächlich noch immer Fragen an euch. Und zwar habe ich mich gefragt, der Fluch ist ja zum Beispiel, also das haben wir vielleicht nicht gesehen, aber es gibt als Hindernis, dass quasi auf die Insel so ein lila Fluch kommt. Und der Fluch ist ja einerseits eine abstrakte Bedrohung, und gab es einen Grund, warum ihr den Fluch genommen habt, also diese Wolken? Ja, das hat wieder mit dieser Hangar-Glock zu tun, die ich vorhin erzählt habe und wollten. Es hat auch damit zu tun, wir hatten beim ersten Teil, hat man auf einem echten Atlas quasi dann das nächste Ziel ausgewählt. und das hat natürlich dann, ja, wir waren dann nicht fähig, das angemessen zu repräsentieren, also dann wirklich die Naturvölker darzustellen, die an der Stelle sind. Deswegen sind wir dann beim zweiten Teil ausgewichen, dass man eher so mysteriöse Inseln, die nicht irgendwo speziell lokalisiert sind auf der Welt, dass man die dann findet. Ich habe im ersten Moment so einen Gedanken gehabt, dass ich dachte, oh krass, das erinnert mich so ein bisschen, als wäre so eine Krankheit zum Beispiel oder so da ausgebrochen, weil der Fluch betrifft ja, glaube ich, dann die gesamte Insel, also auch die Bevölkerung, die da vor uns war. Du, ja, das ist okay. Ah, okay, dann sind wir jetzt tatsächlich auch ready und dann gebe ich jetzt aber über an dich, Christian, du wünschst euch ganz viel Spaß. Vielen Dank. Ja, dann herzlich willkommen zur dritten Spielung mit dem schönen Titel Wicked Problems, Kollaboration, dystopische Spielwelten und Klimaaußenpolitik. Mein Name ist Christian Hubertz, ich bin Mitarbeiter der Stiftung Digitale Spielekultur, habe da zum Beispiel im vergangenen Jahr auch an einer Fachkonferenz mitgearbeitet namens One Planet Left und da ging es schon um die Klimakrise und Computerspiele und wie eben die Klimakrise dort vermittelt wird und da haben wir auch immer wieder kam das Thema auf, dass der Klimawandel ja nichts ist, was an Grenzen Halt macht, also muss man ja nur so ein bisschen in die letzte Woche schauen, wenn in Kanada der Wald brennt, dann verschwindet die Freiheitsstatue in New York in so orangenen, dystopischen Nebel. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, wie diese Zusammenhänge eben mit Computerspielen vermittelt werden können. Dafür haben wir tolle Speaker zu Gast, die ich einmal kurz vorstellen möchte. Das ist einmal Professor Thomas Bremer, Professor für Game Design an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Vielen Dank. und Tim Bosch, Projektmanager zu Fragen der Klimaaußenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben sozusagen noch einen dritten Gast, das ist unser Spiel, was wir heute spielen wollen. Das nennt sich The Wandering Village. Wir haben auch eine kompetente SpielerInnen, die das heute für uns vorstellt. The Wandering Village ist ein sogenanntes Survival-Aufbauspiel. Es wurde in der Schweiz entwickelt von einem Entwicklerstudio namens Stray Form und ist seit September 2022 im sogenannten Early Access erschienen. Das heißt, es ist gerade noch in Entwicklung. Wenn wir Glück haben, werden so ein paar Dinge, die wir heute besprechen, dann noch ihren Weg ins Spiel finden. Mal schauen. Genau, und in dem Spiel, wir sehen es gerade schon hier auf dem Bildschirm, befinden wir uns auf einer riesigen dinosaurierartigen Kreatur namens Ombu. Die Welt, in der wir leben, ist vergiftet. Die Menschen, die noch leben, streifen so nomadisch rum, aber so eine Gruppe hatte Glück und hat dieses Lebewesen entdeckt und sich dort auf dem Rücken angesiedelt. In dieser dystopischen Welt, also so eine Art Kollaboration eingegangen mit einem beweglichen, lebendigen Lebensraum. Und das bringt uns ja im Grunde genommen direkt zu zwei Kernthemen, über die wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten 30 bis 45 Minuten sprechen würden, nämlich dieses Verhältnis in der Klima-Außenpolitik einerseits von so dystopischen Erzählungen, die dort ja auch immer wieder aufkommen, dystopischen Bilder, die immer wieder gezeigt werden, ich sprach über die gelben Wolken über New York und aber eben auch die Notwendigkeit zur Kollaboration, um eben diese Dystopie idealerweise zu verhindern. Hier ist sie jetzt schon passiert. Meine Frage wäre zunächst an dich, Tim. Wir haben uns auch hier auf das Du geeinigt. Du arbeitest ja zu genau solchen Fragen der Klima-Außenpolitik und wahrscheinlich ist dieses Verhältnis von Dystopie und Kollaboration und auch so Teil deines Arbeitsalltags. Erzähl gerne mal quasi, wie das in deiner Arbeit abläuft und wie ihr dort diese Themen verhandelt. Ja, klar. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr spannend, auch über das Spiel ein bisschen zu sprechen. Und ich glaube, also in unserer Arbeit sind beide Begriffe, also Dystopie und Kollaboration, glaube ich, ganz zentral. Vielleicht sage ich mal ein paar Worte zu diesem dystopischen Welten, weil das jetzt gerade auch in der Einführung schon anklang mit aktuellen Ereignissen und wir uns wahrscheinlich auch wieder ein sehr heißer Sommer bevorstehen wird. Also diese Klimarisiken wirken sich halt jetzt schon bei 1,1 Grad Erderwärmung, die wir jetzt erreicht haben, ganz deutlich und sichtbar aus, aber nehmen mit jedem zehntel Grad an Erwärmung natürlich mehr als proportional zu. Und das bedeutet, dass wenn wir jenseits dieser 1,5 Grad Grenze gehen und insbesondere jenseits der 2 Grad Grenze, wir wirklich in einer ganz anderen Welt leben, in der wir wirklich mit auch katastrophalen Wetterextremen zu kämpfen haben. Und dazu kommen eben diese langsamen, schleichenden Veränderungen wie langsame Bodendegradierung beispielsweise oder Bodenerosion, die eben Lebensgrundlagen rauben. Und das ist eigentlich auch die Risikobewertung, die dem Pariser Klimaabkommen zugrunde liegt, dass eben wir jenseits einer bestimmten Temperaturgrenze wirklich in extreme Verhältnisse kommen. Und in einem Business-as-usual-Szenario, wo quasi Emissionen unvermindert weitersteigen bei 3, 4 Grad Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts, wir wirklich in einer komplett anderen Welt leben würden, in der möglicherweise auch Teile der Welt unbewohnbar würden. Und da kommt dann diese dystopische Welt dann auch, wird jetzt zunehmend sichtbar mit den Klimafolgen. Und dann zu dem Bereich Kollaboration, da ist natürlich klar, dass kein Land der Welt diese drohende Krise alleine aufhalten kann, weil Emissionen sich über Landesgrenzen hinweg ausbreiten und auswirken und eben die Menschen im globalen Süden, die am wenigsten historisch beigetragen haben zur Klimakrise, schon heute am meisten betroffen sind auch. Und genau, also insofern Kollaboration ist dann eben Klima-Außenpolitik und ganz zentral. Und in The Wonder Village, wie wir sehen, ist quasi die Katastrophe schon eingetreten. Diese Dystopie hat sich bewahrheitet und die Menschen müssen irgendwie ums Überleben kämpfen. Das ist jetzt so als Erzählung, als Narrativ ja nicht erst was, was jetzt seit ein paar Tagen oder so besteht im Lichte eben der zunehmenden Sichtbarkeit der Klimakrise, sondern in verschiedenen Medien, verschiedenen Genres schon immer wieder auftaucht. Thomas, welche, welches, also warum haben wir dieses Sujet der Dystopie so oft in Filmen, in Spielen, was für eine Funktion erfüllt das und vielleicht auch welches Potenzial für Vermittlung von so Kriseninterventionen steckt da drin? Ich glaube, das ist so eine zweigleisige Angelegenheit. Ich habe ja schon im frühen Film habe ich ja eigentlich die Dystopie schon. Also ob das mit Metropolis oder ähnlichen Sachen fangen die Sachen an. Und dann habe ich natürlich, dadurch habe ich eine kulturelle Referenz, wie sich etwas fortschreitet, wo Dinge einfach prägen, also die zum Beispiel, vielleicht gar nicht mehr so populär, aber Silent Green aus den 70er Jahren, Richard Psycher, ist zum Beispiel da, wo sozusagen keine Pflanze mehr existiert. Und diese Filme referenzieren sich natürlich weiter und haben sich auf das Spiel übertragen. Und im Spiel ist es natürlich so, wenn ich eine andere Situation habe, dann habe ich andere Hordlungsoptionen, die ich vermitteln kann, die ich erklären kann. Das hat erstmal wenig damit zu tun, dass ich über die Dystopie aufklären will oder dass ich irgendwie das erlebbar machen will, sondern es ist an der, bietet mir im Spiel Handlungsoptionen, die ich vielleicht sonst nicht vermitteln kann. Das ist erstmal der triviale Hintergrund. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen was wie Handlungsnotwendigkeit. Würden wir jetzt ein Spiel spielen, in dem quasi der Supermarkt gefüllt ist und man muss immer nur dorthin gehen und sich alle Ressourcen holen, dann wäre das ja kein Problem. Hier haben wir jetzt, wir sehen ja so ein bisschen auf dem Rücken von Ombu, wie eben Landwirtschaft betrieben wird, genau, wie verschiedene Ressourcen gesammelt werden, Holz, auch auf so dem Rücken eines Dinosauriers ist der Platz begrenzt, also auch wenn man dort das ganze Holz weghaut, dann ist es weg. Es wächst zwar nach, aber langsam, das heißt, es ist eine endliche Welt, die dort sich auf diesen Rücken befindet, auch eine Welt, die reagiert. So, ich glaube, man sieht hier auch so Hörner, die rauswachsen, die kann man auch abbauen, aber das gefällt diesem Ombu natürlich nicht, dann schüttelt er sich vielleicht und dann gibt es ein kleines Erdbeben, also hier gibt es, genau, durch diese Begrenztheit, dieses topische Setting entstehen einfach gewisse Notwendigkeit auch des Nachdenkens über, ja, letztlich dann zu ethischen Fragen. Thomas, du warst ja quasi auch bei der Entwicklung des Leitfragenkatalogs involviert, der jetzt ja auch immer wieder zur Sprache kam, der stellt auch an einem Punkt oder einer der Fragen des Katalogs ist eben, nach welchen ethischen Prinzipien funktioniert das Spiel? Wie würdest du diese Frage für The Wandering Village beantworten? Was für ein quasi ethisches Problem haben wir da? Welche Fragen stellt das Spiel? Ich glaube, es versucht ja entgegen, also es funktioniert ja nach dem Mechanismus eines klassischen Aufbauspiels, aber versucht anders als, ich sage mal, die ganze klassische Variante, die mehr oder weniger auf Ausbeutungsmechanismen produziert, also dass ich Holz erst mal ab und ich mache alles fertig und muss sehen, dass ich so weit wie möglich damit komme, versucht ja hier eigentlich Themen wie Kreislaufwirtschaft zu integrieren. Das heißt, auf eine Art und Weise sozusagen anders mit dieser Thematik umzugehen und in diesem Sinne haben wir ja auch einen anderen ethischen Umgang damit, als ich das in der klassischen Struktur der Aufbauspiele eigentlich habe. Es wird natürlich versucht, das wiederum ein Stück weit zu anthropomorphisieren, also zu vermenschlichen, als dass ich Leid an diesem Wesen machen kann. Das machen wir natürlich immer als Menschen und vielleicht ist das aber auch ein bisschen das Dilemma in der ganzen Klimakrise. Es ist ja nicht sozusagen die Welt und Natur betroffen, sondern wir sind betroffen. Das wird immer vergessen an dieser Geschichte und das bleibt hier natürlich auch drin, dass wir sozusagen die Superhandelnden sind und sind es vielleicht gar nicht. Spannend. Das macht ja auch die Schwierigkeit in diesen ganzen Verhandlungen, also das klar zu machen. Genau, das führt jetzt auch gut zu meiner nächsten Frage an dich, Tim Huber. Genau, wir haben gesehen, hier haben wir quasi ethische Aushandlungsprozesse mit einem Lebewesen, auf dem wir leben. Alles, was wir machen, hat Konsequenzen dafür, ob das Leben auch weiterhin möglich sein wird auf dem Rücken dieses Dinosaurier-Dings. Das ist natürlich jetzt ganz was anderes in der Realität. Wir bewegen uns eher metaphorisch auf dem Rücken eines gigantischen Dinosauriers, der so durch den Weltraum fliegt. Aber die ethischen Fragen, die sich stellen, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, sind wahrscheinlich ganz ähnlich. Würdest du sagen, dieses Spiel entspricht da mit seinen Aussagen, mit seiner Metapher, die es findet? Entspricht das quasi auch den Erfahrungen, die du in deiner Arbeit machst und was ihr kommuniziert? Ja, also das finde ich in diesem Spiel eigentlich das, was mich am meisten sozusagen jetzt auch, sag ich mal, überrascht hat oder finde ich einen total erfrischenden Ansatz, zu sagen, du hast jetzt sozusagen diese Vermenschlichung dieser Umwelt dargestellt als ja auch nicht unproblematische Abstraktion, aber andererseits ist es halt, ermöglicht es uns halt ganz konkret sozusagen Handlungsauswirkungen nachzuvollziehen. Also eigentlich ist der Dino ja eine Art Metapher für ein lokales Ökosystem, was begrenzte Ressourcen hat. Und was ja auch interessant ist, ist, dass sozusagen die Community, die da auf dem Rücken des Dinos lebt, von dem Dino abhängt, aber sozusagen auch spürbar wird. Es gibt ja einen Grad der Interaktion mit dem Dino. Es finden jetzt keine Gespräche statt, aber wenn ich das so richtig überblickt habe, da gibt es eben eine Interaktion. Und das ist halt, was finde ich total toll dargestellt ist in diesem Spiel, weil es diese ganz abstrakten Mensch-Umwelt-Beziehungen sehr konkret macht. Und dass man sieht eben, ethische Beziehungen finden nicht nur zwischen Menschen statt, sondern auch zwischen Mensch und Natur, dieser Aushandlungsprozess. Und übrigens, ich habe in der Spielung, ich habe auch ein bisschen in das Gameplay reingeschaut, leider nicht selber spielen können bislang, aber dazu bin ich noch nicht gekommen, aber ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel auch nomadische Völker, die von außen kommen. Also da gibt es dann eben auch verschiedene Vulnerabilitäten. Das finde ich auch eine wichtige ethische Dimension, die ich sehr spannend finde. Und würdest du sagen, dass auch noch Dinge fehlen in dem Spiel oder wo du sagst, das ist ein Element, das müsste man eigentlich noch integrieren, damit quasi diese Metapher noch vollständig wird? Ja, also was ich jetzt nicht ganz genau einschätzen kann, ist, wie viel wir über diese Bevölkerungsgruppen und ihre Charakteristika lernen. Also das wäre natürlich spannend zu wissen, welche Entwicklungsgeschichte diese Völker durchgemacht haben und was auch sozusagen das Desaster, in dem sozusagen, dass diese Community überlebt hat, was das für sie kulturell bedeutet. Wir haben ja in der Klimadiplomatie ein wachsendes Thema, nämlich dieses Thema von Schäden und Verlusten, also Klimafolgen, an die man sich auch nicht mehr anpassen kann und die eben Schäden verursachen. Die können materieller Art, aber eben auch nicht materieller Art sein. Wir haben heute schon quasi über die ganze Konferenz immer wieder gehört, was an Computerspielen besonders ist, sowas wie, dort können wir Selbstentscheidungen treffen, wir sind quasi diejenigen, die dann sagen, nee, die Ketzer, die liefere ich jetzt aus und dann sollen die schauen, welche Konsequenzen ihnen drohen oder man sagt halt, nee, ich beschütze die und muss dann halt selbst Konsequenzen tragen. Also Computerspiele haben eben immer wieder dieses Element, wo wir quasi, wie es so schön heißt, Selbstwirksamkeit haben, wo wir Entscheidungen treffen. Thomas, wie du als jemand, der quasi junge Game Designern ausbildet, der selbst sehr, sehr viel Erfahrung im Game Design hat, wie erzeugen Computerspiele dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit? Welche Pfade gibt es dahin? Was ist besonders wichtig? Naja, das, was ich versucht habe, es schon mal anzudeuten, eben ist eigentlich ein Spiel bietet sozusagen für mich Handlungsoptionen an. Das heißt, ich kann handeln sozusagen und das schafft erst mal Selbstwirksamkeit. Und das muss natürlich innerhalb eines Systems angepasst für meine Bedürfnisse funktionieren. Also Spiele bieten dann zum Beispiel, deswegen spielen ja nicht alle Leute die gleichen Spiele. Also deswegen bieten auch Spiele manchmal verschiedene Optionen an, wie ich sozusagen mit diesem Spiel interagieren kann. Also wenn ich zum Beispiel hier habe, dass ich eigentlich sozusagen von diesem Tier sozusagen das Blut nehmen kann, indem ich da die Knochen wegnehme, dann ist das sozusagen, kann das für die eine Person einen empathischen Moment auslösen. Die kann aber für einen anderen Charakter auch im Sinn einer Konter-Empathie wirken. Das heißt, es gibt auch Leute, die Spaß daran haben. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Das ist einfach so. Das hat, also die Spiele an sich sind ja erst mal nicht das, was unbedingt das Gute ist, sondern sie bieten mir Optionen an für die verschiedenen Typen von Spielenden eigentlich. Und wir haben ja schon gesagt, wir haben was mit einer Dystopie zu tun. Die ist ja in der Regel eigentlich auch eher davon geprägt, dass man keine Selbstwirksamkeit hat oder zumindest stark eingeschränkte. Wie geht The Wanting Village damit um? Wie findet es da so eine Art Balance zwischen quasi der Aussichtslosigkeit, einer Dystopie und eben trotzdem dem Angebot von Selbstwirksamkeit? Also ich finde eigentlich sehr ganz gut, sehr gut eigentlich so. Also klar habe ich das jetzt gerade kritisiert, einmal sozusagen diese Vermenschlichung, aber die brauchen wir sozusagen auf verschiedenen Ebenen. so und es schafft auf jeden Fall eine andere Ökonomie, als wir das in üblicher Weise diesen Spielen haben. Und es ist natürlich ganz geschickt gemacht, dadurch, dass ich im Grunde mein ökonomisches System, was ich da ja auch zu managen habe, an sozusagen die Fortbewegung eines anderen Wesens koppel. Das ist eigentlich ein ganz cleverer Zug, sage ich mal. Oder Mechanismus, würde ich es dann mal sagen. Gunnar, wir treffen viele Entscheidungen in dem Spiel, wir handeln unentwegt. Einige von diesen Entscheidungen haben auch quasi einen außenpolitischen Charakter, könnte man sagen. Also wenn man quasi einen riesigen Dinosaurier so als außenpolitische Entität anerkennt. Tim, in deiner Arbeit oder aus deiner Perspektive, deiner Arbeitsperspektive, was würdest du sagen, ist in The Wandering Village eben die außenpolitische Handlung, die man so als wirksamsten bezeichnen könnte, die quasi auch in der Realität die größte Rolle spielt? Und gibt es vielleicht auch Handlungen des Spiels, die du kritisch siehst? Wir haben ja gerade kurz, oder du hattest es kurz angesprochen, dass es eben auch so etwas wie andere nomadische Bevölkerung gibt, denen man begegnet, denen man wahrscheinlich auch abweisen kann. Ja, genau. Also ich hatte gesehen, dass es teilweise Stellen gibt, wo man das, genau, dann gibt es eine Ja-Nein-Antwort. Und das ist eben da, wo Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen. Da wird es natürlich politisch und in dem Sinne dann außenpolitisch. Und das ist natürlich spannend, weil das haben wir ja zum Start schon gesagt, also der Platz hier auf dieser, auf diesem Dinosaurierrücken, in diesem Ökosystem, sage ich jetzt mal, um nochmal bei dieser Abstraktion zu bleiben, ist eben begrenzt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass sozusagen hier Unterstützung, das ist ja eine sehr komplexe Arbeitsteilung, die sich im Laufe des Spiels dann entwickelt, verschiedene Personen übernehmen andere Aufgaben. Das finde ich eben einen sehr spannenden Aushandlungsprozess, weil sozusagen Neuankömmlinge dann eben auch entsprechende Aufgaben übernehmen, die dem Ökosystem und der Gesellschaft das Ganze ist dann vielleicht auch guttun, tragen zum Wohlergehen des Dinos bei beispielsweise. Und so also diese Aushandlungsprozesse finde ich sehr spannend. Also wenn wir uns auch dieses Thema Klimamigration und Klimaflucht und Vertreibung anschauen, dann haben wir eben hier sehr viele Prozesse, die wir, also Diskussionen, die wir jetzt schon führen, wie man auch Aufnahmemöglichkeiten beispielsweise für Klimaflüchtlinge schaffen könnte. Also das finde ich eigentlich einen inhärent außenpolitischen Charakter. Ja, ja. Und ich denke, was, wie gesagt, also was vielleicht spannend wäre, zu sehen wäre, ob sozusagen sich Bevölkerung, ob wir vielleicht auch im Spiel erfahren, ob sich bestimmte Bevölkerungsgruppen entlang ihrer sozioökonomischen Charakteristika irgendwie unterscheiden. Ich meine, wo ich sofort dran lenken muss, weil das ja gekoppelt ist, also Migrationspolitik und Klima etc. Das ist natürlich fast wie so eine Metapherfestung Europa. Und jetzt könnte man natürlich Mechanismus damit arbeiten, dass die alle völlig überaltert sind da oben. Also das wäre, weil das ist ja ein Fakt. Also was wir nicht realisieren, ist, dass wir eine völlig überalterte Gesellschaft sind, deren andere Gesellschaften ein Durchschnittsalter von 20 und 25 Jahren und deren Folgen sind, glaube ich, die meisten Leute sich gar nicht bewusst. Ich glaube, so ein bisschen, wie gesagt, das Spiel arbeitet da ja, wie wir jetzt schon gelernt haben, viel auch mit Metaphern. Ich glaube, oder ich bin mir gerade unsicher, ob die Figuren dort auch altern können. Aber was wir auf jeden Fall auch hier sehen, ist, dass es quasi so Spornvergiftungen gibt. Dieser Ombu, der muss halt manchmal schlafen, der legt sich gern irgendwo hin, wo es weich ist. Und es sind dann manchmal eben so giftige Pilzwiesen, die dann eben auch dafür sorgen, dass dieser Rücken quasi infiziert wird und dadurch werden die Bewohner krank. Und dann entsteht natürlich plötzlich auch ein Bedarf dafür, dass man eigentlich wieder neue Leute dazu bekommt, um die zu ersetzen, die eben an dieser Krankheit sterben. Genau, und bei Bonding Village haben wir im Prinzip wieder dasselbe Phänomen, was wir eben auch bei Curious Expedition 2 hatten. Wir reden jetzt ganz viel über ernste Themen anhand dieses Spiels, aber es ist eigentlich gar kein Serious Game. Für uns bei der Stiftung Digitale Spielekultur ist das kein Problem. Wir spielen alles und sagen dann, wir betreiben Serious Gaming, weil man kann jedes Spiel irgendwie ein Thema rausziehen, ein Thema anknüpfen und tolle Erkenntnisse haben. Aber auch dieses Spiel ist eigentlich eins, was sagt, ich möchte unterhaltsam sein und wenn dann eben doch quasi noch eine Anwendung entsteht, dann ist das Schöne gut, das ist aber nicht unser Ziel. Aber genau darüber möchte ich jetzt noch mal kurz reden mit euch und euch Fragen dazu stellen. Eben an dich, Tim. Genau, du hast, ich schätze jetzt einfach mal in deiner bisherigen Arbeit jetzt noch kein Computerspiel eingesetzt. Aber würdest du sagen, so ein Spiel wie The Wandering Village, dass es da irgendwie Potenzial gibt, das einzusetzen, zu sagen, hiermit übermitteln wir eben Informationen, Zusammenhänge, die mit Klimaaußenpolitik zusammenhängen? Ja, also ich sehe da große Potenziale und das schließt eigentlich nah, also schließt direkt an das, was du vorhin eingangs gesagt hattest, was wir auch an Dystopien in Welten, Entschuldigung, in anderen Medien sehen, beispielsweise in Filmen, weil sie eben was illustrieren, was wir uns sonst gar nicht in der realen Welt, was vielleicht unvorstellbar ist, sozusagen dieses Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Und das ist halt eben auch ein Thema in der Klimakommunikation, denke ich, beziehungsweise in der Klimapolitik, dass diese globale Erwärmung ein riesiges Sicherheitsszenario darstellt und gleichzeitig natürlich unendlich abstrakt ist. Das liegt, glaube ich, nicht zuletzt daran, dass man CO2 wirklich nicht sehen kann. Also man kann nur die Folgen sehen, sozusagen. Man kann die Folgen sehen, aber man kann sozusagen die Ursache tatsächlich nicht sehen. Ich glaube, das spielt wirklich in der Perzeption eine total wichtige Rolle. Und da können diese Spiele, wie andere Medien auch, da, glaube ich, einen wichtigen Beitrag leisten, das Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Es wäre natürlich total spannend, sich dann vielleicht auch sozusagen, hier ist die Katastrophe jetzt schon passiert, aber man könnte sich ja auch Szenarien überlegen, wo sozusagen verschiedene Events vielleicht noch bevorstehen. Und genau, da sehe ich also große Potenziale. Ja, also ich finde es ja gut, dass es Unterhaltung ist, weil ich meine, Series Games ist ja sowas quasi wie Kassengift, wenn man sich mit Unterhaltungsspielen beschäftigt. Aber es ist eben, Spiele behandeln immer was. Alle, jedes Unterhaltungsspiel behandelt eben Mechanismen, Thematiken und Aufbauspiele spielen schlicht normale kapitalistische Strukturen durch, immer wieder. Die verhandeln das, auch wenn sie das nicht reflektieren. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es total wichtig, dass Unterhaltungsspiele, das ist auch, was wir versuchen, den Studierenden zu vermitteln, jedes Unterhaltungsspiel vermittelt Werte, vermittelt Mechanismen. Spiel ist immer politisch. Es gibt Leute, die sagen, ja, Spiele sind nicht politisch, die sind Unterhaltung, jede Unterhaltung ist politisch. Es gibt keine Unterhaltung, die nicht politisch ist. Amerikanisches Hollywood-Keno ist Teil eines Programms, um sozusagen Werte zu kommunizieren und zu vermitteln. Und das sind Spiele auch. Du unterrichtest ja auch selbst junge EntwicklerInnen, quasi die EntwicklerInnen von morgen. Siehst du denn da Potenzial dafür, dass die sich eben auch einfach so einem Thema widmen wie Klima-Außenpolitik? Oder ist da ein Eindruck, dass das interessant für die ist? Oder denkst du dich lieber, nee, wenn schon Dystopie, dann wieder Zombie-Apokalypse? Ich glaube, das ist glücklicherweise, also eigentlich haben wir es gemacht aus diesem Grund. Also ich komme ja eigentlich aus dem künstlerischen Kontext. Ich bin groß geworden mit der sozialen Plastik von Joseph Beuys. Und so wie ich freie Kunst studiert habe, wenig sozusagen mit der klassischen Unterhaltung in diesem Sinne zu tun gehabt. Und das war eigentlich einer der Gründe, sich mit Spiele zu beschäftigen, weil es sozusagen so einen hohen Impact hat auf das 21. Jahrhundert. Und am Anfang war es durchaus schwer, Studierenden zu vermitteln, dass solche Themen Relevanz haben. Und glücklicherweise ist es so, dass, glaube ich, seit den letzten fünf Jahren auch eine Generation ranwächst, für die das viel, viel wichtiger wird, viel enorm wichtiger sind. Das sehen wir natürlich auch in den ganzen Aktivitäten, ob das die letzte Generation ist, etc. Es spielt einfach jetzt auch wieder eine viel größere Relevanz als vor 13 Jahren, als wir angefangen haben. Da war, glaube ich, das Thema noch ziemlich klar. Lass mich in Ruhe, mach keine Politik. Und Spiele sind Unterhaltung. Und das ist alles, da kann man ja machen, was man will. Kann man ja auch machen, was man will. Aber man muss eben immer darüber nachdenken, was man einschreibt. Wir schreiben Dinge ein. Und das ist aber das Tolle, dass wir das machen können. Genau, du sprichst davon, dass eh schon Dinge eingeschrieben sind, die man dann beim kreativen Prozess quasi in die Spiele wiederum trägt. Und das führt ja manchmal auch zu Missverständnissen oder dazu, dass man Themen vielleicht nicht mit der Sensibilität angeht, die notwendig wäre. Bei der Stiftung entwickeln wir deswegen oft so etwas wie Leitfragenkataloge. Ich war beteiligt an einem Leitfragenkatalog zur Erinnerungskultur und Games. Sensibles Thema ist wichtig, sich einfach ein paar Fragen zu stellen beim Umgang. Und du warst da jetzt auch im Rahmen des Auswärtsspiels beteiligt, im Expertinnen-Gremium bei der Entwicklung eines Leitfragenkatalogs, der sich eben zu diesen Fragen der Außenpolitik in Gaming, der Darstellung widmet. Und quasi aus deiner Perspektive, als jemand, der Game-Designer in der Ausbildung ausbildet, würdest du sagen, dass so ein Leitfragenkatalog, also setzt du den ein, kannst du den einsetzen, ist das hilfreich auch für die Studierenden oder wollen die auch lieber ihr Ding machen? Erstmal wollen die ihr Ding machen. Das ist so, wenn die Leute das Spiel machen, wollen wir natürlich ihr Ding machen. Und ich glaube, solche Leitfragenkataloge sind einfach gut, um sozusagen Diskussionsrahmen zu haben, an denen man sich orientiert. Und dann ist das eigentlich, glaube ich, eher so eine Situation, dass man aus der Interaktion, aus der Fragestellung, warum willst du das eigentlich machen, wieso willst du das einen machen, Leitfragen können aber helfen, Diskussionen im Grunde genommen zu sammeln. Also überhaupt erst mal überhaupt was zu verschriftlichen. In dem Sinne sind diese ganzen Prozesse, die ihr macht, ob das jetzt die Erinnerungskultur ist oder das sind total wertvolle Beiträge, um dort einfach mehr Verschriftlichung auch in diesem Bereich zu haben. Wir nähern uns zu dem letzten Drittel unserer Spielung. Deswegen würde ich jetzt schon mal ins Publikum fragen, ob es vielleicht Fragen gibt oder auch im Netz. Ich sehe noch keine Hände. Falls es noch keine Fragen gibt, dann habe ich noch eine. Und in der Zwischenzeit kann sich das Publikum noch Gedanken machen. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung auf diese Spielung auch mal geschaut, was so im Forum zu dem Spiel los ist und relativ viele spielende sagten oder fragten quasi die SpielentwicklerInnen, jetzt ist es ein Singleplayer-Spiel, wir spielen wahrscheinlich alleine oder quasi mit Zuschauenden das Spiel zu Hause. Aber die haben gefragt oder darum gebeten, ein Multiplayer-Element einzubauen. Eigentlich liegt das ja vielleicht sogar nahe bei einem Spiel, wo es so ein bisschen darum geht, einfach mit der Umgebung zu kommunizieren und auszuhandeln. Genau, wie würdet ihr das Potenzial, also eine Sache muss ich dazu noch sagen, die EntwicklerInnen haben das sofort abgesägt und haben gesagt, ja, mal schauen, vielleicht in der Zukunft, aber gerade wollen wir das Spiel erst mal im Singleplayer fertig machen. Ich will jetzt keine falschen Hoffnungen wecken, aber stellen wir uns kurz vor, Early Access ist vorbei, das Spiel ist veröffentlicht, super erfolgreich und die sagen, ja, was machen wir als nächstes? Multiplayer. Welche Potenziale würdet ihr da sehen für so ein Spiel, darüber eben dann noch mal anders Klimaaußenpolitik zu vermitteln? Ich glaube, das Setting und die Mechanismen ließen sich durchaus übertragen, aber so wie es jetzt gerade, glaube ich, gebaut ist, wäre das für die Entwickler erst mal gar nicht möglich, in der Art zu machen. Also diese Überlegung ist klar, dass die kommt. Sie werden das nicht so einfach transferieren können, weil ich denke, die Fläche reicht für Multiplayer dann nicht aus und abgesehen davon, dass ich eben, ich habe ja ein technologisches Gerüst und das wird, aus dem, was ich von außen sehen kann, würde das gar nicht so einfach machbar sein. Aber von dem Narrativ her, gemeinsam sozusagen ein Wesen, was fortschreitet und dass die Gemeinsamkeit das machen kann, wäre das natürlich denkbar. Also von dem Mechanismus und vom Narrativ her wäre das denkbar, aber ich glaube nicht, dass das mit dem technologischen Grundkonzept funktionieren würde. Die Spielenden hatten da tatsächlich viele Ideen im Steam Forum, also auch so Ideen von quasi so Asynchron, Multiplayer, das heißt, Menschen spielen den Singleplayer, einfach jeder für sich, aber die Ombuds können sich begegnen, die kreuzen sich mal, müssen dann miteinander auch noch kommunizieren oder handeln oder dass man einfach eben zusammen auf der begrenzten Fläche unterwegs ist. Aus deiner Perspektive, siehst du da Potenzial? Ja, also ich, genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da sehr spannende Differenzierungspotenziale gibt, die sind aber wahrscheinlich sowohl aus einer, also zur technischen Komponente, kann ich natürlich nicht sagen, aber zu dir, aus einer sozusagen, aus einer konzeptionellen Komponente ist es natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, aber ich könnte mir schon vorstellen, also das nach, ja, unterschiedlichen sozialen Faktoren dann nochmal zu unterscheiden, also in der, in der Klimawissenschaft schaut man sich eben an, also wie sind auch die Gegebenheiten geografischer und soziopolitischer Natur und wie wirken sich Klimafolgen entsprechend aus, also Klimafolgen, wie ich von der Klimafolge betroffen bin, von einem Extremereignis zum Beispiel, von einer Flut hängt ja nicht nur davon ab, von der Flut selbst, sondern davon, wo ich sozusagen mich befinde, von den, also von dem Vorhandensein von Menschen, von Lebensgrundlagen, von Ressourcen an einem bestimmten Ort, wo ich mich eben befinde, also diese Exponiertheit und dann eben auch von soziopolitischen Entwicklungsausgangschancen, also von der Vulnerabilität und da ließe sich halt eben schon auch sehr interessant nochmal eine Differenzierung auch darstellen, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt an die globale Gerechtigkeitsdebatten in der Klimakrise denken, wo Menschen im globalen Norden einfach, ja, auch historisch sozusagen viel beigetragen haben zur Klimakrise, aber relativ gut geschützt sind durch technologische und ökonomische Ausgangsvoraussetzungen und wir da eben eine Nord-Süd-Komponente haben, die man in Spielen sicherlich ganz spannend auch darstellen könnte. Ich glaube, das ist mit Sicherheit, aber ich glaube, das ist ein superschwieriges Thema dann, weil da kommen wir in so ganz andere Regionen, weil im Prinzip leben wir, also wir leben ja nicht hier in diesem Luxus, weil wir so wahnsinnig intelligent sind, ja, also als andere, sondern weil wir in einem Habitat hier groß geworden sind, was eben extrem günstige Klimabedingungen hat. Also Europa hat sich deswegen entwickelt, weil es gute Rahmenbedingungen hatte und nicht, weil die Leute besonders clever waren, ja, die sind weltweit, seit 20.000 Jahren passiert ja in den Hirn nicht so viel, ja, und das ist ziemlich das Gleiche und die Habitate, also die Ausgangssituationen sind wahnsinnig wichtig und das ist auch die große Ungerechtigkeit, dass das sozusagen die Ausnutzung, die wir hier gemacht haben, dann aber wiederum auf andere Lebensräume sozusagen Auswirkungen hat und das ist die Verteidigung. Aber ich glaube nicht, dass wir das in diese Mechanismen unterbringen könnte, das ist, glaube ich, die Tragik an dieser Komplexität. Aber vielleicht ist schon mal ein Einsehen, dass nur ein bestimmtes Habitat überhaupt erstmal Sachen Ermöglichung schafft, wäre schon viel. Ich glaube, viele Leute denken ja, dass sie, weil sie hier sind, weil man das durch Leistung erbracht hat in diesem Sinne, das ist nicht durch übermäßige Leistung erbracht, sondern durch die Lebensbedingungen. Ja, sehr spannend. Ich glaube, da hast du es auch herinnern, mich an Jared Diamond, ganz Germs and Steel, der das ja als Theorie quasi aufgestellt hat. Und ich muss immer daran denken, wenn ich Civilization spiele, wo wir auch einmal kurz, heute schon kam es auf, weil dort kann es ja manchmal, je nachdem, wo man beginnt, dann einfach auch den langfristigen Pfad, den man so überhaupt gehen kann in diesem Spiel, maßgeblich beeinflussen. Bevor ich noch selbst so eine Idee aus der letzten Fachkonferenz quasi rüberhole, möchte ich noch einmal ins Publikum fragen, ob es jetzt, ah, jetzt sehe ich Hände, zwei sogar. Hallo? Ja, danke schön. Ich dränge mich mal vor, reiche das Mikrofon gleich weiter. Ich glaube, ihr habt am Anfang das kurz erwähnt. Wir haben ja eine sehr belebte Natur hier, auf der wir reisen, auf der wir bauen, auf die wir Acht geben müssen, die ihre Bedürfnisse äußert, beziehungsweise manchmal auch nicht so deutlich äußert. Ich habe das Spiel leidenschaftlich gespielt. Und das Einzige, was halt eben nicht in Werte gefasst ist in The Wandering Village, ist ja, wie zufrieden ist das Onbo eigentlich mit mir? Das ist ja so eine Textur, die zwischen den Zeilen schwebt, die ich irgendwie vielleicht erraten muss. Das wird auch viel kritisiert, glaube ich, an dem Spiel. Und meine Frage ist jetzt irgendwie, müssen wir mit dem Rücksicht nehmen auf die Umwelt in der politischen Äußerung, müssen wir esoterischer werden? Mutter Erde, auf die man Rücksicht nehmen muss? Das will ja niemand. Aber können wir daraus was lernen, dass wir quasi diese Bedürfnisse unseres Planeten, unserer Umwelt ein bisschen direkter ernst nehmen können? Kann man daraus was lernen? Dankeschön. Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Also können wir die Signale der Natur hören? Das klingt esoterisch, aber ich glaube, dass es gar nicht so esoterisch ist. Also ich glaube schon, dass sozusagen Ökosysteme tatsächlich sozusagen, sie haben Grenzen ihrer Belastbarkeit und die kann man natürlich auch wissenschaftlich nachvollziehen. Und ja, das geht dann so ein bisschen auch über diese Klimaproblematik strikt natürlich hinaus. Das wollte ich übrigens auch noch sagen. Das Spiel ist natürlich auch nicht nur strikt klimaaußenpolitisch, sondern erst mal ist, was da auf dieser Insel passiert, natürlich, jetzt mal ein innenpolitisches Thema. Also Nutzung von Lebensgrundlage auf einem bestimmten Territorium. Aber ich glaube schon, dass es da anschlussfähige Punkte gibt. Also gibt dieses Konzept der planetaren Grenzen, was vorgestellt wurde vor mehreren Jahren mittlerweile schon, wo eben man sagt, okay, es gibt gewisse Grenzen, die unser Planet eben an Belastbarkeit hat. Und da ist sozusagen eine intakte Atmosphäre, die eben durch Emissionen gestört wird, nur ein Punkt. Es gibt Biodiversitätsverlust, Versauerung der Ozeane, Ozon und so weiter. Und da gibt es eben schon sehr konkrete und wissenschaftlich fundierte Signale. Und das kann man auch nach bestimmten Lebensräumen natürlich auch unterscheiden. Ja, aber es ist total interessant natürlich, weil sozusagen in Spielen, das ist natürlich die ganz große Frage, wie man das dann angebracht, übersetzt, weil das natürlich sehr komplex ist. Ich finde das, glaube ich, ganz gut, dass man das nicht so deutlich lesen kann, weil es dann relativ viel von dem hergibt. Also ein Problem ist doch ganz viel, dass wir, man hat Bilder aus dem Regenwald, der irgendwie abgeholzt wird. Man hat Bilder von Müll, der irgendwo in der Ferne ist. Aber eigentlich braucht man nur auf die Frankfurter Allee sehen und die Gräser anschauen und sieht sozusagen, dass das nicht funktioniert, weil da eigentlich Gräser sind, die kommen aus dem mediterranen Raum und die sind invasiv und die haben eine komplette Fläche und die machen eigentlich eine Mikro-Öko-Struktur kaputt. Das heißt, wir könnten eigentlich, wir können hier in Berlin, ich könnte jetzt in Berlin mit euch losgehen und sagen, wo ihr ganz aktuell den Klimawandel seht, der ist nur nicht so symbolisch. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und zum Teil finde ich das deswegen gut, dass es so unscharf bleibt und versucht, dass ich genauer dann gucken muss, was ist denn damit und nicht sozusagen, oh, mir geht es gut und mir geht es schlecht. Das ist dann wie, Regenwald ist weg und Regenwald ist da. Ihr kennt ja alle diese Aktionen von Pflanze doch mal einen Baum. Es bringt nichts. Also diese Massenbäume sozusagen, weil wir wissen inzwischen, die Struktur liegt nicht in einzelnen Bäumen oder in einzelnen Wäldern, sondern in komplexen Ökosystemen, die bis hin in die Pilzmikroorganismenstruktur geht. Es hat mehr mit Erde zu tun eigentlich als mit Bäumen. Bäume sind wichtig, aber sie sind ein Teil davon. Und das finde ich das gut, wenn es diese Sachen auf der Ebene einfach nicht so symbolisch einfach bleibt. Genau, da haben wir noch eine Meldung. Moin, die Frage geht an Professor Bremer in Richtung Game Design. Gibt es schon Konzepte, die Ihnen irgendwann im Laufe der letzten Jahre unter die Haube gekommen sind, die explizit mit dem Energieverlust, und zwar dem realen Energieverlust, arbeiten? Bedeutet, man spielt ein Spiel, hat aber die Endlichkeit des Akkus. Das heißt, vielleicht muss man sogar irgendwas im Spiel tun, damit der Akku weniger belastet wird. Ich halte so ein Konzept für sehr sinnvoll, weil es sehr eindringlich, fast schon real, eine Auswirkung zeigt. Man kann nur so lange spielen, solange man Energie hat. Absolut. Die Frage ist, in welchen Narrativen bildest du ein? Also als Mechanismus kannst du das super gut machen. Und dann, wie verbindest du das aber dann, mit welchen Narrativen verbindest du das? Also was du gerade ansprichst, ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich du sage. Gerne. Hallo Thomas. Ja. Das ist, wir hatten gerade eine Summer School, Prototyping Circular Economy in Italien, also ich bin gerade Samstag wiedergekommen. Und das Interessante war eigentlich, wir hatten gesagt, mal vom Narrativ runterzugehen und Mechanismen zu finden. Und alle haben aber angefangen, Mechanismen zu entwickeln. Das ist natürlich der richtige Weg, um unterhaltersame Spiele zu machen. Und diese Verbindung sozusagen, was du jetzt gerade sagst, zwischen für diese neuen Konzepte auch wieder die funktionierenden Narrative zu finden, ist, glaube ich, der schwierige Punkt. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, aber ich glaube, durch unsere Gewöhnung an bestimmte Funktionalitäten, Narrative, die wir in den Spielen haben, ist das eine Sache, die, glaube ich, als Prozess passieren muss. Aber gehen tut das hundertprozentig. Geil. Dankeschön. Genau. Das leitet wunderbar über zu dem Spielballspiel, was ich noch nennen wollte, was wir im letzten Jahr hatten. Ein schönes Spiel namens Eko. Dort sieht ein bisschen aus wie Minecraft, also so eine Welt aus Klötzen. Aber der Unterschied ist, dass man gemeinsam in der Welt lebt und sie eben auch endlich ist. Auch was die Energie angeht, endlich. Also man kann Bäume fällen und die wachsen auch nach, aber nicht so schnell, wie man das gern hätte. Und dadurch, dass diese Welt geteilt ist zwischen den Spielen, dann kann das egoistische, unsolidarische Verhalten Einzelner dafür sorgen, dass das Spiel für alle anderen endet. Es gibt noch so eine Rahmenhandlung, ein Asteroid fliegt auf die Erde. Das heißt, man muss handeln, man muss Maschinen bauen, man muss eine Technologie bauen, quasi nachvollziehen, bis man dann die Laserkanone hat und dann wegzuballern. Aber bis dahin ist es ein langer Weg. Und ja, die Spiele müssen sich da letztlich dann selbst Gesetze geben, die besagen, du darfst nur so und so viele Bäume fällen pro Tag. Also ein ganz spannendes Konzept. Allerdings auch noch im Early Access. Und das deutet vielleicht auch darauf hin, wie schwierig es einfach ist, das zu vereinbaren, auch mit Spielen, die einfach auch einen Unterhaltungsanspruch haben, weil irgendwie keinen Spaß da haben, weil irgendwer anders irgendwie im Eko-Strand rumliegt und sich aus den ganzen Bäumen ein schönes, großes Lagerfeuer macht und alle anderen dann in der Wüste versinken, ist natürlich nicht so schön. Oder aus deiner Perspektive als Game-Designer wirst du widersprechen? Nein. Also ich glaube, du musst Spaß haben. Also ich weiß nicht, Spaß ist vielleicht manchmal in Deutschland nicht so das richtige Wort. Also es geht ja um mehr. Also es ist ja ein bisschen Spaß zu haben, um zu sich auch ärgern zu können. Es geht darum, um Emotionalität im weitesten Sinne. Also es gibt ja auch Leute, die fluchen nur, wenn sie irgendwelche Spiele spielen. Also sie sind ja fast nur am Fluchen. Und es geht darum, wir suchen daraus für unsere Handlung auch emotionale Rückkopplung. Und ich glaube, wenn das nicht ist, dann wird das nicht, dann werden die Sachen natürlich auch nicht gespielt. Und das ist vielleicht, was wir in Deutschland viele Probleme haben mit Emotionalität und Unterhaltung und Ernsthaftigkeit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende dieser Spielung. Vielen Dank an Professor Thomas Bremer und Tim Bosch. Diese Spielung ist zu Ende. Die Fachkonferenz noch nicht ganz. Es gibt auch hier jetzt noch eine kleine offizielle Verabschiedung und ein Fazit. Und dazu bitte ich Tabea Wiedmann und Daniel Budimann auf die Bühne. Vielen Dank, Christian. Gerne. Ja, spannend. Jetzt will ich so ein Spiel bauen, Thomas. Na, was haben wir heute gelernt, Tabea? Wie geht es dir? Ich glaube, ganz schön überwältigt. Ja. Aber ich fand, genau, wir haben ja schon im Vorbereitungsgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, was wäre ein gutes Spielziel für heute, für die ganze Veranstaltung. und ich hätte damals gesagt, so für mich ist ein gutes, so ich gehe zufrieden nach Hause, wenn ich das Gefühl habe, hier haben wir wirklich das geschafft, was wir schaffen wollen, was wir als Stiftung ja immer wieder betonen. Wir wollen Dialogsräume schaffen und ich glaube auch einfach, Menschen zusammenzubringen, auf eine Art auch zusammenzubringen, wirklich auf Augenhöhe über Dinge zu sprechen, weil die einen bringen die eine Expertise mit, die anderen bringen die andere Expertise mit. Und ich glaube, es ist wahnsinnig selten, dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet, ohne dass irgendjemand einen Heimvorteil hat, sondern wirklich einfach zu sagen, wir kommen hier zusammen, wir kommen in den Austausch und dann können wir uns aufeinander auf unsere Themen einlassen. Und ich bin ganz, ja, ich bin noch ganz voll von ganz, ganz vielen Eindrücken. Ich bin selber super, super neugierig. Ich habe mir selber die Themen mit platziert und gesagt, ich fände es wichtig, dass Leute darüber sprechen. Ich bin total überrascht, weil auf ganz andere Art und Weise teilweise über die Spiele gesprochen wurde, als ich in meinem Kopf mir das so ausgemalt habe. Also wie, wie schön, dass wir die Expertinnen dabei hatten. Und mein Spielziel für heute, kann ich wirklich sagen, ist erfüllt. Wunderschön, schön zu hören. Ich bedanke mich natürlich bei allen Leuten, die heute hier an dieser Fachkonferenz mitgewirkt haben. Danke an dich, Tabea, als Projektleiterin. Danke, Schiedem, für diese gesamte Aktion. Dankeschön auch ans Auswärtige Amt. Ich glaube, der Kollege Mirko, der steht immer noch da drüben und hat den Dialog weitergeführt. Ich finde es aus meiner Perspektive sehr spannend. Auch ich habe mich gefragt, was habe ich denn eigentlich für ein Spielziel? Wenn man das Ganze gamifizieren wollen würde, mein Spielziel ist noch nicht erreicht. Ich habe Kritik zu äußern, Tabea, absolut. Hau raus. Mehr. Und wir müssen, wir sollten es schaffen, mehr Resonanz zu kriegen. Mehr Resonanz von Leuten, die normalerweise nicht in diesen Runden stattfinden. Es war ein sehr akademischer Austausch heute. Ich fand den super. Ich finde den mega geil. Viele Wörter, die heute hier auch ab und zu gedroppt wurden, musste ich mir erst in den letzten Jahren erschließen. Ich habe da eine große, große Lust zu, weil ich auch die Notwendigkeit daran sehe. Und ich glaube, diese Notwendigkeit, die haben alle Beteiligten heute hier auch verstanden und sind Teil davon. Und ich glaube, ein weiteres Auswärtsspiel ist unabdingbar. Tut mir leid. Morgen oder was? Ja, übermorgen vielleicht. Alle Themenpunkte sind super interessant. sind super relevant, sind notwendig. Wir haben gelernt, was Public Diplomacy bedeutet beziehungsweise was Gaming Public Diplomacy eigentlich für eine Funktion haben könnte. Ebenfalls habe ich gelernt, es war sehr öffentlich, dass Peter Ptasek, der Beauftragte für strategische Kommunikation, vollkommen öffentlich gesagt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung von Videospielen. Das tat mir sehr gut. Es ist eine Ehrlichkeit, eine Authentizität, wie wir auch gelernt haben, eine Softpower scheint, zu sein scheint. Also es sind heute viele, es gab viel Dialog, es gab viel Wissensaustausch und in dem Fall eine wunderbare Resonanz, die möchte ich eigentlich ganz gerne mit mehreren Leuten haben, die vielleicht jetzt, anstatt hier zu sein, zu Hause sitzen und was zocken. Egal, welches Spiel. Und Thomas hat es gerade auch noch mal gesagt, alle Spieler sind politisch, alle Medien sind politisch. Und wir wissen, wenn wir nach draußen gucken, es wird wärmer, es wird viel gestritten, es gibt machtpolitische Kämpfe, umso wichtiger ist es, dass wir solche Fachkonferenzen stattfinden lassen. Ja, aber genau da würde ich, also die Kritik haben wir schon ein bisschen mitgedacht. Ich kann noch mehr Kritik machen. Lassen wir es an der Stelle mal stehen. Genau, weil zwar ist jetzt heute die Fachkonferenz kurz für Ihren Abschluss, aber das Projekt Auswärtsspiel selber ja noch nicht. Aha. Genauso ist es ja angelegt. Du hast es ja selber so gesagt, wir sind hier im zweiten Meilenstein von einem Dreiteiler. Und was bliebe am Ende noch zu tun, als diesen Dreiteiler zu teasen, um zu sagen, was folgt eigentlich noch? Und genau das ist der Schritt, der Gedanke gewesen zu sagen, wir setzen den ersten Impuls, dass wir überhaupt erst mal diesen Fragenkatalog entwickeln. Eben nicht direkt in diese Bresche springen und zu sagen, wir haben eine Schnittstelle und wir stellen Thesen auf, sondern einfach zu sagen, nee, wir sammeln Expertinnen aus allen Bereichen und lassen die auch erst mal Fragen formulieren, die man sich gegenseitig stellen kann, um in möglichen Echokammern, um auch so ein schönes Wort zu verwenden, das in dem Kontext so aufgeladen ist, tatsächlich mal eine Resonanz zu erzeugen und mal hinein zu lauschen. Und ich glaube, das hier war jetzt der zweite Schritt, um zu sagen, aha, wir lauschen uns noch mal ein bisschen mehr gegenseitig, wir lauschen noch mehr Stimmen und wir versuchen schon mal diesen ersten Schritt mit den Spielungen zu sagen, wir versuchen das Ganze auch anzuwenden. und aber der Witz ist, dass wir natürlich hier nicht stehen bleiben wollen, sondern das Ganze auch jetzt in die Praxis übergeben möchten und deswegen ist der dritte Meilenstein, und ich mich auch gerne an alle Interessierten vor Ort online ankündigen möchte, zu sagen, wir organisieren ein Barcamp, wir organisieren ein Modding-Wettbewerb, der wird vom 9. bis zum 11. November in Berlin stattfinden und der Gedanke von einem Modding-Wettbewerb ist ja wirklich zu sagen, kommt vorbei und entwickelt eure eigenen Spielkonzepte. Probiert es aus, macht eure Prototypen, es winkt auch ein Preisgeld, also wir gehen da mit allem rein und möchten wirklich versuchen, den Impuls zu setzen in die Spielräume und die Leute, die zocken und die Leute, die entwickeln, die sollen gerne kommen, also die Einladung ist noch weiter und natürlich, genau, ist klar, bei der Konferenz geht es los, aber Auswärtsspiel ist noch nicht vorbei, sondern Auswärtsspiel geht noch eine Weile und genau da wollen wir auch vielleicht noch mal gucken, was wir Formate können wir dann zusammen auch noch mal entwickeln, um andere Räume zu finden, in denen wir uns begegnen können. Ich hatte so eine Spielkonzeptidee, wenn man spielt, dann geht die Energie schneller weg, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, können wir in anderen Mal drüber reden. Ich finde es super, ich freue mich auf den dritten Teil, mal gucken, ob und wie es danach einen Cliffhanger gibt für eine weitere Trilogie. In der Narrative von Kulturerzeugnissen hat man das immer ganz, ganz häufig, es gibt Teil 1, Teil 2, Teil 3. Teil 1 war meistens das Beste, weil man emotional erstmal reingeladen wird und Teil 3 macht oftmals eine Klammer und wenn dann eine weitere Trilogie kommt, dann ist man kritischer, weil es aufgeladen ist. Wir gucken uns das gemeinsam an, denn das ist das Ziel dieser Fachkonferenz gewesen. So habe ich euer Ziel verstanden, insgesamt von der Stiftung Digitale Spielekultur mit dem Auswärtsspiel, Dialog schaffen, Resonanzräume schaffen, gemeinsam an Fragen weiterentwickeln, um bestenfalls weitere Fragen daraus zu entwickeln, auf das andere Personen unterschiedlicher Untergesellschaftsschichten Antworten darauf finden können. Absolut. Also, ich kann nur sagen, ja, war ganz geil. Super, Dankeschön. Nice, freut mich total. Aber nochmal Räume schaffen und Räume nehmen. Ich würde mir jetzt auch nochmal gern den Raum nehmen, ganz egoistisch und in Ruhe allen Beteiligten mich bedanken. Wir hatten Stichwort Kollaboration, Multiperspektivität und einfach so ein Format lässt sich nicht umsetzen ohne diese beiden Qualitäten. Das heißt an erster Stelle erstmal an unsere SpeakerInnen und PanelistInnen, die hier dabei waren, mit ihren Beiträgen, mit ihrer Expertise sich eingebracht haben und den Tag gestaltet haben. Ein großes, großes Merci an euch, ein riesen Dankeschön. Das gilt genauso auch für dich, lieber Budi, dass wir dich als Moderator auch für die Pausenformate gewinnen konnten, dass du gesagt hast, ich habe darauf Bock, ich möchte mitmachen. Herzlichen Dank gilt auch an Sophia, die leider schon unterwegs ist, also unsere ModeratorInnen, auch Chidi Mosonoru und meinem Kollegen Christian Hubers möchte ich von Herzen danken für ihre Moderationen. Dann natürlich auch unserem Förderer, dem Auswärtigen Amt. Wir hatten es ja, also monetär, es fließt alles zusammen und wenn es die Förderung nicht gäbe, dann gäbe es das Projekt nicht und dann könnten wir die Fachkonferenz so nicht umsetzen. Besonders natürlich Dr. Peter Ptasek und Mirko Krupper, der entscheidend immer noch im Dialog ist, die sich hier auch inhaltlich so beteiligt haben und das hiermit bereichert haben. Herzlichen, herzlichen Dank. Dank. Großer Dank geht an Alex Berlin, die hier, wir sind in deren Studio, die diese Umsetzung möglich gemacht haben, zu sagen, wir stellen das zur Verfügung, wir geben mit euch diese Kooperation ein. Hammer, herzlichen Dank, insbesondere an Madeleine Kressler, die ja als meine Kontaktperson fungiert hat und das ganz zauberhaft gemacht hat. Auch nochmal explizit den ExpertInnen unseres Fachgremiums, das wir bei Auswärtsspiel haben, die diesen Nährboden geschaffen haben mit ihren verschiedenen Expertisen hier unter anderem mit dabei, mit Thomas Bremer, mit Lena Falkenhagen, mit Felix Zimmermann. Herzlichen, herzlichen Dank an euch und abschließend der Dank, nicht zuletzt, sondern vielmehr wirklich mir am nächsten, der Dank an das wundervolle Team der Stiftung Digitale Spielekultur, an meine zauberhaften Kolleginnen und Kollegen, an Nils und Marlina, die hier mitgezockt haben, aber auch an Luise, die mich in der ganzen Organisation vorbereitet, unterstützt hat, tausend Dank und an dieser Stelle den Ausblick habe ich schon gewagt auf meinen Stand Nummer drei. Ich wage jetzt noch den letzten Ausblick auf den heutigen Abend. Es ist nämlich noch nicht ganz vorbei, sondern ich lade Sie alle, die ihr da seid, die Sie da sind, ganz herzlich ein, im Raum nebenan noch ins Get-Together zusammenzukommen. Es gibt nochmal Getränke, es gibt nochmal was zu essen, es gibt weiterhin Raum für Austausch, der hier so wundervoll begonnen wurde in diesem Sinne herzlichen Dank und tschau Kakao. Also auf Wiedersehen. Schönen Dank auch an die Leute, die online zugeguckt haben. Macht's gut.